Willkommen zu Zelda Ocarina of Time, das habt ihr euch so lange gewünscht und heute ist es soweit, wir werden es zusammen durchspielen. Ich bin sehr gehypt, freue mich auf ihr auch und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen an mit diesem wundervollen Spiel. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Deko-Boom-Baum. Schon verkackt. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützt sie jene rein Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen Auserkorn, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen der vergangenen Zeit viel zu schnell. Ja, der zweite Account hieß Fick. Navi! Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, holde Fee! Höre die Worte des Deko-Baums! Spürst du es? Diablosche Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyryls zu besiegeln. Für lange Zeit war der Kokiri-Wald es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf dem Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun! Finde unseren Freund und geleite ihn zu mir! Meine Zeit ist fast vorüber, mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, der ganzen Welt, liegt in den Händen des Jungen. Ich wollte gerade sagen, die hat ja gar keine Hände. Ich würde mich auch Fick nennen. Das war meine Schuld mit Fick. Ihr braucht einen schnellen Namen. Ja, das stimmt. Hallo! Hallo! Heile Welt! Heile Welt! Wer von euch kennt das Spiel? Schreibt mal alle rein, ja oder nein. Cool, die meisten kennen es. Oh, Tabe-Vlog. Vielen, vielen Dank. Das kennen echt viele. Hallo. Hallo, Link. Wach auf. Der Dekobomb hat dich zu uns gerufen, Link. Wach auf. Vielen Dank für Light. Vielen, vielen Dank für die süßen Worte. Kindheitsänderung. Das ist Nostalgie. Los, komm schon. Soll die Zukunft Hyrule wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Na, endlich bist du aufgemacht. Ich bin Davi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Also wenn mich ein Baum zu sich befohlen würde, würde ich sagen, leg mich. So, jetzt kann ich das hier nämlich auch wieder einblenden. Jetzt seht ihr da auch die Karte. Alles wunderbar. So, wunderbar. Wunderbar. Oh, volles dumme Bett ohne irgendwas mit Kissen. Voll unbequem. Kokiri-Wald. Da kommt Saria angedüst. Guten Morgen, Link. Lass mich in Ruhe, so fängt der Tag ja schon mal richtig beschissen an. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee. Wow, das ist toll. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Link. Ist es wirklich wahr, dass der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor dem Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat gerufen. Steht ihr? Hier steht Fick. Hier wohnt Link. Was geht das in dem Spiel? Um böse Mächte, um böse Dinge, um... Einfach, das Spiel ist einfach cool. Guckt es euch an. Pure Gänsehaut bei der Melodie. Also jeder, der das Spiel nicht kennt, sollte es sich unbedingt anschauen. Das ist einfach geil. Dankeschön, Flo-Flo. Danke, Leute. Ihr seid so lieb. Hey, Link, schau hier rauf. Mit L einschauest du, mit A kannst du dich anschauen. Gut gemacht. Dies war mithilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass du nun auch endlich eine Begleiterin hast. Ich werde dich erlernen, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Fliegt deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke L eins, um dorthin zu schauen. Drückst du L eins und visierst jemanden an, kannst du mit dieser Person sprechen, auch wenn sie weiter entfernt ist. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du L eins nutzen, um gerade auszuschauen. Versuch es. Schaut aber gerade nur hin. Ja, ja, alles klar. Ich weiß schon, wo Groschen sind. So, Leute. Wir brauchen jetzt ein Schwert und ein Messer. Wir gehen jetzt erstmal hier hin, um das zu erfahren. Ich finde, die müssten einen Remake von Taylor Queen of Time machen. Hey, du fehnloser Versager. Was hast du denn mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mein richtiger Mann. Was, du hast eine Fee? Und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht dein richtiger ausgerüstet. Wie willst du den Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenüber treten? Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerüstet. Aber das ist etwas anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinden. Alles klar. Das machen wir jetzt. Die Musik war im Shop gerade. Die Musik ist so geil. Ein Schwert und ein Messerchen brauchen wir jetzt. Und da oben ist noch ein Diamant. Den holen wir uns jetzt erstmal. Ich brauche jetzt erstmal Money, man. Cash, Cash, Money. Oh ja. Erstmal andere ausrauben. Ihr Zimmer ist größer als meins. Gehen wir erstmal überall rein und rauben alle aus. Es gibt ja ein Remake, du spielst es gerade. Ähm, ein Remastered. Ein Remastered möchte ich. Also wo halt die Quali und alles geil ist. Meine Schwester hat einige Rubine genommen und ist zum Kokiri-Laden gegangen, um dort einzukaufen. Oh, kann ich sie ausrauben? Wieso sagt sie mir das? Oh, warte, ich muss ganz wichtig. Ich muss die Alerts ausmachen. So. Was sagst du zu Fanpages? Süß, solange sie nicht zu extrem werden. Mit extrem meine ich mich zu sehr zuspammen. Zu viel wollen. Wollen, dass ich folge. Und ganz wichtig, Leute. Wenn ihr eine Fanpage habt und eure Fanpage zu einem Privataccount macht, werde ich diesen nicht mehr folgen. Weil ich möchte ja dann... Dann folge ich Privatleuten. Das bringt nichts. Dann wollen es alle, wisst ihr? Du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir. Du scheinst ein wahrer Held zu sein. Zieh doch nur die Aussicht. Ist nicht wunderschön. Wechsel im Blickwinkel. Mithilfe kannst du umschauen. Schon gemacht. So. Mein erstes Game. Tetris, glaube ich. Ich brauche ein Messer, um Dönerfleisch zu schneiden. Was willst du denn, Navi? Ach, da muss ich dann draufdrücken, ne? Wie kann ich Navi... Ah, hier. Ansehen. Der Dekobomb hat dich zu sich gerufen. Sollte uns beeilen. Ja. Lass mich doch erstmal hier jetzt farmen. Du brauchst deine Hilfe. Bei wem soll ich gucken? Du und Gustav streamt Hilfe. Äh, worauf du Lust hast. Fühl dich zu nichts gezwungen. Alles in Ordnung. Hol uns erstmal ein Messer. Enge Passage und versuche dich durch den schmalen Spalt zu... Versuche dich durch den schmalen Spalt zu kriechen. That's what the shield said. Na, na. Das ganze Game durch, das dauert doch. Ja, aber wir machen das über mehrere Etappen. Also wir spielen jetzt ein bisschen. Dann spielen wir Sonntag ein bisschen. Dann spielen wir nächste Woche ein bisschen. Das kommt dann alles auf meinen Zweitkanal. Genau. Nur, dass die Leute wissen, wir spielen das hier halt durch. So gesehen. Ah! Wieso rollt der hier? Das ergibt gar keinen Sinn. Bills, mir geht's sehr gut. Schön, dich zu sehen. Okay, was steht hier drin? Besuche das Haus des allwissenden Brüdern und antworte noch deine Fragen zu bekommen. Okay, was ist da drin? Das kommt hier, ich schwere. Berühre, um das Ausrüstmenü zu öffnen. Dies ist eine wertvolle Waffe. Hatte ich's schon ausgerüstet? Nee. Jetzt hab ich's ausgerüstet. Egal, ich gucke jetzt erstmal, ob ich ein bisschen was hier bekomme an Dingen. Wie lange dauert das Spiel? Äh, neun bis zwölf Stunden. Also wir spielen es heute nicht durch, aber wir fangen heute an. Und werden es dann die nächsten Tage über immer wieder durchspielen. Also weiterspielen. Kannst du Annas Crest spielen? Ist es gut? Oh, ich glaub, er hat's Geld. Link hält, robt seine ganzen Mitbewohner auf. Geil. Ich hab einen Plan vom Spiel, aber Hauptsache Numami. Oh, süß. Es ist ein geiles Spiel, glaubt ihr. Es war eines meiner Lieblingsgames. Ein Herz. Ich glaub, wir haben genug Geld. Oh, ha, genug. Was? Du, lass dich nicht unterkriegen. Du bist ein starker Mensch. Weine nicht, sonst muss ich auch weinen. Vielen, vielen Dank, Space. Alles gut. Ach, süß. Danke viel. So. Ich glaub, ich hab genug Geld für ein Schild. Gib mir das Schild, Digga. Willkommen. I won it. Ja! Berühre das Ausrüstungsmenü. Wähle dich mit B ein. Nein, nein, ich will nichts mehr kaufen. Geil, wir haben einen Schildi. Okay. Ich muss leider aufhören. Viel Spaß. Dankeschön. Kannst mal Home Sweet Home spielen. Mag es voll. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall noch spielen. Bevor du zur Deko-Bomb... Hey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild und aus dem Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich. Es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Deko-Baum so viel Vertrauen zu dir haben. Grummel, grummel. Tja, ich bin halt ein Gangstopp. So. Oh, watch, machen wir bald ein Turnier sogar, Leute. Komm her, du Sau. Ich mach dich fertig. Deko-Schild. 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 Ja, geil. Wie aggro er schaut, ne? Ah, wieso ist der denn schon wieder da? So. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Eine epische Szene folgt. Oh, Navi, du hast einen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Link. Höre nun die Worte, die ich, der Deko-Baum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsternen Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zur Stärke gelangen, werden dir Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Link, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Das hört sich so pedo an. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Nein! Ich wollte eigentlich Nein drücken. So sei es, tritt ein Tapper, Link, und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Link. Und nun kletter mir ins Maul. So. Bei Intro kommt nichts. Was, bei Intro kommt nichts? Nicht jedes Spiel läuft super, aber gibt schon eine. Die laufen neunfache Auflösung mit voller Geschwindigkeit. Sehr cool. Ich habe eher Probleme, weil halt mir zum Beispiel nicht das Inventar angezeigt wird oder so. Das ist ein bisschen fehlerhaft. Dekobaum. Wir sind im Dekobaum, Leute. Willkommen im Dekobaum. Ah, ich habe es. Okay, ich komme langsam rein. Ich wollte ihn einfach nur so schlagen. Okay. Das ändere ich noch nächstes Mal, dass man die Items auch sieht, Leute. Keine Sorge. Ich glaube, da müssen... Sieh dir die Wand an. Vielleicht kannst du deinen Pflanzen aufklettern, aber sicher doch. Game of Thrones habe ich noch gar nicht geschaut. Das erste, was du natürlich machst, ist den Pädow. Die Pädow, die Nüsse geben. Es ist schon Pädow gewesen, Mensch. Seid ehrlich. Ihr habt es genauso empfunden. Die Labyrinthkarte berühre auf den Touchscreen und eine detaillierte Karte aufzurufen. Blaue Räume hast du bereits besucht. Alles klar. Hier sehe ich ja eh die... Das ist ja cool, da sehe ich ja die Karte. Da brauche ich ja gar nichts machen. Ich dachte eigentlich, ich kriege was Cooles, aber... Dinge. Okay. Eine Tür zu öffnen, stell dich genauer vor und drücke A. Achte auf das Aktionssymbol. Das ist das Symbol des A-Knopfes auf dem oberen Bildschirm. Komm her, du Sau. Vergebung her. Lässt du mich gehen? Wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue, springst du aus höher und drückst bei der Landung... Mhm, kraulst du dich ab? Das wusste ich schon. Darf ich dich jetzt trotzdem umbringen? Was war denn das? So. Ja. Ja, Leute, wir holen uns was. Ich liebe den Sound. Gangster. Kannst du gut zeichnen? Ja. Sogar sehr gut. Aber ich habe schon lange nicht mehr gezeichnet. Oh nein. Ich hatte ja eine, ähm... Auch meine Aufnahmeprüfung, da musste ich sehr viel zeichnen. Also ich kann echt schon sehr realistisch und gut zeichnen. Ich kann nicht mal Zeichnungen zeigen. Irgendwie habe ich traurigerweise aufgehört zu zeichnen. Muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich schon traurig. Breath of the Wild eventuell das Mammutprojekt. Aber das geht halt echt viele Stunden. So, jetzt kann ich hier hoch. Komm da runter, du blöde Sau. Ich mache dich alle. Voll Spaß. Pisst euch alle. Gebt mir scheiße. So. Hallo, Noopsi. Was geht ab? Wir spielen gerade Zelda. Seit lange mal. Du musst wieder anfangen zu zeichnen, Mama. Ja, eigentlich schon. Aber die Zeit halt, Leute. Hallo, Chris Katana. Die Zeit, Leute. Die Zeit. Die Zeit lässt es nicht zu. Oh. Komm her, du Sau. Ich mache dich platt. Ja. Gangstop Paradise. Bin gerade dabei, dich zu zeichnen. Oh, ihr seid so süß. Ne, ich finde es auch toll, dass viele von euch zu verzeichnen. Das ist voll süß. Vielleicht macht Gnu mal ein Zeich-Stream. Kann ich mal machen, ja. Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe am liebsten mit Pastellfarben gemalt. Dann schon relativ realistisch auch. Yes. Yes. Jetzt kann ich hier mal rein in das Türchen. Es ist so klar. Es sind auch viele Rätsel. Also wenn ihr die Rätsel irgendwie schnallt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich schnall sie oft nicht. Ich esse jetzt Spaghetti. Oh, ich habe heute gar nichts gegessen. Ich habe es voll vergessen, ey. Muss ich auch noch was essen. Der Kompass, jetzt sehe ich, wo ich hin muss. Das hätte ich mir auch voll sparen können. Na, du Sau. So, jetzt gehen wir nochmal. Ich töte jetzt erstmal den Sack hier. Der nervt mich. So. Und dann töte ich... Ah! Den hier. So, weg mit dir. Ich habe vorhin Pizza gegessen. Oh, ich muss auch noch was fooden, Leute. Ich muss auch noch was fooden. Die Gnus fühlende Beat. Freust du dich auf Zelda? Ja, auf jeden Fall. Auf den Zweier. Ich bin halt gespannt, ob das jetzt auch in der gleichen Welt spielt oder alles komplett neu ist. Da freue ich mich echt schon drauf. Den neuen Zelda-Teil. Liebe Zelda. Zelda ist einfach... Nostalgie pur. Okay, warte. Ich muss noch kurz die Dinge ausrufen. Bei Items. Die hier. Und zwar hier drauf. Was mache ich eigentlich für ein Bullshit? Ich muss da gar nicht drauf. Ich muss einfach nur das Kerzchen anzünden. Ja, es kommt Brave of the Wild 2. Ja. Guckt mal bei YouTube. Da gibt es einen Trailer dazu. Voll geil. Hallo, hi, I'm Robin. Ich begrüße Sie. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, ich weiß, dass ich es jetzt machen muss. Komm her, du Sau. Lädst du den Stream hoch? Ja, wenn wir das Spiel fertig gespielt haben, kommt es auf den Zweitkanal. Ich versuche aber die Woche noch, die Evil Within 2 durchzuspielen. Hau ab! So. Jetzt erst mal die Sau da oben abschießen. Komm her. Mach dich alle, Mann. Yes, Mann. Es macht was Spaß. Hallo, fruchtiges Gnu, dieser Arsch. Ja, den Stream lade ich hoch. Genau. Das ist ja das Coole. Ey, mich freut es so, dass der Zweitkanal so gut bei euch ankommt. Wir haben fast die 50.000. Hätte ich nie gedacht, dass der so gut ankommt. So geil. Hammer. Echt, freut mich mega. Ich bin irgendwie so motiviert gerade wieder. Echt, der Stream hat so gut getan mit euch. Auch das einfach, einfach, ja, weiß nicht. Vielen Dank, Leute. Echt. Ihr seid der Wahnsinn. Ah, hallo. Als ob das ein Zufall ist, dass du hier dich alleine rumtreibst. So, warte, ich mach jetzt mal den, mach ich jetzt mal hier drauf. Oder? Oder hier? Oder hier? Ja, so. Ich check's noch nicht so ganz, aber ist egal. Okay. Mann. Ich will doch nur das Item hier ausrüsten. So, jetzt. Nein. So, jetzt. Jetzt. Ich hätte eigentlich mal gucken sollen, was ich tun muss, bevor ich das jetzt anzünde. Das war ein bisschen doof. Oh ja, das war sehr doof. Scheiße. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich komme schon klar, Leute. Lässt mich in Ruhe. So, ich muss das hier anzünden. Dann muss ich da drauf, um hier rüber zu jumpen, um das hier aufzumachen. Pfuff. Seid ihr stolz auf mich? So, dann hole ich mir noch das Kischchen. Schudel. Kommt das auf YouTube? Ja. Aber das dauert noch, weil ich denke, wir werden es erst nächste Woche durch haben. Aber ich hoffe, dass die Woche noch für euch die Evil Within 2 das komplette Gameplay 13 Stunden noch online kommt. Denn da stimmt was mit dem Ton nicht. So, dann öffnen wir mal das Türchen für das Verbot. Komm, mach auf jetzt die Scheiße. Mach die Scheiße auf. Spuck mich nicht an, du Luder. Komm her. Vergebt mich her. Ich werde dir nichts tun. Nie werdet ihr meine Brüder bezwingen, wenn ihr sie nicht richtig in Reihenfolge besiegt. Merkt euch. 2, 3, 1. Rechts, vor, links. Aber die goldene Mitte geht vor. Okay, Leute. Könnt ihr euch das merken? Für mich 2, 3, 1. Rechts, vor, links. Aber die goldene Mitte geht vor. Also es heißt zuerst die Mitte und dann rechts und dann links. Okay. Bin ich jetzt ein Verräter? Ja, bist du. Ein richtiger Verräter. Du Motherfucker. Nein, Spaß. Hallo, Raphael. Schigischigi. Okay, also. Wir müssen jetzt nämlich wieder zu den Items. Kann ich das hier nicht irgendwo hochpacken? Nee. So. Okay, Ignolis. Wir schaffen das. Wir sind schlau. Was ist das für eine kranke Scheiße? Befindest du dich im Wasser? Kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst? Hältst du unter... Okay. Ich glaube, ich muss das hier drücken. Kann das sein? Bäh. Ich habe so viel geangelt in Zelda. Das war der Wahnsinn. Ich habe Schlück auf. Oh nein, Zeit. So. Kannst du gut schwimmen? Ja, ich kann sehr gut schwimmen. Könnt ihr schwimmen? Stell dich vor den Steinblock und drücke... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kamen damals die Dungeon als Kind so sackschwer vor, beziehungsweise anfangs ist auch alles super schwer, weil man noch gar nicht weiß, was alles möglich ist. Wenn du es aber schon mal gespielt hast und weißt, okay, ich kann ein Auge anschießen, ich kann mit dem Holz Sachen verbrennen und oft hat die Zelda halt nie irgendwelche Hinweise gegeben, habe ich da teilweise echt richtig lang gebraucht. Also am meisten Angst habe ich vor dem Wassertempel. Öffne dich. Kommt es jetzt mit den... Mann, ich wollte cool sein. So, jetzt habe ich wieder einen Stocki. Einen Stocki in dem Arschi. So. Eyo, Eyo, Captain Jack. Tschüss. Was hängt denn da oben, ekelhaftes? Seht ihr das? Ich töte das mal, bevor es Eier legt. Komm her. Komm her, du Sau. Oh nein. So, Moment. Yeah. Jetzt gibt es keine Überraschung. So. Ich muss wieder was anzünden. Ich kann den nicht töten. Ich kann den nicht. Du bringst mich doch jetzt nicht um. Sag mal, er hat mich jetzt fast gekillt. Ich bin ein bisschen zu experimentierfreudig, Leute. So. Die Dinger da oben waren Eier. Echt? Ach, wie erschöpft er ist, wie er zusammenbricht. Die Wand sieht doch irgendwie verdächtig aus, oder? Naja. Gib mir Herzen. Ja. Das muss ich auch noch verbrennen, alles klar. So. Sing mal was. Ich kann nicht singen. Daddy, wie geht's dir, Daddy? Alles gut? Schicki, dein Lieblings-Pokémon? Ja, ich finde halt Schicki... Schade. Hört sich so bescheuert an, irgendwie der Name. Schade. Bei Epidemic Sounds unter... Oh, ich glaube, ich muss... Ich gucke nachher mal nach, wie der hieß. Aber süß, dass er dir gefällt. Freut mich, dass euch das Intro gefällt. So, und jetzt muss ich schlau sein. Und zuerst den Stein runterschieben, weil sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Because I'm Gnuli, habe 200 Kilo auf den Rippen, aber ist mir egal. Because I'm Gnuli und ich streame jeden Tag. Ob die Gnus wollen oder nicht, das ist mir egal. So. Und ich glaube, die Scheiße mache ich jetzt kaputt, indem ich... einfach burne. Ah, ich weiß, was ich tun muss. Alles klar, wie mies die sind. Weil die da oben stehen, komme ich da nicht hoch. Deswegen muss ich da hin. Ich muss das hier benutzen. Ich muss ganz schnell mich umdrehen. Um dann hier drauf springen zu können. Um dann das kaputt zu machen. Yeah. Auch zum Glück ist da Wasser. See, oh. In the house. Du kannst toll gut singen. Nein, ich kann echt nicht singen, Leute. Ich kann ja nicht singen hier, Schermöldes. Okay, das war es jetzt. Also erst die Mitte. Die Mitte von der Titte zum... Von der Mitte zur Titte zum Sack, Sack, Sack. So, der eins. Rechts kommt vor links. Woher erkanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Betäube sie. Vergebt mir, Königin. Schande über mich. Deswegen vertraut niemals Leuten irgendwas an, Leute. Die verkacken immer. Wenn ihr was wollt, was nicht rauskommt, dann erzählt es keinem. Bin ich schon beim Endgegner? Nee, oder? Hä? Bitte was? Bin schon beim Endgegner? What? Komm her, du Furzen. Nein, ich wollte dich abschießen davor. Goma frisst sich ins Koma. Ich muss erst mal kurz... Alter. Ich muss erst mal meine Nüsse rausholen. Ja, ich habe meine Nüsse. Oh, ich habe sie sogar getroffen, ohne dass ich es wollte. Hilfe, Nüsse, Nüsse. Hilfe, ich checke es noch nicht. Komm her, du Alde. Ili hat hinten volles Muschiloch. Mach dich fertig. Komm her, du Sau. Ich habe dich getroffen, Alde. Steck ihn ab. Steck ihn ab, alle schreien so. Steck ihn ab. Mach sie fertig. Töte sie. Die macht richtig Auge. Geil! Ein Herzcontainer. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Geil! Sie ist tot. Was, das war schon der Dekobomb? Das hat ja nicht mal zehn Minuten gedauert. What the fuck? Das ging echt schnell. Es war ein Quickie. Hab Dank, Link. Ich habe dir deinen Tripper entfernt, Mann. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du meinen Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch. Du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja, sprich. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Der Ganondor. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich beruht das Triforce oder Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. It's a mean. Linkio. Vor tausenden von Jahren Stiegen drei Königinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Dinn, die Göttin der Kraft. Nairo, die Göttin der Weisheit. Und Farore, die Göttin des Mutes. Dinn, mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nairu, sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Schön. Und Farore, sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Hallo Nadine, wie geht's dir? Schön dich zu sehen. Alles gut? Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen in den Himmel. Triforce-Symbole künden noch von heute den Städten, die sie besuchen. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Trifors zu erringen. Nie darf der, der Bösen in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Er chillt schon so. Der Dämon, der den Fluch auf mich legt und mir die Kräfte raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät, du Versager. Ich bin zum Sterben verdammt, du Arsch. Meine Zeit ist vorüber. Doch trauere nicht um mich. Ihnen juckt's gar nicht. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse, geschissene in Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Link begibt dich nun zum Schloss. Suche dort die Prozessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war der Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Nooo. Play of the Wild bestimmt irgendwann mal, aber das wird dann ein Mammutprojekt werden. Der Kokiris-Marag, der Deku-Baum, hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft fliegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Link, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So, lebt denn wohl. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Lass uns also vom Schloss von Hyrule gehen und aufbrechen, Link. Alles klar. Lass uns gehen. Leb wohl, weißer Deku-Baum. Also der Stream allgemein, also das Spiel an sich, neun bis zwölf Stunden, das spielen wir heute aber nicht durch. Wir spielen das jetzt die Tage durch. Hey, Link, was hast du getan? Der Deku-Baum, ist der tot? Wie konntest du das nur zulassen? Das ist alles deine Schuld. Weiß, niemand juckt, guck nicht mal nach, was passiert ist. Wie bekommt man eigentlich Benachteilung auf dem Handy, wenn du streamst? Ach, ist bei Twitch immer so eine Sache. Auch auf YouTube ist es so eine Sache. Ich kündige es eigentlich immer auf Instagram an, deswegen gerne fragen. ist Nadine noch da? Nadine, wo bist du? Hast du aufgehört, den Stein zu rammeln? Mido ist sehr aufgebracht. Ich frage mich, was er hat. Ich habe den Deku-Baum gekillt. Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Sorry, Kinder, aber ich bin raus. Leute, ich habe den nicht... Jetzt hat auf, mir wieder zu unterstellen. Ich habe jemanden umgebracht. Kokiri, die das Dorf verlassen sind, zum Sterben verdammt. Du hast doch nicht etwa vor, es auszuprobieren. Das ist eigentlich schon voll abgefuckt. Diese Kinder leben hier in diesem Dorf und die haben alle eine Fee. Und wenn sie den Wald verlassen, dann sterben sie, aber sie altern auch nie. Sie bleiben für immer klein. Das ist das Paradies seitens jeden Pedos. Ach, du verlässt uns. Wo kamst du denn her, gespawnt? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist anders als meine Freundin und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Ich hatte sie nur 10.000 Mal im Mund und sie ist total voller Viren, aber das ist nicht gehalt. Ist Papi da? Nein, der war voll ein Künstler. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Salia. Berühre auf dem unteren Bildschirm, um sie zu spielen. Betätige blablabla um die Noten. Oh, das wird ja was, Leute. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Es war voll die Liebeserklärung. Er geht einfach, was sei ein Lappen. Oh, die Arme, die schenkt dir und du sagst nicht mal was. Doki Doki Lecture klappt? Nein, erzähl mir mehr. Den Uploadplan, wann es die Streams geben wird, guckt mir immer am besten auf Instagram oder auf meine verspielten Gnu-Seite und der Community. Da poste ich euch dann rein ein, zwei Tage, wann wir weiterspielen. Und ich lade den Stream ja eh hoch. Deswegen keine Sorge. Sei willkommen, bist du bereit, Link. Es scheint, dass du nun die Zeit gekommen bist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weißt du ab von deinem Pfad und wandelst auf unbekannte Wege, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Berühre auf dem unteren Bildschirm, um den Kartenbildschirm zu aufzurufen. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem Hinweise, welche Orte du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja. So sei es, setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. 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 Moin, Gnu. Verfolge dich schon lange, aber kann nichts spenden. Musst du auch nicht. Alles gut. Ist Nadine jetzt da, da habe ich sie verpasst. Finde Oldschool-Grafik geil. Ich auch. Vor allem, wenn du noch weißt, dass hier irgendeine Scheiße runterkommt eigentlich. Ja, ich weiß es noch. Ich finde eigentlich das Gemeinste. Hilfe, was ist das? Ich komme hier an und es wird dunkel und ihr wisst, was passiert, wenn es dunkel wird. Ist voll unfair. Wo ist Onkel? Der Paddy. Ich weiß nicht, Paddy hat sich gerade, hätte ich gedacht, nach der Clubhapa-Aktion hat er jetzt keinen Bock mehr. Nachdem er tausendmal gesagt hat, ich soll es im Maul halten. Ich schaue ASMR nicht, aber ich habe auch nichts dagegen. Es war unfair. Es wird schon dunkel. Ich bin noch gar nicht da, Mann. Weil wenn es dunkel wird, machen natürlich die Pforten zu. Und ich habe zu sehr getrödelt. Scheiße, Mann. Wie unfair. Listen, lass mich. Was willst du, Alte? Der Dekoban wollte, dass wir Prinzessin im Schloss Hyrule besuchen. Sollten wir uns nicht etwas beeilen. Willst du mich verarschen? Ich stehe da vor und werde angegriffen. Bin immer da. Hallo, Nadine. Ich habe jetzt vorhin die Community ein bisschen vollgeheult. Jetzt geht es mir wieder gut. Ja. Nochmal Dankeschön an dich. Was war das? Ja, das ist Mist. Welche Sprachen sprichst du? Äh, Gnuisch, Deutsch und Englisch, aber Englisch muss ich noch inklusen. Da muss noch was gemacht werden. Äh, guck mal mal. Holst du dir Epona? Auf jeden Fall hole ich mir die. Ich chill jetzt erstmal hier, bis hier das... Oh, ist der groß? That's what she said. Hau ab! So. Mann, hier kommen ja voll viele. Lass mich doch mal chillen. Ich hatte früher richtig Angst vor denen als Kind. Hier sieht man auf jeden Fall, wo die Leute ihre... ihre Liebsten unterbringen. Die buddeln die einfach alle irgendwo in den Boden ein. Und die außerdem haben die Höchstin an. Das brauchen die doch gar nicht. Es wird schon wieder hell, zum Glück. Warte, ich mach mal kurz Nadine gleich zum Mod, dann seh ich immer, wenn du da bist. Warte. Jetzt muss ich erstmal hier rein. So, Moment. Äh. So. Jetzt. Ich glaub, da oben war was, wenn ich mich nicht richtig... irre. Ja, ich hab's noch richtig gewusst. Rein in die Olga. Oh, Leute, die Stadt ist so süß. Nur mal so kannst du auch... kannst du auch wieder Peace machen. Hier auf YouTube. Äh, auf Twitch. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Shit. Yeah. Oh, ja. Oh, das ist Kontola. Hallo. Du Sau. Yeah. Das war voll der Fail. Ich habe mal alle Sculptulas gesammelt. In der ganzen Zelda-Welt. Das war voll die Verarsche. Da hat man voll den Kack bekommen. Zerstörungswut. Ja, das muss alles raus. So macht Aufräum Spaß. Aber ich finde die Stadt so toll. Ich will da jetzt echt ein Remake von. Schön die ganzen gestörten Leute hier. Ach ja, ein dummes verliebtes Paar. Hey. Du siehst gut aus. Fast wie der König von Hyrule. Warst du schon mal auf der Lon Lon Farm, Kleiner? Die Milch dort ist köstlich. Aber nicht so gut wie Gnumilch. Das glaube ich. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Mein Vater gehören die Lon Lon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Das ist schlecht. Okay. Zelda OT Remake auf Switch. Oh, das wäre so geil. Das würde ich so durchsuchten. Ich will die fette Eule da oben. Wie kann er Mott werden? Du musst mich managen. Mein Spaß. Link, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Orange, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen, um späteren Stunden zurückzukehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe dabei, es ist so viel Glück. Das hat noch nie ein Lehrer zu mir gesagt. Diese Eule sieht aus wie ein Minipu. Minipu? Spielst du auf Emulator oder worauf? Nein, natürlich auf 64. Mensch. Hallo, Sipro. Mann, er zählt sich, ist er 11.03? Super. Ich glaube, ich muss da runter. Zelda ist so oldschool. Zelda ist einfach so geil. Hey, kleine Schenkeldieben. Scheiße, Mann. Da bin ich erschrocken. Juckt halt auch keinen, ne? Also, als ob sie da... Also, wie doof kann man... Egal. Breath of the Wild eventuell, ja. Aber als Mammutprojekt dann. Da kommt eine Skultura runter. Wer hält es da? Komm her. Bin ich erschrocken. Oh, hallo. Gehst du zu, wenn ich so zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich besuchen? Sicher ist er eingeschlafen. Ach, wenn du ihn suchst. Nimm das an dich. Bewahre es warm und sorgfarm auf. Wirst du es gebrauchen können. Ein seltsames Ei. Okay. Lull. Bin grad so zusammengezuckt. Ich auch, sorry. Ich erschrecke immer alle, Leute. VIP kannst du mit VIP im Chat machen. Echt? 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 Geht das? Slash VIP? Oh, no. Das hat... Slash VIP und dann? Oh, nee. Minecraft ist nix für mich, Leute. Rewe hat auch gefragt, ob er diesen Projekt mitmachen möchte. Da hab ich gesagt, du? Sorry, aber das ist nix für mich. Ihr scheiß Wachen. Seid ihr schlecht? Seid richtig schlecht? Geiles Spiel. Ich liebe es. Ich liebe ihn. Keine Action. Wo ist das Geballer? Kommt noch. Ich finde Oroch geil. Ich hab auch viele Cosplays davon gemacht. Könnt ihr alle auf meinem Instagram-Account die säftigsten betrachten. Musik geht aus. Es wird ernst. Ich glaub auch. Ich hab immer Angst gehabt, wenn's nachts wurde in Zelda. Ich find Zelda hat schon so kruselige Momente manchmal. Wirst du ein neues Projekt starten außer Fortnite? Äh, neues Projekt? Ich mach doch viel außer Fortnite. Grummel, grummel. Milch frisch abliefern. Muss mich beeilen. Ach stimmt, das muss ich ja warten, bis das Hühnchen schlüpft. Schlüpft ja, glaub ich, gleich. Und dann kann ich das ihm hinhalten und dann komm ich raus aus der Scheiße. Lass mal meine Items durchklappern. Hier ist das Ei. So. Genau. Sieht ganz so aus, als würde dieses Item hier nicht benötigt. Jetzt warten wir, bis es schlüpft. Nun, wie lang geht das, Dean? Äh, noch ein bisschen. Aber auch nicht so lang, weil ich nehm heute Abend noch auf und werde dann morgen früh für euch ein Video noch weiter schneiden. Beziehungsweise weiteres schneiden. Irgendwie finde ich meine Haut nicht so gut. Soll ich mal heller machen? Jawohl, der sieht doch gleich viel besser aus. Der sieht doch gleich viel gesünder aus und glänze nicht so. Wow, du hast ein Ei ausgebrüht und ein Kücken ist geschlüpft. Hier. Was zum Teufel? Kann man nicht mal für eine Sekunde die Augen zu machen? Und darauf muss man erst mal kommen, Leute. So, jetzt verpiss dich. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der Lon Lon Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch abzuliefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Malern sucht nach mir? Da bekomme ich wieder großen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh, weia, das läuft nicht gut. Ja, deine Milch. Okay, ciao. So. Ich gehe morgen wieder in die Schule. Ihhh. Ich war sehr gut in Overwatch am PC, ja. Würde ich doch sagen. Ich glaube, die Doktor Usagi ist noch viel besser, die Nadine. Die geht richtig ab wie ein Schnitzel. Gnuchücken. Sieht aus wie Mario, gell? Wirklich. Ein Gnuchücken. Gnu, wenn du geschminkt bist, schmink dich nochmal ab. Ich habe mich doch im letzten Film abgeschminkt. Und dann seid ihr alle gegangen. Nein, Spaß. Seid ihr nicht. Seid nicht gegangen. Seid geblieben. Ganz tapfer seid ihr geblieben. Ich habe Ferien. Es sind ja noch Ferien, ne? Die Wachen sollte man echt beide rausschmeißen. Ein richtiger Trottel, ey. Die bringt es gar nicht. Ihr seid voll die Luschen. Oh Gott. Pokémon, ich mag Pokémon. Machst du in den Ferien viele Streams? Es sind doch schon Ferien, oder? Also ich möchte halt immer ein Spiel in einer Woche eigentlich durchziehen. Ich warte, bis der weg sind sogar zwei. Das schaffe ich nicht. Oder sieht der mich? Oh, er sieht mich nicht, was für eine Lusche. Oh Gott, oh Gott, nein, Gott, nein, Gott, nein, Gott, nein, Gott, nein, Gott. Hahaha, ihr Luschen, ihr solltet mal alle feuern, Trottel. In Hamburg sind keine Ferien. Oh, schaut mal. Guckt mal, Leute, ich zeig euch mal ein cooles Easter Egg, okay? Und zwar habe ich ein Hühnchen. Nein, Spaß, warte mal. Ich hoffe, die haben das Easter Egg drin gelassen. Wie assi wäre denn das? Guckt, da seht ihr eine Super Mario Wand. Voll cool, gell? Früher waren da Peach und Bowser zu sehen, haben sie eine Super Mario Wand reingemacht. Ey, Zelda, du mit den, die mit den grünen Augenbrauen. Ach, die haben die grünen Augenbrauen weggemacht. Ja, das sind aber grüne Augenbrauen. Was, Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Ja, das war ja wohl echt nicht schwer, Alter. Oh, was ist das? Das ist eine Fee. Dann kommst du aus dem Wald. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Daran überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hennen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Arsch des Waldes und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzenden grünen Stein in den Händen hielt. Ihm begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Link. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen, oder? Nein. Dies ist die Legende. Funkeln ihre Augenbrauen. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort, denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Ein rechtschaffendes Herz würde Hyrule in goldener Zeit voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niedere Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichtete die Weisheit weisend die Zitadelle der Zeit, das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Das kommt auch auf meinem Kanal, ja, auf dem Zweitkanal, sobald's durch ist. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinernde Mauer, die dem Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir vor Anvertrau verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Ich hoffe, er ist nackt. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudus, die in der Wüste fernen Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß. Er ist es. Natürlich erzählte ich meinen Vater von einem Traum, doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auch nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nun, das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja. Danke dir. Ich, ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft beschützt und niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn noch brauchen können. Das ist Zeldas Brief. Er trägt die Prinzessin, er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. So, stehen wir einfach nebeneinander und reden nichts mehr. Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss begleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Meine Vertraute. Oh, alles klar. Ich mache jetzt erstmal das Fenster kaputt. Hey, du mach keinen Ärger. Oh, ne Bombe. Shit. What the fuck? Aber niemand wundert sich, warum ich dort drin chill. Dieses Mädchen mit wildfremder Junge kommt aus ihrem Rauschtraum komischerweise doch und dann erzählt sie ihren Familiengeheimnis. Das ist schon seltsam, ne? Hallo, Machido. Lange nicht gesehen. Ich begrüße sie. Na du? Ich bin Impa, überlebende Shikar. Meine Aufgabe ist, das Zeldas zu beschützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Außerdem squatte ich sehr viel. Ich bin ein tapferer Junge. Der Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu erlernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin selber gespielt, als ich ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ich habe dieses Lied, das die Königsfamilie von du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Wie stumpf das Lied ist. Dankeschön, Turbo. Was? Ich dachte, du bist voll der PC-Lammaus und allem. Ach, ich rede gerade mit Laika, wie ich siehst. Du tapfere Jüngling, wir müssen Hyrule vor der bedrohenden Apokalypse bewahren. Ürchte deine Augen auf den Berg dort. Dies ist der Todesberg, das Reich des Koronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in der königlichen Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusch uns nicht. Komm doch einfach mit, ey, Gangster. Lass mich einfach allein machen. Ist die Map eigentlich ähnlich mit der von, äh, nee, nee, von Breath of the Wild? Gar nicht. Gar nicht. Die ist tausendmal kleiner. Den Brunnen von Kakariko. Ich hasse den Brunnen von Kakariko. Ist Impa ein Mädchen oder ein Junge? Ist eine Frau. Sieht man an den Möpsen. An dem ordentlich ausgeprägten Vorbau sieht man das, Leute. Kakariko. Dort, wo die Leute seltsamerweise auf Baumstümpfen rennen. Ich muss mal gucken, wie ich überhaupt speichern kann. Speichern. Wo kann ich hier denn speichern, Leute? Ah, hier. So. An den eckigen Möpsen. Genau, da könnt ihr es dran erkennen. Ich bin der Chef der Zimmer, Leute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeit rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keiner mehr Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sage dir, die jungen Leute sind nichts mehr zu gebrauchen. Ja, das sehe ich gerade, dass die hier wirklich rumchillen. Vor allem laufen sie sehr weird. Ich glaube, sie sind anderweitig orientiert. Ist der Typ auf Speed? Ich glaube auch. Da ist auch dieser Friedhof. Was soll ich da tun? Meine Hühner sind davon geflogen. Bitte hilf mir, die Hühner einzusammeln. Ist ja nicht so, als könnte man das auch alleine machen. Aber ich mache es mal. Nur weil du einen Rock trägst. Deswegen mache ich es. Billie Eilish, aber sicher kenne ich das. Hör ich voll viel Lieder. Da höre ich voll viel Lieder. Immer wieder. Ist da nicht irgendwo auch ein Huhn im Brunnen? Ne. Was macht der da für Bewegungen? Ich weiß ja, läuft einfach nur weird. Ist ja nicht noch ein Hühnchen? Ein Chicken? Chickle mit Nugget. Kommst du her? So. Mein Lieblingslied, äh, Ocean Eyes mag ich sehr. Und I Don't Wanna Be You mag ich auch sehr. I Don't Wanna Be You. Und ihr? So. Weg damit. Schlag mal einen Huhn, dann bekommst du Rubine. Nein, das weiß ich, was ich dann bekomme. Hätte ich nicht tun. Ich drehe dann nämlich durch, die Arschlöcher. Ja. Kannst du eigentlich zeichnen? Ja. Wieso fragt ihr das heute alles? Voll lustig. Ja, kann ich? War kein Problem. Sorry für die Caps, Mami. Du baust mich immer wieder auf. Ohne dich wüsste ich nicht weiter. Ach, wie süß. Dankeschön. Eschein, Murlis. Ah, cool. Es geht. Nein, nein, ich wollte nicht ins Loch. Jetzt sind alle Hühner wieder weg. Ficken. Scheiße, Mann. Oh, leck, Mann. Oh. Und was? Für was? Für so einen dreckigen 20-Gerob-Biener. Mann, scheiße. Sind jetzt wieder alle weg, die Arschlöcher? Oh. Weil ich so ein Kackloch reingeflogen bin, Mann. Hast du schon mal K-Pop gehört? Nee, aber es ist ja gerade voll im Trend, gell? K-Pop. K-Pop. Ist noch irgendwo ein Hühnchen, was ich sonst nicht... Ah, die sind doch drin. Oh Gott, gut. Das haben so... Sie haben es zum Glück gelöst. So. Oh Gott, sie haben es gelöst zum Glück. Das ist nicht mehr so. Es war früher nämlich so in ein Loch gefallen, bis waren alle Hühner weg. Nein, ich will keinen Huhn schlagen. Dann drehen alle anderen durch und dann werde ich getötet. Intro-Musik. Intro-Musik. Äh, gucke ich noch. Gucke ich noch. Ich muss das selber suchen. Ich weiß nicht, wo ich die habe. Dedele, 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 dede, 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 dede. Wirst du Zelda mal aus Mast spielen? Ja, definitiv. Das war auch richtig geil. Das kommt dann auch noch. Vollkopfweh gerade wieder. Ey, jetzt glaube ich um Jetlag. Die Hühner sind doch nicht mehr da. Kacke. Wieso bist du nicht in deinem Stall? Ist es normal, dass Hühner so viel Fehler ausfallen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, die haben einen ultimativen Stress wegen mir. Bläh, bläh. Bluh, bläh. Bluh, bläh. Bluh, bläh. Bluh, bläh. Bluh, bläh. So. Alle Zelda teilen. Also Wind Waker. Ich würde schon gerne durchspielen so in den nächsten, vielleicht so dieses Jahr. Weil Zelda ist schon geil. Das ist echt so eine Spielereihe. Die hat mich so beeinflusst im Gaming-Bereich. Wahnsinn, Leute. Ich glaube, das ist das letzte Chicken, oder? Wer hat denn Keks aus der Dome geklaut? Super, jetzt hast du fast alle. Bring doch bitte noch das letzte. Wo ist denn das letzte? Weiß jemand, wo das letzte Hühnchen ist? Stimmt's auf dem Dach, oder? Wo ist das letzte Chicken? Hallo, Yellow Nudel. Ich begrüße Sie. Ich werde den Remake von Link's Awakening suchen. Oh ja. Und ich freue mich schon so. Ich hoffe echt, dass diese Unruh-Engine von Ocarina of Time noch kommt. Das wäre richtig geil, die Version. Ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom. Ja, alle Tage. Alle Tage. Wieder. Ist hier noch irgendwo ein Chicken? Wo ist das letzte Chicken? Bei KFC. Ja. Wisst ihr, wo das letzte Chicken ist? Chicken. Vielleicht irgendwo in einem Haus? Ich will nicht schon wieder raus. Nee, in einem Haus nicht, sonst verschwindet ja wieder alles. Pokémon? Nee, ich denke ja nicht. Seht ihr irgendwo noch ein Hühnchen? Ein Chicken? Laut Gerüchten soll danach ein Remake zu An Link in the Past kommen. Wo ist denn das letzte Chicken, Mensch? Da hinten? Nee, ist ein Stein. Ah, ich höre ja doch noch ein Chicken, oder? Ich höre doch ein Chicken. Kann ich da jetzt rein, ohne dass was passiert? Oder sind dann alle Hühner weg? Am Stadtanfang? Warte, ich gucke mal. Ach, tatsächlich. Wie cool. Dankeschön. Da chillt das letzte Schwein. Vor allem, als ob die da nicht wieder rausfliegen können aus dem Stall. Ganz am Eingang von Kakariko. Wenn du das noch nicht hast. Dankeschön. Ihr seid ja süß. Ich sehe ein müdes Hühnchen. Ja, ich bin echt müde. Ich habe gerade Kopfweh. Ich habe heute nochmal von 16 bis 19 Uhr durchgepennt. Ich glaube echt, der Jetlag macht mich noch fertig. Super nervig. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas Wertvolles. Ja, eine leere Flasche. Ich würde sagen, dass wir fast als erstes nochmal zur Lon Lon Farm gehen. Erstmal speichern. Dann gehen wir zur Lon Lon Farm. Holen uns eine fette, geile Milch. Ich mache schon mal ein bisschen Augenzwinker mit Epona und komme zurück und gehe dann auf Mission. Meinst du Jetlag von L.A.? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so trifft. Ich bin halt permanent müde und bin dann halt auch unkreativ und bin wieder unzufrieden und denke dann, ach nö, das Video ist doof und auch das Thumbnail ist blöd und habe dann gar keine Ideen. Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt dann heute nicht allzu lange machen, weil ich will heute Abend noch aufnehmen, eine Stunde. Und dann schneide ich morgen zwei Videos fertig. Und dann geht es Samstag nach München. Sonntag kriegt ihr dann noch eins. Und dann bin ich glücklich, wenn ich einfach mal diesen Jetlag wegkriege. Es ist halt nicht gut, dass ich jetzt so lange gepennt habe. Weil, ja. Nein, jetzt wird es dunkel. Ich rauche nicht, nein. Ich hatte nie ein Jetlag so hart erwischt. Ich glaube, das ist halt, weil ich auch in L.A. habe ich auch super wenig geschlafen. Beziehungsweise, wir sind ja so viel rumgelaufen. Und dann war das gar nicht so einfach. Ich glaube, teilweise habe ich auch vier, fünf Stunden nur geschlafen. Bitte lass noch hell sein. Bitte lass noch hell sein. Oh Gott, bitte lass noch hell sein. Bitte lass noch hell sein. Ja, es ist noch hell. Wuhu. L'an, l'an fahren. Ich habe das immer so geliebt hier. Ich habe das immer versucht, den Sims nachzubauen. Jetzt zapfen wir erstmal eine Alde ab. Eine Kuh. Wird das ein Highlight-Video? Nee, aber es gibt davon ein komplettes Let's Play auf meinem Zweitkanal. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass der fantastische Basil aus einer dämlichen Farm wie diese arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Faulpads ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der Faule. Das kommt auf Verspieltes Gnu. Da haben wir fast die 50.000 und der Kanal läuft gut. Das freut mich sehr, Leute. Süß. Das ist Luigi. Luigi. Gän, was, bin ich schon wach? Es scheint so... Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist, vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es ist ganz schön lange gedauert, bis ich Malon beruhigen konnte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es denn mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner? Sie sind Superhühner. Ich werde sie nun in andere... Nein, bitte lass mich in Ruhe nicht mischen. Na gut, komm, machen wir doch mal. Finde sie. Ein Specialhühner. Das ist eines von ihnen. Okay. Scheiße, komm her. Komm her. Eigentlich sollte ich die alle in eine Scheißecke schmeißen, ne? Ich bin so doof. Kacke, ich hab verkackt. Ich hätte die alle in eine Ecke schmeißen sollen. Das ist das. Okay, komm, noch eins. Komm her. Du bist es. Nein. Du bist es. Komm her, du Lappen. Komm her, du Lappen. Scheiße, die Zeit ist um. Warte, ich mach das nochmal. Das hat mich jetzt... Das hat mich jetzt motiviert. Ja, ja, ich will es nochmal versuchen. Hier, mein ganzes Geld. So, ich schmeiß jetzt alle in eine Ecke. Mach das jetzt schlau. Ja, das ist schon mal eins. Sehr gut. Komm, dann muss es einer von den drei sein. Was soll denn das? Ja, das letzte ist da, oder? Komm, das letzte. Bist du das letzte? Ja, geil. Was krieg ich jetzt? Was? Ich würde mich freuen, wenn du mal anheiratest. Würdest du? Ja. Haha, war doch nicht Spaß. Oh Mann, hier. Geil, ich hab Lonlonmilch. Die krieg ich aber auch, wenn ich der Kuh das Zelda-Lied vorspiele. Also nix interessantes. So, jetzt holen wir mal die Epona. Bin ich der Einzige, der findet, dass dieser Mario-Faker aussieht wie ein Mafia-Boss. Stimmt. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Alle in die Ecke. Schau, wie schön das aussieht. Jetzt sinkt die da den ganzen Tag oben. So. So. Achso, den kann ich ja noch nicht. Wie ging nochmal das dumme Lied? Hä, wie ging nochmal das Zelda-Lied? Äh. Wie ging nochmal das Zelda-Lied? Ich hab die Melodie vergessen. Wie kann denn das sein? Äh. Ah, hier. Zelda-Wiegen-Lied. Kann ich das auch bitte einfach abspielen, dass ich es nicht selber spielen muss? X-A-Y. X-A-Y. Warum steht da ein Pferd außerhalb des Tauns? Ich weiß auch nicht. Bringst du bald eine eigene Milch raus? Aber das wär's doch, oder? Nee, das sagt dir nix. Ach, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen und die Prinzessin? Hihi, hast du sie gesehen? Papi hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hattest. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Das Pferd hat Angst vor dir. Dann bringen wir doch ein Lied bei. Warte. Wieso bringt sie mir das Lied nicht bei? Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammensingen. Lass es uns zusammenspielen, Alter. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ja, ich hab ein neues Lied erlernt. Wie sie es alle auswendig wissen. A-X-X-Y-X. Klumpi, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Wah, wah, wah. Epona, wah, wah, wah. Ja, die fehlt mir irgendwie in Breath of the Wild ein bisschen. Yeah. Mag das Pferd mich jetzt? Ja, jetzt mag's mich. Oh, Epona, sie hat an dir gefallen gefunden, Feenjunge. Sehr gut. Weil das Lied brauche ich nämlich, ähm, um sie später zu bekommen. Was nützt einem eigentlich die Lieder? Das brauche ich zum Beispiel, damit ich später das Pferd, damit es mich erkennt und ich mit dem an Crush anfangen kann. Das ist doch in Breath of the Wild echt. Wie geht das? Yoshi und Snoopy? Sehr gut. Die schlafen den ganzen Tag und deswegen fällt es mir umso schwerer, wenn ich die zwei Schweine sehe, irgendwie wach zu bleiben. Pona, kannst du über Ami... Achso, ein Ami-Bohr, bitte. Achso. Aber nur dann. Hallo, Jule. Nur dann. Lass mich in Ruhe, Navi. Ich weiß, was wir tun müssen. Ich versuche gerade nur, mein Leben ein bisschen aufzupimpen hier. Bam. Woher wusste ich das? Irgendwo ist hier doch ein Loch. Wartet. Ich weiß es doch ganz genau. Wann wir bitte hochjumpen? Hinauf. Da ist doch was. Wenn ihr euch gerade fragt, was ich da mache, dann ist die Frage berechtigt. Ich will doch nur die Kiste da wegkriegen, damit ich da reinschlüpfen kann. Ah, das kann ich auch. Okay, alles klar. Nein. So. Weil das wusste ich noch. Ungemilch ist giftig. Knutmilch ist besser. Yeah, ich habe einen Herbstfall. Hallöchen, Frau Zero. Grüße dich. Sushi, geil. Liebe Sushi. Gibt es doch ein Breath of the Wild. Hinauf. Hinauf mit dir. So. Jetzt gehe ich noch mal zu Kakariko zurück. Ach, was schmeckt Gnumilch? Das weiß ich noch nicht. Entweder schmeckt es so wie Ziegenkäse oder es schmeckt frisch und lecker. Gnumilch. In der Haus. Hast du schon mal Gnumilch getrunken? Ne. Aber möchte ich mal. So abartig es sich anhört. Das ist tatsächlich ein Ziel von mir. Nun dann. Okay, das ist aber doof. Das finde ich doof. Und zum Beispiel, mir fehlt auch die Navi. Also in Zelda Breath of the Wild. Ich finde es auch blöd, dass man das dann nur bekommt, wenn du halt dafür bezahlst. Noch mal extra. Finde ich doof. Was war eigentlich euer Highlight von der E3? Habt ihr eins? Geh nicht raus, du Monster. Doch. Ich muss. Ich muss jetzt zum Berg. Gnumilch schmeckt eher säuerlich. Woher weißt du das? Hast du echt schon mal Gnumilch getrunken? Hallo, Ninot. Ich will auch Gnumilch trinken. Hallo, Rob. Grüße dich. Death Stranding. Oh ja, da freue ich mich auch. Obwohl ich Angst habe, dass es zu sehr Metal Gear wird. Ich hoffe wirklich, dass es mehr den Silent Hill Touch bekommt. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Oh, so. Bekommt man sowas? Würde die Milch ausprobieren? Ich würde es auch ausprobieren. Ich probiere es mal aus und dann... Aber ich glaube nicht, dass du die im Laden kaufen kannst. Ich musste Mathe lernen. Aber gut, dass du es getan hast. So. Ich habe sie sogar gefunden. So, ich speicher mal. Speicher. Weiter. Den Brief. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Hm. Na gut. Dies ist Link. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Haha. Ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei. Du kannst passieren, Zwergenheld. Super. Juck den gar nicht. Ach, Herr Nachwuchsheld. Dann Hyrule, über dessen Laden spricht zur Zeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine nur, wenn du zufällig nach Hyrule gehst. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Seufz. Ja, mal gucken. Jetzt hole ich mir erst mal das Schild. Hallo, Dennis. Hallo, Quatschi. Ich begrüße euch alle. Fällt euch jetzt eigentlich allen auf, auch die, die jetzt neu dazu gestoßen sind, dass die Quali einfach mal viel geiler ist als gestern? Listen! Navi, lass mich. It's Nele. Hallo. Ja, sehr schön. Vielleicht bin ich sogar so psycho, dass wenn ich das Spiel durchgespielt habe, nochmal alleine kurz die erste Stunde in der geilen Quali spiele, damit ich auf dem Zweitkanal dann auch wirklich die tolle Grafik habe. Aber das gucken wir noch viel besser. Sehr schön. Was war dein Favorit-Story-Game, was du gezockt hast? In einem Video oder Stream? Eigentlich fast auch Life is Strange, Detroit. Weil man da so mitgefiebert hat. Auch Devil May Cry fand ich übel geil. Ich liebe... Link! Ich liebe Devil May Cry einfach. Navi, lass mich in Ruhe, verdammt. Ja, hass mich, weil ich dann... Ach, Quatsch, alles gut, Likey. Alles gut, ist gar nicht so gemeint. Ich habe gerade erst angefangen zu streamen, Leute. Ich streame gerade mal 10 Minuten. Jetzt lass mich doch erst mal reinkommen. Es wird schon wieder dunkel, kann es sein? Detroit ist so geil. Und ich habe auf der E3 den Brian D-Chart gesehen und seine Frau. Und zwar den Connor. Den Schauspieler von Connor habe ich gesehen. Und sie hat voll süß geguckt. Ich habe sie so gesehen. Und sie guckt mich so an und grinst so süß. Aber sie kannte mich ja nicht. Aber sie wusste, dass ich sie jetzt erkenne. Voll süß. Warte, ich schneide mal den an. Ich bin pingelig heute im Moment. Ich muss mal kurz hier das nach oben anschneiden. Das nervt mich. Okay, dann müssen wir mit ganz kleinen Steps vorgehen. So. Kann ich damit leben. So, jetzt gehen wir erst mal Navi. Ey, leck mich bitte nicht. Willkommen. Da hätte ich auch Bock einzukaufen. Die Wache in Kakarika schickst du? Nun, dann werde ich dir guten Preis machen. Ist das, wenn ich eine Scheiße erzähle? Okay, ich brauche nichts mehr. Tschau, Alter. Connor ist heiß, sagst du? Ich finde die beide einfach mega süß zusammen. Einfach richtig goldig. Ich gehe noch kurz zum Maskenhändler. Maske, genau. Der Schauspieler von Markus spielt auch in Grace Java. Krass. Hallo und willkommen, lustigen Maskenhändler. Wärst du auch gerne ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst die und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert, lies das Schild links. Übrigens, wenn alle Masken verkauft hast, wirst du auch glücklicher sein. Vertrau mir. Ja, dann gibt es ja nur die. Jo, okay. Ja, 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 ja. Ich gebe es jetzt dem Typen. Warst du saftig an dir? Äh, eigentlich gar nichts. Ich habe den Namen mir gegeben, als ich elf war. Da war ich noch unsaftig. Und unschuldig. Aber man sagt, meine Gnu-Milch ist sehr gut. Alter, ist der verheizt. Voll. Boah, es ist laut. Ist das echt nicht laut für euch? Ebene von Hyrule. Ich habe das Gefühl, dass die Leute in diesem Spiel ein bisschen freudig sind? Freugt sind? Okay, gut. Oh, sieht es schön aus jetzt von der Qual. Ich bin voll glücklich. Was bis jetzt passiert? Noch nicht viel. Obwohl, eigentlich schon. Mama, wie nennst du den Gnu-Papa? Also irgendwie Schatz oder so? Ich nenn ihn Schnuckele. Nein, Spaß. Der hat viele Namen. Je nach Situation. Nein, Spaß. Laut genug. Ziege. Ja, meine Goatee ist es. Bist auf den Namen gekommen. Ich zocke ja schon, seit ich sehr, sehr klein bin. Und früher, als ich mich Sibel genannt habe, bei Games, bei Online-Games, fanden sie Jungs eher uncool. Und haben mich eigentlich immer umgebracht. Da dachte ich mir, ich brauche einen Namen, der sich maskulin anhört. Und da kam mir der Gedanke Gnu. Und dann habe ich mich Gnu genannt. Ha, denkst du wirklich, dass ich die nicht erkenne? Hey, das ist nicht eine Fusksmasse. So etwas ist doch zur Zeit angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Mein Sohn würde sich sehr freuen. Stimmt, von wegen der Sohn. Der zieht das bestimmt selber an und hat einen Fetisch. Ich erkenne euch doch, ihr geilen Schnitten. So. Ich will nicht lang stören, aber wann kommen wahrscheinlich die Armbänder der E3? I don't know, aber ich trage meins. Ich hoffe bald. Oh, dankeschön, Dennis. Hab das Game schon durch, aber es speichert nie nach dem Bosskampf. Oh, das ist ätzend, was? Kommt der Gnu-Papa heute noch und guckt zu? Eventuell. Ich habe ihm auch schon mal gesagt, er soll sich doch einfach einen Account machen, sich Gnu-Papa nennen. Es wird ja keiner rausfinden, wer er ist. Was war deine Lieblings-Story? Strang bei... Eigentlich fast Connor und... Ja, fast Connor und der Polizist, fand ich eigentlich. Und Kara war auch cool. Aber das war mir zu klar, dass... Vorsicht, Spoiler, dass quasi das Mädel ein Android ist. Das war zu schnell klar. Man sagt, dass auf dem Gipfel des Todesberges eine wunderschöne Fee lebt. Wirst du sie besuchen? Ich werde sie nicht nur besuchen, ich werde sie begatten. Natürlich werde ich ihre Höhle besuchen, was denkst du denn? Mann, du Arsch! Kannst du mal nach Frankfurt kommen? War ich doch erst im Letzt. Hank! Der trägt doch die Maske sogar, wenn man erwachsen ist. Man begattet sie. Oh, ich lieb die Musik. Ich lieb die Musik. Hallo, Trepple TV! Schön, dich zu sehen. Wie süß. Die Musik. Oh, ich bin so hungrig. Jeder muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dong Dongs Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und köstlichen Steinverräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun aus diesem Genuss verzichten. Naja, eine weise Person sagte mal, dass du ein bisschen untersetzt bist und daran sicherlich noch etwas zehren kannst. Ähm, ich brauche Bomben. Was ist dein Lieblingsspiel? Also, bestimmt mache ich nochmal ein Fantreffen. Allerdings vielleicht irgendwann limitiert, weil es kommen mittlerweile so viele, dass man da schon gucken muss. Aber ich kann die nicht mehr aufheben. Ja, ich bin zu schwach. Dum, dum. Dum, 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 dum. Ich glaube, ich brauche Feuer. Ich glaube, ich muss nach oben. Da war doch was. Ja, ich bin im Controller. Okay, alles klar. Ich brauche... Ich muss erst mal das da unten jetzt wegbolzen. Nach Karlsruhe. Bestimmt. Ja, ja, die Bewegungssteuerung funktioniert alles wunderbar. Äh, limitiert, dass man halt Karten gewinnen kann oder so. Vielleicht dann 300 Leute oder so, weil... Es wird halt manchmal ein bisschen viel und manchmal hat man nicht so viel Zeit. Ich muss doch da rüber, oder? Kann das sein? Irgendwas muss ich doch machen. Oder warte mal, war hier nicht irgendwo ein Feuer? Oh, da geh mal weg. Überknuse angeschaut. Wie süß. Also ich muss jetzt, glaube ich, da rüber zu dem. Irgendwie, oh Gott. Ah. Hey, ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, diesen Ort aufzusuchen. Es ist gefährlich. Du könntest abstürzen. Suche Darunia auf, um Antwort auf deine Fragen zu finden. Zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt. Dann kann er sehr abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufheitern kann. Ups. So. Äh. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer ein Lied hört, muss er tanzen. Ich kann mich erinnern, dass Darunia besonders die Musik des Waldes mochte. Das waren noch Zeiten. Die Musik weckt in Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind ein Symbol des Lebens in Goronia. Brennen sie alle, ist ja richtig schön. Ja, wo finde ich denn die eine scheiß Fackel, Mann? Leute. Brauche eure Hilfe. Wo finde ich denn die Fackel? Nee, ist kein Handy. Hoffentlich nerve ich dich nicht so arg. Aber was meinst du jetzt mit Fantreffen in Frankfurt? Also ich kann das nicht sagen. Ich darf auf gar keinen Fall selber Fantreffen machen mehr. Das darf ich nicht. Da kommen zu viele. Das könnte blöd enden. Das heißt, es muss sich irgendwas ergeben, wo ich Security habe. Es waren ja da fünf Security-Männer da, die sich dann um alles kümmern. Und auch für eure Sicherheit sorgen. Nein! Wo ist denn die doofe Fackel? Leute, helft mir. Dein Bein rechts triggert mich übel. Sorry. Soll ich es wegmachen? Aber ist so bequem. Oh ja. Es dreht sich. Yes, man. Bitches, geht voran. Flocke, ich habe dich gefragt, ob wir die Tasten machen. Nein, ist alles gut. Oh, ein rotes Gewand. Das kann ich mir aber noch nicht kaufen. Ich mag die Musik. So, ich mache mal den Rest fertig hier. Burn, bitches, burn! Hallo, kleines Gnuli. Oh, willkommen. Ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Für den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch mal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehirn und du wirst schon bald ein Ziel erreichen. Wie lange ich als Kind gebraucht habe, um das zu schnallen, was die Eule mir sagt. Hallo Lena, ich begrüße euch alle. An alle Zelda-Fans. Ihr liebt diese Musik. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kaufmann Scheiß, Kaufmann Scheiß, Scheiß, Scheiß. Ah! Spinnst du! Das können wir gerne ewig so weitermachen, mein Freund. Ich hör's an der Musik. Also der hat ja gesagt, ich soll der Musik folgen. Mensch, Kerle. Jetzt gehen wir nicht auf die Nüsschen. Oh, wie viel braucht der denn noch? Wie viel Einstichlöcher? Na, endlich. Hallo Boots, ich begrüße euch alle recht herzlich. Kaufmann Scheiß, Kaufmann Scheiß, Kaufmann Scheiß, 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 Scheiß. Ja, Kaufmann Scheiß, Kaufmann Scheiß, Kaufmann Scheiß, Kaufmann Scheiß, 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 Scheiß. Auha! Komm her, du Sau, ich mach dich fertig! Kauf mir einen Scheiß. Ah! Ich wusste gar nicht, dass ich hier lang muss. Da, 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 da. Oh, ich liebe diese Musik in Zelda Twilight. Das ist so starb, das ist die richtig schöne Musik. Das ist dann mit Harfe gespielt. Da geht mir richtig einer steil. Ah, nein! Mach dich fertig. Ich hab echt am meisten Angst vorm Wassertempel. Der ist echt schwer. Kauf meinen Kopf, meinen Kopf, meinen Kopf, meinen Kopf. Kauf mir Scheiß! Dann, ich hör auf. Ich hab in zwölf Tagen Geburtstag. Kauf meinen Scheiß, Kauf meinen Scheiß. Kauf meinen Scheiß. Komm her, jetzt mach dich alle. Ach, da hätte ich auch lang können, okay. Okay. Danke an alle, die meinen Scheiß gekauft haben. Ey, du Drecksau. So. Ich hatte immer voll Angst vor diesen Forest Kids. War sein Wassertempel schwer? Ich weiß, ich hab den sehr schwer in Erinnerung. Hallo, Jungi! Ach, die bringt mir das bei. Ich dachte, die Kids. Die Salia. Ich dachte, die Ocarina, die sie mir geschenkt hat, ist was Besonderes. Die hat ja doch noch eine. Du dumme Sau. Ich hab auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Wenn das eine Frau zu euch sagt, dann rennt. Spielst du hier die Ocarina? Kann ich dir zeigen, wie man mit den Geistern des Waldes spricht? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Oh ja. Versuch, die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ich hoffe, mit Maus schon. Kauf meinen Scheiß. Kauf meinen Scheiß. Kauf. Kauf. Gnus. Scheiß. Kauf. Gnus. Scheiß. Hallo, Jeremy. Vielen Dank. Ja, die Horror-Kids sind voll gruselig. Wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es mir. Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Weiter auf Spotify erhältlich, genau. Hallo, Baba. Kauf meinen Scheiß-Counter. Du hast Salias Lied erlernt. Willst du meine Stimme hören? Und mehr sagt sie mir nicht. Alles klar. Oh, gruselig. Ich weiß, ich finde den Wald voll gruselig und alles irgendwie. Auch, dass die nicht aus dem Wald raus dürfen, weil sie sonst sterben und immer Kinder bleiben müssen. Die Feen mit den spitzen Puppies sind einfach legendär. Oh ja, Feen, zu denen gehen wir auch nachher noch. Hallo, Butts. Es ist da. Was meinst du mit es ist da? Jetzt habe ich tatsächlich ein Ohrwamm. Kauf meinen Scheiß. Hallo, Dean. Ich begrüße sie recht herzlich. Du hast nur das Lied erlernt. Kauf meinen Scheiß, Kauf meinen Scheiß. K-k-kauf meinen Scheiß. Es ist es. Was? Warum gibt es in Zelda kein Airan? Gute Frage. Link! Weißt du, ich komme so und der so. Link! Hat Salias ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an einem anderen Ort ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu erlernen. Zum Beispiel in Hyrule. Hältst du die Ocarina mit, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich doch auch alles sagen? Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Berühre in diesem Menü das Symbol in der rechten unteren Ecke. Wähle nun das Symbo... Ja, ist ja gut jetzt. Kauf meinen Scheiß! Kauft mein Scheiß! Kauft mein Scheiß! Kauft mein Scheiß! Kauft mein Scheiß! Ja, kauft mein Scheiß! Kauft mein Scheiß! Kauft mein Scheiß! Mann, sorry Leute! Wir müssen hier raus aus dem Wald, das hört uns nicht aus! Kauf du Scheiß! Ich muss hier raus, das funktioniert sonst nicht. Kack, jetzt bin ich ja wieder hier! Warte mal! Hattest du schon mal einen Stalker? Es gab... Ja, ich würde sagen, es gab... Wie sagt man... Es ging in die Richtung. Und da waren auch schon mehrere Kandidaten, also... Ich erkenne die Muster mittlerweile auch, wann es anfangen könnte mit Stalken. Fantastisch, du hast dreimal ein Schwarzer getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm dies an dich. Ja! Große Munitionstasche. Die sind richtig gruselig. Ich finde die einfach nur abartig gruselig. Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina an. Wir fangen an. Willst du dir das mal mit vorstellen? Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Oh, lädt mich doch am Arsch. Ich kann mich heute nicht konzentrieren. Nein, ich kriege eh nur einen Rubin dafür. Ach, hattest du nur welche, die sehr an dir interessiert waren? Nee, es war immer das gleiche Muster. Erst mal so dieses permanente Kontakt haben wollen auf allen Ebenen, überall, auf jeder Plattform. Dann das zu sehr interessieren, was ich mache. Dann gucken, wen ich like. Ich denke, allen meinen Leuten, denen ich folge, folgen. Alles über mich wissen, rausfinden wollen, wo ich wohne. Und so fängt die Scheiße eigentlich immer an. Aber ich merke das relativ schnell und unterbinde das mittlerweile auch, wenn es mir zu viel wird. Und ja. Slenderina, The Seller 2. Habe ich doch gespielt. Okay. Hä? Was? Wer bist du? Als ich das Land der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat der Runja, der Anführer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dongongs Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Okay, dann spiele ich dir jetzt mal ein Lied, ne? Ich glaube, er will... Will er... Das hören? So geil, ich habe die Szene geliebt. Oh, klasse. Das geht ab. Dummli dumm lalala. Eine klasse Takt. Ich fühle mich wieder richtig jung. Das kribbelt in den Beinen. Juhu. Weiter so. Oh, das war klasse. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darun, ja? Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goron-Rubin genannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann die ihn erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du einer würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen-Dorgonshöhle vertreibst. Bestehst du die Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge mit Donnerblumen anheben. Geil. Goronaband. Tanzen, tanzen. Es fühlt... Er fühlt sich... Richtig. Ich mache erst mal alles kaputt. So, hier. Ausschlecken. Kannst du dich bitte verpieseln? Ich würde... Okay. Aber der Fettsack steht ja davor. Warte mal. Muss ich vielleicht noch ihm das Lied vorspielen? Äh. Wahrscheinlich. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Hm. Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ah, okay. Er hat versucht zu grooven. Okay. Ich mache jetzt unten die Höhle auf. Bäume sind cool. Wie findest du Bäume? In Ordnung. Draußen, wo er herkommen ist, ist die Höhle. Ah, okay. Sieht aus wie ein Pokémon. Man sagt, ich bin ein Schurri. Ich mache die Höhle auf. Hast du Bock auf einen Legenden... Leberkäsehändel. Oh ja, Leberkäseweckle. LKW, du. Leberkäseweckle. Jetzt weißt du also auch, wie ich aussehe. Ja, Clou. Voll schön, dass ihr alle da wart. Hat mich voll gefreut. Viele kannte ich auch durch Instagram. Durch Gnuholics. Moin, Leute. Vivien hier. Jetzt kann ich doch auch zur Fee hoch, oder nicht? Nee, ich glaube noch nicht. Oder? Kann ich hoch? Soll ich den Knus was zum Glotzen bieten? Ah. Kann ich? Okay, nee. Kann ich noch nicht. Okay. Das Video mit mir. Weißt du? Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, um da drauf zu kommen? Stunden. Manchmal... Also, das sind so Kleinigkeiten in Zelda. Da brauchst du halt Ewigkeiten, um das rauszufinden. Zelda ist mega ruhig. Ruhig? Oh, schlag ich mich wieder bei meinen... Vier Jahre. Ich fand das auch mega schön. So, jetzt. Nein. Werf es. Jetzt aber. Mann, das ist gar nicht so einfach, Leute. Jetzt. Ich dachte, ich wäre schlau. Ich dachte, ich wäre schlau. Du hast ein Herzteil. Komme ich da drauf? Komme ich da drauf? Muss doch irgendwie gehen, oder? Oh, ich liebe die Musik. So schön. Ey, das ist so Kindheitserinnerung. Nostalgie pur, Leute. Muss da runterrutschen. Kann ich das? Sterbe ich da nicht? Okay, auf deine Verantwortung, Klu-Käbchen. Dankeschön, Maxim. Hallöchen, Luca. My name is Luca. Auf jeden Fall spielen wir noch Twilight Princess. Oh. Aua. So, rein da. Nein, nein, das war eine Frage. Ach so. Ja, ja. Schieß die Waffe. Nein, das war nur eine Frage. Ich kann euch nicht sagen, wie Gnu Papa heißt, Leute. Das sind zu viele. Gnu Papa. Deswegen habe ich ihm ja den Namen gegeben. Wann lernen wir uns so einen Erzeuger kennen, wie sich das anhört? Der Arme. Der war sich nicht bewusst, was er da eingegangen ist. Ihr werdet ihn schon noch kennenlernen. Aber es dauert noch. Lösen! Sieht aus, als wäre hier jede Menge Lada-Gruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, wow. Das hätte ich jetzt aber auch nicht ohne dich gesehen. Olde. Hilfe, will mir an den Arsch! Hilfe! Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal mein anderes Schildchen nehmen, oder? Sonst verbrennt das ja. Direkt in die Lava gesprungen. Diese Schiki klingt nicht menschlich. Schudder! Deswegen wollen sie es auch immer, dass ich sage. Ist von der Insider geworden. Schudder! Papi will bestäubeln. Leute! Sie sind unser Erzeuger hübsch. Natürlich. Ich habe immer das Beste für euch rausgesucht. Gab es erst mal Qualitätsprüfung. Hallöchen, Cowboy! Aber Leute, jetzt lasst uns mal aufs Spiel konzentrieren. Das ist alles im Gameplay drin. Man erzählt sich es seit 1248. Und er schaut sich das auch an. Und das ist sonst doof. Deswegen. Lasst uns spielen, Kinder. Du Arsch! Mann! Kann die doch... Ach, ich kann die... Stimmen? Die kann ja... Die sprengen sich ja an die Luft. Schau. No, Dankeschön, Jenny. Vielen Dank. Jetzt mal den armen Kerl in Ruhe. Muss ich noch an die Situation gewöhnen? Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das ist nicht so einfach für jemanden, der damit nichts zu tun hat, da so reingeworfen zu werden. Haut ab! Haut ab! Ihr Spastis! Ach so, ich muss einfach nur... Ach so, okay, die töten sich selber. Okay. Mann, ihr Ratten! Was kann man sich auf der nächsten Aufnahme freuen? Dann? Äh, was meinst du? Meinst du jetzt auf den Zweitkanal, oder? Oh, Lou, wie süß. Nur die Beste der Welt und Papi das Beste, der beste Papi der Welt und Leichi der beste Onkel der Welt. Danke, dass es euch gebt. Ach, ihr seid so süß, Leute. Dankeschön. Wisst ihr, was ich voll toll finde? Dass ihr das alle so toll findet. Das finde ich mega süß. I like your hair. Dankeschön. Dass ihr da euch so freut, das finde ich echt süß. Hast du Tipps, wenn ich in Mathe besser werde? Also, ich war auch immer sehr schlecht. Ich habe ganz viel Nachhilfe genommen. Und dann bin ich echt relativ gut geworden. Die Ärzte, die rumschreien. Hä? Irgendwie erinnert er mich an den Yoshi. Ich weiß auch nicht, warum. Findet ihr denn nichts? Sieht aus wie der Yoshi. Kommt her, Bitches. Wer hat euch das Gewand irgendwie gecraftet? Seid ihr Cosplay? Ja, ich bin auch auf den neuen Kanal gespannt. Beziehungsweise wie ihr ihn findet. Nicht die Echsen. Ein Leguan. Seid ihr jetzt wie Yoshi? Der verhält sich auch so. Schluss jetzt. Der neue Kanal wird mega. Ich hoffe. Also, ich habe ganz viele Themen, die ich da mit euch behandeln möchte. Der fängt am 1. Juli an. Und dann erfahrt ihr ab September, Oktober, was eigentlich gerade so bei mir los ist. Da bin ich so gespannt, Leute. Ich glaube, ihr werdet geschockt sein. Nein, ich bin nicht schwanger. Und nein, ich bin nicht krank. Und nein, ich bin nicht depressiv. Möchte ich nur mal vorne absagen, weil es viele dachten. Es ist nichts in der Richtung. Ach du Arsch. Bist du verlobt? Nein. Das wäre ja nichts Schlimmes. Es ist ja auch nichts Schlimmes, aber es ist halt etwas, was verändert. Heiratest du? Nein. 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 Ist das Bowser? Aber echt. Wo kann man den Scheiß kaufen? Äh. Können wir meine Motze in den Link reinposten? So. Nein, ihr müsst keine Angst haben, Leute. Ist echt alles gut. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es wisst. Liebe ist was ganz Besonderes. Nein, niemals, Leute. Keine Sorge. Es ist alles im Besten. Es ist... Ihr werdet eh nicht drauf kommen. Deswegen, es bringt jetzt auch nichts. Muss ja ganz mal kurz wo reinhören. Müsst jetzt, äh... Ihr könnt es eh nicht erahnen. Deswegen, abwarten, Nullis. Ist nichts. Ich... Es geht. Es geht. Alles gut. Macht euch keine Sorgen. Es sind immer so Kleinigkeiten, woher soll man wissen, dass man auch damit sowas entzünden kann? Nein. Scheiße. Kacke. Wurdest du erpresst? Nein, Leute. Keine Sorge. Mann, warum geht das nicht? Wurden wir adoptiert? Ja, jetzt ist es raus. Ach, da ist eine Fackel. Oh, Mann. Oh. Ich werde auch nicht bedroht. Nee. Muss ich wegen dir Arschlöch... Arschlöch? Mein, äh... Mein dummes Schild wechseln. Mann, du bist so unnötig. Du hast gesiegt. Lass mich dir einen Dekostab für 15 Rubin... Fuck you. Du Arsch. Nicht mal Herzen gibt's dafür. Was war das denn für eine Lame-Nummer? Wenn wir draufkommen, kommen wir alle in Eis. Ja. Aber ihr werdet nicht draufkommen. Ihr bekommt alle in Eis, wenn ihr es rauskriegt. Dann werdet ihr es nicht rauskriegen. Ah, Leute, jetzt hört auf so neugierig zu sein. Ihr seid ja schlimmer als ich. Ich dachte immer, ich bin neugierig. Oh, sind die Dinger wieder da? Wie asozial ist das, bitte? Könnt eigentlich einfach nur den Like-My-Style bedrohen und dann wisst ihr eigentlich schon alles. Bist du bisexuell? Nein, das wäre doch nichts Schlimmes. Das ist auch nichts Schlimmes. Das hat auch zu raten. Hallo Tumblr, grüße dich. Jetzt hab ich echt Lust auf'm Eis. Jetzt glaub ich, dass ihr jetzt Lust auf'm Eis habt. Jetzt habt ihr Lust auf'm Eis, ne? Das weiß ich doch, ihr stinker. Jetzt haben die Knus besonders Lust auf'm Eis. Ey, sag denen doch sowas nicht. Hallo Katja. Oh, ich fühle das voll. Mir ist auch grad richtig warm. Mann, du Sau. Du Dumme. Wollte ich jemanden umbringen? Nee. Die Labyrinthkasse! Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Also Leute, wir machen's jetzt so. Wir konzentrieren's jetzt auf's Spiel. Und wenn ihr jemanden nerven wollt, dann nervt ihr Like. Das war ein guter Plan. Du fackelst? Was? Achso, okay, ich verstehe. Ja, ja, Gnu versteht. Ja, ja, Gnu hat verstanden. Hier muss ich's droppen. Lass mich. Yeah! Und nein, Gnu-Papa fängt ganz sicher nicht mit YouTube an. Man kommt, der dritte Kanal, am 1. Juli, das steht im Banner, Gnu-Li. Oh, Marzella, ich kann mir die auch gar nicht an. Das ist eine berechtigte Frage. Hallo, Porchino. Mein Favourite Eis. Also ich mag eigentlich echt, wenn es heiß ist, so Sorbets. Und ich mag eigentlich auch Haselnuss und so. Und Pistazie. Das sind meine Favorites. So, erstmal die Arschlöcher aus dem Weg räumen. Wo kommt ihr eigentlich her? Aus meinem Uterus. Pistazie ist geil. Wäre gut, wenn Geld wie Zelda in Vasen... Ja, das ist ja echt geil. Hm, irgendwie gefällt mir was nicht. Da unten war nämlich noch was, was ich hätte aufschießen können. Ich glaube, da werde ich auch noch mal hingehen. Oder? Da gehe ich nachher noch mal hin. Vielleicht war da auch wieder nur so ein Scheiß. Lass mich! Doch, bei dir hackst, du Arschloch! Oh, 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 hallo! Ja, ich sehe das selber, Navi. Navi ist eigentlich voll unnütz. Ich sehe das alles selber, Alde. Ananas. Oh, hallo! Gibt es hier sonst noch irgendwas Feines für mich? Nein? Doch, hier. Ein Bömbel, den brauche ich dazu. Okay. Okay, okay. So much love, we go, opi. Was sagst du zu Fanpages? Finde ich sehr toll. Solange die Fanpages nicht nur gemacht werden, um... damit ich ihnen folge, sondern wirklich auch, weil die Leute Bock haben, den Content zu machen und nicht nur auf Likes aus sind von mir. Dann finde ich das gut. Boah, das wird jetzt richtig ernst, Leute. Ich hasse die Scheiße. Okay. Tschüss, Batz. Schön, dass du da was putzt. Dankeschön. Ciao, boy. Yes! Geil. Da hinten war auch noch eine. Die mache ich jetzt auch noch auf. Opi, opi. Oh, das geht noch gar nicht. Okay, ich sage nichts. Ich habe auch Hunger. Hallo, Karatou. Grüße dich. Was ist das Peinlichste, das hier passiert ist? Puh. Boah, mir ist viel Peinliches passiert. Das Problem ist, dass mir halt auch nicht so viel peinlich ist. Das merkt ihr an meinen Videos, dass ich eigentlich jemand bin, der sich nicht so für vieles schämt. Hallo, Streamy. Hinter dir war eine Bombe. Oh nein. Ach, ihr unnötigen Wesen. Ich kann, dass die immer abhauen. Das macht es auch nur unnötig lang. Das ist wie so ein Partner, mit dem du Schluss machen willst und der rennt einfach von dir weg, weil er die Wahrheit nicht sehen will. Komm her! Warum schreiben mir heute so viele, Mann? Gerade im Stream, Leute. Komm her, du Lappen. Jetzt hör doch auf, wegzurennen. Patricia, was mit uns läuft, nicht mehr. Ich habe gehört, dein Schwanz wächst nach. Das funktioniert nicht in einer Beziehung. Das ist wieder der wilde Yoshi. Das ist echt der wilde Yoshi. Herzen brauche ich nicht. Nachrichten? Nice. Sorry, ich habe schon zweimal gedacht, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Tut mir leid. Das soll so sein. Man muss dreimal an die Punkte schießen, an die ich gerade geschossen habe. Ansonsten funktioniert es nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ach, ja, schau mal an, ne? Wie lange ich dafür damals gebraucht habe und jetzt ist man viel, viel wacher und sieht es viel eher. Hat dir Nadine das Bild geschickt? Äh, ja, die hat es mir gezeigt. Voll süß. Und jetzt will ich noch nicht geschickt, dass da haben wir noch verballert, weil gestern war noch so viel los. Die Bombentasche. Ja! Wir haben ja nicht Bombentäschle, Leute. Ja! mal ausrüsten unter items hat die gehört sogar unter ausrüstung ist es du jetzt kann ich einfach bombe tragen ort ist ja super ich möchte aber gerne hier das aufsprengen ach wie ist das möglich wahrscheinlich erst wenn ich habe jetzt bomben muss ich als bomben finden ab bomben finde ich ja eigentlich wenn ich das mutig runter springen als machen jetzt noch nicht oder obwohl weil ich wette mit euch dass da eine bombe drin ist hier da ist sicher bümpel drehen egal auf einmal weiter ich habe 20 bomben moment mal habe ich 20 bomben tatsächlich du bist ja ein schlauerle dankeschön cool dann kann ich jetzt doch bümpel schmeißen items ich will die dahin haben so mal gucken ob es sich lohnt darunter zu gehen lohnt sich so ich weiß es nicht dass es lohnt mir geht's gut ja ich hoffe dir auch dankeschön online ich will die unnötigen ich hasse euch vergib mir acht du immer mit deinen drecks angeboten gibt mir was umsonst man dein leben verschont geier noch ja vor die abzocker nein nein ich hab's gekauft nein scheiße er gibt mir nur drecksherzen und mann er hat den deal seines lebens gemacht mit mir kacke die verkaufen echt nur mist kacke ich gehe nie wieder an solche türen da wird den ganzen scheiß weg laufen hier man bist zu gütig er schmeißer beim blüttel jetzt kommt doch geht doch bitte einfach da hoch mensch because i'm gnulli habe 200 kilo auf den rippen aber ist mir egal because i'm gnulli und ich streame jeden tag ob du willst oder nicht das ist mir egal das war die originalversion von feral happy es war eigentlich because i'm gnulli noria dankeschön ihr seid alle so nett zu mir leute ich das ist so toll wenigstens kommen die arschlöcher nicht noch mal tschüss an alle die träumen gehen heute hat schon dankeschön samara verliebt süß wir wissen von world war sie video dass du bombengranaten magst des videos habe ich so geärgert das ist ja gelb geworden ist aufgeregt oh yeah babies der riesen schädel leuchten seine augen rot öffnet sich ein neuer weg wie komme ich da jetzt wohl drauf was muss ich da jetzt tun ich sage euch eins leute ich habe dafür 100 jahre gebraucht um das rauszufinden oh gott was ich jetzt machen muss das ist so ein scheiß wie soll man da drauf kommen mal im ernst jetzt carlos ich schwäbel heute wieder zu viel aber ich mache es eigentlich um euch zu lachen zu bringen yes man öffne das maul natürlich sind wir nett zu dir bist ja auch die beste und habe heute dein neues video geschaut dankeschön dankeschön ihr seid auch nett hast du days gone eigentlich durchgespielt nee irgendwie nicht bestätige den schalter damit sie die plattform erhebt ach wow na wie ne also das hätte ich jetzt nicht gedacht wo kommt denn die plattform hoch ach ja oh nein ich habe es überlebt wow zieht es viel ab ich habe es überlebt mir geht es gut danke der nachfrage jetzt geht die scheiße wieder hoch hier drauf jetzt rum dauert mir zu lang ich habe eine nachricht bekommen dass der stream für verwachsen ist ja ich habe vorsichtshalber mal ab 18 eingestellt aber das ist jetzt wirklich also zählt das ja ab 12 aber bevor man irgendwie ärger kriegt mache ich auf youtube immer seid ihr selber dafür verantwortlich was ihr anschaut ich würde sagen ich bin nicht immer kinderfreundlich die schule jetzt runter gehst du da jetzt runter kerle gehst du lässt du jetzt lässt du lässt du jetzt lässt du jetzt los hallo gentin du bist eine gute mama dankeschön das ist sehr rührend von euch okay eine bombe wenn ihr fledermaus seht leute dann schmeißt ihr erstmal eine bombe runter habt ihr verstanden ja das stimmt stärker das hast du sehr gut analysiert alles gute ist kinder verstehen ja nicht immer alles habe ich gemerkt beim treffen in in münchen was wir da teilweise so gelabert haben das verstehen kinder ja noch gar nicht weil wir verschlüsseln das ja auch so dass es nicht mal leute verstehen die jetzt so was verstehen versteht ihr ich habe 200 kilos auf den rücken aber ist mir egal because i'm knully gehirnwäsche hallo tomate auto-jump navi wollte sagen viel glück mit nun papa dankeschön vielen 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 dank leute so süß von euch ein bädi happy guckst du animes ja aber sicher doch ja freilie freilie gucki des wo ist sie ja geil speicher mal irgendwie fühle ich mich so besonders ich würde gerne wieder ich hoffe dass da wirklich was besonderes drin ist oh jetzt leck mich doch oh jetzt man nicht doof mein disco-server poste ich meine mods gerne rein ich muss auch echt sagen oh nein es ist das alles wieder weg was ist denn das für ein dreck was ist denn das für eine scheiße ey what the fuck wie abgebummt abgefuckt ist das denn sorry keine ausdrücke oh gott ist das dumm aber hey es ist in ordnung auf jeden fall leute finde ich es immer ganz arg wichtig als content creator oder youtuber oder sonstiges dass man mit seiner community offen darüber reden kann ich habe ja mal erzählt von einer freundin die erste freundin eine ehemalige freundin die ich hatte die immer so getan hat als wäre sie single damit ihre zuschauer dableiben wo ich echt gesagt habe ey das ist so schlecht erst mal ist es ihrem freund gegenüber einfach respektlose scheiße den zu verleugnen für die community und wenn sie nur leute hat die sie schauen weil sie single ist dann macht sowas gewaltig falsch weil ihr kennt es ja sicherlich man will was von irgendeinem popstar wenn man jünger ist oder so und im prinzip kommt man eh nicht mit denen zusammen wisst ihr was ich mein volles süßes spiel hallo buri grüße dich schön dich zu sehen und da denke ich mir immer wenn das der fall ist dann hat man irgendwas falsch gemacht weil ja man will ja nicht dass die leute einen schauen deswegen und vor allem selbst wenn eine frau die ihr schaut single ist oder nicht es ändert ja eh nix dran man wird ja eh nicht mit ihr zusammenkommen und ich finde es halt immer schwierig weil oft halt so frauen die dann nicht sagen dass sie vergeben sind oder nur sagen ich bin single das finde ich hat immer so ein faden beigeschmack als würden die dadurch halt dann irgendwie ja geld wollen von den leuten und die halt ausnehmen wollen das ist halt irgendwie auch ich weiß nicht wie ihr seht ich bin es irgendwie fand ich damals seltsam weil sie hat sogar ein twitch als status reingeschrieben wo es nicht mein twitch status gab wo ich gesagt habe wow was interessiert dass die leute du single bist oder nicht vor allem sie war es nicht mal zu der zeit komisch deswegen schön dass ich mit euch so offen sein kann oder wenn die leute ihre körper verkaufen im stream ja genau so also kann ja jeder machen was er will ich sage ja nur meine meinung ich finde es halt nicht gut wenn man vergeben ist man vergeben wenn man single ist ist man single sollte man kein man kann zwar sagen hey ich äußere mich dazu gar nicht kann man ja auch machen aber zu sagen man ist single wenn man freund hat nur damit irgendwie die zuschauer da bleiben finde ich echt hätte ich keinen bock drauf muss ich ehrlich sagen natürlich ich will ja mit euch auch alles teilen das macht ja auch spaß ihr seid ja auch super lieb und freut euch für mich deswegen ich habe ja auch irgendwann gesagt die leute ich war als ich single war und wenn ich jetzt wo ich freund habe sage ist ja auch wenn die leute was dagegen haben dass der streamer eine beziehung hat soll die person einfach gehen eben wenn mir echt also keine ahnung ich bin ja eure gnu mama ihr dürft eh nichts mit eurer mutter anfangen also naja wofür brauche ich wohl das bimble ich war im stream meiner schwester eis essen mit dem fahrrad aus süß ich bin nicht so eine aussieht leute koenigt macht´s maul auf nein oh gott ich check´s nicht mama das ist nicht gut ah Komm, mach's Maul auf! Alter! Was? Warum geht's nicht rein? That's what she said, man. Hallo? Was ist denn das für eine Kacke? Muss ich aber die Bomben nehmen, oder wie? Jetzt. Nur einmal? Okay. Knupapa, Mann, da hat sich ja niemand Knupapa genannt. Hallo, Lotz! Dreh dich, Kind, dreh dich! Oh, Leckwiff, wir kommen nicht zusammen! Öffne deinen Maul! Warum sieht Zelda aus? Wie link. Dö, 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 dö. Yes! Was? Das ist nicht unser Papa? Nein. Oh yeah. Warum sieht Zelda aus wie Omega-Kommentar des Jahres? Oh, Navi rastet aus. Hey! Listen! Juhu, ein Herzcontainer. Wohnt Knupapa und du beieinander? Leute, halt auf zu fragen. Ich antworte jetzt auf nichts mehr, okay? Hab euch lieb. Oh. Ne, ich werde Knupapa mal einen Account hier auf Twitch machen und ihn zum Mod machen, dann wisst ihr, wenn er da ist. Sonst gibt es hier zu viel Nachahmer. Oh. Ich bin es, Duron, ja. Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war der Gerudo-König verantwortlich. Ja, vor allem da oben war eine Bombe, die hätte jeder von denen selber runterschmeißen können. Er versprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft. Oh. Episch, Leute. Voll schön sehen die Steine immer aus. Yeah, der Gerun, Rubin. Von den Gerunen wurde dir der heilige Stein des Feuers übergeben. Ja. Es ist eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Gerunen zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Such nach den Dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns den Bruder verabschieden. Meine Hochachtung. Lass mich dich umarmen, Kleiner Bruder. Falscher Weg, Mann. Wir müssen hoch. Gert, genau da. Läufst du richtig. Wie war eigentlich gestern für dich? Warst du zufrieden mit uns? Voll the real. Und sorry, dass es nicht gereicht hat für noch eine weitere Runde, weil die haben dann gesagt, okay, es ist doch irgendwie zu lange gelaufen für die Autogrammstunde. Deswegen hatten wir nur noch eine Runde. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Oh nein, dieser Bauchweh. Um jetzt keinen Scheiß zu machen, werde ich jetzt den Scheiß machen. Okay, es war voll unnötig, Leute. Ja, ich glaube, Leiki, ich werde ihm sagen, er soll sich einen Account machen und dann mache ich ihn zum Mod. Du hast doch nur zwei Bomben. Ich habe es geschafft, Leute. Nach Köln komme ich im August. Holy shit. Du hast ein neues Handy, ja. Woher ist dir das? Hamburg bin ich in zwei Wochen am Samstag. Hey! Listen! 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 Blip 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 blip! Ähm... In Hamburg, das ist aber kein Community-Treffen. Das ist für Man of Medan. Ja, ja, ich habe jetzt ein neues Handy. Wie aufmerksam ihr seid, Wahnsinn! Manchmal seid ihr echt ganz schön aufmerksam, Leute, ne? Ich habe mich gar nicht daran erinnert, dass... Oh, schon wieder der. Dass die so weit hier oben chillt. Muss ich mit dem reden? So, Leute, jetzt gibt es was zu sabbern. Feenquelle. Hey, Baby. Was geht? Jetzt hat sie keine Spitzen mehr. Jetzt haben sie es rund gemacht, endlich. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Oh ja, Baby. Zeig mir deine neue Technik. Holla, die Waldfee. Was zur Hölle, Jumpscare. Oh ja. Ich hoffe ihr ist bewusst, dass ich erst sieben bin. Die hat da unten nichts an. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. So nennt ihr das also. Diese Ansicht von ihr, das ist so pornös. Sammelst du kraftvolle Wirbelattacke, brauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, bist du doch ein Bote der Königsfamilie, oder? Besuche meine Freundinnen, die im ganzen Land leben. Sie werden sich ihre Kräfte mit dir teilen. Geh zum Schloss von Hyrule. Schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Dieser Mund. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Aber natürlich besuche ich dich wieder, Schneckchen. Halleluja, ey. Kam mir nicht immer Feen rausgefurzt? So, Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt aufgewärmt. Jetzt geht's weiter. Genug gesabbert, Knus. Konzentration. Was willst du schon wieder? Du siehst erwachsener aus, seit du die Feen besucht hast. Nein. Doch, nun wirkst du nicht wie der prophezeitige Retter Hyrus. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zu Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Nein, hau ab, du Stück. Ich will erst mal noch da runter. Was ist denn da? Schade, dass die Bubis nicht mehr spitz sind. Ja, finde ich auch echt schade. Das ist echt ein Verlust. Todeskrater. Ah, ist ja lustig. Hier kann ich erst hin, wenn ich erwachsen bin. Jaja, Link ist extrem beherrscht. Jaja. Okay, lass mal runterfliegen jetzt. Jaja, ich bin erwachsener geworden. Habe ich einen Ständer? Ja! Oh, wie schön. Oh, ich habe das so als Kind geliebt. Wie lange geht der Stream noch? Schon noch ein bisschen. Wollt ihr das nicht aufhören? Wieso fragt ihr so oft? Hä, Knu? Haha. Das Schlimme ist, wenn ich das Fenster aufmache, ist es, es ist ein bisschen kühler. Knulis, 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 Knulis. Ich hole jetzt mal die Fee, warte mal, die Fee in Hyrule. Die werde ich mir jetzt erstmal holen. Das fand ich richtig gruselig. Wir sehen so aus, weil wir auf den Fluch der Skulptulas lastet. Werden jedoch alle Skulptulas dieser Welt zerstört, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du einen Skulptula, erscheint ein Symbol, sammle es ein. Die Zahl neben dem Spinnensymbol auf den Ausrührungsbildschirm ergibt an, wie viele Skulptulas du bis jetzt hast. Jaja, okay. Brichst du den Fluch, werden wir dich reich belohnen. Ja, dann gib mal her, ich hab doch schon genug gefunden, oder? Arg, ich bin verflucht. So seh ich aber auch aus, wenn ich ungeschminkt bin. Bin ich ja auch verflucht. Ihr habt noch nix für mich. Ihr habt noch nix für mich, keiner von euch. What? Echt? Okay, schimmel dir einfach rum und keinen juckt's. Du kannst jetzt so den Gräber und dir ein neues Lied holen. Ja, aber muss es dazu nicht dunkel sein? Wieso krieg ich heute so viele Nachrichten? Lass mich, deine scheiß Hühner habe ich dir schon gesammelt. Köln? Ja, ganz schön. Hallo, Viktoria. Ich lasse euch nie wieder aus dem Keller, Gnuss. Oh. Friedhof. Hallo, Sharpshooter. Grüße dich. I need a wooden dance. Gonna have to see in my hand. Ach, das dumme Kind muss schlafen. Es muss dunkel sein, Leute. Sonst kann ich hier nix machen. Nee. Ich sag's Boris. Okay, ich muss nochmal raus. Dann gehe ich jetzt zum Schloss. Hol die Fee. Komm her, wenn's dunkel ist. Mach das mit im Friedhof. Und dann gehen wir auf zu den Zoras. Zuerst hieß es 500k, eine Million. Du lässt uns nie erst im Keller. Ich brauche euch doch noch, Gnullis. Die 500k. 500k Special kommt noch. Das ist gerade am Organisieren. Das ist doch größer geworden als gedacht. Aber keine Sorge, es kommt. Ach, ein Königskrab. Oh, die Clou kennt sich aus. Super. Dankeschön. Listen, lass mich bitte, Navi. Hör auf, mit mir zu reden. Ich möchte heute nicht mit dir sprechen. Du brauchst ja was zum Essen. Und du, die schmeckt gut. Stimmt. Das Königskrab öffnet man doch gerne. Ah, I see. Spielen wir die Melodie. Bis der keine Angst hat. Es ist schon so spät. Der Tag hat zu wenig Stunden. Ich habe nicht alles geschafft, was ich machen wollte. Und du? Ich habe alles geschafft. Aber lustig, oft nimmt man sich auch einfach zu viel vor. Das habe ich auch schon gelernt. Oft muss man sich einfach weniger vornehmen. Und dann schafft man das auch. Und dann ist man auch nicht so überfordert. Das heißt, immer die wichtigste Aufgabe zuerst. Oder auch einfach mal eine Aufgabe. Auch wenn ihr denkt, oh nee, das wird zu knapp. Lieber eine Aufgabe erledigen als gar keine. Weil man einfach überfordert ist und schon gar keine Lust hat. Weil es viel zu viel gibt. Viel zu viel zu tun gibt. Was kann ich denn hier machen? Luisisches Menschen? Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Boah, vor denen hatte ich auch immer richtig Angst. Nein. Oh, dieser Bodhi. Oh ja. Ich glaube, ich muss hier wieder spielen. Sieht auch ganz danach aus. Ne? Da ist aber eine Melodie drauf. Ah. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die treueren Verstorbenen der Königreich-Familie verpasst. Ah, jetzt. Der Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond, zu Sonne erneut. Ewige Ruhe des Leben Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Nein. Da ist eine weitere Inschrift auf diesen Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Oh. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Blim. Ah, das ist die jetzt. Sehr cool. Du, 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 du. Didi, 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 didi. Yes, baby. Jetzt kann ich Tag und Nacht machen. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Das kann ich nämlich immer, wenn es dunkel ist, äh, es wieder hell machen und umgekehrt. Juhu, ich habe die Hymne der Sonne erlernt. Komme ich jetzt raus und den ganzen Leben wieder zurückgehen? Echt? Jo. Richtig eklig sehen die aus. Gehe ich lieber durch die Kotze, als euch ins Gesicht zu schauen. Danke für den Tipp. Ich versuche ihn zu beherzigen. Ja, gerne doch. Generell, Leute, nehmt euch nicht zu viel vor. Kleine Steps. Jeden Tag eine Kleinigkeit. Auch wenn es nur zur Bank gehen ist und irgendwas überweisen oder sonstiges. Nicht immer zu viel. Das mache ich immer ganz gern. Jetzt muss ich mich leider noch mal so cringe hinsetzen, wie es euch triggert, aber ich habe meine Haxen immer oben. Das muss so spielen. Ich kann nicht anders. So, jetzt öffnen wir mal Gräber. Fuck mich nicht ab, du Arschloch. Scheiße, da kommen immer mehr. Ich hatte echt immer Angst vor dem Friedhof als Kind. Listen. Kann ich jetzt mal in sein? Ah, ich kann doch jetzt in sein Häuschen rein, oder? Da ist er doch. Der Boris. Hey, Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich bin der Totengräber, Boris. Lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasst uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier ein Loch grabe? Lass mal bleiben, du Pädo, ey. Grab dein eigenes Loch, du Arschloch. Voll spooky, ey. Der Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Ich habe beim Graben einen Schatz gefunden. Der wird lang und kurz und macht Kling. Den behalte ich. Super. Voll der Creep, echt. Richtig gruselig. Vor allem, warum geht der erst nachts raus? Bringt doch gar nichts. Nur weil er der Totengräber ist. Was für ein Klischee. Egal, Leute. Lass uns gehen. Wir gehen jetzt die Fee holen und dann gehen wir zu den Zoras. Wo bleibt das Loch? Es gibt kein Loch heute. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Hübsch. Hübsch und romantisch. Da oben ist die Skultula. Stimmt, die Skultulas kommen auch manchmal bei Tag oder bei Nacht. Also ich habe mal alle gesammelt und ich habe mich echt verarscht gefühlt danach. Weil es gar nicht so krasse Geschenke gab, finde ich jetzt. Blub, 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 blub. Kriege ich jetzt vielleicht was bei 10? Wie viel habe ich denn eigentlich schon? Ich müsste doch eigentlich jetzt langsam mal genug haben, oder? Na, wie, lass mich doch einfach in Ruhe. Kann ich die ausstellen? Acht Stück. Ich glaube, es gibt erst was ab 10. Sieht aus, das wäre... Death Note habe ich angeschaut, ja. Ist Gnupapa der Echte? Nein. Der heißt aber schon lange Gnupapa, der hier... Ist nicht der Echte, nein. Wenn der Echte da ist, sage ich es euch. Keine Sorge. Menschen sind widerlich, meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Du bist auch ein Mensch, also bist du auch widerlich. Außerdem hast du keine Augenbrauen. Es bedeutet mir viel, dass du meine Nachricht gelesen hast. Ach süß, doch klar. Ich würde gerne alle eure Nachrichten lesen. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Du musst die Gräber verschieben. Ich will aber nicht alle verschieben. Das braucht mir jetzt zu lange Zeit. Benni, ich möchte jetzt ins Schloss und die Zelda begabten. Genau, Peter. So isch es. So, wir spielen jetzt mal das Lied von vorhin. Wie ging das nochmal? Ne, warte, wie ging das nochmal? Hymne der Sonne. Y-R-A. Ich kriege ein wichtiges Item. Was denn für eins? Das nächste Fantreffen ist jetzt erstmal auf der Gamescom. Da hoffe ich, dass ihr alle kommt. In Köln. Ist auch sehr cool anzuschauen. Mache ich es wahrscheinlich an zwei Tagen. Drei Stunden oder so. Hallo, Ehrenklied. Du hast verkauft. Fantastisch. So. Arzt, kann ich die nehmen? Die will doch ein Horror-Kit, will die Maske haben. Das weiß ich noch. Bist du Samstag da? Diesen Samstag? Ja, da werden wir streamen. Oder was? Ach, stimmt. Ja, ich bin... Eigentlich darf ich es nicht sagen, aber ja, ich bin Samstag auf der Comic-Con, aber nur kurz. Nur eine halbe Stunde. Falls du das meinst. So, jetzt muss ich gucken. Die ist da hinten. Hallo, Tufan. Ich begrüße sie. Steht hier eigentlich? Sackgasse. Glaubst du doch wohl selber mit? Was? Wieso kriege ich den nicht weg? Ah, jetzt. Dachte schon. Hallo, Gnuliherde. Oh, wie schön das aussieht. Ba-da-da. Da-da-da. Gnu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-i-s. Ach so, auf der Gamescom. Ja? Natürlich. Diese Kurven. Guck, die schlägt sich auf den Arsch. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn. Yeah, Feuerball. Juhu. Durch den Feuerinferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich jederzeit wieder. Deiner Stelle würde ich mich nicht mehr zeigen. Ich habe das Loch da vorne jetzt geöffnet. Da kann jetzt jeder reinkommen. So, jetzt gehen wir zu den Zoras. Zoras. Lass mich kurz rausschmeißen. Geht schneller. So. Sauber. Hallo, Xaido. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Das steht schlimm, Beni. Bin auf einer Diät, Kalorien zählen, habe vorhin einfach Brownies gemacht. Oh, nee, ich kenne das. Wenn man Hunger hat, dann fängt man mal an zu kochen und versucht, andere zu feeden, damit man sich nicht so schlecht fühlt. Sind eigentlich alle Timeouts Fragen an Gnu-Papa? Oder irre ich mich? Jetzt hast du mich überholt. Jetzt kann ich nicht mehr helfen. Oh, nein, Clue. Lass mich, Navi. No, zieh morgen dein T-Shirt der Schule an. Wie süß. Wenn ich Hunger habe und koche, kommt bestimmt immer gerösteter Müll raus. Der größte Müll raus. Nicht schon wieder du. Hallo, es ist aus, als wärst du erfahrener erfahrener und kräftiger geworden. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der Königfamilie von Hyrule und bewachen diese Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Adgesandten der Familie. Spiele vor dem Portal das Schlaflied aus der Überlieferung. Das hätte ich jetzt selber nicht hingekriegt. Oh, Eis gemacht. Das Team ist heute auf jeden Fall, bis Link erwachsen ist, oder? Ich denke schon, ja, oder? Oder Leute, würde ich schon sagen. Außer Lord Yabu-Yabu fuckt mich sehr ab, aber ich denke nicht. Das Chicken ist hier nicht umsonst. Das hat einen Sinn. Und zwar kann ich damit rüberjumpen. I don't wanna lose you. I don't wanna be the same old true. Komm her, oh yeah. Geh da jetzt hoch, mein liebes Hühnchen. Mein Chicken McNugget. Oh yeah. Hallo Continuum. Schönes Game, du sagst es. Wir schwelgen gerade in der Nostalgie. Ich glaube, ich muss hier das Hühnchen abschmeißen und komme dann nämlich hoch zum Container. Ich habe aber Angst, dass es nicht funktioniert. Theoretisch ist es egal, weil das Hühnchen bleibt sowieso. Deswegen let's try. Aber irgendwie. Scheiße. Nein, Chicken. Ah, das ist da. Ah, Chicken, komm. Alles wird gut. Du bist nass geworden. Ich weiß, es war erfrischend. Lass es uns probieren, Chicken. Wir schaffen das. Chiki, Chiki, Chiki. War so viel Federn, das stimmt. Damit können wir ein Kissen stopfen. Ich weiß, ob meine Theorie aufgeht, aber wir probieren es. Yes, Mann, die ging auf. Komm her. So, reg dich nicht auf, Kleines. Cool, es ging auf, Leute. Ich nehme dich mit auf meine Reise. Brauche ich das jetzt eigentlich noch? Nein, es ist ins Wasser. Vielleicht brauche ich es gar nicht mehr. Bringst du Cave-C? Oh mein Gott, hi. Hallöchen, Einhorn-Gnulli. Nein. Oh Gott. Oh, scheiße, da hätte ich das Hühnchen noch mal gebraucht. Ist es noch da? Chicken, komm zurück. Chicken McNugget. Ist es zurückgeflogen? Es ist bestimmt zurückgeflogen. Ist bestimmt mega beleidigt jetzt. Ich habe es, glaube ich, richtig betrogen und belogen. Hühnchen. Nein, es ist nicht mehr da. Egal, komm, auf den Container kann man verzichten. Wir sind stark genug. Oh Gott, ich kann ja noch gar nicht weit tauchen. Ist ja fürchterlich. Ich bin fürchterlich. Ich bin fürchterlich. Ja, Leute, im Reich der Zoraz. Willkommen im Reich der Zoraz. No, the real. Auf jeden Fall mit du. Du, 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 du. Bim, 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 bim. Ich kann hier ein Spiel spielen. Das mache ich erstmal, aber dann kriege ich eine Flosse. 20! 20, Mann! Ich hoffe, ich komme da überhaupt runter. Ich habe ja noch... Oh, ich glaube, da kann ich nicht mal runtertauchen. Okay. Okay, ich hab's, ich hab damals echt gedacht, es wär schwer, ne, aber es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Das Traurige ist, hab ich vielleicht noch ne Flasche? Ich hab doch zwei Flaschen, oder? Ne, doch, eine ist noch mit Milchi. Einer ist Milch. Die muss ich jetzt nämlich leider saufen. Weil, wir brauchen jetzt einen Fischi. Bäh. Ach, da sind zwei Schlückchen drin, oh, wie ärgerlich. So. Dann sehen wir uns eigentlich endlich mal wieder, äh, auf der Gamescom, würde ich sagen, oder? Du bekommst eh noch eine. Ach, echt? Da hab ich ja zwei. Gnumilch. Das war Airan, Leute. Komm mir so vor wie im Jahre 2016, wo so viele mich als Bot angesehen haben. Stimmt. Oh krass, 2016. So lange bist du schon aktiv auf Twitch? Hallo, Marots. Wie elegant ihr getaucht seid, hier nehmt das als Lohn. Oh geil, ne silberne Fischschuppe. Yeah. Damit kann ich länger tauchen, Mann. Stimmt, er redet erst mit mir, wenn ich Musik mach. Anni jetzt schon. Wo? Meine liebste, teuerste Prozessin, Ruto, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Lass mal ran hier jetzt. Alter. Hä? Ja, du geiler. Hä? Hä? Warum kann ich dem nichts vorspielen? Wisst ihr, was da los ist? Warum kann ich dem nicht reden? Was denn? Ich muss zum Hylia-See. Oh Gott, wo war der denn nochmal? Esse gleich Margarita. Geil. Zum Hylia-See. Ich hoffe, da komme ich da lang. Was? Kannst du bitte mal länger tauchen, Alter? Ah, ja, da war was. Stimmt, da ist ja diese Flaschenbosch. Stimmt. Äh, Tumblr, dann muss ich ehrlich gestehen, kann ich's gar nicht sagen. Kacke. Das ist schade. Ich weiß leider nicht, wo ich wann bin. Wann wie wo. So, jetzt muss ich erstmal das ausrüsten, weil da war nämlich eine Botschaft drin. So, was steht da drin? Nanu? Sieht aus, als wäre etwas in der Flasche. Ein Brief. Hilf mir. Ich bin im Bauch von Lord Yabu-Yabu gefangen. Ruto. PS. Bitte verrate meinem Papa nichts. Okay. Das muss ich jetzt dem Vater wahrscheinlich zeigen. Weil das, was ihr meint, das mache ich erst später. Wie lang dauert das Spiel noch? Äh, insgesamt glaube ich neun bis zwölf Stunden. Wir machen jetzt noch einen Dungeon und dann machen wir eine Break. Und dann beim nächsten Stream machen wir wieder zwei Dungeons und wieder zwei Dungeons und wieder zwei Dungeons und dann ist es durch. Zeigt das den fetten Fisch. Krass, dass man da eigentlich drauf kommen muss. Eigentlich so geht das Spiel, wenn man's weiß, schon im Fluss relativ normal durch. Aber wenn du das nicht weißt, dann suchst du halt die komplette Map ab und weißt halt nicht wo lang. Hier. Bitteschön. Dieser Brief ist von Prinzessin Ruto. Lass mich mal lesen. Lord Yabu-Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu-Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das doch hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt hier die Flasche, in der ihr sie befand. Ich werde bestimmt... Ich werde bestimmt gut... Ja, ich brauch die Flasche. Geil. Wer hat wohl den Sound gemacht? Wip. 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 Ist dein Plan genug, gell? Wip. 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 Canuli! Hallo Terrorbrezli, wie geht's dir? Alles gut? Oh yeah. Iiii, wie abartig. Eklig. Hallo Vicky, ich begrüße euch alle. Gruselig, also Zelda ist schon gruselig. Bitte nicht den Wal wecken, Königssohre. Der ist doch wach, der glotzt doch. Guckt mal, wie lange ich gebraucht habe, um zum Beispiel auf sowas zu kommen wie jetzt. Wie soll man drauf kommen, dass man hier einen Fisch droppt und der einen rein saugt? Du kommst vorher noch zur letzten Fee, wo war die? Ich hab frischen Kaffee, Kaffee tut Brezel gut, auch süß. Iigittigitt. Ich brauch jetzt mein altes Schildi. Willkommen im Ranzen eines fetten Wals. Ekelhaft. Ist das ekelhaft? Dafür halte das Gnu ja Lösungsbücher. Im See von Jabu-Jabu irgendwo am Rand. Weiß aber nicht genau wo. Diese Arschlöcher. Ist das ekelhaft hier? Erinnert mich irgendwie an Devil May Cry. Aus wie ein Arschloch. Hallo, Meck. Krudels. Wie töte ich die, ohne dass sie mir wehtun? Oh, hallo. Hey, du, wer bist du? Ich bin Ruto-Prinzessin der Zoras. Was? Mein Papi hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden so etwas bitten. Flaschenpost. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Papi hat Angst um mich. Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht mehr heim. Und du, verschwinde. Kapiert? Oh nein! Muss ich da jetzt hinterher? Du bist immer noch hier. Du bist ja schlimmer als eine Klette. Mir geht es gut. Schon seit ich eine kleine Zora-Prozessin war, laufe ich hin und wieder im Lord-Jabu-Jabu-Bauch herum. Aber Lord-Jabu-Jabu ist ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quellen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollen Stein, aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du verschwinde. Kapiert? Du machst dir echt Sorgen um mich? Dann wird dir besondere Ehre erteilt. Du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz. Okay, alles klar. Lass mal hier ins Arschloch gehen. Sorry. Kann passieren. Alles gut. Kann passieren. Kann passieren. Hau ab. Okay, lass dich mal hier. Mann! Hallo, kleines Gnuli. Hab ich so das Gefühl? Oh scheiße, jetzt schwimmen die. Oh Gott, zum Glück haben sie das beachtet. Komm schon, sollten wir nicht zu Prozessen ruten zurück. Ach, die ist wieder weg. Oh, leck doch am Arsch. Oh, leck doch am Arsch, es ist die weg. Ich brauche die doch bestimmt, oder? Nochmal? Hallo, Dodo. Nein, ich wollte doch da hoch. Ich müsste nicht Link vertrauen. Schmeiß die rum, ist mir wurscht. Oder muss ich da rüber? Ich glaube, ich muss da rüber, oder? Hä? Keine Ahnung, wo ich hergekommen bin. Muss mal gucken. So, ich glaube, da bin ich hergekommen. Yo. Ich nehme sie mal mit, für den Fall der Fälle. Wie unaufmerksam von dir. Tut mir leid, Weib. Komm mit. Lass uns laufen. Hast du diese Blubberblasen jetzt schon? Dann gehe ich mal kurz hier rein. Das ist ein Klassiker aus eines der besten Games gewesen und ist es auch immer noch seit Zelda. Das hat damals so viel... so einen großen Hype gehabt. Das war eines der meist gekauftesten und gespielsten Games damals. So geil, das Game. Wow. Für dich Arsch bin ich jetzt hierher gekommen. Okay, wahrscheinlich für eine Skulptula. Ich höre es schon. Ist das euer Ernst, Leute? Ach nee, nicht schon wieder für so einen Sack. Hey, ich mache das nie wieder. Das ist wieder so ein Bauer, der mir irgendeine Scheiße andrehen will, die ich wahrscheinlich auszusehen kaufen werde, weil ich mich wieder verdrücke. Das ist Lord Yabu-Yabu's Bauch, ganz genau. Nein. Piss dich. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Oh, wo kommt denn das her? Hallo? Hä? Kommt da einfach was hochgefahren. Ich glaube, jetzt bin ich wieder hier am Anfang, kann es sein? Ach, lass mich doch. Ja, ich bin wieder am Anfang. Okay. Stress in der Periodenrutsche. Oh ja. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter. Und nehmen die Olle mal mit. Wie unachtsam von dir. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Voll die kleine, verwöhnte Göre, ey. So, rein hier. Ich brauch dich doch bestimmt für irgendwas. Ih, was ist denn das abartiges? was ist denn das abartiges? Was ist das abartiges? Kann ich das auch nicht nach unten lenken? So. Hä? Was muss ich denn da machen? Das ist wie ein Tofu. Aua. Kann ich da noch nicht hin, oder wie? Ich habe gerade außerdem einen Huhn geschlagen. Oh nein! Weiß jemand Bescheid? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Habe ich irgendwas? Die Bomben gingen ja nicht. Vielleicht die Steine auf das Teil lenken? Warte, ich gucke noch mal kurz, ob es hier nicht irgendwas gibt. Ach, jetzt ist die wieder da oben. Ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter, oder? Kriege ich die? Ah, ich kriege doch später hier einen Bogen, oder? Ich glaube, ich muss die da eh erst mal sitzen lassen. Ich kann jetzt gar nichts mit der machen. Nee, wir brauchen die nicht. Ich gehe mal weiter. Ich kann die gerade echt nicht gebrauchen. Wir brauchen Bumerang, alles klar. Dankeschön. Mann, hat der viel Würmer scheiße. Der ist ja richtig verseucht, der Typ. Okay, dafür brauche ich die. Ich muss die jetzt aber erst mal hochkriegen, irgendwie. Hier ist auch, okay. Das kann ich aber öffnen. Schalter, sieht so aus. Ah, okay, ich bin zu leicht. Also dafür brauche ich die, okay. Das heißt, ich muss die jetzt irgendwie hochkriegen. Ja, ich brauche leider Ruto dafür, ja. Okay, dann gehe ich mal runter. Au. Oh Mann, ihr Arschlöcher, haut doch ab. Ist ja super ätzend. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Mann, jetzt muss ich nochmal hoch. Hm. Hm. Ja, ja, ich gehe ja schon zu der. Alten. Oh nein, nicht da runter, hier runter. Ja, 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 ja. Ich nehme doch mal an, ich muss mit der hier rein, oder? Aber hier war ich ja schon, hier war ja nichts. Das heißt, ich muss irgendwo hier weiter mit der. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich muss doch den Bumerang hier irgendwo davor finden, oder? Kann ja sonst nirgendwo anders hin. Und die andere Tür war ja von Arsch. Ups, sorry. Doch, das stimmt. Also hier geht ja nicht. Okay, also doch da hinten hin, sagst du? Da komme ich jetzt aber nicht mehr hoch. Muss ich die Scheiße nochmal machen. Doch, das stimmt. Okay, echt? Ah, danke schön. Ich weiß, wie es weitergeht. Dankeschön. Ja, 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 ja. So. So, da Lele, dann. Dankeschön für den Hinweis. Die kann da nämlich hoch. Können mich gerne leiten, wenn ihr wollt. Nein. Hoch mit dir. Nein, ich wusste es! Du Drecksblase, Mann! Du elendige. Scheißblase. Hoff, du bist aus einem ganz ekligen Arschloch gekrochen. Na, gerne doch fahren. Schön, dass du da warst. Hat mich voll gefreut. Na, süß. So, danke schön. Moment mal, hier war ich doch vorhin schon. Das bringt mir ja so gesehen gar nichts. Ach so, jetzt komme ich mit der hoch. Ah, alles klar. Ich habe nichts gesagt, wie sie guckt, so. Alles klar. Dann lass mal hier weitergehen. Ich habe Hunger, Leute. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Ich werde nicht satt. Es ist bloß nicht runterfallen. So, jetzt kann ich mir überlegen, wo ich langgehe. Ich gehe mal hier lang. Und lass sie da mal sitzen. So, Madame, du darfst hier sitzen bleiben, auf diesem Eiterpickel. Viel Spaß. Ich gehe da rein. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, da kann ich nichts machen, weil ich brauche noch einen Bumerang. Oh, nach... Ah, ja, ja, komm. Hock die hin. Der arme Link, ey. Denkt sich auch, er wäre am besten nie aufgestanden. Oh, Mann. Ja, ja. Yeah. Komm raus, du Sau. Kriege ich jetzt was? Oh, ja. Ich glaube, da ist mein Bumerang drin, Leute. Gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn, gib ihn, gib ihn mir, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Der Bumerang. Damit kannst du perverse Dinge tun. So, dann rüste ich mit denen direkt mal aus, dem Bumerang, weil der geil ist. Wo ist denn der Bumerang? Ich würde mir den gerne ausrüsten. Und zwar auf hier. Geilo, komm mit, Vibe. Ich mache jetzt was ganz Tolles. Also, ich glaube, da stand er nicht so gut. Dankeschön, Leute, für eure Hilfe. Und wie gesagt, nochmal Dank an jeden Einzelnen, der zum Treffen gekommen ist. Hab mich so gefreut. Ich hätte echt nicht mit so vielen Knus gerechnet. Vielen, vielen Dank. Wir haben den Laden gerockt, Leute. Wie machst du, dass man den Hintergrund nicht sieht? Ich habe ein Greenscreen hinter mir. Komm her, du Lappen. Was hat der eigentlich für Dreck in seinem Ranzen? Ekelhaft. Starkie, Pico, wie süß. Vielen, vielen Dank. Uns auch. Oh, wie lieb ihr seid. Wann kommst du nach Wiesbaden? Sag ich euch Bescheid. Du hast diesen Auftrag komplett ignoriert. Du solltest sie vorher zum Ausgang bringen, dann beschwert sie sich auch nicht. Ach so, ja, stimmt eigentlich, gell? Karl, ich brauche ihren Body noch. Madame, ich brauche deinen Körper noch für andere Dinge. So, ist es jetzt? Ja, ist jetzt offen. Cool. Der rote, schleimige Ding ist fort. That's what she said. Lass dich hier mal weg, weil ich glaube, ich muss das hier jetzt alles wegmachen. Und zwar habe ich Zeitmangel. Warum läuft hier eine Zeit ab? Yeah, eine Kiste. Und ich bin drauf. Auf der Switch? Oh, ich habe da jetzt schon zu viele Freundschaftsanfragen. Heute kommt kein Fortnite, nein. Wenn du Fortnite sehen willst, dann guck auf meinen Kanal, da kommt ein Video. Da kam ein Video. Wow, der Kompass hat sich jetzt voll gelohnt. Okay. Komm mit, Vibe. Wir haben noch einen langen Weg für uns. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Hier ist noch zu. Oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier war ich drin, oder? Ja, hier war ich. Hier war ich. Hau ab. Oh Mann, ihr Lappen. Echt. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. So, jetzt. Äh. Komm mal ran hier jetzt. Die Dinger nerven gerade einfach nur. Die muss ich jetzt erstmal wegmachen. So, hier geht es schon mal nicht lang, weil hier das blaue Ding ist. Hier geht es... Hier sind zwei Wege. Ach, hier sind zwei. Okay. Wurde mir das YouTube-Video nicht angezeigt? Gute Frage. Willst du das neue, zukünftige Zelda-to-release streamen? Ja, ich denke, ich werde schon mal auch die großen Sachen spielen, aber Ausnahmen nur. Also gerade wie Zelda oder sowas. Aber so lange Spiele sind eigentlich dann eher schon schwieriger, würde ich sagen. Das war schon offen, ne? War das schon offen? Ja. Ich blicke gerade nicht so durch, wo ich schon war und wo nicht. Hier war ich noch nicht. Yo. Dann aktiviert die Glocke. Genau, Leute. Endlich kann ich die kaputt machen. Yeah. Stirb. Standardskill finde ich sehr nett. Ich kenne ihn ja so jetzt noch nicht wirklich persönlich, aber sowas, was ich von ihm mitbekomme, finde ich ihn nett. So, jetzt müssen wir noch gucken, ob hier irgendwas weggegangen ist. Ich check das gar nicht, ob hier irgendwas schon... Es ist nämlich gelb. Ich habe... Man sieht es auch gar nicht auf der Karte so wirklich. Also hier war ich schon. Alles klar. Welchen Zelda-Teil am besten? Also ich muss sagen, bei Ocarina of Time bekomme ich halt echt Nostalgie. Das ist halt Nostalgie pur. Hm, wobei... Schwer, kann ich irgendwie echt schwer sagen. Ich fand auch Twilight toll. Ich fand Wind Waker toll. Ich fand Ocarina und Majora's Mask geil. Was ist denn euer Lieblingsteil? Breath of the Wild, die hatten alle so ihren Charme irgendwie, finde ich. Oder war es vielleicht doch hier? Oder war das vielleicht unten? Kann es sein, dass ich unten... Ah, oben. Genau oben war doch jetzt was. Muss jetzt zurück. Da war doch ein grüner. Ich habe jetzt hier alles fertig. Ich habe fertig. Da war doch hier so ein grünes Ding. Und das ist ja jetzt weg. Und das war hier. Yes. Moment, madame. Gott. Mann. Yes. Gewitter im Kopf habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, um ehrlich zu sein. Da ist er. Danach habe ich gesucht. Prinzessin Ruth hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruth? Das stimmt allerdings. Bin ich froh, endlich der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Jabu-Jabu gefüttert habe, hat er Wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hatte er mich den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Ja. Tschau. Ih, was ist das denn? Ein Oktopus. Okay, scheiße. Oh, hi. Ich hasse dich. Ah, ich muss ja ein Arschloch treffen. Da war doch was. Mann, wie geht denn der Sack nochmal? Wieder den Arsch. So, jetzt schön rein ins Arschloch. Boah, du Sack, ey. Der ist ja richtig nervig. Der ist ja richtig nervig. Oh, komm her, du Sau. Ich hole mir dein Arschloch. Swiggy. Ich hole dir. Swiggy de Swoozie. I'm coming for that booty. Hallo, Röhrie. So, jetzt holen wir uns. Smoggy. Schnake. Schnake. Moskito. Moskito. Nein. Oh, sag mal. Wie viel hält denn der aus? Moskito. Nein, Moskito. Hilfe, ich will nicht. ich bin grad voll durcheinander wegen der scheiß schnake weil die mich gleich stechen wird weiß es sag mal kannst du ich glaube der stirbt jetzt endlich so was sagt man aber nicht sorry ich bin auch keine lady in den bauer ich wollte ich wollte noch meine herzen einsammeln die ich mir verdient habe oh hallo komm her link kannst du anvisieren danke schlaft schön alle die schlafen gehen oh gott die wird jetzt stechen leute ihr werdet live dabei sein wenn ich gestochen wird das ist voll eklig irgendwie die zelle der mangas ne du bernie hat du ach ja was bei dem sich nicht alles bewegt so sehr interessant ohne da brauche ich sie wieder okay es heißt aber wir sehen sie wieder die zicke das kann ich nämlich unten auch dieses komische schwabbel dings da aktivieren es ergibt alles einen sinn jetzt kann ich mal hier runter und holen wir das schwabbel ding hier drin ach so ich muss hier gar nicht hin und spektakulär oh nein mist dachte ich muss hier hin ah du aha ihr schlauer lies dankeschön finn der schrei beim kämpfen ist nach jahren immer noch derselbe dasselbe feeling das stimmt allerdings das stimmt allerdings agar da fehlen der tonight's gonna be a good night der tonight's gonna be a good night ihr seid so schlau knullis ihr seid so schlauer lässt aber ich muss dich da stehen lassen zu glück gibt es da zwei kisten lass mich navi die lille lille hey jetzt aber lass mich i don't need you hast du diese ekelhaften quallen arschlöcher du ekelhafte sau komm her ich mach dich so fertig so ach so das sind auch noch gegner oh man zelder 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 teil kann ich wie gesagt gar nicht sagen es gibt so viele die ich mag du dumme sau komm her die lille hier ist noch irgendeine skulptura oder wo ist die sau die macht mich verirre ist hier irgendwo da ach mir doch wurscht ach da ist sie oh man ganz schön undankbar muss noch das gameplay von evil within angucken so süß der gnupapa hat sich glaube ich auch schon fast ganz angeschaut er schon voll weit galaxy s 9 oh nein was kommt jetzt oh no oh no was barinade was das ist schon der endboss what the fuck sieht aus wie ein herz also ich wusste nicht dass es so schnell geht oh scheiße link verliert jetzt bitte nicht die nerven man warum visiert der nicht an verdammte scheiße oder Nein! Nein, ich will nicht sterben. Ah! Ah! Im Himmelswillen! Yes! Huh! Link gegen Gebärmutter, wer gewinnt! Wenn ich... Da-da-da-da-da-da-da! Hallo Outgame! Wie geht's dir? Schön dich zu sehen! Eine Woche in der Türkei? Geil! Da geht's für mich auch noch hin! Oh! Oh! Ja, gerne Benni! Kannst du mir dann gerne mal zeigen! Du, du bist spät dran! Warum hat das so lange gedauert? Oh mein Gott, du bist eine ziemlich lahme Ente! Na gut, ich hab mich ein bisschen einsam geführt, das ist alles! Aber nur ein bisschen! Oh mein Gott, die schaut echt nicht gut aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du, du bist annehmbar! Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen! Na na, egal! Du hast mich gerettet! Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben! Was möchtest du? Sag's mir! Ich möchte den Heiligen Stein! Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Zora, Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet! Das ist so eine Art Verlobungsring des Zoras! Also gut! Ich geb dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora, Saphir! Äh, Fisch und Mensch sollten sich nicht kreuzen! Das kennen wir von Shape of Water! Wie schnell der Dungeon ging! Halleluja! Die Zora, Saphir, von den Zoras wurde dieser Heiligen Stein des Wassers übergeben! Herzlichen Glückwunsch, du heiratest jetzt einen Fisch! Jetzt schnell zur Prinzessin Zelda! Von der einen Prinzessin zur nächsten! Sag's bloß nicht meinem Papi! So, jetzt gucken wir mal, wo die Fee ist! Jo, jetzt bin ich schon wie man versprochen! So schnell kann's gehen, Leute! Seid ihr euch sicher, dass es hier schon zur Fee geht? Ah, da hinten! Nice! Zum Fantreffen eher nicht, nee! Wirst du mal Just Dance aufnehmen und bestimmt wird lustig aussehen! Ja, ist ne gute Idee, kann ich echt mal machen! Tö, 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 tö! Ich hab keine Bomben, Mann! Scheiße! Kacke, wie komm ich jetzt am Bomben? Oder war das da hinten? Ah, das war da hinten. Da war es. In der ganz auffälligen... Wie süß der noch schwänzelt, der lebt noch. Voll die Tierquälerei eigentlich, der hat ja gar keinen Platz. Hallo Mama, I'm back. Hallo Nui, grüße dich. Hier war das, oder? Aber da komme ich jetzt noch gar nicht hoch. Kann ich das jetzt sicher schon machen? Hm, ich brauche Bomben. Sonst geht hier gar nichts. Okay, ich brauche eine Bombe. Vielleicht sind die ja so nett und haben hier welche für mich. Ich will nicht nochmal in deinen Maul, auch wenn es dir gefallen hat, aber... Ich bin so glücklich hinten rausgekommen. Nee, gibt's keine Bomben. Ich mach das später. Ich hab jetzt... Willst du zähl da? Aber dann bin ich ja erwachsen, ne? Stimmt. Kann man sich unten bei den Zoras Bomben kaufen? Dort steht die da auch noch um. Ich weiß echt nicht, wie er drauf kommt, dass ich jemanden von euch gezielt ignoriere, Leute. Ich ignoriere niemanden. Nur schreiben halt so viele Leute, dass ich nicht auf alle eingehen kann. Er hat keine Bomben, Mann. Er hat einen Drecksladen. Nun, mach mal einen Anschaufschluss. Ich will doch... Mann, wieso habe ich keine... Kriege ich denn jetzt scheiß Bomben her? Oh, Link, ihr habt so... Also Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Wow, mehr hat er nicht zu sagen. Egal, ich gehe jetzt zu Zelda. Das dauert mir zu lang. Wuhu, erstmal ein Körper und Schädeldecke aufklatschen. Gnu geht in den Aldi und fragt, haben sie jetzt zufällig ein paar Bomben? Genau. So, Leute, auf zum Schloss. Das hätte niemand überlebt, den Sprung. Ich glaube auch nicht. Vor allem nicht mit dem Körper. Da komme ich eigentlich auch noch gar nicht lang, ne? Eigentlich erst, wenn ich erwachsen bin. Ich kann mit meinem Pferd drüberspringen. Wie groß das eigentlich ist. Abartig da oben. Doch, den Sprung überlebt man, glaubst du? Ja, genau. Für Nintendo DS, glaub ich, war's. No, gerne schön, Endrick. Gerne schön. Sehr gerne, Endrick. Nicht gerne schön. Wer läuft denn da? Bei Nacht. Hey, du Oller. Redest du schon mit mir? Okay. Dann nicht, ciao. Klippenspringer gibt es, ja? Ja, voll verrückt. Das würde ich nie machen. Klippenspringer, ey. Zelda, wir kommen. Bist du musikalisch begabt? Ja. Also nicht singen, aber... Ich konnte oder kann eigentlich sehr gut Keyboard spielen. Beziehungsweise habe ich das sehr schnell erlernt. Ich kann auch sehr gut zeichnen. Ich bin also schon kreativ. Deswegen habe ich ja auch meinen Job als Grafikdesignerin gemacht. Und dann noch studiert für neue Medien. Weil ich kreativ da eigentlich schon immer ganz fit war. Bumm. Zelda, nein! Man kann die weit werfen. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferdgesee haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst, du Narr? Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudus. Wo sind die ganzen Wachen? Wo ist überhaupt irgendetwas? Schlaf gut, Tomato. Lol, Entgicker. Du, 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 du. Yeah. Es wäre nie was passiert, so. Du, 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 du. Ach, jetzt Link. Ach, jetzt Link. Die Ocarina der Zeit, die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königreichs. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Link, nun, da du die Ocarina an den Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Ich hab mich so beeilt, ey. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Dankeschön, Vicky. Wohl an, Link. Spiele diese Melodie in der Zitanelle der Zeit. Vor dem Zeitalter beschütze das Triforce. Triforce oder Triforce? Ich bin mir nicht so sicher. Willem? Eigentlich muss Super Mario heißen, denn er kämpft sich nun nur um sie wie diese... Ja, das stimmt eigentlich. Stimmt. So, Leute, jetzt geht's ab. Kein Juckz, dass die irgendwie abgehauen ist. Keiner weiß es, dem Vater juckt es nicht, niemand weiß es, alles klar. No, Dankeschön, GamerPro, vielen Dank. So, Leute, jetzt genießt die letzte Zeit dieses schönen Anblickes hier. We wish you a merry holiday. Schaut euch das an, Leute, wie schön das hier alles noch aussieht. Und auf in die Zitadelle der Zeit. Triforce, okay, alles klar. Triforce. Was ist denn das Gruseliges hier? Iiih. Richtig spooky. Okay, ich glaube, hier muss ich spielen, Leute. So. So. Yes, Baby. Was hab ich denn getan? Was soll denn sein? Schlaf gut an all die Schlafengehen. Die, 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 die. Yeah. Ich bin echt erschrocken, wie schnell der Lord Yabu-Yabu ging. Kommt noch, aber ist nur traurig, wenn man die Manga auch gelesen hat. Echt? Link ist das nicht! Was ist das? Oh, die legendäre Klinge. Von Braun. Das Masterschwert. Lass mal dran ziehen jetzt. Epische Szene, Leute, genießt es. Echt unvergessliche Musik. Finde ich auch, Killer Hunter. Ha, ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Scheiße. Ich muss dir danken, Kleiner. Link! Mach auf, Link. Du bist der Auserwählte. Sag dir mir jetzt schon zum zehntausendsten Mal. So, Leute, alle, die das Spiel nicht kennen, kriegen jetzt gleich einen Schock. Wir sind eine Frau. Oh, da ist ein Kartoffelsack. Ich bin Rau, eine der Weisen. Wir haben die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Master-Schwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitfeld gezogst, öffnet das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschrick nicht. Schau dich an. Oh yeah. Wir sind jetzt erwachsen. Und haben eine Strumpfhose an. Sieh, oh Link, du bist gewachsen, du bist älter geworden. Die Grafik früher war der Shit, ja, das stimmt. Das Master-Schwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Mir hat der Link mit der schlechten Grafik besser gefallen. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfeld zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für sieben Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Zeit zurückkehrst und deine Mission vollendest. Hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelsten Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichtes an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweiterte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen bleibt erhalten. Wenn die Kraft jedes der sieben Weisen wieder geweckt wird, kann man den Amulett, die Macht des Bösen, in Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Bist du als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht, geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Seht ihr, Leute, als Kind ist noch alles unbeschwert und kaum seid ihr erwachsen, gibt es tausend neue Aufgaben. Deswegen chillt euer Leben. Du hast einen Keks erhalten. Ist sie mit bedacht. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Sonst was? Ich kenne euch doch alle gar nicht. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Der macht's auch einfach. Zitadelle der Zeit. Ich muss duschen, aber es ist gerade so spannend. Hallo, Brutzelroyal. Wir sind erwachsen. Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit, aber sind wirklich sieben Jahre vergangen. Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr verwenden. Los, lass uns gehen. Traurig. Das Schwert ist auch mitgewachsen. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weil jede Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den fünf Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohen Berge, einer in tiefen Seen, einer in der Städte des Todes und einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit den Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen und der Welt den Frieden wieder zurückgeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shikar, überliefert wurde. Ich bin Shik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Shikar an. Wahrscheinlich, wahrlich, du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Und ich habe einen Ohrring. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den fünf Tempeln und befreie die dort eingesperrten fünf Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann ich den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, dass dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? Ja. Ich muss zum Grab. Ist sie jetzt weg? Ich bleib da stehen. Das Mädchen... Bist ja voll klein. Ich finde, dein Arsch ist aber super. So. Okay, wir müssen nach Kakariko, Leute. Und jetzt haltet euch fest. Denn nichts ist mehr so, wie es mal war. Wie langsam ich laufe. Es ist alles kaputt und hässlich. Alle Leute, die hier gelebt haben, sind jetzt tot. Niemand ist mehr da. Nein, die sind alle geflohen in andere Dörfer. Schaut euch mal an, wie schön das jetzt hier alles aussieht. Haut ab. Alles kaputt. Alles Kacke. Alles ist für'n Arsch. Das passiert, wenn ihr wachst und groß werdet. Nein, Spaß, Leute. So, ich geh jetzt kurz nach... Ich glaub, ich geh da hin und hol mir erst mal, was mir zusteht. Und zwar mein Pferd. Wie langsam er läuft, so voll entspannt. Ah, ich fand den alten Link mit der alten Grafik besser. Der war irgendwie wendiger, schlanker und sah irgendwie anders aus. Das wird die Stadt der Gnus. Ist jemand aufgefallen, dass ich dieses Spiel kaum Ladezeiten habe? Na, da hast du recht. Ein Pferd? Ja, eine Ipona. Mein Pferd. Das kleine Pferdchen, was ich doch damals mir zugezogen habe. Rad und ich hab nicht mal ein, äh... Ich hab nicht mal einen Ventilator hier. Das ist ganz böse. Hallo! Wieso haben die ein Bild vom Garnandorf? Sind sie die pervers? Ach so, stimmt. Er verehrt den ja. Ja, stimmt. War süß. Zockst du heute? Fortnite? Nein. Hallo, Alin. Grüße euch alle. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt heute. So. Leute, wir holen uns unser Pferd. Wuii. So, du Spacko. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon und die Farm betrogen. Aber, das ist lächerlich. Talon hat alles untergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basel, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsident überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Pferd Biene lasse ich dich reiten. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nein. Die Farm dankt. Haha, okay. Holen wir uns unser Horst. Warte, wir holen uns unser Horst. Wo ist ein Epona? Hymne? Eponas Lied. Okay. Äh. A, X, Y, alles klar. Hui, wui, wui. Hui, wui, wui, wui. Komm her. Ja, du hast ja einen Fashionhaarschnitt, Alter. So. Willst du absteigen? Nein, will ich nicht. Halte dich schon mal irgendwo gesehen. Setzt du die Vielfassung ein und kannst... Okay, alles klar. Willst du jetzt schon... Nein, ich will reiten. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt über die Ziele reiten, glaube ich, oder? Oh, scheiße, Epona. Epona! Epona, mach keinen Scheiß, Alter. Komm, spring. Ja. Spring, Alde. Spring. Los. Gib alles. Sehr gut. So. Kannst du, dass ich sie jetzt ansprechen muss? Sprich mit mir. Du reitest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Pobine. Oh Gott. Ich komme gerade vom Schwimmbad. Oh Gott, genieße es. Oh Gott, Leute. Ich hasse den Typen, ne? Ich habe das erste Mal, als ich diese scheiß Mission hier gemacht habe, habe ich geheult. Weil ich es nicht geschafft habe. Weil ich es nicht geschafft habe. Weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe das scheiß Pferd nicht bekommen. Wie lange denkst du, würdest du das ganze Game brauchen? Ich denke, insgesamt neun bis zwölf Stunden. Vermaledeit! Ich hoffe nur, der mächtige Ganendorf erfährt dich von dieser Demütigung. Hey du, wie war es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das Pferd dir. Ich habe nicht mal ja gesagt. Das sind ja nicht so lustige Sachen aus deiner Kindheit. Na gut, das war gestern. Der ist ja voll, ich sage jetzt nichts, ich sage nicht, dass er schlecht ist. Aber eigentlich ist er voll schlecht. Ein verprügelt aus seinem Pferd übel. Oh oh, oh oh, meine Früchte sind aus. Nein, Nippo, nein, hol dich! Nippo, nein! Oh Gott, nein! Boah, das war jetzt aber knapp, du. Holalalala. Geil, ich habe gewonnen! Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganendorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit! Nun gut, so sei es, denn ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihm nicht verlassen. Das ist ne Sie. Fick dich und halt's Maul, Onkel Fick. Oh nein, Spaß, sorry. Oh Gott, ist das warm, Leute. Ich sterbe. Hier habe ich auch ewig gebraucht. Wie sollen wir denn da drauf kommen, dass die Epona da gar nicht drüber springen kann? Ich glaube, mit dem Pferd ne Bindung, das stimmt. Ich kann da nämlich ernsthaft drüber springen. Wie kommt man denn da drauf? Also, ich habe da echt ewig gebraucht. Ja, jetzt das letzte Mal, dass ich so springen kann. Geil, Mann, wir haben ne Pferd, wir sind voll mobil. Geil. Lustig, frag, kannst du reiten? Ja, ich bin früher geritten und das ist jetzt keine zweideutige Frage. Ich kann reiten. Oh, guck mal, wie episch mit dem Mond. Und zwar auf Pferden. Bei mir ist das Gesicht warm, bei mir ist es voll warm. Hallo, Kalle. Hallöchen, Gnusdorter. Ich begrüße Sie recht herzlich. Hallöchen, Gnusdorter. Ich war, glaube ich, nur einmal auf einem Pferd. Echt? So, Leute. Oh, ich schwitze so ekelhaft. Mir ist 40 Grad, es ist so warm in Stuttgart. Es ist fürchterlich. Es ist widerlich. So, Leute, hier hat sich natürlich auch alles verändert. Eventuell könnt ihr es nicht sehen. Doch, ihr könnt es sehen. Ne, ihr könnt es nicht sehen. Egal. Es ist alles dunkel und düster. Hallo, Gnusdorter. Niemand ist da. Aber wir holen uns jetzt etwas, was wir brauchen. No, dankeschön. Katja. Ich habe eine Strumpfhose an. Stimmt, wir gehen ja nachher in den Feuertempel. Das passt ja wirklich perfekt. So, irgendwo hier ein Kakariko finde ich doch. Ich habe voll Angst gehabt früher vor den blöden Geistern. So, ich muss jetzt irgendein Grab öffnen. Kannst du mich bitte mal angreifen, du Arschloch? So. Oh. Du hast deinen Geist besiegt. Willst du ihn in der Flasche aufbewahren? Du hast dein Ehrlicht gefangen. Wofür bringen wir? Was bringen die denn nochmal? Sag mal, ist das Programm von Controller offen? Ja, wieso? Ja? Nö. Aber irgendwie funktioniert es ja trotzdem. Ich hatte letztes Mal auch nicht offen. Es funktioniert ja alles. Du Arsch. Du lebst in Stuttgart? Ja. Ich lebe in Stuttgart. Majors Mest spielen wir natürlich auch noch, Leute. Du hast den Ehrlicht besiegt. Ja, ich packe euch alle eine Flasche rein. So, muss ich hier nicht nochmal was spielen? Ich glaube schon. Und zwar... Aber wo war noch... Ach, hier muss ich einfach hier rein? Ne, ich muss das Grab von Boris finden. Kann das sein? Königsgrab. Ne, da war ich ja schon. Geht doch gar nicht auf, oder? Doch. Ah, das ist nicht das. Hallo, Selix. Kennst du die Losers? Loser-Koeffizient? Ja, die habe ich tatsächlich... ...auch bei einem Event mal kennengelernt. Ich glaube, ich muss Boris sein Grab finden. Mann, nur Scheiße hier. Du Arschloch, komm her. Mach dich alle. So. Hallo, Pizza Boy. So, ich gucke mal kurz. Ob... ...ich das hier in dem Grab finde. Des toten Gräbers Tagebuch lesen. Wer immer dieses liest, der möge mein Grab betreten. Ich gebe ihnen meinen langen Schatz. Ich warte, Boris. Ja, jetzt muss ich alle öffnen, alles klar. Oder kann ich auch die Gräberle lesen? Ne? Steht da nichts mit... Hier. Okay, ich muss einfach random die öffnen, okay. Finden wir mal das Grab von Boris. Und finden nur Scheiße. Nervt mich nicht. Final Fantasy liebe ich, ja. Ich habe auch schon den 7er Remake anspielen dürfen. Nein. Oh, hier geht's rein. Vielleicht haben wir den Boris gefunden. Leute, Leute, das kann schon auch sein. Sieht aber nett nach Boris aus, du. Da brauche ich Bomben. Die habe ich doch. Ich habe doch Bomben. Warte mal, da muss doch irgendwas... Irgendwas ist hier doch im Busch. Ich bin doch nicht blöd. Oh nein, ich habe immer noch keine Bomben. Ach, Arschlecken, Mann. Leute. Ich habe immer noch keine Bomben, verdammte Kacke. Aber ich glaube, das war nicht hier das Grab, oder? Sag, dass es nicht war. Ich glaube, vor dem Grab sind Blumen. Ach, echt? Oh. Achso, dann ist es doch tatsächlich das. Kacke, ich brauche Bomben. Warte, hier könnte es auch sein. Warte mal. Oh ja, Link jetzt. Verpiss dich, bitte. Du unnötiges Stück. Scheiße. Hau ab jetzt. Ich will das Grab öffnen. Du Arschloch. Mann, du dumme Sau. Komm her jetzt. Ich hasse dich, du hässliches Schwein. Warte, ich mache den jetzt richtig fertig. Ja. So. So, gucken wir mal, hier hat es auch Blumies. Gucken wir mal, ob er hier drin ist. Du musst nur Gräser kaputt machen, um Bomben zu finden. Ah, ich habe ihn. Geil. Hey, hey, Junge, bist du gut zu Fuß? Sieh vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns mal eine Wette laufen, wenn du dir das zutraust. Nein. Hasse dich. Oh, du scheiß Drecksflammen, ja. Oh Gott. Ich habe dieses Level gehasst, ne? Das ist, weil ich darf nicht in die Flammen laufen. Darf nicht in die Flamme laufen, Leute. Ich hasse dich. Du dumme Sau. Genau deswegen hasse ich den Typen, ey. Du blöde Sau. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Genau deswegen hasse ich den Typen. Der Link joggt auch nur so lahmarschig, ne? Der joggt ganz entspannt. So, ich hole mir jetzt meinen Schatz, du alter Sack. Okay, ein bisschen schneller bitte, Link. Der bescheißt, ne? Oh Gott, nicht runterfahren, Link. Bitte, danke. Ja. 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 Yes, Mann. Hallo. Die Zeit beträgt 1,14. Hey, Junge, du bist gut zu Fuß. Zur Belohnung werde ich dir einen... Ah, einen Fangharten bekommen. Geil. Her damit. Yes, Mann. Geil. Wir haben einen Fangharten. Letzte Zelda-Stream, den du noch nicht auf deinem zweiten Kanal, der noch kommt. Äh, ja, weil ich spiele es erst komplett durch und dann kommt es in einem. Das heißt, wir spielen es erst durch und dann kommt das Video. Also nächste Woche, Freitag, werde ich es euch hochladen. Hallo, äh, Hey, Darius. Grüße dich. Genau, das heißt, dann kommt, äh, das für euch. Erst, wenn ich es komplett durch hab. Geil, Leute. Soll ich mal kurz gucken, wieso der Controller nicht offen ist, Likey? Ich versteh's nämlich selber nicht, wenn ich den hier öffne. Dann öffnet sich der Schnitt. Aber spielen kann ich ja trotzdem. Gut. Jetzt hab ich das Spiel beendet. Ich war ein bisschen nervös. Ah, ich hab ja gespeichert. Zum Glück. Du musst oben in den Ordner. Hab ich den Enter? Ja, ich hab den Enterhaken. Ich muss oben in den Ordner. Ja. Und dann? Den. Ah, okay. Jetzt ist er da. Super Sache, du. Ah, super. Danke schön. Nicht vergessen, in die Windmühle zu gehen. Ah, stimmt. Stimmt. Ich muss jetzt eh erst mal... Ja gut, ich geh mal in die Windmühle. Was machen deine Hunde, Gnumami? Oh, die schwitzen und sterben. Die können ja nicht schwitzen, aber die... Den ist auch ganz fürchterlich warm. Soll beim Laufen auch angenehmer sein. Ja, viel angenehmer. Oh, smooth. Smooth, Mann. So, wir holen uns noch kurz... Aber es ist jetzt eh dunkel. Vielleicht wird's ja gleich Tag. Ansonsten kann ich auch Tag machen. Ich könnte gar nicht auf dem schwarzen Stuhl sitzen. Scheinlich ganz in Ordnung. Dann mach mal schnell hell, dann geh ich zu... Obwohl, der Typ ist eigentlich immer da. Knus, streamst du gerade nur auf Twitch? Ja, weil da kam ja ein Video auf YouTube, das ihr euch gerne anschauen könnt und gerne einen Daumen nach oben geben dürft und einen Kommentar hinterlassen dürft. Das dürft ihr alles machen. Dente, vielen, vielen Dank für deinen Host. 54 Zuschauer. Dankeschön, wie geht es dir? Ich hoffe, dir ist es nicht so warm wie mir. Das ist gerade fürchterlich. Mein Hund musste zum Tierarzt. Warum denn das? So, rein da und die Köte stirbe, du. Das sieht so pervers aus. Ich werde nie vergessen, was vor sieben Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, dann kann er was erleben. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Was? Du bist jetzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor sieben Jahren. Damals kam so ein Ratten-Gesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt und das alles durcheinander gebracht. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hallo Wolfgull, Hallöchen, Horst. Du-du-du-du-du-du-du. Du hast die Hymne des Sturms gelernt. Da oben ist ein Container, den will ich unbedingt haben. Ich will den Container, 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 da muss ich glaube ich von oben kommen. Horrorhuhn. Ich gehe jetzt in den Wald, Leute. Leute, wir gehen jetzt in den Wald. Da kommen doch alle Ründer, ne? Ich hole mir jetzt mal Bomben irgendwo. Vier Tage hintereinander hitzefrei, das ist edel. Ich will Bomben! Gib mir Bomben! Immer gerne, liebes Gnum, mir ist trotz Klimagerät saumäßig warm, ansonsten geht es mir gut. Dankeschön, mir geht es auch gut, ich schwitze auch wie ein Schweinchen. Obwohl Schweine schwitzen nicht. Ja, aber es ist schon... Dankeschön! Leute, guckt gerne bei den lieben Dente Games vorbei. Er ist ein Streamer. Ich glaube, du machst keinen YouTube, oder? Aber er streamt regelmäßig. Sehr, sehr nett. Gerne vorbeischauen. Letztes Jahr auch der Gamescom kennengelernt. So, Leute, jetzt geht's los zum Cocorico Volt. Da greifen mich ja diese blöden Horror-Kids an. Ich will Bomben! Mir ist aufgefallen, dass ich auch Schnuggi sagen kann. Muss ich mir Sorgen machen? Was? Hallöchen Maschungja! Hallöchen Sarah! Ich kann da nicht rein, oder? Nein. Navi, lass mich doch einfach mal in Ruhe, ey. Lass mich doch einfach mal machen. Sieht so schön aus. Du brauchst keine Bomben, du bist eine Granate. Haha, Lena! Oh, hier hat sich auch einiges verändert, ne? Okay, das wusste ich gar nicht, dass hier auch... Deswegen sind auch keine Kids mehr draußen. Okay. Äh, hinter dir bitte, Kerle. Kerle, hinter dir, verdammt. So. Ich hab schon das Master Sword, ja. Das ging echt schnell. Also ich hab das als Kind echt nicht so schnell in Erinnerung gehabt. Wir haben, glaub ich... Innerhalb von drei Stunden waren wir erwachsen. Oder innerhalb von zweieinhalb schon. Ich weiß, Hauptsache in jeden Drecks-Teich hier irgendein Tier reinschmeißen. Sind alle weg, die Kinder. Keiner mehr da. Wenigstens im Laden. Ja, geht doch. Willkommen! Keiner redet drüber. Es gibt keinen. Keine Bomben, Drecksladen. Ich hoffe, ihr geht pleite. Okay, ich hab keine Bömmchen. Genau, verpiesel dich. Na gut, dann gehen wir mal in den Wald, Leute. Weil es so Spaß macht. Dankeschön, Burak. Voll süß. Genau, fall runter, du Drecksau. Mach ihn doch fertig! So. Hast du schon mal Pokémon gespielt? Ja, klar. Doch kein Feuertempel. Der Feuertempel kommt noch. Leider. Du-duh-duh-duh-duh-dü-dü-dü-dü-dödö. Du-dödü-dü. Body Boo, kauf meinem Scheiß. Kauf mal... Nein. Da geht's nicht rein. Ja. Was willst du denn? Ja, das könnte pädophil wirken, aber es tut mir leid, das ist leider so. Ähm. Ich kann die Noten noch nicht auswendig, Leute. Hymne, Hymne, Zeldas Wiegenlied, Epona, Salias. R, Y, X. Halt. Äh. R, Y, X. Kauf meinen Scheiß, Kauf meinen Scheiß, Kauf Knus Scheiß, 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 Scheiß. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia, das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Na gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Hast du ja voll beschützt, du Affe. Da, da, da. Kauf Knus Scheiß, Kauf Knus Scheiß, Kauf Knus Scheiß. Was? Scheißi, Scheiß, Scheißi, Scheiß, Knuli, Scheiß. Knulis, 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 Knulis. Kauf meinen Scheiß. Hallo, Cakefriend. Äh. Ich würde mal sagen, hier. Oh Gott, hoffentlich stimmt's. Nein, Scheiße. Das gibt's doch nicht. Mann. So ne Kacke, so ne Kacke, so ne blöde Kacke. Ich hab mich nicht getraut. Oh Mann, oh Mann. Noch mal, noch mal. Ich könnte da, 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 da. Heftiger Song nur, gell? Neue Charts, Leute. Ich seh mich schon auf Platz 1 der YouTube-Trends, Mann. Ja, gut, da geht's lang. Da geht's nicht lang. Aber hier auch nicht. Wohin denn jetzt? Dann probier ich's hier. Yes. Na, wie halt's Maul. Nein, 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 nein. Breath of the Wild 2, aber definitiv, Leute. Beerdammt. Hallo Lena, grüße dich. Da, da, da. Da, 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 da. Kauf meinen Scheiß, Kauf meinen Scheiß, Kauf meinen Scheiß, Scheiß, Scheiß. Da, 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 da. Ich find aber bei Twilight, Zelda Twilight am schönsten, die Musik. Muss ich schon sagen. War das hier? Ja. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Hallo? War das geplant? Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt geh ich hier lang. Hier muss es jetzt sein, Leute. Oh nein! Ja! Ja! Ja, Mann! Jaaa! Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Tippen erwischen. Alles klar. Das weiß ich schon. Wenn du mir das jetzt bei... Also, wenn du mir das jetzt bei... Ah! Scheiße! Kacke! Ich dachte, ich wär cool. Piss dich mit deinem blöden Sixpack. Ah, Haschloch. Ich kann unter dein Röckchen gucken und da befindet sich nichts. Typisch! Zu viel Steroide genommen. Hallöchen, das Flöchen, Popöchen. Grüße dich. Schönen Rücken schießen. Schön hinterhältig, Leute. Du, 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 du! Du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du! Kauf mir nen Scheiß. Kauf mir nen Scheiß. Kauf mir bitte. Untereye's will! Um Himmels Willen, Link, schiesse ich schon mal wieder scharf. Ich wusste doch, dass man die auch von vorne treffen kann. Yes, das ergibt mir Herzen. Nein, ich hab... Du Arschloch. Dann schieß ich dich halt so ab, ist mir auch recht. Komm her. Schön in deinen Scheißkopf. So, so läuft es. Ich hab Zelda Breath of the Wild durchgespielt. Wind Waker und Majora's Mask und Zelda Coina of Time und Twilight. Und ich hab eigentlich alle Teile gespielt. Das muss man auch, Leute. Zelda ist Pflicht. Mein Freund ist auch mega süchtig, gerade nach Zelda. Der spielt nur noch Breath of the Wild. Das ist so süß. So, schönes Herz. Zelda ist Leben. Ja. Zelda ist Leben. Absolut. Absolut. So. Und ich will mit euch noch Banjo-Kazooie durchspielen. Du siehst irgendwie voll glücklich und müde zugleich aus. Das ist genau richtig, Konrad. Du hast mich perfekt analysiert. Ich bin sehr glücklich, aber auch sehr müde. Und ob ich mir das Triforce... Ach, echt? Das Triforce will ich dir tätowieren lassen? Salia ist weg. Warum denn nur? Ach, dankeschön, mir erkannt. Ihr seid voll die Schlawiner. Oh, hallo. Oh, hallo. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sie nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Leute, das ist eine wichtige Weisheit. Mit dem Menuet des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Oh, den fand ich immer schön, die Melodie. Die hab ich geliebt. Dü-dü-dü-dü-dü-dü... Ah, no. D-d-dü-dü... Dü-dü-dü-dü... Dü-dü-dü-dü... Und wenn ich es jetzt so sage... L-A-X... L... Oh, ups. Oh, scheiße. Was? L-A-X... 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 Kauf meinen Scheiß. Geht in den Shop. Kauf meinen Scheiß. Denn das ist der beste Merch der Welt. Du hast die Hymne des Gnu-Shops erlernt. Hallo, Matt-Brötchen. Du hast doch schon eine sehr höhere Stimme, müsste ich sorgen. Kauf meinen Scheiß, Kauf meinen Scheiß. Jetzt, Leute, um hier weiterzukommen, ich habe Ewigkeiten gebraucht. Wie soll man bitte schön darauf drauf kommen, dass man sich hier oben feststöpseln kann? Wie soll man da bitte drauf kommen? Das habe ich echt ewig dafür gebraucht. Und dann war ich drin im Tempel. Hallo, Klaus. Warum hast du YouTube nicht ausgesprochen? Was? Bitte? Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Hallo, Popcookie. Hallo, Feli. Komm, dann gehen wir gleich mal hoch und holen uns die Kiste. Kann ich jetzt noch nicht, oder? Nee. Ich bin noch zu... Meine Range ist noch zu gering. Oh, nee. Gleich zwei von den Arschlöchern. Das wäre wie im Club. Gleich zwei von den perharten Arschlöchern. Toll, kommt die Sau. Nein, ich möchte kein Date. So. Weg mit dem Dreck. Hallo, Lukul. Grüße dich. Hallöchen Feli. So, Maul halten hier. Salia holt sich kurz ein Ayrhan. Ich liebe den Tempel. Ich liebe die Musik vom Waldtempel. Einfach nur unnötig. Dass sie sich jetzt verpissen. Hallo, Lian. Einfach nur unnötig. Ihr Arschlöcher. Warte mal, das kann ich doch wegmachen mit... dem Song. Das weiß ich doch noch. Sing mein Song. Äh, das war doch dieses... Hymne der Zeit war das doch. Y, L, R, Y, R, L. Okay, Y, L, R. Jo, 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 jo. Äh, Y. Da, du, du. Da, 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 da. Yes. Wie soll man da draufkommen? Wie soll man da draufkommen? Das erzählt dir niemand. Niemand sagt dir... Hey, du musst da das Lied spielen. Da kommt einfach keiner drauf. Da bist du auf dich allein gestellt. Und dann machst du erst mal die Oktopusse hier fertig. Komm, ich spuck mich an. Ja, schönes Gesicht. So. Ich glaube, ich muss... runter. Ich kann aber auch hoch. Ich würde direkt googeln. Okay, ich kann hier noch nicht hoch, weil die Drecksau wird mich zu 100% runterschmeißen. Vielleicht habe ich Glück. Oh, ich habe Glück. Oh, ich habe Glück. Oh ja, ich habe Glück. Oh Gott, hatte ich Glück. Ja. Hier ist noch irgendeine andere Sau. Ich höre es ganz genau. Ah, da hinten, da komme ich noch nicht ran. Äh, okay. Ich laufe, glaube ich, voll den komischen Weg, den niemand laufen würde, der das Spiel schon noch nicht gespielt hat. Den niemals extra das Lösungsbuch kaufen lassen, weil ich so schwer war. Ich fand das Kind auch mega schwer. Ich habe Zelda so als... Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe... Ja gut, man wird halt älter und man versteht ja dann zum Beispiel auch, okay, ich kann jetzt dann auf das Auge schießen. Das weiß man ja anfangs gar nicht. Dann braucht es schon lang. De-de-de-de-de. Ba-da-da-da-da. Du hast eine Karte gefunden. Geilo. Ich höre wieder eine Skuldtula. Kannst du bitte mal... Hallo? Bist du nicht mal ganz sauber oder so? Okay. Oh. Oh. There you go. Kann ich ins Wasser springen, bitte? Kann ich bitte ins Wasser springen und nicht sterben? Ja. Ich kann. Kann mir nicht irgendwie die Skuldtula da oben holen? Ey, das nervt ja. Ich würde bitte einfach normal gerne zielen, so. Ach, jetzt nervt er nicht. Mach doch nicht so einen Aufriss hier. So, piss dich. Hey, hey, hey. Als ich's gezockt hab, boah, da war ich, glaub ich, elf oder so. Elf, zehn, so in den Drehrungen. Ich will da hoch. Das war das erste Grund im Game, als ich allein gezockt hab. Zelda Ocarina of Time ist Liebe. So, dann gehen wir mal ab in den Brunnen, Leute. Ich stelle die Bewegungssteuerung aus. Nein! Wie mach ich das? Ja, die Sticker und Autogrammkarten gibt's kostenlos, wenn man was im Shop bestellt. Ja, natürlich. Finde ich voll cool, dass Elfster das macht. Muss ich echt sagen. Ist echt cool. Macht nicht jeder, ne? Ein Sticker. Ich mag die Musik so von dem Tempel, die ist so cool. Die ist so OP, OP. There's never much love when we go, OP. Nimm dir den Schlüssel fürs Labyrinth. Fährst du in den Sommerferien irgendwo hin? Ja, in die Türkei. Zehn Tage. Vor der Gamescom. Das war das Blödste, was ich überhaupt machen konnte, ey. Hä? Ah, okay, das war jetzt für den Schlüssel. Okay. Schlüssel, wir haben's für dich getan. Lass mich. Oh Mann. Türkei. Wie lange spielst du heute Zelda? Ich weiß nicht. Wir gucken mal, wie lange wir Lust haben. Beziehungsweise, wie lange ich's aushalte wegen der Hitze. Das ist schon nicht ohne, du. Verpiesel dich. Bapapapapam. Äh, vom 6. bis 16. gehe ich in die Türkei. Halt mal die Füße still, ey. Wie er rumsteppt. Wie so eine Lady. He's a lady. Wow, wow, wow. He's a lady. Open the sky, my little lady. Hier war doch irgendwas Blödes, worauf ich keinen Bock hatte. Auf dem Boden sind Pfeile aufgemalt. Ja, wow. Was heißt das wohl? Dass wir vielleicht den Stein dahin schieben müssen. Kann das vielleicht sein? Dass wir das wirklich tun müssen? Okay, weiter. Wer hat alles? Juni Geburtstag. Ich hatte. Kann das vielleicht sein, dass der hier gar nicht weitergeht? Tatsächlich. Ich dachte, der geht hier weiter. Damit ich... Naja, egal. Tak, 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 tak. Ich bin wieder so eine Sau. Kann ich das... ...mit dem Enterhaken? Ich glaube nicht, oder? Nein, okay. Verstehe ich schon, Leute. Ich bin in Ordnung. Ich verstehe schon. Siehst du irgendwann... Was? Achso, es wurde gelöscht. Den Stein musst du vorwärts schieben. Echt? Vorwärts schieben? Also in die andere Richtung? Den fällt der, glaube ich, runter und du aktivierst irgendwas. Ich guck mal kurz. Ah, ich muss den hier reinschieben. Alles klar. That's what she said. Sorry. Safe call muss er da rein. Yes. Genau. Jetzt kann ich den da runterschmeißen. Cool. Animes, ja, aber ich habe schon mal gesagt, die sind ein bisschen zu hardcore und wir haben ja... Ich will nicht, dass ihr die anschaut, weil noch teilweise Knudis zu jung sind. wieder Sechster fährst du in die Türkei, also Juli, äh, August. August. Habe ich nicht gesagt, sorry, August. So, wunderbar. Und ich habe noch keinen Schlüssel. Und ich kann das dumme Auge da oben nicht kaputt machen. Mann, ich brauche hier noch Pfeil. Im August. Sehr schön. Echt, am gleichen Tag wie ich? Cool. Gehst du da bitte hoch? Ach, ich glaube, ich kann da... Kann ich da nicht rüberjumpen? Theoretisch. Oh. Ah, ne, bin ich wieder hier. Okay, alles klar. Das wäre lustig, wenn ich da jetzt reingekommen wäre. Okay, ich muss nochmal einen anderen Weg gehen. Wie heißt eigentlich der andere Hund? Snoopy. Snoopy. Horizon Zero Dawn. Ja, das ist halt nur ein sehr langes Spiel. Hallo, Laura. So, ich muss jetzt erstmal hier wahrscheinlich lang. Da kann ich auch noch nicht hin, aber da kann ich noch hin. Ich hätte jetzt gerne mal meinen Pfeil und Böschen. So. Ja, herziehs. Ach, hier bin... Hier komme ich wieder raus. Ach, das ist jetzt ernüchternd. Ach, das ist jetzt ernüchternd. Und schon wieder die Sau töten. Das hätten sie sich sparen können. Nun hast du auf der Gamescom einen Stand. Ja, zwei, also zweimal auf der Bühne. Hört sich voll doof an, ich weiß. Und zweimal, ähm, bei einem Shop. Muss da lang. Hallo, der Josh. Also drei Community-Treffen, damit auch wirklich jedes Knulli glücklich ist und versorgt ist. Genau, spring mich gleich an. Ist ja nicht so, dass wir uns erst kennenlernen müssen. Oh nein. Oh nein. Kannst du bitte dein Schwert ziehen? Na, spring, du Schwein. Die haben mich fast umgebracht. Ayran und Zucuk ist das Beste, was es im Leben geben kann. Schubiduja. Bip, 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 oh nein. Bip, bip. Der Arme, wie er hustet. Oh. Eigentlich sollte ich dich fangen, aber ich brauch dich. Ich muss mal meine Flaschen leeren, Leute. Ich hab da nur Kacke drin. Einschlüssel. So, kann ich jetzt theoretisch? War die eine Tür, wo das silberne Auge drüber war, verschlossen? Oder war da ein Gitter davor? Blap, 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 blap. In welcher Stadt fliegst du? Izmir und Istanbul. Gingen in den Wald. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen müssen. Ich glaub, hier war ich schon drin. Guten Abend, Emi. Leave me alone, Motherfucker. So, ich glaub, ich muss... Nö, mit Schloss. Okay, sehr gut. Dann muss ich dann nämlich hoch. Alles klar, Leute. Wir haben den Schlüssel. Super. Meine Knullis haben ein gutes Gedächtnis. Gute Nacht an alle, die träumen gehen. Bei der Hitze. Ihr armen Geschöpfe. Hallo, Consi. Rapper, Rapper. Rapper. Hast du Love, Death, Robots und Miriam, Niki geschaut? Sag mir was, aber ich glaub eher nicht. Sag mir aber was. Ich glaub, das ist... Miriam, Niki, sag mir was. Nee, hab ich nicht gesehen. Yes, Leute. Lass mal aufmachen hier. Oh yeah, ich... Dieser Korridor ist völlig verdreht. Das sind Dinge, die ich nicht selber wahrgenommen hätte. Dankeschön. Ich hasse diesen Sommer. Er ist stramm, Leute, ja. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Vergruselig. Da hatte ich immer richtig Angst vor. Jetzt komm ich hier schon wieder nicht weiter. Richtig gruselige Scheiße, ey. Oder krieg ich was dafür? Nein, ich krieg noch... Oh, ich krieg ordentlich Cash. Cash, Money. Mann, ich brauch doch noch was anderes. Da ist der Master Key. Okay, ich bin noch nicht bereit. Ich brauch noch einen Schlüssel. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Lasst mich in Ruhe. Soll das heißen. Ja, ihr Knus. Die Musik ist echt Kindheit, gell? Hallo, Starkey. Ich begrüße dich. Ja, das ist... Ah, halt. Nein, das wollen wir doch nicht. Vielleicht kann ich noch was tun. Vielleicht kann ich... Ah, vielleicht kann ich da doch noch rein, Leute. Glaubt ihr, das schaffe ich? Mit einer Turbo-extremen langen Rolle. Ah, das haben die extra mit Absicht gemacht, Mann. Du hast Max-Geld, ja. Schwingt der da einfach so vor mir rum, du. Das Luder. So, jetzt sind wir noch mal hier. Nicht im Stream schreiben, Leute. Hier bis der Ausgang, glaube ich, oder? Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Hier war der Ausgang, glaube ich. Nee, war es nicht. Papier habe ich nämlich aufgehört, weiterzugehen. Mann, doch, hier war der Ausgang, verdammt. So, da unten ist der Ausgang, das merke ich mir jetzt. Jetzt gehe ich mal. War jetzt eigentlich schon fast überall drin. Außer hier war ich nicht. Da komme ich, glaube ich, auch noch gar nicht hoch, oder? Gibt es hier was zum Andocken irgendwo? Gibt es doch irgendwas zum Andocken oder so? Nee. Also hier komme ich nicht rein. Hier war ich schon, aber da ist auch, glaube ich, eine Tür verschlossen gewesen. Da war ich schon drin. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas, wo ich hinkomme, oder? Es sind auch einfach so viele Gegner, dass es schon wieder nervig ist. Kann doch einfach auch hier hoch, oder? Ist ja nicht so, als würde mir das was bringen. Hallöchen, tolle Abend. Süß. Ich würde gerne da hin. Ich wollte es noch nicht. Wie hat es da echt? Nee, nichts zum Hochklettern. Verpiss dich mal, du nervst. Du bist unnötig. Ah, den kann ich doch auch einfach töten, oder? Genau. Baby. Hm. Wenn jemand weiß, wie es weitergeht, dann könnt ihr euch gerne melden. Ja, Navi, du darfst mir das da oben gerne anzeigen, wenn du möchtest. Muss doch da oben irgendwie hin können. Das hat so gut angefangen. Ich habe mich so cool gefühlt. 43 Grad, halleluja, ey, Leute. Ich glaube, ich weiß, wo ich nicht weiter bin. Hier. Da kann ich ja eigentlich einfach weiter. Ach so, das habe ich ja auch gemacht. Okay. Das habe ich also auch gemacht. Hier gibt es ja auch gar nichts zum Weiterkommen, sehe ich gerade. Arschloch. So. Dann. Das ist bestimmt schon wieder der Ausgang, oder? Nee. Aber hier war nichts. Hier ist einfach nur dieser Raum, wo ich den Schlüssel gefunden habe. In den Brunnen war ich schon drin. In den Brunnen, da war ich schon drin. Aber die Fee hole ich mir jetzt. Moment. Verhofft, mir hinterher zu laufen. Ich stehe da gar nicht drauf. So. Kann ich das trinken? Ups. Wieso macht der das? Hä? Wieso hat der das getrunken? Ist der pervers? Ich gucke nochmal da, wo ich das hier gemacht habe. Okay. Für deine Magie auffüllen. Ach so. Ein Eis essen habe ich... Nee, war ich dieses Jahr noch gar nicht. Oder doch war ich. Na klar. Habe ich doch in L.A. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich bin glücklich, dass du Brunnen gefunden hast. Ich bete, dass er... Dankeschön. Ich bin auch mega happy. Ihr Süßis. Ich muss hier noch irgendwas machen. Hier geht's bestimmt noch irgendwas. Äh, Parastyle? Nee. Wo ist das? Den ganzen Tag im Schwimmbad, da hast du alles richtig gemacht. Meine Vermutung. Warte mal. Kann das sein? Das hier? Nee. Okay. Also wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann könnt ihr mir gerne helfen. In L.A. war es mega. Hallo, Typegirl. Es war richtig, richtig schön. Wir haben so viele coole Sachen gemacht. Hallo, Häcksler. Hallo, Trygirl. Iiih, Sporttag bei 36 Grad. Pfui. Puh. 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 Marvel oder DC? Oh, das kann ich nicht sagen. Da mache ich mir Feinde. Schlüssel ist in dem verdrehten Raum. Da kannst du an der Leiter neben dem Eingang runterklettern. Echt? Nö, doch beim verdrehten Raum. Da muss ich jetzt wieder mal zurückgangen. Scheiße. Also oben. Oben war der verdrehte Raum. Oben. Okay. Super. Dankeschön. Was? Der Bademeister hat uns beim Staunen erwischt. Oh. Habt ihr gestaut? Ihr Schlingel. Ja, Rutschen haben schon Spaß gemacht. Ich weiß nur noch, als ich klein war. Da war ich so dumm und hab mich vor der Rutsche aufgehalten. Und dann ist meine Schwester und mein Vater beide mit ihrem Arsch so voll auf meinen Kopf. So bumm bumm. Und seitdem mag ich Rutschen nicht mehr. Es gab auch zum Beispiel in Spanien eine Rutsche, die bin ich gerutscht. Und die war so steil, dass ich keine... Also wenn man in diese Rutsche gerutscht ist, hat man keine Luft bekommen, weil einem permanent Wasser ins Gesicht reinging. Und das haben die einem nicht gesagt. Das heißt, sie haben sich einfach rutschen lassen und mit dem Wissen, ah ja, die kriegt da halt dann keine Luft, aber egal. Ja, aber hier geht ja gar nichts, Leute. So, also ich kann hier nichts sehen. Habt ihr auch diese Eichenprovinz zerspinnen? Oh ja, die sind ja echt nicht ohne. Hab ich gehört. Mann, ich kann nicht rein, Leute. Ich kann hier nicht weiter. Was muss ich denn machen? Stell dich mal nicht so an. Wer braucht schon Luft? Habt ihr eine Idee? Muss ich, hab ich irgendwas übersehen? Ich glaube, ich brauche noch einen Schlüssel, Leute. Auf der Leiter an der Wand. Hier meinst du? Aber da hält er sich ja gar nicht fest irgendwie, oder? Und jetzt? In der Kiste ist der Schlüssel für den Endboss. Ich mein, du musst im Garten einen Schlüssel finden. Hab ich schon. Hab ich schon. Irgendwie konnte man den Raum drehen. Ich weiß aber nicht mehr. Ja, ich weiß es, aber wie konnte man diesen Raum drehen? Der Schnurrbart. Der ist weg. Wo kann ich den drehen, Leute? Habt ihr eine Idee? Hab ich irgendwas übersehen? Das ist ein Zell da. Hier kann überall was sein. Auf die Glatte zu laufen. Ne, ich brauche einen Schlüssel. Ich muss irgendwas aktivieren wahrscheinlich. Alter, Arschlecken. Wie kommt man denn da drauf? Da kommt man doch nicht drauf. Danke, Laiki. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab die Scheiß- Ich hab die Scheiß- gesehen. Ich dachte nur, da ist wieder nur ein Drecksrubin drin, weil Zelda einen eigentlich immer bestraft, wenn man neugierig ist, wie mit diesen blöden, komischen Doku-Deku-Dingern, die einen einfach immer nur Scheiße verkaufen wollen. Heilandszack, du. Heilandszack und Dunderlattich. Ich glaub, ich spinn. Ich kann das nicht mehr unterstützen. Wahnsinn. Was ein Spiel, ey. Wahnsinn. So, dann hol ich mir jetzt den Scheiß-Feenbogen. Die Hexen regen so auf. Oh ja. Die Hexen, da. Ich glaub, das ist kein Speedrun, oder? Nein. Obwohl ich Zelda-Speedruns sehr gerne anschaue. Aber keine Sorge, in der Folge, wo ich's hochlade, cutte ich das schon so, dass ihr einen flüssigen Fluss habt und dieses Rumgeeiere da nicht mitbekommt dann. Hallo. Zahari, grüße dich. Schön, dich wiederzusehen. Alles Gute bei dir. So, jetzt aber, Mann. Ich schreck mich doch nicht so. Genau, fall da runter. Warum fällt der da nicht runter, verdammt? Jetzt mach doch mal den ersten Schritt. So kommen wir nicht weiter. Wieso kann der da schweben? Bezweifle mich, dass ich das kann. So, jetzt aber Schluss. Ich bin wieder fast tot. Fehlbü Liverpool Yes, Mann Gib mir Scheiß Gib mir Scheiß Ja, Mann Endlich So, wunderbar Dann speichern wir mal schnell Direkt auch die Kacke hier gespeichert haben. Items. Kann ich jetzt endlich meinen Feenbögle ausrichten. Super! Halt, da war es noch eine Tür, oder? Ja. Macht Zelda mal unnützes Wissen. Ja, das wäre eine geile Idee. Aber eine sehr aufwendige. Ja, wie jetzt? Muss ich doch in die andere Tür. Mein Auge juckt. Ja, wie viel Scheiß. Soweit ganz gut. Bisschen stressig auf Arbeit, die Hitze. Oh ja, ganz schlimm die Hitze, ja. Oh, du Sau. Da fehlt mir mal wieder ein Schlüssel. Aber das ist nicht schlimm. Weil ich jetzt einen Bogen habe. Und mit dem kann ich unanständige Dinge tun. Und wer... Jetzt kann ich nämlich... Ich kann mir doch direkt einen Schlüssel holen, oder? Warte mal. Ich bin im Feenbogen, das will ich gar nicht wissen. Ich kann das Auge abschießen, dann kriege ich doch direkt einen Schlüssel dafür. Hallo, Weetie. Da draußen war nämlich einer. Mir ist gar nicht mehr so warm. Nee, ich finde, man merkt gerade, dass es ein bissle... Gehen wir da wieder zurück. Zehn Arten von Rewi. Genau, willkommen bei Zehn Arten von Rewi. Yes, wir haben den Masterschlüssel. Hallöchen, Stretchpo. Dann haben wir den Masterschlüssel. Jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten im Endgegenverlauer. Ja, toll. Das freut mich voll. Oh. Oh, oh, oh. Kriege ich bitte den Schlüssel? Ah, jetzt bin ich hier. Wo gehen wir jetzt zuerst rein? Mann, du Arsch. Du Arsch. Du Arsch. Du blöde Drecksau. Ich hasse dich. Äh, hallo? Alter, ey. Ich hasse dich. Ja, jetzt hat er noch kleine ekelhafte... Komm her, du Drecksau. Drecksau. Guck mal, ich krieg nicht mehr... Alter, ich krieg nichts dafür. Wow. Netter Rewi. Ausraste Rewi. Hallöchen, Meret. Ach, jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich ja theoretisch nochmal hoch, den ganzen Weg, um die eine verschlossene Tür aufzumachen. Ich mag Zelda. Hast du das schon mal durchgespielt? Ja, schon öfter, nur sehr lange her. Ich hab das, glaube ich, das erste Mal mit 12 gespielt, als es frisch rauskam. Das heißt, äh... Ja, da erinnert mich es nicht mehr an alles. Alle Zelda-Teile, die gespielt. Es heißt, ja, Rewi kann schon sehr nett sein, ja. Aber das ist halt der private Rewi. Er ist sehr hilfsbereit. Lässt sich, glaube ich... Aber er ist halt auch sehr gestresst, muss man sagen. Der halt, er heißt sich immer zu viel auf. Spielst du mal einen Emu... Spielst du auf einem Emulator? Das ist annehmbar, ja. Ich glaube, ja. Man munkelt. Du dummes Schwein. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich hab's doch gewusst. Ich hab einen Kreis gemacht. Bin im Kreis gelaufen. Ich muss nochmal das Auge anschießen, verdammt. Ich geh nochmal zurück. Muss das Auge anschießen. Also das nervt, dass die Gegner immer wieder da sind, nervt, echt. Das muss ich mal sagen. Das ist echt nervig. Jetzt komm ich hier eh nicht mehr raus. Und jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Yo, sauber. Ich mag Rewi auch. Rewi hat mir bei seinem Fantreffen sehr gestellt, glücklich vor, im Gegensatz zu dir. Ich glaub, dass er halt einfach nur mega gestresst ist. Und man muss auch sagen, Leute, so Community-Treffen sind auch für einen Content-Creator absoluter Stress. Also du bist ja nur permanent am Dauergrinsen. Und natürlich freut man sich, aber es ist einfach anstrengend, weil du halt... man vergisst zu trinken, man vergisst zu essen, man ist irgendwie voll nervös, man freut sich, die Community zu sehen, man will ja auch keinen enttäuschen, man will ja auch für jeden da sein. Und man bekommt aber oft Druck, dass man schneller machen muss. Man registriert das alles gar nicht so. Deswegen seid da nicht böse, wenn man mal irgendwie ein bisschen gestresst rüberkommt. vor allem gerade auf der Gamescom, das ist halt echt alles purer, purer Stress. Und klar freut man sich, die Community zu sehen, aber es darf nicht unterschätzt werden. Und das ist auch so eine Sache. Wie soll man denn draufkommen, dass man nochmal den Raum verdrehen kann? Zehn Arten von Knulis. Die Stalker-Knus. Fallen mir da sofort ein. Och Mann. Gute Idee, machen wir schnell ab morgen Frühschicht. So, jetzt aber. Jetzt ist leer. Ich muss sagen, der Tempel dauert doch ganz schön lang. Wenn man es nicht rafft. Diese Lache. Achte auf die Schatten, Jojo. Die Geister im Gemälde abschießen. Geht doch jetzt noch gar nicht, weil die jetzt sich noch in meine Richtung drehen. Oh, warte mal. Da habe ich doch gerade was gesehen. Ihr habt es auch gesehen. Da war gerade ein Auge irgendwo. Ich kann die jetzt noch nicht abschießen. Das geht erst später. Weil sobald ich den Bogen zücke, hauen die ab. Doch, das geht. Sicher? Ich glaube, irgendwie nett. Hier war irgendwann ein Auge. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es gesehen, wo es ist. du Arsch. Okay, ich probiere es mal. Ah, das geht jetzt schon. Cool, danke schön. Ich dachte, das geht erst später. Ich dachte, das geht erst später. Nice. Nice. mehr, du Sau. Dann muss ich den anderen ja auch noch töten jetzt, ne? Hallo, Freddy! Nabi! Yeah! Gibt es jetzt den Kompass? Na, Nabi, lass mich. Jetzt kann ich aber auch noch den Roten holen, gell? Dä, 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 dä. Der Kompass. Das sind aber auch Sachen, ey, auf die kommst du halt auch nicht. Deswegen habe ich bei den Tempel auch damals 100 Jahre rumgeeiert. 100 Jahre rumgeeiert. Der andere Scheißgeist war hier, gell? Aber der lässt sich nicht abschießen. Doch lässt er. Ich glaube, da muss ich nochmal raus und rein. Nein, 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 zig Gnudibongs liege... Ey, wieso kommt ihr denn nicht? Oh, ja, danke, Benni! Geilo! Kommst du her? Du bist ja ganz wilde, du. Schwing dein Ding! Ja, kommt doch, kommt doch. Und... Schuss! Und noch ein letzter. Cool, dann fehlen uns nur noch ein Geist und der andere ist nämlich schon in der Lobby dann. Also, wenn man weiß, wie der Tempel durchgeht, braucht man für den, glaube ich, 20 Minuten, wenn nicht, dann 100 Stunden. so, ich genieße mein Eiswürfelgetränk, oh ja, das kannst du auch. Gibt es jetzt einen Schlüssel? Gibt es jetzt einen Schlüssel? Zur Abwechslung? Bitte. Yeah, ich speichere mal kurz. So, dann können wir jetzt weiter. Steppen wir weiter. Weißt du, Gegner, wir spawnen sie, aber Items geben sie mir nicht. Die Säcke. Gnud mag Gnudbappersuchuk. Er hat es noch nicht probiert, ich mache ihn jetzt aber bald mal eins. Ein deliciousuchuk. Aber er mag Ayran. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe hier irgendwo ein Auge gesehen vorhin. Das muss hier also irgendwo sein. Das ist ganz genau gesehen. Irgendwo hier ist ein Auge versteckt. Guter Papa. Irgendwo hier ist ein Auge. Ich habe es genau gesehen vorhin, als ich hier die Kamera komisch verstellt habe. Theoretisch ist aber egal, weil ich kann jetzt eh vorbei. Nervt mich nicht. Was ist das für eine Scheiße? Ah, okay, ich sehe Dinge. Alles klar. Das sind halt auch so Rätsel, wie willst du da drauf kommen, wenn du Zelda nicht kennst. Also das ist schon echt nicht ohne hier. Und zwar musst du durchschießen. Scheiße. Scheiße. Äh, wie soll das funktionieren? Gott, Leute, ey. Dieses Spiel, ne? Das verlangt mir so viel ab. Ey, das war voll knapp. Kacke. Kann ich das nicht einfach mit dem Stäbchen lösen? Ey, komm. Du hast nur noch vier Pfeile. Danke für den Druck. Und der Vase, da unten sind noch mehrere. Ich habe Airan in meinem Kühlschrank. Tschüss, Mirkan. Schön, dass du da warst. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Ich kann hier einfach ein Stöckchen nehmen und es unburnen. Verdammt. Kacke. Yes, Mann. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Jetzt huldigt mir. Huldigt mir, Gnus. Huldigt der Gnu, Mama. Mit Feuerzauber. Stimmt. Oh Gott. Das hast du mir erst jetzt gesagt. Mit Absicht. Ich habe ja auch so ein Feuerding. Ich habe ja auch so ein Feuerding sich, Dove. Oh Gott. Egal, ich wollte mich beweisen. Ich wollte angeben. Ja, stimmt. Das hast du jetzt extra für dich behalten, gell? Weil du mich quälen wolltest. Ich wusste es. Du Schweinchen. befeiftet mit dir eine Magen. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Oh. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese kranke Scheiße. Das bringt mal nix, du. Joghurt mit Wasser gemischt. Beste. Ich erinnere mich an diese Kacke. Pass auf, die Decke. Okay. Okay. Also auf sowas hätte ich aber gar keinen Bock. Oh, war das knapp? Boah, war das knapp? Scheiße. Okay. Ayran ist schlecker. Ah, da sagt er was. Ah, okay. Der erschlagt mich nicht mit den Dingern. Das war knapp. Oh ne, jetzt muss ich die zusammensetzen. Ich steh nicht auf so ne Scheiße, du. So, Dalele. Super, da wirst du direkt mit dem Gegner bestraft. Oh. Komm her, du Sau. Ich mach dich alle. Oh. Seid doch mal nett. Oh. 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 Hallo, Hinterrusse. Grüße dich. So, warte mal kurz. Vielleicht kommt er nochmal. So, Schluss jetzt. Letzter. Hat Zelda Stöckelschuhe an? Meinst du den Link? Weil der so rumklackert. Hallo, Lenny. Mir geht es gut. Mir ist nur sehr warm. Ansonsten fühle ich mich sehr wohl. Bam, Bitch. So, Leute. Sind wir nämlich hier oben? Dann wartet hier schon die letzte Dreckser auf uns. Ah, ich hasse den. Der letzte, dann haben wir einen Endgegner, Leute. Haha, direkt erwischt. Easy. Aber Pokémon ist nix für mich, so zum Zocken, Leute. Yes. Noch ein Schuss. Yes. Ciao, Kakao. Ah, wenn ich ein bisschen warte, sehe ich, dass einer sich dreht, dann erkennt ich's. Dankeschön. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ich speichere mal kurz. Yes, Mom, speichern. Okay, jetzt, oh, das hasse ich auch noch. So, weg mit dir. Ich mag Pokémon, aber ich mag's irgendwie nicht spielen. Weiß auch nicht. Ist nicht so meins, meine Süßis. Nehmt's nicht böse. Ich hab euch trotzdem lieb. Dann drehe ich den Scheiß einfach einmal zurück. Hier mit euren Scheiß-Schaltern hier jetzt. Reicht's langsam mal. Ich drehe den, glaube ich, noch einfach einmal zurück, oder? Oder noch einmal zurück. Hallo, Ciao, Boy. Ah, hier, genau. Yes, Mom. Ja, Leute, Endgegner. Juhu. Ich weiß, ob ich mich freuen soll oder heulen soll. Egal, wir probieren's einfach mal. Auf damit. Öffnen. 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 War hier nicht irgendein Gemälde? Irgendwas warm? Ah, okay. Die Geräusche sind geil, ja? Hallo, Ghostie! Nicht der echte Ganondorf, sondern nur ein Schatten. Phantom Ganon, reitendes Unheil. Ein reitendes Unheil. Du bist ein reitendes Unheil. Da musste man auch erstmal drauf kommen. Da kommt die Sau jetzt angeritten, dann schieße ich den ab. Oder? Hallo? Oh, stimmt, das ist ein anderer. Scheiße! Hä? Zwei? Kacke, wie töte ich den denn? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Hä? 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 Habe ich irgendwas verpasst? Ich muss ja noch abschießen. Den Sack. Oder nicht? Du hast den Falschen erwischt. Der echte ist nicht so grell. Der da? Nee, guck mal. Achso, der echte leuchtet lila. Und sobald der lila ist, kannst du ihn treffen. Ach, da muss man aber auch erstmal drauf kommen, ne? Krass, dankeschön. Ja, Wahnsinn, du. Oh, ja, das war knapp. Ja, Leute, ich hab nicht mehr viel Pfeile, möchte ich hier nur mal anmerken. Okay, der echte, der echte leuchtet hell. Der echte leuchtet heller. Jetzt weiß ich's. Okay. Der echte ist der hellere. Und zwar der müsste es theoretisch sein. Okay. Schon ein Unterschied, wenn man erwachsen ist oder Kind. Da muss man auch erstmal drauf kommen, was jetzt kommt. Ist das aufwendig zu bewegen? Warum treffe ich den nicht mehr? Boah, der Sack schießt zurück. Was ne Drecksau. Der ist schon schwer. Alter, du Sau. Oh mein Gott, diese dumme Drecksau. Boah, der ist schon hart. Also ich find fast, dass der für mich, neben den Hexen, ist der fast der schwierigste, find ich, von den ganzen Tempeln. So, endlich. Alter, diese Drecksau. Oh, der war ja voll schwer. Oh, der war ja voll schwer. Guck mit dir, du Lappen. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch, du hast nur meinen Phantom besiegt. Trittst du meinen wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in die Tiefen der Dunkelheit verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Sag ich nächstes Mal auch, wenn ich wenig Klicks auf dem Video hab, ihr habt euren Schöpfer enttäuscht. Ich mag da ein neues Video. Vielen Dank, freut mich voll. Danke für die Unterstützung, ihr Lieben. Vielen Dank, Likey und Benni. Herzcontainer. Der macht's aber auch nicht wieder gut. Gut, ich hab jetzt fast zwei Stunden für diesen, ich sag mal, eine Stunde dreißig gebraucht. Gnu, du bist ein Gnu-Fan. Wo leben denn echte Gnus? In Afrika unter anderem Halle des Weißen. Die sieht aber müde aus. Das könnte ich sein. Danke, dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weißen aufgenommen. Ich bin Salia, die Weise des Waldtempels. Das weiß ich doch. Ich habe stets gewusst, dass du zur Höherung berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Ja, du bist ein Kind. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Wer sagt, dass ich das will? Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Ganz ehrlich, keine Frau ist so vernünftig, wie das, was sie gesagt hat. Und sie ist ein Kind, sie ist schon so viel reifer als manches Frauen. Ich habe jede Menge verpasst. Kein Problem, Hinterrus. Ich lade das Spiel, wenn es fertig ist, komplett hoch auf meinem Zweitkanal. Yeah. Sie haben einen grünen Oreo. Das Amulett des Waldes, auch grüner Oreo mit Pistaziengeschmack genannt. Salia gibt es dich als eine Weise zu erkennen und überträgt dir ihre Kräfte. Das ist schön. Ich werde immer deine Freundin sein. Ich glaube nicht, du hast Gefühle für mich. Das funktioniert nicht. Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil nun Salia den Fluch vom Waldtempel genommen hat, kann ich wachsen und sprießen. Du meinst so eher der Samen. Tabdank! Wow, das war's. Hast du deine alten Freunde wieder gesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorbei. Plot Twist! Oh mein Gott, Link ist überhaupt gar kein Kokiri. Ist der denn vielleicht jemand von Kakariko? Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist? Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri, du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dass du dieses Geheimnis endlich offenbart hast. Ja, sag bloß. Du Pätze. Oh, jetzt kommt eine Story. Links Vergangenheit. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Sie war 13. Als sie sich das Leben der Mutter um dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jedem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Volles scheiß Leben, Mann. Du Hylianer. Es war... Du bist Hylianer. Du... Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Nun, dein Schicksal. Nun hat es sich an dich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Dich abfackeln? Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Link. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Was kriege ich denn dafür? Es war schon Überraschung zu erfahren, dass Salia eine der Weisen ist, nicht wahr, Link? Woher schickt das wohl Weiß? Nun, dann lass uns mal zur Zitadelle der Zeit gehen. Gute Nacht an alle Gnus, die schlafen können. Kifft der ein Blatt? Der kifft, glaube ich, ein Blatt, ja. Dedele, 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 dedeede, dedeede. Schön, es ist alles wieder schön, aber die Kinder sind nicht draußen. Ach, da steht wieder eins rum. Na, da ist die Sprosse, Deko wächst und gedeiht, herrscht wieder Frieden im Wald. Ja, wow, und keiner dankt es mir. Ich kriege nicht Geld, ich kriege gar nichts, ich kriege nicht mal Zelda. Ach so, um Himmels Willen. Ist das unhilflich, wenn man dich nach deinem Alter fragt? Nein, das weiß doch aber eigentlich eh schon jeder. Ich bin 30 geworden. Quatsch, da habe ich gar kein Problem mit. Im Gegenteil. Ich bin stolz drauf. Na, da komme ich wohl nicht lang, ne? Da habe ich auch ewig gebraucht, um da drauf zu kommen. Oh, hallo. Wahre Freundschaft wächst. Je länger sie besteht, sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun den Bolero des Feuers. Deh, 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 deh. Okay. Ich mag die Musik auch, die ist schön. Wenn wir alle verwandt sind, dann darf es hier keine Pärchen im Stream geben. Ja, sonst wäre es Inzest. Außer ihr habt die von woanders. Also, das hat man gerade sowas von gesehen, dass das weiblich ist. Was hältst du von Rauchen? Nichts gut. Bist am Samstag auf der Gamescom, aber sicher. Okay, Leute. Was gibt es hier unten Feines? Man weiß es nicht. Du willst es nicht riskieren. Wusstest du, dass Revi auch DJ ist? Ja. Das wusste ich. Hattest du? Ja, ich hatte mal ein Piercing, Bauchnabel-Piercing. Nein, halt dich doch fest, Mensch. Machst du bitte am Samstag ein Treffen? Ja, wir gucken. Auf all den No-Risk-for-One. Bald bist du im Guinness World Record mit deinen 509 Kindern. Wusstet ihr eigentlich, dass der Feuertempel ursprünglich eine andere Melodie hatte? Und zwar wurde sich aber dann anscheinend beschwert, weil das nämlich der Gesang zu Allah war. Deswegen haben sie die Musik geändert. Früher war da voll die coole Musik. So eine richtig coole, geile Musik einfach. Hallo, Mike! Ich brauche einen Priggle an meiner Seite um elf, was? Mit dir. Du dummer Lappen. Dies direkt erstmal anhören. Oh. Oh, da ist er ja. Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich Link. Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Molvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Geronen der Bestie zum Fraß verwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in den Flammen entfernen und versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leichter. Mir fehlt die Waffe, die der alte Sagerwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, solltest du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sich gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Dann warte doch, Mann! Freund war und er von Ganondorf... Echt jetzt? Ach, das war echt Links Freund? Voll traurig. Und wer war das? Das schaffe ich doch niemals, oder? Schaffe ich das? Tatsächlich schaffe ich das. Ich hatte echt Probleme im Wassertempel. Ich hasse den Wassertempel. Sie qualen am Ende, danke. Um zur Tür zu gelangen, hinter der Doronia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der auf der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg. Den hätte er jetzt nicht irgendwie auf dem Weg auch noch befreien können, der Doronia, ne? Nein, Link ist nicht gay. Kommt denn da drauf? Wobei, er hat nie was mit Zelda, man sieht's nie. Vielleicht ist es so. Das bleibt offen, Leute. Bitte. Vor allem laut dem Filter spielst du mit zusammen, in einem Einzelspieler-Game. Naja, aber die Community hilft ja mit, also spielen wir ja zusammen. Ich finde das gar nicht so falsch, um ehrlich zu sein. Ich habe aber jetzt schon so viel verpasst. Das war sehr dumm. Hä? Das macht mir nichts. Ich dachte gerade. Ich dachte jetzt, es erwischt mich härter. Alle sagen, links ist ein Mädchen. Ich dachte anfangs auch, er wäre ein Mädchen. Da kommen wir nicht nuff. Oder gibt es da oben irgendwas? Ne, ich glaube, ich bin hier erstmal fertig. Zehn Minuten da und muss wieder gehen. Tschüssi! Ah, hier muss ich rein. Bitte lecken Sie mich am Arsch. Vielen Dank, ihr Gnu. Ih, ist das hier groß. So, keine Ahnung, wo ich hin muss. Du dumme Sau. Okay, das bringt schon mal erstmal nichts. Ich würde sagen, hier ist schon mal eine Tür, wo ich rein kann. Oh, das ist ja super. Das hat mir keinen Schaden gemacht. Das ist... Oh. So, jetzt erstmal Klappe halten. Link hat den Drachen als Kind auf dem Schwarzmarkt gekauft und wollte ihn freilassen. Ach, so süß. Das ist ja putzig. Äh, was? Dinge. Äh, Dinge passieren. Wow. Breath of the Wild war geil. Ja, absolut. Oh, süß. Jungi. Stimmt, du musst hier auch noch Mod sein, oder? Die Qualen am Ende lassen mich nicht nachher verwenden, die du mit den Blumen der Gronen zerstören kannst, klingen anders, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Mhm, okay, interessant. Ich lade es auf dem Zweitkanal hoch, genau. Gut analysiert, meine Süßis. Gut analysiert. Gut analysiert. Warum bist du traurig? Und Boden. Oh, wie gemein. Habt einen Korb bekommen. Macht euch keine Gedanken, Leute. Jeder bekommt mal einen Korb. Mama, ich hab gesehen, die Ersteller von Zelda Breath of the Wild. Ja, eine Fortsetzung. Voll geil, gell? Richtig cool. Ich glaube, das ist so... Da kann ich... Was bringt denn das, hier oben zu sein? Äh... Ich bin nur bei YouTube-Mod, aber ich sag zu einem Mod-Status bei Twitch nicht, nein. Ja, Gnus, oder? Spricht da was dagegen an die anderen Mods? Mal so ne Frage. Nicht, dass ich hier jetzt wieder für Stress sorge. Gehen wir erst mal da rein. Wusstest du, dass es Zelda-Mangas gibt? Ja, deswegen erzählt mir gerade der Benni auch, dass eigentlich der Drache ein Freund von mir war. Vom Link. Die Qualen haben ein Ende. Wo ich das gespielt hab, war ich sieben und hatte nicht groß nachzudenken. Samara, ja. Das stimmt. Entscheidete dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Ich hab in Zelda gehasst, dass man nicht springen konnte. Stimmt eigentlich. Stimmt. Ja, macht Yungi zum Mod. Find ich auch. So. So, Aufgaben hat man als Mod. Äh, ein bisschen aufpassen. Ja, er war unser Freund und wir mussten ihn töten. Nee, nee, Leute, jetzt nicht Mod. Das ist nur ein YouTube-Mod, deswegen. Du, würdest du dich als Blumer oder Doomer bezeichnen? Was ist denn das? Ich würde fast sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, als Doomer. Kommt da auch noch was runter, oder? Oh, leck. Kann man die treffen? Guck mal, man kann die gar nicht treffen, verdammte Scheiße. So eine Verschwendung. Wieso nennst du mich Samara? Ich heiße Samar... Oh, sorry. Tut mir leid. Guten Morgen, ihr Arschlöcher! So. So. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. So. Lucky Boy, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Du, 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 du. Ich hasse die Dinger. Hallo, Horrorhuhn. Was kann ich da machen? Ah. Oder? Hm. 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 Freilabgibt tief, eher Blume, genießen das Leben, gute Laune überwiegt, aber hast auch Doomer-Phasen. Ach so, ja, ich habe auf jeden Fall gerade sehr viele Doomer-Phasen. Sehr viele. Oh, jetzt Link. Link ist irgendwie... Ja, der hat doch Special-Handschuhe. Deswegen ist der so stark. Die Sprachen kannst du Deutsch und Englisch. Bei Englisch ist noch... Geht noch mehr. Aber ich kann mich artikulieren und verstehe eigentlich alles. Außer es ist jetzt irgendwie fachbezogen... Oder irgendwas krasses mit Medizin, dann bin ich raus. Oder wenn jemand zu krasse Akzente spricht, denke ich mir auch immer... Kannst du bitte Deutsch reden? Fällt mir jetzt erst auf, bist du kein Twitch-Partner? Nee. Weil sonst dürfte ich nicht mehr auf YouTube streamen. Ich habe zwar schon... öfter eine Anfrage bekommen, aber... Ja, vielleicht wechsle ich Ende des Jahres auf Twitch, weil YouTube mich so nervt. Du hast Feuer, anfangen und schwinge dein Schwert. Okay. Weil, ähm... Wir sind uns nicht sicher, ob YouTube-Streams so gut für den YouTube-Kanal sind. Das werden wir jetzt mal beobachten. Und wenn das der Fall ist, dann... werden wir das anders lösen. Dankeschön, Smara... Smaragd-Link. Ich habe einen neuen Schlüssel, Smaragdi. Alles klar, Likey. Guten. Ich spiele gerade Zelda Ocarina of Time. Ach ja, wenn das so ist. Wieso können das Steine? Alles klar, Likey. Was gibt's denn? Oh nein. Nein. Oh nein. Oh nö. Ach man, wie doof kann man sein. Oh nein. Ach Mensch. Ach nein. Ach man. Ach man. Mensch, was habe ich denn gemacht? Oder der blaue Pille. Oder. Oh. 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 Oh, komm. Hab immer noch Durchfall. Nein! Twitch ist da sehr streng. Das find ich sehr doof, weil ich muss sagen, ich will mir halt auch von keiner Plattform verbieten lassen, auf einer anderen zu streamen. Du weißt, das ist halt auch irgendwie doof. Eine doofe Philosophie, finde ich. Und YouTube sagt ja auch nichts. Und Twitch profitiert ja von mir durch YouTube, weil auf YouTube hab ich ja viel mehr Zuschauer. Und die zieh ich ja rüber. Wenn ich will. Ich mach jetzt ja nie aktiv Werbung für Twitch, weil es mir ehrlich Wurst ist. Ich muss auch sagen, ich genieße die ruhigen Streams sehr. Ich liebe meine YouTube-Gnudis, aber es ist manchmal schon sehr anstrengend, wenn es so viele sind. Und hier hab ich so ein bisschen mal Ruhe dann. Also dann sind es ein bisschen weniger. Süß. Deine Mama hat zwei Tempel durchgespielt. Darf ich die Scheiße auch wieder machen? Das ist ja undankbar. Das find ich ein bisschen nervig, dass wieder alle Gegner da sind. Schön reingepanscht in die Scheiße. Weil Twitch sagt, man muss exklusiv bleiben. Deswegen. Voll nervig. Manche dürfen's. Ach, da gibt's auch noch eine Tür. Ah, da bin ich hergekommen. Manche dürfen's, aber manche dürfen's auch nicht. Hat mir beim Schattentempel geholfen. Voll süß von deiner Mama. Ist ja ein richtiger Profi. Ich fand es irgendwie verwirrend mit Twitch von Rainbow Six. Die Plattform-Switch. Was? Was meinst du, Skyline? Ich fand es früher irgendwie verwirrend, dass Twitch von Rainbow Six sie genau wie das heißt. Was, 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 was? Hä? Süß, hast du Angst vorm, vorm Schattentempel? Das wär cool. Ja, Cookie Kicks, äh, Cookie Kicks. Das find ich auch. Ich find's auch in Breath of the Wild, da fehlt's mir ein bisschen, dass wenn man den Garnendorf besiegt hat, dass man den auch wirklich besiegt hat. Und nicht, dass irgendwie man wieder da anfängt, wo im Prinzip alles angefangen hat. Dass man immer wieder den Gegner besiegen muss. Find ich echt doof. So, jetzt aber langsam, ey. Ich glaube, es ist normal, Angst zu haben, oder? Gott, scheiße. Oh Gott, ich hasse es hier. Ich will hier nie wieder her. Oh, hallo, ne Karte? Hallo, Laiki. Kennst du mal Zelda Twilight? Es kommt auch noch. Ja, wir spielen jetzt erstmal danach Majora's Mask. Dann kommt, äh, dann kommt Wind Waker und so weiter und so fort. Wenn, dann schon alle Zelda-Teile. Und Banjo-Kazooie kommt auch noch. Dö, 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 dö. Mann, jetzt hab ich da keinen Schlüssel. Dö, 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 dö. Na, hier auch genug. Hallo. Wie geht's gut? Ich hoffe, euch auch. Bin nur genervt heute von YouTube. Oh, ho, 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 ho. Ah! Ach, wie gemein. Das ist so unnötig. Hau ab. Ah, ha, ha. Französische Bulldogge Gizmo. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuchen zu öffnen erschlagen. Okay. Neues Video. Ja, weil es YouTube zeigt gerade bei, also sieht man auch bei anderen YouTubern, die ein Video hochgeladen haben, dass es nicht vorgeschlagen wird bei anderen und nur ganz wenig Leute benachrichtigt wurden. Das Video wurde direkt gelb und gelb ist eigentlich auch ein Todesurteil für ein Video. Dann wird es überhaupt nicht mehr vorgeschlagen. Es ist unbegründet gelb geworden. Dann musst du es einreichen. In der Zeit, wo du es einreichst, braucht YouTube wieder oder die Mitarbeiter wieder 100 Jahre, bis sie es sich anschauen, weil es halt ein Fehler von Algorithmus ist, dass sie es überhaupt gelb machen. Das ist halt super nervig. Also wenn jetzt schon der Algorithmus so rumspinnt, dann viel Spaß bei Artikel 13 echt. Muss man auch echt mal sagen. Super nervig. Sehr demotivierend, muss ich sagen. Deswegen, eigentlich wollte ich heute zwei Videos hochladen, habe es aber nicht gemacht, weil ich irgendwo auch nicht einsehe, dass ich mir den Arsch aufreise für ein Video und es da nicht ankommt. Oder nicht gezeigt wird. Gibt es hier noch irgendwas Feines? Ich muss mal ein bisschen mehr die Ecken anschauen hier. Kann man da irgendwas machen? Nein! Ja, das Video jetzt ist nicht so schlimm, weil es war jetzt kein Video, wo ich jetzt irgendwie ewig lang drangesessen bin. Aber das... Aber mein Ding, mein Horrorvideo, was eigentlich kommen sollte, da habe ich echt lang drangesessen. Das werde ich jetzt auch nicht hochladen. Äh, ich bin gerade irgendwie wieder lost. Lost in the heat of it all. Girl, you know you lost. Verpiss dich! Spielst du auch Sky Swords? Auf jeden Fall, Leute. Gott. Muss ich hier nicht noch irgendwas machen? Tschüss, Eva. Gab's nicht irgendwo, wo ich gerade war? Hier muss doch auch noch irgendwas gehen, oder? Hier mit dem, das ist doch komisch, dass es hier dieses Zeichen ist und da nichts passiert. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, du hast einen Schlüssel. Echt? Nee, aber ich konnte doch gerade... Ich hab einen Schlüssel, stimmt. Warum konnte ich dann die Tür vorher nicht öffnen? Verdammte Kacke. Ah, stimmt, ich hab den Schlüssel danach bekommen. Sorry, mein Hirn ist langsam echt Matsche. Das ganze Kack macht mich einfach nur langsam echt verrückt. Ja, genau, da, wo ich runtergefallen bin, da muss ich hin, ja. Dankeschön, Clues. Manchmal bin ich auch ein bisschen Matsche im Hirn, aber das muss auch mal sein. Mit Alfie? Keine Ahnung, was mit dem ist. Phantom Hourglass und Twilight Princess waren meine Lieblinge. Ich fand Phantom Hourglass, das hat mich gar nicht so umgehauen, weil es war doch dieses auch durch die Wände latschen, oder? Sky Swords finde ich auch toll. Ich liebe jeden Zelda-Teil. So, nochmal die Kacke. Mann, ich hasse diese Gerad-Dumm-Strecken, die man hier laufen muss. Ja, lol. So macht das Spaß. So macht das richtig Spaß. Haut ab. Verpisst euch, bitte. Danke. Okay. Druck. Ich hab Druck in der Hose. In der Unterhose. Der Remake von Link, Go the Last, wird inhaliert werden. Was? Da war ich schon drin, du. Ein Link to the Past, meinst du, oder? Glaubst du an das böse Auge, an das türkische? Ich glaube, dass damit gar nicht so unrecht ist, weil viele Menschen gucken böse und neidisch. Braucht der einfach mal vier Pfeile, der Arsch, ey. Wahnsinn, du. Oh Gott. Hey, listen. Brauche ich schon die neue Waffe, wette ich mit euch. Oder? Ach, geht tatsächlich. Was ist denn da drunter? Ich will da jetzt nicht rein. Komm ich ja nicht mehr hoch. Ich mach jetzt erstmal alles, was oben ist. Schrei mich nicht an! Wer macht Auge? Link to the Auto-Korrektur. Gut, da wollte ich nämlich auch hin. Erstmal eine Impfung für sie. Danken sie mir später. Da ist ein Kidder! Genau, renn nur, du ekelhaftes Ding. Ich mach dich alle. Die Kwaner am Ende findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst. Versuche es mit Ocarina. Ah, Dr. Gnu. Hallo, kranker. Finde ich süß, dass die dann immer wieder so an alles erinnern, so ein bisschen. Deswegen auch wahrscheinlich dieser komische Stein da unten. Den kann ich doch wahrscheinlich mit der Ocarina of Time wegmachen, oder? Ich hab grad was Interessantes gesehen. Und zwar da oben. Kann ich das mit der Ocarina of Time hier wegmachen? Oh nein! Lepp mich am Arsch. Äh. Hier, Hymne der Zeit. X, A, Y. Das ist nett! Verdammten Versuche war es wert. Lass mich, lass mich! Ich will doch nur da rein. Du musst da wahrscheinlich rein, oder? Muss ich da ins Löch? Ja, ich muss ins Löch. Oh Mann! Näääh. Pro-Mami. Dö, 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 dö. Wie oft muss ich diesen Scheißweg noch gehen? Ich hoffe, es ist jetzt wirklich... Es wird es wahrscheinlich noch einmal sein, weil ich muss ja noch mal hin. Ich denke nämlich nicht, dass ich da hochkomme jetzt. Autsch. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben nervige Gnulis überstehen. Nein, geh doch da hoch, Kerwe. Aua, jetzt tut's gleich weh. Wie geht's gut? Wie geht's euch denn? Ich geh da jetzt runter, ne? Warum geht's dir, Kacka? Mit der Hymne der Zeit kriege ich das weg. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich weiß wo. Yes, haben wir den. Ja, die Quale am Ende. Danke dir. Diesen Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Okay. Ist ja wie im Club. Das ist ja wie im Club, du. So, gibt's jetzt noch verschlossene Türchen? Habt ihr noch eine verschlossene Tür im Kopf? Ich nehme mich nicht. Doch, die eine, die da oben war. Wie komme ich denn zu der? Ja, Moment mal. Die eine, die da oben war. Die mit dem roten Halsband. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Na, wie gesagt, die ganze Zeit, hey, dass die irgendwann Aufmerksamkeit bekommt. Ja, die nervt voll. Was, weil so ein Grund FIFA Gaming mich ohne Grund gebannt hat. Was ein Idiot. Was, wo denn, was denn, wie denn, hä? So, Leute, wie komme ich jetzt weiter? Ich muss ja eigentlich in dem Raum hier irgendwie zum Schlüssel hochkommen. Auf Twitch, warum? Ach, kack doch drauf. Der weiß ja wahrscheinlich gar nicht, wer du bist. Der, das ist ja oft so, dass man das dann gar nicht checkt, wer genau das ist. Warum man jemand bannt. Hau ab. Ah, okay. Link, weißt du nicht weiter? Wir sollten einen Schikanenstein suchen. Vielleicht kann er uns die richtige Richtung weisen. Bitte. Äh, iiih, wo bin ich denn? Oh Gott, ich hasse das. Oh Gott, ich hasse dieses Level hier. Schau hier runter. Ist das nicht der Raum, den wir Doronia getroffen haben? Ah, okay. Kauf, du Scheiß. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? So, voll die Enttäuschung, du Kompass. Scheiße. Boah, doch nur da durch. Mann, verpiss dich doch, du dummer Stein. Oh. Ich muss echt sagen, ich komme da nicht durch. Super, ich hasse dieses Level. Geht's da runter? Aber nicht weit. Lebe deinen Traum, deine... Lass mich doch zum Scheiß-Schalter. Oh. Ich kann dir nicht helfen. Das ist eine gute Frage, warum man in jedem Tempel neuen Kompass bekommt. Das ist echt eine gute Frage. Ach, kommt, Leute. Ich verrecke langsam. Ich verrecke langsam. Es war so klar, dass es auf Zeit ist. Vielleicht direkt mich nochmal anstellen. Hallo an alle. Five minutes of Freddy's for Airs ist sehr gut. Oh, nee, diese Dreckstür. Ach stimmt, das geht ja nur mit Bomben. Drecksbombe. Das war so klar. Was kommt jetzt? Mann, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Hasse dich. Wie kann ich den nochmal besiegen, den Bastard? Ah. Komm her, du Penner. Mach mal die andere Richtung. Ich hab keine Pfeile mehr! Scheiße. Ich hab Feen. Du Arsch! Egal, ich hab ne Fee. Ich wäre nicht genug, wenn ich noch ne Idee hätte. Komm her, du blöde Drecksau. So, wie lang braucht denn der noch? Yes, Mann, endlich. Du blöde Drecksau. Ich glaub, ich krieg jetzt dafür den Hammer. Oder krieg ich dafür jetzt ernsthaft gar nix? Bitte? Ah, ich dachte schon. Ich war grad schon am schmollen. De, 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 de. Ich will dafür jetzt aber ein Geschenk haben. Krieg ich bitte ne Truhe? Ich krieg dafür nicht mal was. Das ist ja voll der Scheiß. Ich möchte dafür aber ein Geschenk haben jetzt. Okay, vergiss es. Ich muss nochmal neu. Ich glaub, ich muss sowieso von oben runterschießen. Komm, das muss doch. Das geht echt nicht. Wahnsinn, du. Oh, nein! Muss ich's doch so machen, dass ich den von hier aus unten anschieße? Oh, nein! Ah, okay. Danke, Finn. Stimmt, Bombe wäre auch gegangen. Schlaue Gnulis. Bin vom Essen zurück. Hallo, Dragon. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Einfach mal draufstellen. Okay, ich glaub, ich weiß, was ich dazu brauch. Ich hoffe, ich krieg das Ding jetzt mal langsam. Oh, ja, da ist es. Oh, Leute, da ist es. Oh, Gott, das ist so unfair. Ich hasse das hier. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, scheiße. Ja! Um Himmels Willen! Ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer, Hammer, Hammer. Geil, ich hab den Stahlhammer. Damit können wir jetzt Dinge zermalmen. Der Hammer, wie du dich bewegst in dein Outfit, der Hammer. Piss dich, ich mach dich fertig. Dich und deine Mama. Runter da, Kerle! Oh, yeah, geil. Mach richtig Spaß. Bam, weg damit. Die Steine, die du vorhin nicht vom Boden runterbekommen hast, kannst du doch... Stimmt, aber wo waren die nochmal? So, ich mach mich alle fertig. So, jetzt halte ich mal alle hier. Kannst du bitte deinen Hammer schwingen? Danke. Okay. Hey, Fledermäuse sind doch unter Naturschutz. Egal, weg damit! Brauchen wir nicht. Ah, ich brauch eine Kiste von oben. Dein Elm ist besser als in Fortnite. Ja, das stimmt. Links Awakening. Ja, also ich werde schon viele Zelda-Teile, habe ich schon mit euch vor. Aber mit Gemach. Ba-da-da-da-da-dam! Oh, ich glaube, da hätte ich lieber mitgehen sollen, ne? Link, lass los. Es ist doch nur 10.000 Kilometer weiter unten. Es ist doch nur ein 5.000 Meter Loch jetzt. Rein da herab. Verdammt, geh doch runter! Oh! Oh! Geht doch, Kerle. Fomp. Oh, scheiße. Das wird jetzt Schaden geben. Was? Kein Schaden? Oh. Jetzt brauche ich noch den scheiß Master Key, dann bin ich fertig. Wo kriege ich den her? Ah, genau, ich kann nur noch ganz am Anfang gehen, weil ich die Dinger wegmachen kann. Link ist manchmal so unflexibel. Hallo, Stream-Verbot, ich begrüße Sie, der Hammer, wie du dich bewegst in den Outfit, Hammer. Scheiß, war noch ein Schlüssel, Mann! Warte mal, wo war denn noch was, Leute? War nicht direkt hier in der anderen Tür noch was? Moment mal. Hallo, was machen Sachen? Hallo, Sakura! Ich begrüße Sie recht herzlich. War nicht irgendwo... ...noch was? Dinge oder so? Autsch. Ah, da hinten kann ich doch noch hin, oder? Ah, schaut mal, da oben. Kann ich Musik spielen. Da. Da muss ich hin. Beziehungsweise, da gehe ich jetzt mal hin. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hymne der Zeit, Y, L, R, Y, L, R. Do-Doo, do-Doo. Do-Doo, do-Doo, temperaturen! Do-Doo, do-Doo. Können Sie sich bitte alle mal beruhigen? Du auch noch? Ja, klar. Du auch noch, alles klar. Hilfe, ich weiß, wie das aussieht. Du kannst ein richtiges Instrument spielen? Ja, Klavier oder Keyboard, so gesehen. Klavier. Hallo, Emran. Oh, ich habe die Viecher gehasst. Ich auch, es sieht aus wie eine Scheide. Sagen wir es einfach, wie es ist, Leute. Es gibt... War die Tür da hinten auch interessant? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich klappe sie mal kurz ab. Oben, so im kleinen Flur war noch ein... Ich muss ja noch bestimmt irgendwas mit dem Hammer machen, oder? Hallo, Rafaul. Hallo, Ninja. So, rein da. Ach, an sich... Voll wag hier. Mal da hin. Für den, den ich den brauche, den du... Den ich meine, brauchst du... Ja, also ich glaube, ich brauche noch für eine Sache den Hammer. Dann kriege ich noch den Schlüssel. Dann kann quasi... Ich weiß, es tut weh, oder musst du durch? Nicht noch mal runter. Ich weiß es nämlich nicht. Dimm, dimm. Die Karte zeigt dir, wo du noch nicht warst. Ja, aber manchmal blicke ich das nicht so ganz. Weil es manchmal auch verschiedene Ebenen sind. Super, direkt bei dem Arschloch hier rausgekommen, der einen direkt runterschmeißen will. So, hier war ich schon überall. Da oben noch nicht. Wohin kann ich noch? I'm not sure about this. Gibt es hier nicht noch irgendwas zu tun? Das sieht richtig widerlich an. Verdammt. Vielleicht doch noch mal hoch? Ja, genau. Kann ich mal bitte irgendwo noch mal in die Tür rein? Hallo? Oh, es nervt doch. Da, wo du weiter vom Feuer weglaufen musst. Die erste Tür für die, wo du den Schlüssel benötigt hast. Da muss ich hin? Sicher? Weil da war ich... Da hab ich doch schon... Achso, okay. Ah, da muss ich hin. Alles klar. Okay, da muss ich noch mal irgendwo diese andere Scheißtür finden. Mann, wo ist denn die Tür? Da. So. So, sag ich noch mal die Scheiße machen. Ich wusste, dass ich es noch öfter machen muss. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das müsste mir nicht jedes Mal zeigen, ey. Ach, du kleiner, dreckiger Spasti. Echt. Geh dich vergraben, du Wichser. Ohne Witz. Wie unnötig, du Stück Scheiße. Ist auch unnötig. Alles unnötig. Was für ein Arztspiel magst du? Hm, Horror, liebe ich. Hier, meinst du? Ah, genau hier. Ja, dankeschön. Sehr gut. Cool. Genau, hier muss ich doch irgendwas... noch machen. Genau, rauf damit. Bam. Okay, dann spielen wir noch mal. Hab schon wieder vergessen. YLR. Mich verwirrt ist, dass die Ocarina umgedreht ist. Die Dinger sind toxic. Ja, man. Rauf damit. Oh, da haben wir doch noch einen Schlüssel. Yes, man. Wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Du hast dich gerettet. In der Eingangsheil des Temmels befindet sich eine Statue. Ja, da muss ich nämlich jetzt hin. Hast du Epona schon? Yo, die haben wir schon. Die haben wir schon. Ah, hier war das. Okay. I see things. Ich will da hoch. Okay. 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 Ah, okay. Das war die Tür. Alles klar. Also gibt es hier drin nichts mehr für mich? Nee. Okay. Dann kann ich jetzt zurück zum Eingang. Das heißt, ich kann da direkt runterjumpen. Dass ihnen das keinen Schaden macht, ne? Finde ich gut. Falsche Tür. Hier lang. Granny Simulator war doch cool zu sehen bei dir. Granny Simulator habe ich doch hochgeladen, Leute. Guckt meine Videos gar nicht, denke ich manchmal. Ihr fragt mich so oft teilweise, ob ich Sachen spiele und habe die erst vor einer Woche hochgeladen. Das ist halt echt geil teilweise, ey. Einfach mal in die Suchverlauf eingeben auf meinem Kanal, dann seht ihr es. Ich habe so viel schon gespielt, was viele sich immer wünschen. Ein Lied für die Gnolis, because I'm Gnoli. Habe 200 Kilo auf den Rippen, aber ist mir egal. Ja, hier war ich doch schon, oder habe ich gerade ein Déjà-vu? Ich hoffe, hier gibt es noch etwas Feines. Ach, kein Problem, Linja. Es war nur gar kein Thema. Es war nur allgemein gemeint. Wenn ihr Spiele wünscht, dann guckt als allererstes in der Suchleiste. Weil auch die ganzen Horror-Games, die sich viele wünschen, die habe ich alle schon vor Jahren mal gespielt. Oder Hilfe! Oder mal wieder. Oder schon vor ein paar Monaten. Ich weiß, ich... Oh, jetzt hat er mein Schild, die dumme Sau. Ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint gewesen. Müsste mir jetzt hier nicht eigentlich heiß werden? Jetzt zieht er die Scheiße nicht mal an. Äh, 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 äh. Jetzt habe ich sogar mit dem Haider gespielt, das Spiel. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe echt ein Déjà-vu. Wahrscheinlich kriege ich von dem jetzt den End-Boss-Schlüssel. Genau, verlauf dich nur, mein Kleines. Ich sage, ich finde den Gegner echt unnötig. Mann! Wie lang geht der Stream noch ein bisschen, Leute? Was kriege ich, was kriege ich, kriege ich? Ah, nur einen kleinen Schlüssel. Ich wollte aber jetzt den Hauptschlüssel haben, Mann. Okay, das heißt, ich brauche jetzt Bomben im nächsten Raum. Oh, yeah. Ja, tschüss. Geilo. Die Qualen an mein Ende. Ich bin frei. ール AD sichert, Do-ron, ja, dich um Hilfe gebeten. Du hast es mir gut! Hilf, Do-ron, ja! Yes! Geil! Gnulli, 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 Gnullli, Gnulli, 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 Gnu-u-u-u-u, Gnulli-is, Master-Schlüsseli. Bam! Was schaust du? So für Serien? Momentan gar keine. Ich habe gar keine Zeit, um irgendwas zu schauen, leider. Hä? Die war doch hier, oder? Ah, falsche Tür. Falsche Tür! Oh, mein Cursor ist im Bild. Sorry. Sorry. Gerne mich darauf aufmerksam machen, wenn ihr das seht. Okay, Leute, Endboss-Time. Viel Glück beim Boss. Dankeschön. Oh shit, oben rechts waren noch Feen. Ich habe noch welche. Volvagia! Oh, deine Frau. Oh, 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 oh. Verpiss dich mal. Verpiss dich bitte, blödes Arschloch. Genau, hau ab. Rein da mit dir. Das war's, ich kann nur einmal schlagen. Schon blöd, wenn die schwache Waffe, die man hat, da oben auch noch so blöd leuchtet. Und da, 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 da. Da, 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 da. Dann kann ich immer noch einmal hauen. Handy hat geklingelt, ja, ich weiß. Kann ich den nicht irgendwie abschießen noch? Nee, juck den nicht. Der ist echt lame, der Gegner. Ich wusste doch, dass mir was ausmacht. Nein, ich wollte dich doch gerade hauen. Hallo, Gnooker. Ich sag nie wieder, dass der lame ist, der Gegner. Jetzt gibt's aber erst mal was auf den Schädel. Komm her, du Arsch. Mann, dass man immer nur einmal hauen kann. Wie oft muss man den noch hitten? Machen kaputt! Komm her, du Sau. Dumme Dreck, Sau. Das gibt's doch nicht, dass ich immer nur einmal schlagen kann. Okay, lass mich. Biss dich. Ja. Kleine Zimtschnecke. Genau, verpiss dich. Ja, sehr schön. So, wo kommt die Sau? Yes, endlich. Ja, verpiss dich. Du Arsch. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Geilo! Danke euch, Nulis. Aber den fand ich jetzt einfacher als den Waldtempel. Finde ich. Muss ich schon sagen. Wuhu, es wird alles schön. Halle der Weisen. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Natürlich nicht. Ich, Darunia, offenbare dich dir als eine der sieben Weisen der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ja. Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Ja, geh zu Garn und offen töte ihn. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Nee, Hyrule ist noch nicht schön, aber immerhin der Berg. Du hast einen roten Oreo mit Erdbeergeschmack. Herzlichen Glückwunsch. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt es sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Wuhu. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Was ist, wenn ich das nicht will? Todeskrater. Jetzt kann ich schon den Scheiß da vorne auch abwegmachen, oder? War nur noch so viel zu machen. Ich speichere mal. Da gab es noch diese einen Dinger, da hinten kaputt zu machen. Das mache ich noch mal kurz. Ich habe das Gefühl, du ignoriert mich extra. Nein, ich ignoriere nie jemanden, Leute. Bitte hört auf, das zu sagen. Das ist auch so eine Sache, die mich einfach unheimlich nervt. Als ob ich mich jetzt hier hinsetze und denke, okay, den Tomatenheld, den Tomatenheld, den ignoriere ich jetzt. Das soll ich doch nie denken. Ich lese es dann halt einfach nicht, weil ich konzentriert bin. Oh, hallo. Feenquelle. Komm raus, Alter. Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt erwachsen. Hallo, Alter, was geht? Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Feder Weisheit. Sei bereit, ja, gib her. Holla, diese Ansicht. Ist ja verboten. Yeah, meine Leistung. Er ist länger geworden, Leute. Deine magische Kraft wurde erhöht. Doppelt so viel. Dankeschön. Ich wollte schon immer längeren Balken haben. Joker mit Brüsten. Juhu. Dankeschön. Joker mit Brüsten, aber wirklich. Geil. Wo ist eigentlich die Eule hin? Die Boppi sind immer noch spitz. Stimmt, da habt ihr recht. Das habt ihr sehr toll analysiert. Gnudis bin ja sehr stolz auf euch, dass ihr das wirklich so schön analysiert habt. Alles. Ihr tollen Gnus. Yes. Ähm. Ja, ich vergesse es manchmal. Also, deswegen, ich muss sagen, ich bin so froh, ihn kennengelernt zu haben, weil ich war echt voll lost. Ich dachte echt, YouTube ist so mein Inhalt. Es gab nichts anderes. YouTube war so das Ding. Was anderes gab es, wie gesagt, nicht. Und, äh, nur dafür gelebt. Und wie viele Leute ich abgesagt habe, wie viel, ich konnte nie, nein, ich kann nicht, ich muss das machen, nee, hier muss noch ein Video kommen und dies und das. Und jetzt, Hilfe, ich schicke hier gar nicht durch, Mann. Und jetzt auch einfach mal sagen zu können, hey, äh, wenn er da ist, kann ich abschalten. Und das ist halt echt toll. Info über Gnud. Oh mein Gott, diese pinke Bandage, love it. Haha, süß. Hallo, Clu. Kann ich da jetzt nicht hoch, oder was? Muss ich erst diesen beschissenen Eistempel machen? Ach, und da kann er auch nicht hoch, alles klar. Aber da kann er hoch. Jawoll. Die wollen mich einfach nur zwingen, die Scheiße hier durchzumachen. So. Ja, absolut, deswegen, ich hoffe, dass alles so super bleibt, wie es ist und dass ich auch mal Glück habe. In dem Bereich hatte ich echt nur Pech, Leute, das ist echt, ich habe echt nicht mehr daran geglaubt. Aber, ja, ich bin sehr, sehr zuversichtlich und es sieht sehr gut aus. Und, ja, deswegen, das muss man auch sagen, der motiviert mich ja auch. Guck mal, manchmal hatte ich auch meine Tiefs, gerade jetzt in so einer Phase, wo es mir halt nicht so gut geht, wegen YouTube und der ganzen Scheiße und der Stress und Druck und so viel Kampagnen und so viel steht an. Ist halt dann eher da und motiviert mich und baut mich auf. Und man weiß dann irgendwie so, hey, selbst wenn irgendwie alles schief geht, ich habe jetzt eine geile Beziehung. Zelt ist ja eigentlich gar nicht so mein Fall, aber ich höre dich einfach so gern reden. Ach, Dankeschön, Lost Catcake, das ist so süß. Sich seinen Kanal aufzubauen, ist schwierig. Ja, vor allem, ich habe jetzt ja auch deswegen meinen Zweitkanal, der läuft ja super. Also, mein Zweitkanal haben wir gut, hätte ich mir nicht besser träumen können. Dann noch der dritte Kanal und ich glaube, wenn ich dann echt drei gut laufende Kanäle habe, dann habe ich auch nicht mehr so das Problem, wenn mal einer weniger läuft oder mal irgendein Problem ist, dann bin ich da auch entspannter. Dann bin ich nicht nur von einem Kanal halt abhängig, das ist schon cool. Wie kann ich denn diese blauen Sachen wegmachen, Leute? Da kriege ich doch noch was, oder? Fehlt mir da irgendwas. Ich mag Oliven, ja, wenn kein Kern drin ist. Ich habe es schon unter das Video geschrieben, aber wird die Monetarisierung nicht schon zwischen abgeschlossenen Upload und Veröffentlichung des Videos geprüft? Ist doch zumindest bei der, doch eigentlich schon, aber nicht immer. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video hochlade und das ist dann grün, kann es trotzdem sein, wenn du es veröffentlichst, dass der Upload nochmal drüber schaut, der Algorithmus, und es dir dann gelb macht. Und selbst wenn ich es privat, oder wenn ich es plane, ist es immer besser, wenn man das Video, vielleicht an alle YouTuber, Wenn ihr ein Video hochladet und ihr seid euch nicht sicher, ob es grün bleibt, dann solltet ihr das Video auf nicht gelistet stellen. Was aber auch kein Garant dafür ist, dass es dann nicht gelb wird. War bei mir auch so, aber YouTube macht gerade eh alles gelb. Wie gesagt, das Review-Videos gelb geworden, obwohl es eigentlich anfangs grün war und auch überhaupt gar keinen Gründen. Der Algorithmus hat gerade irgendwelche Probleme. Was für Projekte kommen nach Gnu? Wie nach Gnu? Auf diesem Kanal? Hä? Was meinst du, mein Spätzle? Du musst nicht immer perfekt sein, deine Videos müssen auch nicht immer so aufwendig sein, und ich denke nicht, dass wir also deine Community in irgendeiner Hinsicht böse auf dich wären. Auf jeden Fall wünsche ich dir extrem viel Glück. Dankeschön, Dufri, aber ich will nicht aufhören, keine Sorge, niemals. YouTube ist auch mir so super wichtig und auch, wie gesagt, mein Freund sagt auch immer, er will nicht, dass mein Job darunter leidet, was er ja gar nicht tut. Aber der ist auch so, der wird mich einfach nur unterstützen. Der wäre ja auch gerne dieses Jahr mit auf die Gamescom gekommen, wo ich gesagt habe, boah, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn man damit nichts zu tun hat, da so reingeworfen zu werden. Vierter Kanal wird dann saftiges Knuschix. Da laden wir Frühstück, Mittagssalat. Keine Idee, aber nur Salat und nichts anderes. Saftiges Elschix hat sich ja voll süß an. Dankeschön, Tufisch. Welche Spiele streamst du in nächster Zeit? Achso, genau, also wir haben noch, warte, ich habe mir alles aufgeschrieben, wir haben noch vor. Ach du Arschloch. Du kommst auch in den Salat rein. Komm her. Ich habe noch geplant mit euch, also es kommt diesen Sonntag South Park, 16 Stunden lang ging das, dann nächsten Sonntag kommt Zelda, dann kommt Life is Strange Before the Storm, dann kommt Heavy Rain, Banjo-Kazooie, Ink Machine, Majora's Mask, Beyond Two Souls und dann könnt ihr euch weiter überlegen, was ihr wollt. Das sind mal so die Spiele, die ihr euch gewünscht habt, die ich mir mal notiert hab und ja, also ich hab immer wieder gerne neue Wünsche von euch, könnt ihr euch alles wünschen. South Park, nicht South Park, South, South Park, South Park, Mann, Leute, da darf ich mich zu ärgern. Uncharted, genau, Uncharted kann ich euch auch noch hochladen, das habe ich eigentlich auch komplett Let's Played, obwohl dann müsste ich alle, ah, das, jetzt müssten wir nochmal gucken, wie wir das machen. Da reden wir nochmal drüber, Leute. Wie wird man schnell groß? Schnell groß werden ist nie gut, Leute. Lasst euch Zeit, gerade ein YouTube-Kanal muss wachsen. Dieses schnell groß sind dann immer die Leute, die dann irgendwann aus dem Hype sind und dann guckt sie keiner mehr. Lasst euch Zeit, wisst ihr, wenn man was wirklich will, dann schafft man es auch, man muss halt auch wirklich Opfer bringen und viel Zeit investieren. Ach du Arschloch! Ich hasse dich! Hä? Oder muss ich das einfangen im Glas? Bitte einmal ein Gleis, Dankeschön. Gleich Wassertempel? Ja, ich habe schon Angst. Kannst du mir da helfen, Laiki, dass es nicht zu lang dauert? Habt ihr eigentlich noch Schule? Nun gehst du in den König der Löwen, aber hallo. Natürlich gehe ich in den König der Löwen. Voll die verarschende Karte. Schieb die dir in den Arsch. Nehme mal ein bisschen mit davon, von gutem Stoff. Helfe auch, Dankeschön. Ihr seid süßis! So. Nehme mal ein bisschen von den Shit mit. Und nehmen dann... So. Kennst du noch Fake-Papa-Gnu? Ja. Das war aber der Arme, der hat sich schon voll Lang-Gnu-Papa genannt, mal aus Spaß. Und dann haben ihn alle fertig gemacht, da hat er die Welt nicht mehr verstanden und ist gegangen. Also ihr seid manchmal auch gemein. Dankeschön, Leute. Ja, deswegen, wisst ihr, das habe ich ja gesagt, man sieht immer das Leben des YouTubers und oh, so cool, die reißen alle rum und haben so viel Spaß. Aber den ganzen Stress dahinter, was man alles aufgibt teilweise und opfert nicht alle. Also wenn ich jetzt ein Prankster bin oder irgendwie halt Videos mache, für die ich nicht so viel Zeit investiere und nicht so viel Kampagnen habe, kannst du ein echt gechilltes Leben haben. Aber wenn es halt jetzt gerade so aussieht wie bei mir, dann hast du kein gechilltes Leben und musst halt viel opfern. Und du bist sehr viel alleine und ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm jetzt. War ja eine geile Zeit, ist eine geile Zeit, ich genieße sie. Aber es ist halt gerade wieder eine anstrengende Phase. Es gibt sehr viel anstrengende Phasen, muss man auch sagen. Oh nein, ich hasse das. Dülülülü. Ich hoffe, dass du nie wieder von Männern verarscht wirst. Ich verstehe nicht, wie man so einen netten und tollen Menschen wie dich verarschen kann. Ich hoffe, dass du und Pnupapa in eurer Beziehung immer viel Gesundheit und Glück habt. Bleibt so, wie du bist. Vielen, vielen Dank, Madina. Ich hoffe es auch. Aber ich denke, also das würde mich wirklich, äh, wirklich, also entsetzen, wenn es so wäre. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen bei ihm. Da habe ich echt, äh, Vertrauen. Und so viele Leute, bei den anderen war es, es gab immer bei den anderen so Indizien, die man halt nicht sehen wollte. Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen. Er ist sehr, er ist auch wie ich sehr konservativ, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Wir sind beide konservative und romantische Menschen. Obwohl ich eigentlich nie romantisch war. Ich habe immer die Pärchen gehasst, so wie ich jetzt bin. Aber sei es mir gegönnt, Mann. Was, der Fake-Papa-Gnu wollte sich umbringen, als er erfahren hat, dass du einen echten Freund hast? Ich hoffe, das ist ein Witz. Aber wisst ihr, Leute, ich, ich meine, ich glaube, ich bin jemand, der immer von Anfang an klar gemacht hat, ich werde niemals mit jemandem von meiner Community was anfangen. Ich, äh, bin ein eigenständiger Mensch. Deswegen bin ich auch Gnu-Mama. Und ich fange nichts mit Zuschauern an. Und selbst wenn irgendwelche was von mir wollten und damit jetzt ein Problem haben, sorry, dann müssen sie halt gehen. Weil, äh, nur weil jemand Single ist, heißt es nicht, dass man auch mit der Person zusammenkommt. Und das verstehen halt viele nicht. Ich glaube, ich schmeiße den mal kurz runter. So. Was ist Gnu, unsere Mutter? Ja, natürlich, das weißt du erst jetzt. Hallo, Katja. Hallöchen, Mr. Coco. Deswegen tun mir eigentlich nur die ganzen Frauen leid, die halt, wie gesagt, ihre Community aufgebaut haben, indem sie sagen, ich bin Single. Glaubst du hast gerade das neue... Was? Glaubst du hast gerade einen neuen Unterstützer bekommen? Was? Nee, ich glaube, das ist der Eiswürfel gewesen. Der zieht so komisch nach. Lustig, Likey. Nee, nee, das ist der Eiswürfel gewesen. Ah. Ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Warte. Ich schmeiße ihn nochmal runter. Ich bin nicht so eine. Hallo, Gnu, ist Oreo. Nun kommt bald wieder ein neuer Merch. Ja. Autogrammkarten gibt es wieder. Ich habe welche hingeschickt. Ich habe halt überlegt, wegen dem neuen Merch, weil ich halt auch gerade so im Stress bin, ob es nicht sinnvoll ist, den im September zu veröffentlichen, weil ich sehe gerade, so viele Gnus haben jetzt schon T-Shirts und es gibt ja saisonale Items. Ob ich es nicht so mache, dass ich den dann veröffentliche, wenn es auch Sachen gibt, die ihr wirklich noch nicht habt. Also keine T-Shirts oder sowas. So kommt dann, bekommt man doch einen Follower, indem man behauptet, dass man Single ist. Einfach nur dumm. Also ich meine, als ich Single war, hatte ich auch kein Problem, das euch zu sagen, weil es war halt so, aber ich habe auch kein Problem damit zu sagen, jetzt bin ich halt vergeben und glücklich. Also ändert ja nichts an der Situation. Ich mache trotzdem Videos. War wohl doch eine Donation. Glaubst du, hat mir jemand was donated? Ich lese es nachher vor die Donations, Leute. Braucht jetzt nichts donaten. Entspannt euch mal, Leute. Lehnt euch mal zurück. Und macht einfach mal gar nichts. Ein Befehl von Gnumama. Wie schiebe ich den Scheiß? Ach so, ich muss von da drüben, oder? Wie muss ich den jetzt darüber schmeißen? Den Scheiß. Oh, ich bin sowas so schlecht. Ich habe echt... Logik ist nicht so, meinst du? Ne, ich muss den darüber schieben und dann, okay. Warte, nochmal zurück. Bitte. Ich schmeiße nochmal runter. Katja Krasavitsch, keine Ahnung, hat halt ihr Ding durchgezogen und wurde halt durch die Communities groß gemacht, weil halt alle rüber sind und sie haten. Jetzt lieben sie alle, also. Und wirklich sagen kann, dass die es falsch gemacht hat, weiß ich nicht. Ich möchte den ja da hin haben. Dann muss ich den doch theoretisch jetzt da dran schieben. Dann kann ich den da hin... Ne, es passt nicht. Ich muss den da irgendwie hinkriegen. Ich muss den... Ich muss diesen komischen Pflok hier hinkriegen, um ihn da hin zu schieben. Wie schaffe ich das? Oder kann ich da irgendwas kaputt machen hier? Ne. Ein wahrer Teil der Community von dir sollte sich für dich freuen. Genauso ist es, Moni. Genauso ist es. Wann würde der Merch dann kommen? Ich denke, Anfang September. Aber es gibt noch an... In zur Gamescom-Zeit was Besonderes. Meine Mutter schaut deine Videos und trinkt dabei Eiran. Oh. So, wie kriege ich den da hin, Leute? Wo ist die Logik? Wir brauchen Logik. Oh, die ist aber nicht vorhanden. Wir gehen trotzdem morgen der dritte Kanal. Ja. War das gerade schon wieder eine Donation oder hat sie das nur so angehört? Hallo, Schnitzel. Ich glaube... Nein, Laiki ist nicht der Gnu-Papa. Laiki ist der Gnu-Onkel. Ich glaube, ich habe es. Ich habe eine Idee. Wegen YouTube kannst du ein Instagram-Video ankündigen. Dann gehen alle Gnu-Sel im Video. Ich hoffe, es hilft. Für das neue Video, meinst du? Süß. Dankeschön. Hallo, Twitch-Henry. Grüße dich. Geht auch so. Hallo, Vivian. Ich habe doch noch ein Feuerchen, oder? Bitte. Nein! Arbok! Oh, jetzt sind die auch alle wieder da. Oh, leck. Doch am Arsch. Mit Merch habe ich mich nie beschäftigt. Solltest du. Und letztendlich ist es auch unnötig, zu wissen, wer er ist. Es ist eine Privatsache in deinem Leben und es bringt auch einen nicht weiter im Leben. Ja, vor allem, er ist ja... Also, ich würde ja verstehen, wenn er irgendwie YouTuber wäre oder Streamer, dass man halt sagt so, hey, er arbeitet im gleichen Job, aber er macht es ja gar nicht. Aber klar, die Sache ist halt auch die, ich bin mit ihm schon öfter durch die Stadt und es munkeln, es flüstern Leute und sagen, oh, ich ist ihr Freund und war damals schon so und da war es noch gar nicht so, ja, so bekannt eigentlich. Und da dachte ich mir, okay, bevor jetzt irgendjemand ein Foto von uns macht und das online stellt, mache ich das dann lieber selber, wenn ich es möchte. Das bringt euch dann trotzdem nichts. Ihr wisst halt dann, wie er aussieht und dann können uns Leute fotografieren, wie sie wollen, beziehungsweise dann passiert es nicht mehr, weil die Leute ja ein Bild haben. Hallöchen Zettel. Hallöchen Smitty, ich begrüße dich. Wie geht's dir? Ja, wir reden nur über Merch außerhalb des Streams. Stimmt. Ja, Likey braucht auch seinen Merch. Ist ja deine Entscheidung. Eben. Aber ich verstehe auch, dass die Community auch ein Teil, da irgendwie, wenn es so emotional ist und der Gnu-Papa ist, wollt ihr den natürlich auch mal sehen. Ihr werdet ihn schon noch sehen. Jetzt muss ich erst mal der Likey kennenlernen. Jetzt hat er den Likey noch nicht mal kennengelernt. Jetzt greift doch endlich an, Mann. Genau, Floppyron, denke ich auch. Also ich denke, klar, man kann schon sagen, hey, guck mal, das ist mein Freund, so sieht er aus. Gerade wenn ich mal streame oder so und er mal im Hintergrund was sagen möchte, dass es halt einfach... Oh, ich hab die Stiefel. Oh, hallo. Ich glaub, ich krieg grad echt Subs. Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan, doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber des Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefangenen im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen schneiden in ewig wie das Wassersfluss. Zum königlichen Streben reift des Kinds Mut. Junge, liebe Knospen blühen groß und stark, das Wasser kraft allein, die es schafft. Oh Gott, bitte hör auf. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in dein Herzen. Die fand ich auch immer voll schön. Papa schon so Fan, er könnte Ziegen-Merch machen. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Ich mach ein bisschen lauter, klar, gerne. Und da unten geht's raus. Ach, da kann ich jetzt durch. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Eis von diesen Dingen holen, weil ich ja noch die anderen muss ich ja auch wieder enteisen, quasi. muss ich halt noch mal kurz in meine Lieblings- äh- Ding gehen. Oh, du Arsch. Ich wäre jetzt persönlich zu warm in der Hitze zu zocken. Ja, es geht. Mir ist gar nicht so warm. Hallo, ja, Juri. Pap. Du bist in Antilopen-Art. Ja, voll süß. Antilöbchen. No, dankeschön, Poshino. Ich bin auch echt ein Glückspilz, ihn zu haben, muss ich sagen. Einen Respekt, dass du für uns streamst bei so einer Hitze. Gerne, Leute. Ihr seid so für mich da. Ich muss echt mal sagen, danke, ihr wisst es vielleicht gar nicht, aber ihr therapiert mich so oft, weil man halt einfach so ein bisschen runterkommt. Ich bin oft so alleine in mich verstrickt, in die ganze Scheiße und dann streame ich und kann mit euch reden und ihr hört immer süß zu und motiviert mich. Also nochmal Dank an jeden Einzelnen. Revina hat ihre Tage. Revis auch pisst wegen YouTube. In Österreich hat es 40 Grad. Halleluja. Ich habe gerade dein neues Video gesehen. Ah, ja, gut, dann hast du es gesehen. Jetzt kommt ja auch nachher noch. Ich versuche in einer Stunde unnützes Wissen hochzuladen. Es ist grün. Ich hoffe, es bleibt grün. Wenn das aber gelb wird, dann nehme ich es nochmal runter, weil, wie gesagt, zu viel Aufwand. Und vielleicht lasse ich es auch einfach oben. Scheiß drauf, lasse es oben. Aber, wow, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Da muss ich drauf gucken, wie ich drauf bin. Da, 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 da. Ach, jetzt bin ich hier. Oh Gott, es geht noch weiter. Hat dir doch gesagt, hier finde ich nichts, oder? Ach so, hier komme ich zurück. Ja, Olli Memes. Ich finde es voll schön, dass du auf Twitch in der kleinen Runde so offen redest. Ja, ich muss auch sagen, ich liebe die Streams auf YouTube, aber sie sind auch anstrengend. Und ich merke, wie ihr schon seht, ich kann viel offener hier sprechen und möchte auch offener sprechen, als ich es jetzt halt woanders tue. weil hier nicht so viel zuhören und es einfach eine kleinere Gruppe ist. Da kann ich viel offener sprechen. Ghost Marlone, ich freue mich auch auf euch. Nimm es lieber runter, wir wollen nur das Beste für uns, Mami. Was meinst du, was soll ich runternehmen? Liebe Planschbecken meiner Tochter, wie geil! Kannst du mal Zuschauer anrufen? Ja, kann ich mal machen. Aber das muss dann schon passen. Ich muss mir das Cooles überlegen. Ich finde die Twitch-Teams auch mega geil. Bin halt nur dann dabei. Ist doch gar kein Problem. Habe eine neue Freundin. Cool, wie sieht sie aus? Sie ist ein Dreifache, Zehnfache. Ja, ihr Gesicht, ihr Körper und ihr Alter. Ach, Glückwunsch, Green Punch! Wie süß! Sehr schön, freut mich! Nein, ich hätte gern das. Genau, Moni, hier ist echt entspannt. Jetzt bin ich schon wieder da, um deine Alde zu retten, ey. Jetzt redet der nicht mal mit mir. Ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen der Danker gibt es die Rüstung. Ah, geil. Sehr geil. Dankeschön. Alter. Alter. Da muss ich ja theoretisch gar nicht mehr in den Laden. Ich habe ja alles, was ich brauche. Aber trotzdem gucken wir mal rein. Als ich den Zorakönig bis... Äh... Wo ist das? Als ich den Zorakönig zum ersten Mal gesehen habe, habe ich Angst bekommen. Der ist schon gruselig, gell? Wie geht's dir, Schmiddy? Du hast ne Scheiße. Du hast ne Scheiße in deinem Laden. Das überzeugt mich gar nicht. So. Dann... Lasst uns... Gehen. Jetzt kann ich ja zum Tempel direkt. Mit... Mein Beziehungsstatus ist ein bisschen stressig, weil ich mit gefühlt drei Millionen Menschen... ...was... ...geschippt bin. Süß. Na, dankeschön, Katz. Mach ich sehr gerne. Ich find's wichtig, auch irgendwie... Keine Ahnung. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, ich bin auch nur ein Mensch und mir geht's auch mal beschissen und ich hab auch meine schweren Phasen und es ist nicht immer alles perfekt und toll, sondern es ist auch manchmal einfach Scheiße. Und jeder hat seine Höhen und Tiefen und auch euch zu zeigen, dass YouTube eben nicht immer so geil ist, wie es wirkt. Man sieht immer nur die Oberfläche. Ich hab damals auch gesehen, boah, YouTube, so geil. Ich will das auch machen. Ich will auch, dass Leute meinen Content gucken, dass sich Leute zum Lachen bringen, dass Leuten meine Videos was bedeuten und im Endeffekt... Ja, es ist jetzt so und es ist mega geil und ich liebe es. Ich würd's auch immer wieder machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig ist. Teilweise, manchmal. Bei diesem Wetter ist es eh für alle schwierig. Ja, das stimmt. Es ist auch schwer, sich aufzuraffen, zu arbeiten bei der Hitze. Ich will keine Aufmerksamkeit oder so, aber ich habe schlechte Erfahrungen mit Beziehungen, da ich zwei scheiß Beziehungen hatte und einmal betrogen worden bin. Verstehe ich, aber ich hatte drei Beziehungen, wurde zweimal betrogen und einmal nur belogen und verarscht. Also, und trotzdem habe ich jetzt eine Beziehung und bin mega glücklich. Also, ja. Wenn ich nicht die Hoffnung aufgegeben habe, dann darfst du sie auch nicht aufgeben. Ich bin der größte Pessimist und es kam auf einmal, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie nochmal glücklich werde oder dass ich mal so bin, wie ich bin in einer Beziehung und auf einmal, zack, treffe ich einen. Lieber auf den ersten Blick. Okay, es ging ganz schnell und sofort, ich wusste sofort, mit dem will ich zusammenkommen. Und das hatte ich auch noch nie. Also, gib nicht auf. Man denkt immer so, oh Gott, nee, ich habe ja nur Pech und alle sind scheiße. Nee. Es gibt so viele Menschen, nur weil, guck mal, du lässt ja damit im Prinzip zu. Du dumme Sau, verpiss dich doch. Genauso musst du mit denen reden, die scheiße zu dir sind. Verpiss dich, du Krüppel. Du dumme Drecksau, jetzt fiss dich dich. So. Sorry. Auf jeden Fall, genau, im Prinzip haben ja dann die Leute, die dich verarscht haben, dein ganzes Leben irgendwie im Griff und unter Kontrolle, wenn du dich so beeinflussen lässt. Verstehst du? Ich hasse den Wassertempel. Habe ich schon mal gesagt? Ich hasse ihn. Bei der Hitze. Was? Ich muss erst mal den, kann ich den auch ziehen? Ich glaube, ich muss den jetzt erst mal echt so ziehen, damit, wenn ich nämlich später komme, durchs Gitter laufen kann und den wegschieben kann und den Gang weiterlaufen kann, denke ich mal. Hallo Skyhunter. Wassertempel ist Horror. Ich habe Angst vor dem. Diese Schreie, wenn er zuschlägt. Ich wurde bisher auch nur verarscht. Jetzt bin ich 25. Alle um mich herum heiraten, bekommen Kinder und so weiter und ich denke nur ja und was habe ich jetzt auf die Reihe bekommen? Aber so darfst du gar nicht denken. Das ist auch das Lustige. Mein Freund hat das Spiel auch gesagt, dass alle so in seiner Umgebung, auf einmal waren sie alle verheiratet, haben Kinder und er ist ja 31, dachte ich so, ja wow und er und dann auf einmal haben wir uns kennengelernt und so schnell kann es gehen und von das hier auch gar keinen Druck machen, Leute. Guck mal, die Menschen werden immer älter und ich bin zum Beispiel jetzt an so einem Punkt, ich mache ja gerade schon Karriere und er ja auch und wir wollen auch noch jetzt erstmal überhaupt gar keine Kinder, das ist noch gar kein Thema. Ich bin jetzt rausgegangen, ich dumme Nuss. Deswegen denke ich mir halt immer, macht euch keinen Stress, lasst euch nicht durch die Gesellschaft stressen, nur weil die meisten mit 25 oder 30 heiraten und Kinder kriegen, heißt es nicht, dass ihr das auch müsst, lasst euch Zeit. Manche finden erst die Liebe ihres Lebens mit 40 oder so, deswegen macht euch da gar keinen Stress. Man lässt sich oft viel zu sehr stressen durch irgendwelche anderen Leute, die sagen, oh Gott, aber jetzt überleg mal, das hat man mir auch gesagt. Also langsam solltest du schon mal gucken, dass du einen Partner kriegst, weil jetzt ist bald die erste, du musst die Scheidungswelle abwarten und ich mir denke, was für eine Scheidungswelle, Mann, so ein Scheiß, überhaupt nicht Scheidungswelle. So ein Bullshit, wir lassen uns immer alle voll stressen. Der Trend gibt mittlerweile in Freundeskreis so Hausfrau finden zwei Kindern. Ja, genau so ist es. Das ist voll der Bullshit. Warum denn? Warum nur bei allen anderen es so machen? Also finde ich voll idiotisch. Warum? Ich sehe gar keinen Sinn. Hey, verpiss dich jetzt. Osschli. Und genauso wie zwei Spiele eine Bekannte, die hat jetzt auch mit 38 ihr Kind bekommen. Ja, aber davor hat sie Karriere gemacht, ist rumgereist, hat ein geiles Leben. Ja und, das ist doch cool. Kann doch jeder machen, wie er will. Ach ja, ihr seid jetzt so langsam, jetzt müsst ihr eigentlich schon mal heiraten. Wer sagt denn das? Ich will nie Kinder. Hä, wieso komme ich da nicht hoch? Deswegen hasse ich den Tempel so extrem. Ich komme da nicht hoch. Kann ja nur nichts machen. Oder? Warte mal, hier gibt es doch bestimmt irgendwo was zum Ja, schaut mal, wie mies der Tempel ist. Der Tempel ist ein Arschloch, du. Oder lass deine Kinder im Keller. Genau, geh verreisen. Mein Großcousin hat schon ein Kind. Wie alt ist er denn? Hallo, Gnuli. Hallöchen, Gnuli 1. Du bist oben vor dem Triforz Zeller Wegenlied. Ah, okay. Mach ich gleich. Nein, ich habe doch gedrückt. Das ist gemein. Verdammt, Link! Lebt eigentlich das Plakat vom Fantreffen noch? Ja, natürlich lebt es noch. Ey, warum macht er das nicht auf? Er stand doch gerade öffnen da. Ja, endlich! Du musst oben den Triforz Zeller Ah, Ich habe einen Kompass, den hätte ich mir auch in den Arsch stecken können. So. Heute ist mein Cousin auf die Welt gekommen. Oh, Glückwunsch! Alles mit der Ruhe. Ja, ihr habt recht. Macht voll Spaß mit euch. meine exklusiven Gnulis. So. Ich glaube, ich kann jetzt das Wegenlied spielen, weil unten gibt es, glaube ich, auch nichts zu machen, oder? Doch, da kann ich noch rein. Uh, exklusiv. Ja, da hören sie ganz genau hin, wenn ich exklusiv habe. Da spitzen sich die Öhrchen, gell? Das gefällt euch. Ihr wollt immer gern gebauchpinselt werden. Wir sind ja auch die Besten. Süß. So. Okay, das sagt mir eigentlich schon an, dass ich hier das Wasser tief haben muss. Da ist oben das Liegen. Oh! Oh, wenn ich mich recht entsinne, Link. Du bist Link, oder? Ich bin's. Ruto, deine Braut, die Prinzessin der Zoras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren verschworen haben. Schön, dass sie sich mal gemeldet hat in der Zeit. Es war grauenvoll von dir, mich sieben Jahre lang warten zu lassen, doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist echt was furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren, alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet, aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten, alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen, du musst es für mich tun, für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das großartige Ungeheuer zu verzichten, das in diesen Temmel lauert. Weißt du, was du zu tun musst? Im Wassertimple gibt es drei Stellen, an denen du Wasserstellen verändern kannst. Zeig dir den Weg, folge mir und beeile dich. Alles klar, Abel. Gerne, Moni. Okay, ich muss ja mit Bomben arbeiten, alles klar. Wo ist sie denn jetzt? Ah, hier, okay. Dann mach ich das mal, oder, Likey? Da, 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 da. So. Äh, hallo? Die wird mir gleich mal in irgendeine Scheiße reingedreckt. Ich will dafür was haben. Ja, geht doch. Ich werde nie wieder glücklich sein, sag doch sowas nicht. Jedem Game, dass du zockst, zu faul und zu lesen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Hier dürft ihr faul sein. Mein Lieblingsgames kann ich gar nicht sagen. Ich liebe halt echt Zelda und, ja. Ich muss gehen. Bye, bye. Tschüss an alle Babys. Ich spring da einfach mal runter und verletze mich bitterlich. Ach, das verletzt mich gar nicht. Ach, cool, hier kann ich gar nicht lang gehen. Hey. Muss ich vielleicht die scheiß Kerzen da anmachen? Ja, ich muss die 100 Pro anmachen. Mein Lieblingsmusik. Boah, ich hab so einen komischen Musikgeschmack, das kann ich euch gar nicht sagen. Momentan höre ich sehr viel Billie Eilish. Muss ich sagen. Tschüss an alle, die gehen. Was ist denn das für eine kranke Scheiße hier jetzt? Maul auf. Ich werde hier gerade nur belohnt, habe ich das Gefühl. Billie Eilish ist so toll. Ja, vor allem, ich habe das angehört in der Phase, wo ich meinen Freund kennengelernt habe und er auch. Das war voller Zufall und jetzt sind wir voll so Billie Eilish-Fan. Nämlich immer an die Phase. Billie Eilish ist cool. Amiibos? Nicht unbedingt, nein. Ich fand das System irgendwie doof, dass du nur das bekommen kannst, wenn du dir das kaufst. Da bin ich nicht so der Fan von, weißt du? Ich gehe da einfach... Ah, schaut mal, hier kann ich was schieben. Hallo, Laik. Hallo, Emin. Mal schön schieben. Kann ich da jetzt runter? Okay. Er ist in den roten Block. Hä? So. Ein Lieblingsgegner? Der Erste, weil das so einfach ist. Wie, der sollte eigentlich rot sein, Laiky? Wasch los? Ah, der hat was in der Fresse. Ich war heute schön am See. Sehr geil. Oh, das ist unfair. Oh, scheiße. Ich habe es geschafft. Kannst du bitte dein... Ja? Ja, dann halt nicht. Ciao, Leute. Könnt mich mal am Arsch lecken. Go, Gnu. Ich muss auch noch dann denken, dass ich mir Feen hole, Leute. Ich bin jetzt echt in den... Hat Standartske eine Freundin? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh. Warte mal. Hab ich das... So. Ich, äh... Was wollte ich sagen? Nein. Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich mir noch Feen hole. Hallo, Enin. So, du Drecksau. Wann soll ich dich erinnern? Vor dem Endboss, bitte. Oder vor irgendeinem krassen Boss. Hol dir noch eine Fee. Wo kann ich mir denn eine holen? Ach, ich kriege doch bestimmt im Tempel auch noch irgendwas, oder? Ein paar Goodies gibt es doch immer. Hallo, Dark Albi. Grüße dich. Hallo, Cookie Keks. Ich begrüße Sie alle recht herzlich beim heißen... Äh... Beim viel zu heißen Zelda-Stream. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie, was Sie sehen. Cooles Game, wirklich. Ich liebe es auch, echt. Es ist einfach Nostalgie pur, Leute. Es ist so toll. Nein, ich mache immer wieder den falschen... Oh, er kann. Backflip. So, jetzt geht's auf die Fresse. Du dumme Drecksau. So. Ah, vor den Endboss-Räumen. Sehr gut. Wenn der Endboss sagt, muss ich an den Endboss denken. Hier war ich schon. Ah, ne, da kann ich jetzt rein. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Wenn ich da überhaupt hin kann. Ich glaube nämlich nicht. Ne, ist es zu weit weg, Leute. Da komme ich nicht hin. Da komme ich da echt nicht hin. Ich komme da echt nicht hin. Okay. Ich glaube, da brauche ich einen längeren Enterhaken. Da kriege ich noch was. Also merkt euch den Raum. Wenn ich einen längeren Enterhaken habe, kann ich hierher. So. Immer noch Essen machen. Süß. Ich glaube, mir fehlt hier wirklich noch die Reichweite hier, Leute. Guckt mal. Ich komme nicht hoch. Da muss ich jetzt noch das Wasser erst mal wieder aktivieren. Würde ich fast sagen. Ah, hier kann ich ein Bömmchen platzieren. Das machen wir doch direkt mal. Ein Bömmchen in Ehren kann auch kein Gnulli verwehren. Malke, wenn ich irgendwie Bullshit baue, dann lasst du mich wissen, ne? Das war also nur so ein extra Raum, um das zu holen. Das ist immer so ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Nervt mich nicht, ich hole das jetzt erst mal. Du dumme Link. Dreh dich um! Oh, leck du Trottel, Alter! Verdammte Scheiße. Ich muss trainieren, will aber noch zuschauen. Oh, süß. Du musst da mit dem Greifhaken hoch und dann Wasser... Ja, die Sache ist, ich habe noch nicht so einen langen Greifhaken. Ich kriege jedoch im Tempel auch noch eine Greifhakenverlängerung. Und ich glaube, die brauche ich erst, um da weitermachen zu können. Die Krone vor dem Namen heißt, dass die Gnullis Prime-Partner sind. Das sind alles Primis. Ich muss erst mal wieder das Wasser hochmachen. Du schaffst das mit den Greifhaken, glaubst du? Bist du dir das sicher, Lagi? Dann probieren wir das doch gleich nochmal. Nee, ich schaff das nicht. Viel zu kurz. Wird es hier noch irgendwas? Warte mal, da ist doch einer. Oh Gott, Leute. Lass uns darüber nicht reden, okay? Es gibt Dinge, über die möchte ich nicht reden mit euch. Und das ist eine der Sachen. Trial of Princess auf jeden Fall. Wassertempel, ja. Klar habe ich noch Mods außer Like hier, aber ich bin ja ein sehr spontaner Streamer. Und deswegen kann ich nicht verlangen, dass die Leute immer da sind, wenn ich streame. Muss ich jetzt zuerst da rein, oder? Oh nee, ich glaube, das war nicht gut. Scheiße, ich hätte erst runtergehen sollen. Mi, 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 mi. Ich hätte erst runtergehen sollen. Mi, 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 mi. Lass mich. Ach nee. Oh nee. Oh nee, Leute. Oh, hallo. Was mir nicht alles so aus Zufall findet. Spreng mal auf die Scheiße hier jetzt. Oh nein. Da war irgendwo ein Loch. Ja, ich weiß. Ich muss ins Loch rein. That's what she said. Schlüssel. Hey, geil. Aber guck mal, Leike. Den hätte ich jetzt nicht gefunden, wäre ich da nicht zufällig... Wäre das nicht zufällig alles so passiert. Ich muss niesen. Ich muss das Wasser jetzt nochmal ganz hoch machen, sonst komme ich da nicht hin. Oh, Mann. Oder? War das nicht hier irgendwo? Irgendwo muss ein Loch sein. Ja, genau. Da muss ich noch rein. Ja, ich weiß. Muss ins Loch. Ich muss jetzt aber erstmal den Scheiß... Jetzt verpiesel dich doch, Mann. Den... Oh, Herzen. Den Wasserstand muss ich jetzt erstmal wieder ganz hoch machen. Ich bin gerade am strugglen und weiß nicht wo. Ich blöde Kuh, Mann. Ja, ich weiß, dass die Tür zu ist. Ich glaube, hier muss ich das machen. Ach, ist nur ein Kompass. Ach ja, gut. Dann echt draufgeschissen. Hallo, ich würde da gerne rein. Hallo, Sarah. Grüße dich. Das ist, was sie sagt. Ich habe sehr oft, äh, das ist, was sie sagt Momente momentan. Ah, hier. Ja. Muss ich das jetzt machen? Schon, oder? Ich glaube schon. Sonst wäre ich ja nicht hier. Hoho. Würde ich ins Stream und im Bild sehen, wäre es verdammt merkwürdig. Ja. Das glaube ich. That's what she said Momente mit Glüh. Ekelhaft, der glotzt so nach links und rechts wie so ein Geier, ey. Nein, nein, zieh die Schuhchen aus. Obwohl, vielleicht hole ich mir jetzt. Nein, ich hole es mir nicht. Brauch den Kompass nicht. Geh mal nicht auf die Eierstöcke, du Arschloch. Ih, wie eklig die sich bewegen. Geier, haut ab. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier vielleicht? Jetzt sind nicht irgendwo... Die Tür da sah doch vielversprechend aus. Da gehe ich jetzt als erstes mal hin. So, Ruhe. Ich muss sagen... ...dass ich das hier auch sehr gehasst habe. Kann ich da draufjumpen? Ah, das geht runter. Alles klar. Yes, Mann. Ich habe jetzt keinen Schlüssel. Oh, Mann. Hasse es. Das geht doch gar nicht. Ich habe keinen Schlüssel, Laiki. Vielleicht muss ich doch... Vielleicht muss ich doch da runter nochmal. Ich hole mal den Kompass. Ich will... Ich will... Ich fühle mich so nicht... ...vollkommen. Hallo, Selina. Weißen, Evil 4 ist auch eine gute Idee. Ja, da bin ich auch von... ...nicht abgetan. Ich glaube, ich kann fly... ...I believe, I can touch the sky... ...I think about it every day... ...spread my wings and fly away... ...I believe I can fly... ...auf zum Weg zum Kompass ist der... Oh, okay. Also musste ich es doch machen. Alles klar. Na, 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 na... I believe I can fly... I believe I can fly... ...I believe I can fly... ...Knulis... ...so, dann springe ich da nochmal runter wie so eine Gestörte. Verletzt mich nicht, was logisch ist. Oh, weißt du ja, die Gegner spawnen sie, aber mir hier was Neues droppen, geben sie mir nicht. Breath of the Wild ist auch geil, ja. Das spielt gerade mein Freund durch. Total süß. Putzig! So, dann machen wir das nochmal. Also, den Kompass brauchst du dennoch nicht. Ja, klar, aber den Schlüssel. Hallo! Ich habe keine wundervolle Stimme. Nein, Leute. Ihr seid sehr Schamöre, aber ich kann echt nicht sehen. Und ich finde auch meine Stimme eigentlich voll anstrengend. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Aber ich finde es schön, dass ihr das anders seht. So, da kommt jetzt gleich ganz viel Durchfall runter, Leute. Oh, da kommt echt viel Durchfall runter. Komm, das ist ein Arschloch. Kann da ruhig bleiben. Das Leben ist wie Durchfall. Hä? What? Achso, ich muss sie töten, um die Kiste zu bekommen. Mhm. Tatsächlich öffnet sich doch noch was anderes. Alles klar. Hallo, Worschti! Mir ist gar nicht so warm, um ehrlich zu sein. Wie kann Link mit einem blauen T-Shirt und einer blauen Mütze unter Wasser atmen? Ich weiß es auch nicht. Aber der Scheiß funktioniert. So, Kompass habe ich jetzt keinen gefunden. Aber ich glaube, das ist Wurst. Wie ist eigentlich dein Vorname? Ich gucke deine Videos schon seit Eduardo und deines Streams. Ich bin stiller Zuschauer. Oh, hallo, Let's Play Player. Wie süß. Das freut mich voll. Ich liebe stille Zuschauer. Das sind süß. Ähm, Jasmin, Sibel. Darfst du dir aussuchen, wie du mich nennen magst. Das ist Worschti. Worschti, Worschti. Das ist never much love. And we go. Worschti. So, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt können wir weitermachen. Das läuft doch alles wie am Spießle. So. Hallo, Chris. Gerne doch. Wie geht's? Was wäre noch was zu machen gewesen? Was denn? Ja, Laiki, das sagst du mir jetzt. Ich bin Halbtürkin, ja. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber... So ist es. Das Spiel dauert neun Stunden. Danach machen wir noch zwei Tempel. Und dann sind wir beim Endboss. Aha. Denkst du vier Stunden. Brauchen wir noch. Okay, nochmal spielen. Ah, das nervt. Ich finde, irgendwann hätten sie machen können, dass man da wirklich einen Schalter betätigen muss. Das ist halt besser als immer dieses Wiegenlied. Meine Schwester ist gestern nach Kanada geflogen und bleibt da jetzt zwei Monate und ich habe noch vier Wochen Schule. So unfair. Oh nein. Sorry, dass ich da jetzt meinen Schenkel euch zeige, aber mir ist warm und es hat 40 Grad. Da sollte das mal machbar. Darf man mal genug Schenkel zeigen hier, ne? Wird das irgendwie, dass du sagst, du hast ein Zimmer, aber du hast doch ein Haus? Ja. Eine Wohnung in einem Haus, wenn man es so sagen kann. Hört auf, mich so gut zu durchleuchten. Ah, Haus in the middle of the street. Kannst du bitte runterfahren? Ach, das fährt ja gar nicht runter. Das fährt ja runter. So unnötig, dass es erstmal hochfährt. Ich glaube, das ist ein bisschen knapp. So, läuft doch. Problem ist, scheiße schwimmt und da kommt was mit hoch. Ja, komm her, du Arschkuh. Genau, schön. Auf die Fresse. Okay, das kenn ich, die Scheiße. Alles klar, Logik, Hilfe, Mama. Das war eigentlich mit dem Meeting und der Ventilator, das lief sehr gut. Oh, das war's. Ähm... Darf man auf der Gamescom was schenken? Klar dürft ihr das, aber ich, ich, äh, ihr braucht nicht. Also, alles gut, ihr dürft mir gerne was schenken, ja. Ich mach das halt oft dann nur nicht vor den Leuten auf oder les irgendwas, weil ich nicht die Zeit dazu hab. Ich nehm das halt dann mit, wenn das für euch okay ist. Das sieht so pervers aus. Stell dir vor, du wärst League of Legends Spieler und hättest in Logging... Was, was, das sagt mir gar nichts, äh, Zeichen. Morschti. Oh ne, Leute. Oh nein, ich bin noch gar nicht bereit dafür. Jetzt kommt das schon? Hä? Das ist richtig gruselig, Leute. Seht ihr, mein Spiegelbild ist auf einmal weg. Und da steht's jetzt. Ah, ich hasse das. Und das Schlimme ist, der macht mich nach. Seht ihr? Wie kann ich den nochmal besiegen? Sehr gut. Bissl gerade auch noch was für die Gamescom. Süß. Boah, der steht immer auf meinem Schwert, die dumme Sau. Weiß nicht, wie ich dich besiegen soll. Oh, nicht anvisieren. Ah ja, stimmt. Tatsächlich. Stimmt tatsächlich. 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 Also, so schwer war der ja gar nicht, hatte den. Das ist viel schwerer im Kopf. Servus. Äh, nicht auf der Wii U. Äh, welche Tür ging jetzt auf? Die? Oh, hallo. Bitte langer Greifhaken. Bitte langer Greifhaken. Bitte langer Greifhaken. Bitte. Bitte. Langer Greifhaken. Geil. Oh, Scheiß. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Und zwar... Hymne der Zeit. YLR, YLR. Da, 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 da. 14 Nachrichten. What the fuck? Okay. Sei vorsichtig, lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Schön, dass du mir das sagst, Scheide. Kann ich da dann nicht einfach laufen und dran vorbeilaufen? Nein. Nein. Ach, das ist gemein. Ach so, das ist ja gemein. Das geht gar nicht. Okay. Nein. Zieh die Schuhchen an. Hey, Riesen! Hyrule Warriors. Ja. Ich liebe alles, was mit Zelda zu tun hat. Nein. Nein. Zieh die Schuhe aus. Um Himmels Willen. Zieh doch die Schuhe aus. Scheiß Strudel, ey. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott, nein. Link. Link. Schwimm. Schwimm, Kerle. Schwimm. Ja, schwimm. Schwimm. Ich will doch nur da raus. Kerle. Scheiße, Leute. Nein. Hä? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Ach so, hier. Mensch, Link. So, jetzt schwimm, aber. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Schwimm, 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 schwimm. Ja. Hallo, Dampfi. Ah, da brauche ich jetzt echt die Pfeile. Oh, leck doch. Am Arsch, Mann. Und da kann ich mich jetzt. Okay, bleib ich. Ich hab ja schon verstanden. Yes. So, jetzt kann ich. Nein. Ich wollte euch nochmal zeigen, was ich kann. Dann wieder die Schüchen. Ich speichere mal. Epona hab ich schon, ja. Klar. So, jetzt hab ich hier dann Schlüssel. Wahrscheinlich ist hier eine Tür, wo ich einen Schlüssel brauche. Oder erinnere ich mich da falsch, sonst würde ich nicht hier landen. Ach, unnötig. Ach, unnötig. Unnötige Scheiße, einfach nur. Ich glaube, ich muss hier doch nicht hin. Kacke. Ich dachte, die spielen wir jetzt gut mit mir. Sorry. Hat ein paar Lacks, ja. So. 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 Alles Gute denn, Pat, zum Geburtstag. Nachträglich. So, jetzt gucken wir oben noch irgendwo. Es muss doch noch irgendwo hoch. Türen geben, an die ich mich natürlich nicht mehr erinnern kann. Es gab doch irgendwo das, wo ich jetzt... Ah, genau da oben kann ich doch jetzt auch lang. Hallo, Dawnstick. Ja, Mann. Achso, ja super, den Endboss-Schlüssel habe ich noch nicht. Gamescom Hype. Oh nein, 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 ich will die Fee. Ich will die nehmen. Warte, Moment, ich will mir die nehmen. Hallo Biddy. Hallo Biddy. Hallöchen, Robin. Dö, 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 dö. in den zweiten Stock erstmal Wasser senken. Alles klar, mach mal gleich, du. Hier wieder meine Waffen. So. Okay, Wasser senken. Das mache ich doch, glaube ich, da hinten. Aber wie komme ich da nochmal hin? Muss ich nochmal ganz nach unten, oder? Wo leck? Echt? Ja, wahrscheinlich. Da schau mal einer an. Das muss ich wahrscheinlich machen jetzt, ne, Likey? Ich muss das aufs Auge schießen. Hallo, Skyline. Muss ich das immer wieder so machen, oder? Ja, wahrscheinlich muss ich das immer wieder so machen. Ätzend. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun-dun. Blablabla. Das ist ja nervig, dass man es immer wieder so machen muss. An die komische Stelle erinnern? Ja, genau, aber wo war die? Was war das nochmal? Was war nochmal die komische Stelle? War das nicht die hier, wo ich mich geirrt habe? Wo ich ja eigentlich direkt hier so hoch kann jetzt, weil ich ein Gangster bin? So. Da da. Da da da. Da da da. Wie viele Jahre hast du 5 Monate auf die Welt gebracht? Ja, das ging, das war schon sehr schnell, muss ich sagen. Hier kann ich jetzt da reinschießen. Ich hasse die Dinger sowas von. Okay, Fail. So. Ah, guck mal, das war doch hier. Genau, jetzt kann ich nämlich hier weiter. Yes, ergibt alles einen Sinn. Schlüssel. Die menschliche Belästigung, was die Designer machen. Was? Hallo Ainto. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt nämlich gerade ein Video online und ich hoffe, dass das jetzt wirklich einfach bitte grün bleibt. Ich werde das jetzt ein bisschen im Auge behalten und gucken, dass das jetzt bitte grün bleibt. Also nicht wundern. So, jetzt habe ich einen Schlüssel, jetzt kann ich zurück. Coolio. Oder kann ich nicht zurück, ne? Einen Wunden-Dance. Einen Wunden-Dance. Einen Wunden-Dance. Einen Minuten oder fünf Minuten gelb wird, muss ich es direkt wieder offline nehmen. Deswegen hoffe, dass das in Ordnung für euch ist. So, was muss ich jetzt machen? Muss ich da hin wahrscheinlich, denke ich mal. Genau, das Video von gestern, was so schnell offline genommen worden ist von mir. Kannst du bitte deine Schuhe anziehen, du? Danke. Ah ne, da gehe ich raus. Ha, da gehe ich raus, oder? Gehe ich da raus? Nein, da gehe ich doch nicht raus, oder? Gehe ich da raus? Doch, da gehe ich raus, oder? Oh, leck. Ich meinte, die Dinger, die belästigen dich voll mit ihren komischen... Achso, die meinst du, ja. So, jetzt habe ich einen Schlüssel. Wo war denn nochmal irgendwie eine Tür, die verschlossen war? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Da war doch unten, oder ganz oben, war doch noch irgendetwas. Kannst du, dass ich jetzt verkackt habe und nicht mehr hochkomme? Da war ich ja gerade schon. Da war auch nichts mehr, glaube ich. Wo waren nochmal irgendwo Stacheln sind? Stimmt, wo war denn das nochmal, Leute? Irgendwo waren doch Stacheln, wo ich nicht hochkam. War das nicht ganz unten? Glaube ich. Oder war das nicht hier? Ne, das war irgendwo unten, oder? Oben. Wisst ihr das noch, diese dumme Stelle? Ja, Videos online. Die Sache ist nur, es sollte jetzt halt vielleicht auch einfach grün bleiben. Das wäre sehr schön. Oh, was muss ich jetzt machen? I need a wand, it's gonna have to see in my hand. One more time, I go. Lass mich in Ruhe, du dumme Ho. War das nicht hier? Mal gucken. Irgendwo war das, wo ich nicht rüberkam. Wo war das? Hier war es auch nicht. Das war... ...unten, glaube ich. Das Video wurde euch schon angezeigt, ja. Es geht nur darum, dass es halt grün bleibt, meine Schnuckis. Da habe ich gerade noch ein bisschen Angst vor, dass das jetzt jederzeit wieder umschwingt. Es wurde nämlich letztes Mal nach 5 Minuten oder 10 Minuten gelb. Aber es wurde jetzt ja Manuel überprüft. Manuel. Manuela überprüft. Grün bleiben bedeutet, dass es werbefreundlich ist und Leuten vorgeschlagen wird. Wenn es aber allerdings gelb wird, wird es nur noch Teile meiner Community angezeigt, auch nicht allen. Und das ist ja wichtig, weil 70% der Klicks kommen ja von Leuten, die dich nicht abonniert haben und die sehen dein Video nicht. Du wirst halt von YouTube nicht mehr vorgeschlagen. Ich glaube, das war oben likey. Das war 100 pro oben, weil das war doch ganz am Anfang, wo ich quasi Struggles hatte. Ich glaube, das war oben. Ich glaube, das war oben. Ich bin relativ sicher. Oben oder unten? So, dann spielen wir mal kurz. Ba-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da-da, so. Okay, ich glaube es war irgendwo hier. Ich habe es im Urin. Irgendwo hier war es. Vielleicht war es hier. Weltrekordhalte eine russische Bäuerin gemacht. Sie hatte nur 64. Alter, 64 Kinder. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ne, ich will schon wieder raus. Machen wir nicht. Schlechte Idee. Hallo, Krit. Ne, muss auf der zweiten Etage gewesen sein. Nein! Du lügst. Kann aber nicht sein, Laiki. Du lügst mich doch an. Wir haben gerade das Video angeschaut. Das ist mega nice. Dankeschön. Jetzt hoffen wir, dass es grün bleibt, Leute. Hoffen wir. Wir drücken ganz fest die Hufen. Menschliche Belästigung. Vom Feinsten. Ich habe Tomb Raider Flashbacks. Das waren echt Tomb Raider Flashbacks. Tschüss, Ghost. Viel Spaß. Lassen Hufi nach oben da und gerne ein liebes Kommentar. Aber bitte nur liebes. Böses wird nicht toleriert. Oder war das unten? Oder... Hier war ich doch gerade, oder? Ja. Bom, 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 bom. Du bestoffer blöde Dreck. Sau, du. Hallo, Dennis. Oder war das hier? Hier war das doch, oder? Laiki. Oder? Ne. Hier war ich schon. Hallo, Baitix. Grüße dich. Ich öffne nie wieder Lamas. Gute Entscheidung. Okay, ich glaube, du hattest doch recht. Also hier ist es schon mal nicht. Ich würde jetzt gerade alles durchstriffen. Dann muss ich doch nochmal die scheiß Mucke runterdrehen. Aua! Oder vielleicht war es doch ganz unten. Ich mache jetzt mal unten das runter und dann gucken wir mal. Okay, Leute. Glaubst du echt im zweiten Stock? Oh, das ist doch nervig. Ich hasse den Tempel. I need a wand dance, gonna have a sea in my hand one more time for a girl. Blee bla bloopi bloopi do bloopi do. I need a wand schnance. Wie die Glutis nicht verstehen, dass ich ja trotzdem Videos uploaden kann, aber halt... Sie sagen alle, ja, es geht endlich, aber es liegt ja daran, dass es grün bleibt, genug Schnuckis. Okay, jetzt geh ich runter und guck erstmal unten, oder? Nach diesem Video werde ich nie wieder ein Lama öffnen. Sehr gut, Leute, das sind nämlich Lebewesen. Das ist hiermit bewiesen. Guck jetzt erstmal hier. Da ist doch noch... Ich brauche jetzt halt echt einen Kompass, ne? Weil jetzt... Hier war ich schon. Okay. Andere Seite. Gegenüber. Gegenüber muss irgendwas sein, Likey. Save the Lamas. Hashtag save the Lamas, Leute. The Thamarama Lamas. Ich glaube, das war hier. Yes, oder? Ja, 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 ich hab's. Geil. Ich hab's, Leute. Ich werd die kleinen Arschlöcher jetzt alle einzeln umbringen. Hört sich voll brutal an, aber ist so. Oh, jetzt leck... Oh, jetzt leck mich doch im Arsch, Alter. So. Ich bin gut in Zielen. Mann, meine Pfeile! Ja, super. Egal, Leute. Seht ihr, die kleinen Arschlöcher sind nämlich hier das Problem. Deswegen waren so viele da. So. Oh mein Gott, ich hab das Video gerade gesehen. Das ist wirklich... Das ist wirklich reingenommen, was ich dir geschickt habe. Und das ist quasi das Titel. Äh... Was? Jetzt mit dem Lama? Stimmt das doch. Ich hab's wahrgenommen. Also, ich danke dir vielmals. Meine Liebe. Ah, verpisst euch doch, ihr Nervensegen. So, jetzt mach ich euch platt. Warte, kommt her. Jetzt geht's richtig auf die Fresse. Äh... Oh, ihr Nervensegen. Echt widerlich. Uiuiui. Ich glaub, ich weiß, was ich machen muss. Hier ist bestimmt irgendwas drin. Womit ich quasi... ...da irgendwas runterschieben kann. So. Hallo, DMG Gaming TV. Geht's dir gut? Ich hoffe doch. I need a wandern. Scannerhand ist niemand. Kann es sein, dass ich das hier gerade falsch mache? Die Wende springen, sagst du? Face ID. Wie ist auch noch ne Wand, die gesprengt werden muss? Ach, schau mal an. Ach, da schau an du. Wie schlau ich mich schätze. Nicht schlau. Ich bin halt immer sehr fleißig. Ich glaub... ...ich bin normal. Würde ich mal behaupten. Warte mal, dann schiebe ich das doch lieber... andersrum. Das Video ist noch grün, ja. Aber warten wir mal ab. Ich hab'n iPhone X. Hallo, Petras Tochter. Ich begrüße sie recht herzlich. Mühsam. Du bist schlau allein daran, wie du die Welt siehst. Dankeschön. Und das ist ja eine Einstellungssache. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, Leute, die wirklich, wie zum Beispiel jetzt Einstein oder so superintelligent sind, die würden auch nie von sich sagen, dass sie intelligent sind. Ich bin aber nicht intelligent. Ich würd halt sagen, ich war halt fleißig. Würde ich mal behaupten. Hallo, Tomato Head. Hallo, Tomato Head. Das ist der Link, das ist nicht Zelda. Zelda ist die Prinzessin. Das dachte ich anfangs aber auch. Das war wie bei Simpsons. Da hab' ich immer verstanden, dass die singen Bart Simpson und nicht The Simpsons. Ich hab' ich mal über den Film reise. Ich hab' ihr über den Film reise. Ich hab' ihr über den Film in den Film reise. Wie soll ich eine Beleise sein? Wenn ich mir so gut mit ihr wollt, wie das keine Klage ist. Das ist ja so. Sonst noch irgendwelche Wünsche hier? Soll ich denn das schaffen? Ich hab's geschafft. Welche Haarfarbe mein Freund hat. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Er hat auf jeden Fall sehr schöne Haare. Ich liebe seine Haare. Er hat so coole Haare. Er hat echt coole Haare. Genau so mag ich das. Moment mal, was hat mir das denn jetzt gebracht hier? Hä? Hab ich irgendwas eingesammelt? Hä, Likey? Hab ich irgendwas vergessen? Nein, sag es nicht. Okay. Likey sagt, ich soll es euch nicht sagen. Likey? Hab ich irgendwas verpasst? Sonst hätte ich nicht irgendwas... Hab ich irgendwas vergessen? Da, wo die Felsen herkommen, muss ich hoch. Also da hinten. Ich studiere das sicher. Das ist doch wieder der gleiche Raum, wie vorhin. Was? Passe euch, Wichser. Genau, schmeißt mich nach vorne. Bah, Wassertempel, aber wirklich, gell? Wo du gerade runter bist, hättest du hoch. Du musst... Okay, scheiße. Ich muss nochmal zurück, Leute. Der Strockl ist schril. Das ist ja Wurst, dafür kann ich ja hier direkt jetzt hoch. Sehr easy. Das ist ja kein Problem. Ein Niederwunden. Welche Farbe? Kann ich euch nicht sagen, Leute. Ich glaube, das... Ist dann vielleicht doch zu... Also jetzt nicht irgendwie was gefärbt, nicht pink oder sowas, aber er hat halt eine sehr schöne Naturhaarfarbe. Nein, ihr Wichser! Oh Gott, dafür sind die da. Jetzt weiß ich's. Ih, wie ekelig die sind. So, ich hätt da, wo die Felsen herkommen, hätt ich hochgemusst, sagst du? Ah, da hätt ich runtergemusst. Ja, da muss man aber auch mal draufkommen erst mal, ne? So. Okay, danke. Welche Haarfarbe! Ist doch wurscht, Leute. Es tut doch überhaupt nicht zur Sache jetzt. Oh, geil, Leute. Oh was, das war schon der Wassertempel so gesehen? Der ging ja voll locker. Wassertempel! Äh, geil, Leute, wir haben den Wassertempel. Wir holen jetzt den Gegner. Dann gibt's Sucuk mit Ei für alle. Hallo, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Halt! Ziehst du deine Stiefel an jetzt? Jetzt alles noch zurück. Ja, das geht ja schnell. Wie geht's gut? Und dir? Dürüm? Dürüm können wir auch machen. Oder Dollmask ist auch super. Nur das Beste für meine Knus. Ciao! Arschlöcher! Arschlöcher, ihr Blöden, ey! So, jetzt kann ich hier das Wasser wieder hoch machen. Hier. Wie schnell der Wassertempel ging. Und für den blöden Ding hab ich so lang gebraucht. Für den, äh... Für den doofen Waldtempel. Nein, oh Gott. Der Waldtempel hat aber auch nur so lang gedauert, weil ich diesen blöden Schlüssel am Anfang nicht gefunden hab. Da, da. Die Hitze ist echt brutal. Ich würde niemals in diesem Monsterschwimm in den reingeschissenen Wasser schwimmen. Wann kommt ein Koch-Tutorial online, wie du Sucuk machst? Wenn ihr das unbedingt wollt, kann ich das machen. Aber ich würde das irgendwie... Glaubst du, das interessiert jemanden? Ich hoffe, ich konnte dir den Tempel... Dankeschön, Likey. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Viel lieb von dir. Applaus, Likey. Applaus, Applaus, ein Likey-Haus. Ich muss echt sagen, wenn es so schnell geht, bin ich gar nicht davon abgetan, vielleicht noch den Schattentempel zu machen. So, jetzt machen wir es nochmal ganz hoch. So, So-Tschuk-Beet-Ei. So, So-Tschuk-Beet-Ei. Ja, stimmt. Die Feuerpfeile hole ich mir erstmal, ja. Gute Idee. Und vor allem für den Tempel muss ich ja auch erstmal noch... ähm... dafür sorgen, dass... ich als Kind noch irgendwie in diesen komischen Brunnen reingehe. Hallo, Matt Divine. Was für ein Klassiker. Ja, wir spielen jetzt mal alle Zelda-Teile durch und die lade ich auf den Zweitkanal hoch, die Let's Plays, weil es ist einfach ein Klassiker, wie du sagst. Das ist einfach Liebe. Zelda ist einfach Liebe. Aua. Aua. Was? Komme ich da nicht hoch? Warte mal, gibt's da nicht irgendwie... was zum Ansaugen? Ist der echt so... ist der wie bei Takeshis Castle. Ist der echt so abgefuckt, der Scheiß hier? Das kann doch nicht sein! Wie komme ich denn da hoch? Verdammte Scheiße! Hä? Du kannst dich an den Dingern hochsaugen, hä? Vielleicht mit Rolle? Nee, mit Rolle geht's irgendwie auch nicht. Oder? Nee. Du kennst Pand... Du kennst Pandoria? Ja, aber nicht persönlich. Oh, rückwärts ging's doch, oder? Geht's rückwär... Rückwärts geht's? Warte mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Warte mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Getimed hochlaufen. Echt jetzt? Nee. Leiky, weißt du's? Ah, scheiße! Ich hab's fast geschafft! Mann! Mann! Ne, rückwärtshalte macht er nicht. Decke, sagt einer. Ne, Decke ist auch nichts. Ne, da rutsche ich auch runter. Also, ich kenne es nur rückwärts. Oh Gott. Das ist ja vollbeschissen. Mann, fast verdammte Schüssel. Das ist unnötig jetzt, muss ich sagen. Das ist wieder sowas, wo ich einfach denke, hauptsache das Spiel irgendwie in die Länge ziehen wollen. Ja, Mann. Arschlecken. So. Link, vorsichtig, das sieht ja nicht wie gewöhnliches Wasser aus. Kann ich da rein? Sieht echt nicht aus wie gewöhnliches Wasser, aber es schmeckt. Oh oh. Something's happening. Something's happening. Schwebestiefel habe ich noch nicht. Schwäbis. Morpha! Aquamödes! Was? Aquamödi! Komm her, du Blödi! Ich kann es nicht fangen. Oh super, es leckt mich dieser Penis. Lass mich! Boah, auch noch auf die Stacheln, wie gemein. Okay, wenn er das macht, hau ich ab. Finde ich ja nett, dass es herkommt zu mir. Oh, Nerv. Oh, Nerv. Oh, Nerv. Oh, Nerv. Irgendwie ein komischer Gegner. Na ja. Oh. Egal. Haut er mir hier seine Eichel auf den Kopf. Ach, lass mich doch, du blödes Ding. Die Sau schmeißt mich auch direkt zu den Stacheln. Ich finde den Gegner irgendwie nervig. Durchsichtiger Dünnschiss. Ludies verstehen's. Nein, Mann, nicht schon wieder. Das ist doch super nervig. Das ist echt der nervigste Gegner in Zelda, würde ich sagen. Weil halt auch die so lange unnötige Animation hier... Wo ist denn die Sau? Au. Oh ne, nicht schon wieder. Also jetzt nervt's langsam. Hallo Schlappi. Mir geht's gut. Und dir? Komm doch her. Naikii, lachst du mich etwa aus? Mann, wie lange braucht es denn noch, dieser unnötige Gegner? Unnötiger Gegner! Mann! Genau, geh in den Penis rein. Ja, endlich! Bye, 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 meine Liebe des Lebens! Zitate sammeln, Medivine! Ja! Du! Ja, wir haben's geschafft! Ja! Herzcontainer! Also ich fand den Wassertempel jetzt echt easy. Da fand ich jetzt den Feuertempel und den Waldtempel unangenehmer. Ich glaub, man nimmt das als Kind anders wahr. Vielleicht, weil man sich noch nicht so gut für Räume merken kann. Und natürlich auch, weil Leiky geholfen hat. Halle der Weisen. Es fehlen nur noch zwei Leute. Bläh! 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 Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, das Wassertempel zu bewachen. Und du? Du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib es zu. Du kannst nichts von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben. Ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Die Frauen sind so alle so unkompliziert. Erst die Salia, die meinte, ja, ich weiß, dass es mit uns nichts werden kann. Ist voll in Ordnung. Und sie, hey, du liebst eine andere, geh ruhig zu der. In Wirklichkeit wäre das gar nicht so. Frauen sind so hinterfotzig. Aber der linke ist halt ein Stecher, du. Du hast einen Blaubeere-Oreo. Wenn Schiek triffst, danke ihm von mir. Ja, kannst ja den heiraten. Ja, ich wäre auch für ein Remake von Ocarina of Time. Ich bin dafür. Das muss so sein. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Feuerpfeile. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Link, du hast es geschafft. Ruto wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Link. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das Bö... Du und Prinzessin Ruto? Ich? Der See fühlt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Schön. Ich habe es geliebt, in Zelda angeln zu gehen. Oh, schau mal. Da läuft doch was. Ja, Link, du Depp. Standbild. Oh, jetzt habe ich den Endgegner verpasst. Ich will noch schnell die Morgensonne irgendwie bekommen. Bitte. Schnell. Vielleicht kriege ich es noch. Vielleicht kriege ich es noch. Vielleicht kriege ich es noch. Yes. Yeah. Yeah. Hast du mal Erdbeeren mit Erdbeerengeschmack probiert? Nein. Die schmecken alle immer nur nach, äh, nach gen-manipulierten Früchten. Ja, ich habe es geschafft. Du hast Feuerpfeile. Geil. Speichern. Hammergeil. Gerne. Danke, Ranzi. Echt, das werde ich dir nicht vergessen. Das war so korrekt. So lieb. Knur, wie geht es deinem Hunden? Sehr gut. Die liegen die ganze Zeit nur rum bei der Hitze. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Gamescom-Ranzi. Hallo, Tomato Head. Oh. Äh, deinetwegen habe ich den Ohrwurm wegen Grandpa und das Lied mit dem Pfeifen. Welches? Hallo, General Lisa. Hallo, Medina. Wie lange ich streame? Wir machen heute auf jeden Fall den Shadow-Tempel durch, würde ich sagen. Erst mal wieder reinkommen. Okay, so geht es auch. Nicht Ranzi, okay. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall noch und wir hören uns auf jeden Fall. Wir müssen es noch mal schaffen aufzunehmen, aber dafür muss ich mal in den Spielen besser werden, sonst kacke ich übel ab neben dich. Neben dir. Yo, Navi. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstert mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Ach ja? Du bist tot. Du kannst nicht hören. In diesem Raum... Ich hasse Rätsel. Vielleicht einfach mal alles in die Luft sprengen. Heute ist doch nicht kalt. Es sind gerade 18 Grad. Nein. Ich schwitze. Wo ist denn das Auge der Wahrheit hier? Ey. Mann, das ist die falsche Taste, verdammt. Das Auge der Wahrheit. Ach, easy. Schreib einfach WhatsApp und Gutes. Mach ich. Viel Spaß noch und bis später, Ranzi. Kann doch leider nicht zuschauen. Müssen jetzt nach Belgien. Alles klar, viel Spaß. Du kannst durch die Wand. Ach, lol. Dankeschön. Knusse seid die Besten. Wie alt ist dein Vater? 59. Ich weiß nicht, wie alt eure Eltern sind, aber ab einem gewissen... Meine Mutter, die wird jetzt dieses Jahr schon 70. Das Verluste, die sind 11 Jahre auseinander. Ich finde halt, ab einem gewissen Alter macht man sich schon Sorgen um seine Eltern. Mehr als sonst vielleicht. Und, ja, hat einfach mehr Angst um die. Deswegen, Leute, genießt jeden Tag. Es kann jeden Tag etwas passieren. Und regt euch nicht immer über Kleinigkeiten auf. Oder First-World-Problems, sag ich dazu immer. Erste-Welt-Probleme. Wenn man zum Beispiel sagt, oh mein Gott, irgendwas hat nicht geklappt. Oder, ja, immer so diese belanglosen Sachen, die... Wir Menschen leider oft immer... Wir sehen uns immer als zu wichtig an. Muss ich ehrlich sagen. Man denkt immer, man ist so der Mittelpunkt des Lebens. Und ich finde, dieses Problem haben auch ganz viele YouTuber. Die denken wirklich, die ganze Welt dreht sich nur um sie. Und leben in einer ganz komischen Bubble. Deswegen macht euch das immer... Nein, verpiss dich! Deswegen macht euch das immer... Bewusst. Wie wichtig es ist, dass die Eltern gesund sind und die Familie und... Gesundheit und Liebe ist etwas, was ihr nicht mit Geld kaufen könnt. Wenn ihr das habt, dann seid ihr eigentlich reicher als viele anderen, die viel Geld haben. Die weisen Worte des Tages sind gesprochen. Gäh? Das waren echt weise Worte. Die weise Gnu-Mama hat gesprochen, Leute. Merkt euch das. Nein! Ganz knapp. Jetzt verpisst euch mal! Danke. Die Arschlöcher haben sich angezündet! Was ist denn da alles so Feines drin? Äh... Mir geht's gut, Katja. Und dir? Also Autogrammkarten... Oh, ich hab mein Schild verloren. Ach, so ein Bastard. Oh Mann! Ähm... Autogrammkarten werde ich nicht mehr einfach so verschicken. Das hab ich mal gemacht, aber das wird zu viel. Das heißt, äh... Ja... Dann... Im Shop gibt es jetzt noch Autogrammkarten, wobei die auch immer schneller weg sind. Da müssen wir auch gucken, wie lang's die noch gibt. Wenn man's aus dem Shop bestellt, gibt's eigentlich immer natürlich eine dazu. Was machst du... Wo machst du die Gamescom in Deutschland? Ich mach die gar nicht. Ich geh da einfach hin. Ich mach dich platt, du Arschloch. Ach komm! Hey, du besteigst Kinder! Ich bin ein Kind, du perverses Schwein! So. So, jetzt mal Ruhe hier im Puff, Alter. Hier ist ja schon irgendwo ein Schall da drin, oder? Ähm... Ich bin so assi, meine Freundin fliegt hin und es knallt, während wir tellen. Und ich hab... Lach mir einfach noch einen ab. Ne, ich muss auch sagen, wenn jemand irgendwie... Oh, ein Schlüssel! Wenn jemand irgendwie auf die Fresse fällt von mir oder furzt, ich krieg mich nicht mehr. Also Leute... Wenn ihr mal heimlich von mir furzen müsst, dann... Sorry, ich kann es nicht für mich behalten. Ich muss dann so lachen. Hallo, Porzella! Schön, dass ihr wieder alle da seid, Gnus. Ich hoffe, euch geht es gut. Hallo, Horrorhühnchen! Hallöchen, Gnus-Data! Bum-bum! Bum! Bum-bum! Bum-bum! Drecksau! Hallo, Skyline! Hallo, Funtime! Hallo, Funtime! Oh ja! Oh ja! Hallo, Le- Lechi! Mir geht es gut, und dir? Ich hasse dich. So, ein Arschloch. So, hier ist doch bestimmt... Da kann ich auf jeden Fall schon mal rein. Das heißt, da muss irgendwas sein Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Hallo, Aline! Kann ich da hoch? 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 Hoch-hoch-hoch-hoch-hoch-hoch-hoch-hoch. Oder kann ich da vielleicht irgendwas betätigen? Hmm. Mein Zehennagel ist eingerissen. Aua! Ihr dürft mir gerne Tipps geben, wenn ich nicht weiterkomme. Ist da vielleicht eine Bombe rein? Oh. Hier geht's runter. Ah, hier muss ich ein Lied spielen. Ah, ich sehe Dinge. Ich blicke nicht mal durch, wo du gerade bist. Ich bin jetzt in dem Brunnen. In dem Brunnen bin ich jetzt. Was hat es jetzt gebracht? Ach so, jetzt geht generell der Wasserspiegel runter. Genau, in dem Brunnen bin ich. In Kakariko. Wahrscheinlich hole ich dort dieses Auge der Wahrheit. Ich finde das eigentlich voll Horrorfield. Ich habe schon Seth angeschrieben. Das werde ich mit Seth von German Snake spielen. Und ein Heider. Und der Seth ist auch am Freitag in Hamburg. Den sehe ich dann. Was wollte ich sagen? Ich finde es voll goldig eigentlich. Guck mal, ich mache den Stream an und ihr kommt einfach. Das ist voll süß. Ich mache an und ihr seid... Oh, scheiße. Ich mache an und ihr seid einfach da. Einfach so. Ihr kommt einfach. Ihr seid einfach dann... Denkt sich, cool, das schalte ich rein. Das ist voll süß. Muss ich auch mal sagen. Das ist einfach goldig. Ach, sind das für eine Scheiße hier? Ich habe gar keinen Bock drauf. Hilfe, ich werde misshandelt und ver... Ich bin ein Kind, du Schwein. Das ist ein Pädo. So, jetzt mal Ruhe hier im Puff. Ich glaube, ich hole mal kurz meine Bömmchen. Dort, wo du abgelassen hast, ist ein kleines Loch unten, wo du rein kannst. Was? Achso, okay. Dankeschön. Ich mache jetzt mal kurz noch das. Ich laufe gerade wie so eine Irre durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Hier ist nichts. Mag ich ja fast nicht glauben. Wo hat die Holly gefunden? Aber echt. Meine Lieblingsmusik. Mein Lieblingshorror. Oder was meinst du? Oh, geh mir nicht auf den Sack. Ach, die sterben gar nicht. Hallo, Phlox. Da oben ist noch ein Steinchen. Die doofe Autokorrektur. Hallo, Kaka. Gott, ja, was ich teilweise so schreibe in Whatsapps, echt peinlich. Weil echt, die scheiß iPhone ändert die ganze Zeit alles, was man so schreibt. So, schon besser. Dumm, dumm, dumm. Dumm, das war klar. Kannst du bitte mit mir reden? Der hat doch vorhin auch mit mir gesprochen. Oh. Wie groß ist denn die Scheiße? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Warum war ich jetzt dort? Hat doch gar nichts gebracht, oder? Blöde Sau, du. Ah, schau mal an. Ist echt so. Naja, muss man es vielleicht sein. Was? Naja, vielleicht muss es so sein. Muss ich wie Müll behandelt werden. Was? Oh, wie süß, Katja. Das freut mich voll. Ach, jetzt. Oh, du Arschsau. So. Keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ich mache einfach mal. Ah, Hilfe, nein. Ich geh, das war ja das. Hau ab. Ich hasse dich. Ich hasse das Ding. Hilfe, ich hasse das Ding. Hilfe, ich hasse das Ding so. Das ist so ekelhaft. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Hä? Du musst dich angreifen lassen. Hilfe! Ich bin doch noch ein Kind. Zelda ist schon gruselig. So, mal richtig schön ins Maul jetzt hier rein. So, widerlich. Oh, das Spiel ist für mich manchmal verstörend. Ja, Zelda ist schon gruselig, finde ich. Aber ich finde, das hat mir irgendwie ein bisschen bei Breath of the Wild gefehlt. Diese Dungeons. Ja, 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 ja. Alles? Was muss ich jetzt eigentlich noch in dem Tempel machen? Eigentlich war es das doch. oder kriege ich noch irgendwas. Da gab es aber die Schreine. Ja, aber ich fand, die Schreine, es waren viel zu viele. Ich habe mir da echt lieber Tempel gewünscht noch. Also die Titanen waren ja cool, aber noch so ein paar Tempel, wäre schon echt nicht schlecht gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das ist halt meine Meinung. Ah genau, da kam ich ja her. Schau mal, wie viel man hier auf einmal sieht. Achte auf die Schatten. Oh nein. Oh nein, wie unfair. Ach, ihr Arschlöcher. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Außerdem machst du ein Tenpacks. Gibt gar nicht. Gibt es gar nicht. Wieso zur großen Fee? Da war ich doch schon, Laiki. Ich habe doch schon die geholt. Bom, bom. Kannst du mit Rewi streamen, bitte? Gerade nicht. Ich spiele doch was anderes. So, jetzt nochmal. Unfaire Scheiße. Ah nein, das gibt es doch nicht. Meine Güte, wie hohl. Und da oben ist auch was. Das hole ich mir jetzt. Leute, dafür bin ich doch gerne runtergeflogen. Guck mal, da oben war ein Herzteil. Ich habe es genau gesehen. Oh, verfluchte Kacke. Leck me am Arsch. Wo bist du? Nochmal. Die verbessert doch deine Magie. Das habe ich doch schon. Ich habe doch schon die doppelte Magie oben. Am Todesberg war ich doch schon. Oder muss ich nochmal? Die gibt mir doch nicht zweimal was. Oder? Was kann ich denn hier noch machen, Likey? Irgendwie gibt es hier noch voll viel. Ich mache das jetzt einfach mal fertig. Kriege ich noch irgendwas? Oder mache ich das jetzt wirklich nur, um die ganze Schlüsselkacke hier noch zu kriegen? Jetzt aber vorsichtig, ey. Nicht nochmal. Ich war schon bei der am Totenberg. Wow, für den Kompass. Leck mich doch fed am Arsch. Ich bin jetzt eigentlich da rüber, aber irgendwie geht das nicht, oder? Ach komm, der springt ja nicht mal, der Lappen. Link, du bist ein Lappen manchmal, weißt du das eigentlich? Hashtag Lappen. Das ist schon ein viertel Mal, dass ich jetzt runtergeflogen bin. Hallo, Prosi! War lang, aber auch weniger spannend, finde ich auch. Mir hat so ein bisschen das Gruseln gefehlt. Und bei Twilight, zum Beispiel Zelda Twilight und Wind Waker, da gab es so süße Momente und so schöne. Zum Beispiel bei Wind Waker, da stand ich einfach mal zufällig auf einer Insel irgendwo im Meer und auf einmal kam so ein ganz gruseliges Geräusch, so ganz gruselige Musik und dann schwimmt da oder fährt da einfach ein gruseliges Geisterschiff an mir vorbei. Das waren so Sachen, wo ich mir dachte, geil, einfach nur geil. Und sowas fehlt mir irgendwie so ein bisschen bei Breath of the Wild, so diese What-the-Fuck-Moments, können wir glaube ich dazu sagen. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, kriege ich das Herzteil. Jetzt mache ich aber erst mal die Türen hier auf. Was ist denn da unten? Ich würde ehrlich gesagt nicht hin. Ach echt, bist du auch im Schattentempel? Ach so, aber ich will das noch kurz machen. Like, ich hole mir kurz noch mein Herzteil, dann gehe ich. Versprochen. Oh, mir kann ich, süß. Ich komme drauf klar. Ich glaube, ich kann mir jetzt auch mal von den Skulptulas hier mal was holen. Das mache ich jetzt, glaube ich, als nächstes. Ich hole mir mal meine Belohnung ab. Ich habe so viel schon gesammelt. Kann eigentlich nicht wahr sein, dass ich hier nichts kriege. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz hier runter. Wow, ist eine Rubine gewesen. Du, Spiel bist ein Arschloch manchmal. Ich geier hier einfach mal rum. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch, Mann. Ich glaube, ich habe fast alles, oder? Ich kann jetzt zur Zitardelle der Zeit. Äh, hier. A, Y, A. Ja, aber Trinidad hinter sich mag es als Wolfling zu spielen. Ja, und auch, ich finde die Musik so toll in dem Kokiri-Wald. Dieses Ba, 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 ba. Das ist so schön mit der Harfe und auch die Musik abends, wenn man dann durch die Steppe reitet. Das ist so schön. Also, das war eigentlich auch echt ein Teil, den ich sehr lang und intensiv gespielt habe. Heute kein Fortnite. Nee, Samstag wieder. Und mit Horror. Oh, mein Po fängt wieder fest. Hallo, Mr. Happypants. Wie geht's dir? Ich begrüße Sie recht herzlich zum Zelda-Stream auf Twitch. Ich bin ein Mann und trage gerne Leggings. So, ich gehe jetzt noch mal kurz nach Kakariko. Und dort werde ich mir dann meine Skulptulas holen. Und jetzt kann ich eigentlich auch mal kurz... Ich brauche jetzt eh wahrscheinlich die ganze Zeit nur... ...das hier. Und mein Böschen. Und davor gebe ich noch kurz den Geist ab. Äh, nee, ich kann mir auf Instagram jetzt keine Nachrichten durchlesen, weil ich werde sie nicht finden, die Nachricht. Ich bekomme jeden Tag so viele Nachrichten. Also, wie gesagt, ich antworte immer noch so um die 50 Leuten. Äh, den antworte ich noch. Aber ansonsten, äh, keine Zeit. Und ich finde da auch niemanden mehr. Also, wie gesagt, das ist... Ich finde nicht mal meine privaten Kontakte. Aus diesem Grund habe ich mir nämlich auf Instagram einen privaten Account gemacht. Und da werde ich auch niemanden annehmen, weil schon ein paar Gnulis den Account gefunden haben. Das ist ein privater Account, wo ich, äh, mit ganz engen Freunden und Familie... Ich habe den Account eigentlich aus einem gewissen Grund gemacht, den ihr später verstehen werdet. Aber wie gesagt, da werde ich niemanden annehmen, weil... Ja. Nicht wundern. Ich bin nicht böse oder so oder habe da was zu verheimlichen, aber... Wie gesagt. Oh, du bringst mir etwas nun. Lass sehen. Es ist ein Irrlicht. Zehn Rubine. Dein Ernst? Ich habe nicht mal was bekommen dafür. Ich will probieren, aber du hast schon Max. Hey, was? Von welcher Sache kriege ich nichts mit? Ich habe drei oder so. Was? Danke, Mr. Happypants. Alles Gute, Finn. Hier heißt es nun kommen wir mit Vornamen. Wo ist die Pona eigentlich? Keine Ahnung. Mir wurde kein Video auf dem dritten Kanal angezeigt. Ist auch noch kein Star, habe ich ja gepostet. Es kommt erst nächsten Montag. Oh, was ist denn jetzt los? What? Zurück, Link. Zurück, Link. Zurück, Link. Spätestens jetzt hat man doch gehört, dass es eine Frau ist. Ein lázungs! Schau. Und zwar nicht. Ein vapperschin. Und zwar auf einem Radziell. Was ist das? Wie ist ja? reducing elintwno lazier. Ausine. 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 Oh, derute Idee. Ausine. Ein Gnu-Video gibt es nächsten Montag. Guckt einfach auf den Kanal, da steht's. Siehst du, als würdest du es überstehen. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon 1 auf den Grund des Brunns verbannt und dort eingeschlossen. Würde ich halt gerade noch dort machen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Scheiße, was? Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa, ist eine der sechs Weisen vernichteten Schattendämon. Rette Impa! Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist die Melodie zu lernen, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit. Wow, danke, ey. Oh ja, Leute! Ach du, ich smash? Wie cool! Bla, 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 bla... Du hast die Noctur des Schattens erlernt. Geh jetzt bitte, nerv mich nicht. Über diese Steps nach hinten. Das hättest du auch in meiner Nähe machen können. Gnu Arne! Ich hab Zelda... Dann kommst du Gnu in drei oder zwei Wochen. Warst du eigentlich schon in der Mühle? Ja. Und das Gnu 500k Special kommt in vier Wochen. Das hat so viel Vorbereitung gebraucht, Leute. Ihr werdet... Ich glaub, das ist das gestörteste 500k Special, was es jemals gegeben hat. Ich glaub, so ein Bullshit hat noch keiner gemacht. Oh, schön, dich hier zu sehen. Oh, geil. Herzlichen Glückwunsch, ich hab mit dem geredet, ey. Lol. Jetzt komm, Mann. Hallo? Das muss doch gehen. Kann ich mich da bitte mal andocken? Äh... Das muss doch gehen, oder? Oh, da bin ich jetzt völlig bescheiert. Hallo, Dennis. Hallo, ABC. Wann kommt die neue Sache im Gnu Shop? Äh... Nach der Gamescom, Leute. Ach, das geht nicht. Lass mich in Ruhe. Scheiße, ich will nicht in den Boden fallen. So. Hallo, Floorx. Hallöchen. Spellgoss. Gnu, du streamst grad für 2000 Zuschauer. Nee, stream grad nur auf Twitch, nicht auf YouTube. So, jetzt gib mir deinen Scheiß. Ja, der Fluch ist vor mir genommen. Tausend Dank, hier deine Belohnung. Geil, endlich eine größere Börse, Mann. Sonst ist niemand frei? Niemand? Ah, da, hier noch. Yeah, der Fluch ist vor mir genommen. Der Stein des Wissens. Dieser irgendwelche Stein reagiert auf seine Stimme. Okay. Oh, geil. Wie hast du mit YouTube angefangen? Einfach angefangen. Alles gut, und bei dir, Dennis? Weißt du, noch Bierflasche geflippt? Nein, sag nochmal, Hallo Mirko, alles geilein. Richtig bescheuert, gerade mit YouTube. Ja. Allerdings. So, Leute, wir gehen jetzt in den Arschloch-Tempel. Okay, ich muss echt diese dumme Serenade spielen, ne? Okay, dann machen wir das halt so. X, Y, 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 L, X, Y, R. Oh, was ist das? Äh, auf was für eine Konsole spielst du? Äh, diese Konsole nennt man PC. Hallo, Reload. Nur so komme ich da hin. Hallo, Fire Dragon. Hallo, alle miteinander. Wo kommt ihr denn alle auf einmal her jetzt? Was kann ich jetzt mit dir reden? Mann, erzähl, das sei... Das glaube ich, das ist eine Lüge. Ich weiß, das ist die Sonne, die kriege ich leider nicht weg. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Spätestens da braucht man das nämlich. Ich kann erzähle leider nur durch meine Schwester. Äh, um wie immer Bösewicht, der die Welt zerstören will. Ich liebe die Musik. Bum, 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 bum. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen... Ich brauche mal wieder blaues Zeug. Ich habe vier Flaschen geflippt bei Life is Trends 2, wo du nach Tentatur gefragt hast und wo du den Clip ersch... Ach, da, ja, das meinst du, ja, wie geil. Niedersachsen, ich weiß nicht. Also wenn, dann werdet ihr es erfahren. Meine kleinen Schnuckis. Einen guten muss essen, bye, ein gutin. Ich hätte gerne grünes Zeug. Ja, du, das mache ich schon die ganze Zeit. Ich hätte nur auch mal sehr gerne jetzt... Ah, ja, sehr gut. Aber ein bisschen mehr, wenn es geht. Du, seid mal nicht so geizig hier jetzt. Ja, geht doch. Komm mal her. Dankeschön, Chris. Voll süß. Oh nein, ich bin wieder so eine Sau. Oh, Sack los. Das ist jetzt erst mal schönes Schwert in die Fresse. Ich hatte als Kind echt Angst vor dem, ne? Guck, wie eklig der sich von mir wegdreht, der Sack. Genau. Ich muss ehrlich sagen, Viktoria, die eine Million will ich auch noch gar nicht knacken. Das dauert jetzt erst mal noch ein paar Jahre. Wenn überhaupt. Man weiß ja nie, was mit YouTube passiert. Aber wie gesagt, Leute, mit 500.000 habe ich für mich... Oh, jetzt haut die Sau ab. Oh nein, jetzt kommt der voll... Nein, 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 der knuschpert mich an. Du Drexler, komm her. Äh, habe ich für mich mein persönliches Ziel mehr als erreicht. Du ekliges Schwein. Wie so eine beleidigte Leberwurst dreht der sich weg von mir. Du bist doch gar kein Twitch-Partner, oder? Ne, ich bin kein Twitch-Partner. Ich möchte ja noch auf YouTube streamen. Eventuell werde ich aber vielleicht mal die Partnerschaft annehmen, wenn YouTube mich weiter so nervt. Weil ich streame ja auf YouTube auch noch. Ich mache ja gern Restreams. Was war dein YouTube-Ziel? 20.000? Das war für mich echt mein Ziel. 20.000 Abos. Mehr nicht. Dann hatte ich die 20.000, dachte ich, okay, 50.000. Dann hatte ich die 50.000, dachte, okay, 100.000. Und dann die 500.000 hätte ich nie gedacht. Dein Ausrastebild in der TSC war so geil. Oh Gott, Leute, ich bin selten so ausgerastet wie an dem Abend. Du bist die ehrlichste YouTuberin, meine Meinung. Dankeschön, Dengis. Vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Was habe ich gerade eingesackt? War hier oben nicht gerade irgendwas? Habe ich das falsch gesehen? Ja, habe ich. Ich bin etwas über 20k. Ja, voll gut. Das ist schon so viel. Man will immer mehr, 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 mehr. Aber man muss manchmal auch einfach sagen, hey, ich habe so viel erreicht. Es ist so geil. Ich kann mir nicht mehr träumen lassen. Und ich muss doch den Sack da irgendwo hinschieben, oder? Nur, dessen Schritte heilig sind. Ah, ich weiß, okay. Okay, ich muss die, glaube ich, dahin pointen lassen. Den Schädel der Wahrheit. Ich weiß, wo es ist. Oh mein Gott, dieses Spiel. Ich habe es geliebt. Ich auch, Wolverine. Alle Teile einfach. Was war dein Lieblingsteil? Übrigens, dieses komplette Gameplay von mir wird auf meinen zweiten Kanal Verspieltes Gnu hochgeladen. Da lade ich alle kompletten Let's Plays am Stück hoch. Also es gibt keine Parts, sondern dann geht halt mal ein Video zehn Stunden, wenn es sein muss. Aber da kriegt ihr quasi die kompletten Let's Plays. Nein. Link. Nein. Linke, auf. Ha! Ach, was für Arschlöcher. Ich bin das erste Mal in meinem Leben jetzt bei... Ja gut, ich bin schon öfter erschrocken bei Zelda. Mann, das war doch gar nicht mein... Ja, andernfalls... Ja, ich habe nicht gelesen mit andernfalls. Hey Gnu, bist du meine Lieblings-Youtuberin und Streamerin und like mein Lieblings-Youtuber und Streamer. Süß, danke schön. Hallo Vicky. Gnu, ich kenne dich seit 300 Abos. Echt, jetzt so lang schon? Ist das wirklich wahr oder flunkerst du? Ich wollte gerade sagen, ist doch richtig. Aber ich habe blöderweise noch nicht diese Leuchtschuhe. Das heißt, ich kann da noch nicht rüber. Das heißt, ich muss noch irgendwas anderes machen. Der im Laden aus Zockerhundebildung Hoku voran. Drive. Habe ich hier irgendwas übersehen? Muss ich ja eigentlich. Doch, die hast du? Nee. Ach, habe ich die gerade eingesammelt? Das war das. Okay. Ich habe das nicht registriert. Alles klar. Oh Gott, bin ich verballert, Leute. Was denkt ihr manchmal von mir? Verballertes Gnuli. Yes, Mann. No, Vicky, danke schön. Jetzt fahre ich meine Bomben. Ich traue euch Arschlöcher nicht. Hilfe, die sind schneller als ich. Ah! Aua! Ach, leck. Wo ist er hoch? Postest du das auf deinen YouTube-Kanal? Ja, auf den zweiten, genau. Der verspielte Sklou. Da seid ihr alle schon ganz scharf drauf. Unser Mario Odyssey-Let's-Play hat schon 100.000 Aufrufe. Das finde ich so cool. Oh, danke schön, Relord. Vielen Dank. Ach, kamst du gar nicht von YouTube? Das ist ja lustig. Deh, 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 deh. Ich glaube, da sterbe ich. Ja, sieht nach tot aus. Oder sieht es nach tot aus? Tot oder nicht tot? Ich glaube, das ist tot. Oder? Soll ich mal ausprobieren? Ich speichere erst mal. Ich bin ja so neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin tot. Ach, ne, ich lebe noch. Oh, cool. Neugierde wird nicht immer bestraft. Oh nein, ich wollte die gar nicht nehmen. Okay, mehr kann ich ihr eh noch nicht machen. Bin für die Fee runter. Glück habt. Alles klar. Mach das Knie weg. Das ist mir zu erotisch. Sorry, es ist High-Health-Terror-Bretzel. Damit musst du dich jetzt leider auseinandersetzen. Ich habe eh so Knie. Sieht aus, als wären da Babys drin. Ich finde, Männer haben so schöne Beine. Also, nicht alle, aber... Ich finde, tatsächlich, mein Freund hat so richtig schöne Beine. Die würden sich in High-Heals bestimmt gut machen. Ich bin immer neidisch auf die Beine. So. Erstmal schön ins Euglikschosse. Nein, jetzt Navi, jetzt... Mann, jetzt bin ich durcheinander. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Blöde Kuh. Seht ihr, da passiert sowas. Meine Anlage schön laut machen, damit jeder meine Mami hört. Och, wie goldig ist das denn? Das ist ja her als allerliebst. Ich glaube, da kam ich her. Au. 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 Wow, wenn es links mal wieder nicht rafft, ne? Es wird nicht gebumst. Bring halt einfach Gnuhils raus und lass deinen Freund als Morde laufen. Genau. Der neue Huf auch für den Mann. Gnuhils. Gnuhils, die Politik, Geografie. Ein Kompass, wow. Die Mumie spielt mit links. Freeze. Everybody freeze. Ach, du blöde Sau. Das ist so unnötig von dir. Weißt du das? Riechen du Papas Füße gut? Das weiß ich nicht. Aber er hat generell, was ich so toll finde an dem. Der schwitzt gar nicht. Das ist so angenehm. Und der riecht so gut. Ich höre jetzt auf. Hallo, Elchi. Wie geht's dir? Alles Gnudi mit deinem Booty? Heute schaut auf jeden Fall bei Elchi vorbei. Auch eine Streamerin. Das liebe da. Super sympathisch. Postet gerne mal ihren Link rein. Meine Mods. Ich kenne dich seit dem ersten Granny-Video. Sie nimmt ihre Pillen nicht mehr. Ach, was? Achte auf die Schatten. Das brauchst du mir nicht immer sagen, Navi. Ich bin nicht doof. Jetzt kommt die Scheiße noch dazu, ey. Piss dich. Danke, Likey. Ich glaube, da brauche ich meine Schüchen, kann es sein. Das war unnötig. Weißt du, wo Schöll-Kripsen ist? Nein. Erzähl mir mehr. No, danke. Oh, mein Body, ich könnte etwas tra- Mein Booty, ich könnte etwas Training gebrauchen. Ach du, meiner neigt sich auch der Schwerkraft. Hau ab! Nein! Wohin? Ah, wahrscheinlich hierhin. Because I'm Gnulli habe 200 Kilo auf den Rücken, aber ist mir egal. Ich denke mir auch manchmal, niemand ist perfekt. Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Ist auch langweilig. Rosen sind rot, Münzen sind Geld. Ich habe mir eine Pizza bestellt. Oh, geil. Tschüss, Vicky. Ne, ich denke mir generell, wir Frauen machen uns voll in Stress. Wir heulen immer rum wegen Zellulite und die Männer juckt es eigentlich gar nicht. Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der gesagt hat, oh, ne, die hat Zellulite. Oh, mein Gott, das sind wir Frauen und wisst ihr, wie diese ganze Zellulite-Scheiße eigentlich angefangen hat? Es gab irgendeine Zeitschrift, ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Es war irgendeine Weiber-Zeitschrift. Die haben das Wort Zellulite quasi damals erfunden und haben das als Problem angekreidet. Was eigentlich überhaupt nie ein Problem für jemanden war bis zu der Zeit, weil es normal ist, dass Frauen einfach ein schwächeres Bindegewebe haben und mehr Fett am Arsch. Ich kenne keinen Mann, der sagt, oh Gott, das geht ja gar nicht, sieht voll scheiße aus. Hier gibt es nichts mehr sonst? Nico interessiert Zellulite null und den interessiert es auch null, wenn meine Beine nicht perfekt rasiert sind. Eben, das ist ja auch so. Wir Frauen machen uns voll den Stress selber immer. Was muss ich denn hier machen? Muss ich vielleicht die dumpf Ledermäuse umbringen? Echt? Ist das so? Du musst in den Raum fünf Rubine sammeln. Dann öffnet... Hier, sind doch nicht mal welche. Ich glaube, ich muss die Fledermäuse umbringen. Alle Fledermäuse umbringen, okay. Das mache ich doch liebend gern. Komm her, du Drecksau. Was ist Zellulite? Das sind halt die Dellen und beziehungsweise Streifen, je nach Grad, am Hintern einer Frau. Oder manche haben es auch an Busen. Beziehungsweise sind dann eher Dehnungsstreifen. Also eigentlich nichts Schlimmes. Also die ist nicht da, dann öffne ich mal lieber nur die. Weißt du, was ich als Nico das erste Mal getroffen habe, habe ich mir Gedanken gemacht. Hoffentlich bekomme ich keinen Pickel am Rücken. Am Rücken, so dumm. Ja, also am Anfang finde ich sowieso, ich war auch bei meinem Freund, ich bin es immer noch so, dass man halt so denkt, oh Gott, hoffentlich ist dies nicht und hoffentlich das nicht, weil man noch so schüchtern ist am Anfang. Wobei das ja eigentlich keinen juckt. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Wow. Echt, dafür bin ich hergekommen? Die Frauen haben zu leiden, die Männer eine Glatze. Eben. Ja. Es ist halt menschlich, gehört dazu. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Mir geht's gut, ich hoffe, die auch. Genau. Meine Man-Bubbs sind auch nicht perfekt. Süß. Ich meine, hast du welche? Och, jetzt nervt mich doch nicht. Piss dich jetzt. Goodbye, mein Lover. Goodbye, mein Freund. Wow, you have been the one. I've been the one for me. Soldiers? Ich glaube, das war doof. Oh, das war nicht doof. Yes. Bin gut. Bin gut. Hast du in dem Raum, wo das erste Mal diese rotierenden Klingen waren... Ja, ja, da habe ich den Schlüssel geholt. Ja, hoffe ich doch. Ja, da habe ich den Schlüssel geholt. Durchaus habe ich den geholt. Okay. Wo ist der letzte? Wahrscheinlich hier, oder? Bei dem doch, wette ich doch mit dir. Warte mal, den machen wir platt. Ich glaube, mein grünes Mana ist gleich leer. Ähm. Ich finde es offen, dass du immer über jedes Thema so redest. Dankeschön. Macht aber auch Spaß, mit euch zu reden. Was hat Mord... Achso, ich weiß, was ich damit machen muss. Kann ich da nicht hoch mit? Bitte gib mir Mana. Nein. Scheiße, hau doch ab. Au. Au. Einfach weiterschieben. Okay. Ein Gnu-Song zum einen... Ah, ich weiß nicht. Ein Gnu-Song, das macht jeder. Vielleicht mache ich irgendwas anderes Doofes. Hallo Marcel. Hallo Mandy. Grüßt euch alle. Tschüss Nico. Hallo. 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 Ich kann nicht singen, nein. Wenn ich was nicht kann, ist es singen. Kannst du singen? Muss ich jetzt weiterziehen, ne? Hallöchen Floppy. Hab absolut... Kann ich auch nicht. Kann ich echt nicht. Ich muss auch sagen, ich finde es viel beeindruckender, wenn jemand wirklich gut tanzen kann oder ein Musikinstrument spielen kann oder sprachbegabt, weil es etwas ist, was man sich ja selber aneignet. Weil singen ist ja wie Aussehen eigentlich. Entweder du hast die Stimme oder halt nicht. Klar kannst du dafür auch viel trainieren und üben. Deswegen ist es immer toll, wenn jemand schön singen kann. Aber ich finde irgendwie, das andere imponiert mir dann mehr. Ich will doch nur jetzt Mana haben, Mann. Dann kann ich jetzt gehen. Oh Mann, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Aber Faele, ich glaube, das war es hier, oder, Laike? Ich gehe jetzt. Bin beleidigt. Keine Lust mehr. Da, da, da. Da, 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 da. Aua. Aua. So, ich gehe jetzt hier weiter. Mach die Tür auf. Wie hysterisch das aussieht. Ich brauche jetzt mal wirklich Mana, Leute. Oh yes, geil. That's the shit I need. Oder schaust du dir nach dem Stream meine Insta-Nachricht an? Nee, sorry. Ich kann nicht irgendwie ewig die Nachricht suchen, Leute. Versteht das bitte. Wir haben mittlerweile eine Reichweite, wo ich echt sagen muss, ich kann nicht mehr alles Einzelne durchlesen. Wenn ihr irgendwie was Wichtiges habt, dann verlinkt mich einfach auf Bilder. Und das sehe ich noch eher als irgendwelche Instagram-Nachrichten. Das ist ganz, ganz, boah, das ist übel. Ich kann da nichts mehr lesen. Es tut mir echt leid. Ich liebe euch trotzdem alle. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Hallo, Goku. Wie gesagt, jeden Tag beantworte ich 50 Nachrichten und versuche 50 Knullis glücklich zu machen. Das ist auch nicht einfach. Hallo, Goku Black. Was? Ich habe... Mir fehlt ein Schlüssel? Leuki, mir fehlt ein Schlüssel. Warum denn das? Ach, da unten ist noch eine Tür. Okay, ich habe nichts gesagt. ! Untertitelung. BR 2018 Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da reinschmeißen muss. Wie groß ist Yoshi? Ja, ja, schon. Sieht aus wie eine Kuh. Sieh mal die Schuhe aus. Nein! Na gut. Wer hat geschrieben? Hey, was? Wie geht die blöde Tür jetzt wieder auf? Ach, die letzte Fledermaus. Wo ist die Schlampe? Ah, da. Jetzt. Mein Auge juckt, Leute. Hallo, Schnorchi. Hallo, der Duck. Gar kein Problem, Clara. Alles gut? Gott, ätzende Scheiße. Oh, ja. Wie unfair. Ganz dumme Idee. Oh, ich bin so dumm. Du hast Eisenstiefel. Oh, stimmt. Wie man manchmal sein Equipment vergisst. Gerade was getrunken. Milch verschluckt und das Wasser ist schön in die Nase. Oh Gott, ja. Ich hasse das Gefühl. Das hasse ich im Freibad. Kennt ihr das? Wenn euch das Wasser so in die Nase geht, dass ihr richtig Schmerzen habt irgendwo im Schädel und nicht definieren könnt, wo es herkommt. Schon wieder, du Drecksau. So. 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 Muss ich mit dem Auge irgendwas machen oder ist es die einzige Sache, die das Auge hier abzieht? Was muss ich hier machen? Kann ich da hoch? Ich höre die Geister in diesem Raum flüstern. Sie flüstern zu mir. Jener, dessen Schritte heilig sind, möge sich vom Wind treiben lassen. Er führt ihn über den verbotenen Pfad. Okay. Das heißt, ich muss jetzt zurück die Schuhchen anziehen und mich treiben lassen. Wave after wave. Da ist ne Kiste. Was wo? Ich kann aber nix sehen. Da ist keine Kiste. Das war doch jetzt wahrscheinlich nur für die Info, oder? Da ist ne Kiste. Ach, da ist ne Kiste. Um Himmels Willen, ja. Habe Ocarina of Time fünfmal durchgespielt. Das Schnellste war fünf Stunden. Oh, krass. Schöne. Also, ich soll mich jetzt vom Wind treiben lassen? Habe ich das richtig gehört? Okay. Wollt's nur mal probieren. Soll ich mich jetzt vom Wind treiben lassen? Voll die Lügner! Hallo, Chantal. Gegenüber vom ersten Ventilator ist ein Gang. Ah. Ah, oh Gott, ey. Helmels Willen. Das wusste ich. Bitte lass mich. Ich möchte es nicht mit dir treiben. Nein, 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 es war so kostbar. Wie geht's euch? Gut und dir, Chantal? Ich hab keinen Schlüssel. Hab ich irgendwas vergessen? Oh Gott. Mikey. Warum? Warum? Ist hier irgendein Schlüssel? Oder du musst ihn doch mal in den anderen Raum. Warum? Nun hast du das Spiel World War Z auch privat spielt. Ich spiel privat fast gar nichts, weil ich gar keine Zeit hab. Hallo, Sarah. Hier ist aber kein gelber Felsen. Mach das Auge und werf eine Bombe zu dem gelben Felsen. Hallo, Knuskel. Hier ist aber kein gelber Felsen. Hier ist nur der Scheiß, aber das meinst du wahrscheinlich gar nicht. Puff. Oder? Oh, tatsächlich. Oh mein Gott, wie soll man denn da drauf kommen? Meine Güte. Hallo, Juni. Ah, das ist ja heftig. Hashtag heftig. Sieht aus wie... ... die Brüste. Original war der Gelb. Krass. Also so sieht man es ja gar nicht mehr. Ach, ich bin so doof. Ach, ich will die Fee. Moment, Moment, Konzentration. Yes. Kann ich ja wieder runter. Hashtag heftig. Hashtag heftig. Fee to go. Genau, Fee to go einmal. Bum, Bum, Bum. Tadam. Bum, Bum. Bum. Oh, was muss ich da wohl machen? Da, da, da! Branche, ne Fee! Badam, bam, bam, badam. Voll gruselig. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, vielleicht noch das da oben zu kriegen, aber... Ja, egal. Dankeschön, dir auch, Zahra. Ich nenne dich einfach Logia. Oh ja, es war so klar. Der bringt mich um, Leute. Die bringen mich um, Leute. Ich will eigentlich nicht meine Fefe... Das wird dich verbrauchen, Mann! Der visiert nicht an! Echt noch nie im Leben. Boah, du musst echt mal alle Zelda-Teile spielen. Die sind so geil. Jetzt, ich, ich wehr mich doch! Du Drecksau. Die sind so langweilig, die Gegner, weil du einfach so lang warten musst, hab da keine Geduld für. Außerdem sind deine Rippen viel zu eng und du hast viel zu viele davon. Deine Rippen sind so eng. Badam, bam. Das Schiff sinkt, spring ab und rette dich von Bord. Äh... Wohin denn? Nein! Verfluchte Schizzle-Dizzle, mein Nizzle-Wizzle-Schizzle-Wizzle. Leck mich am Arsch, du Scheißspiel! Leck mich doch blöd am Arsch! Ja, dass deine Glocken klingeln. Badam, bam. Badam, bam. Und was... Sollte es auch anders sein? Natürlich müssen wir die Arschlöcher auch wieder besiegen. Badam, bam. Badam, bam. Kann das sein, dass meine Fee gar nicht akt... Ach, steht mir da runtergefallen. Dann kann die Fee sich ja gar nicht aktivieren. Wieder unnötige Scheiße. Unnötige Scheiße. Kann ich eigentlich theoretisch hier auch warten, bis die zwei Arschlöcher mit abstürzen? Du dumme Sau. Ich hasse dich. Ach, die sind so langweilig, die Gegner. Du hast doch keine Chance. Das hast du doch grad gesehen. Weck mich! Ach ne, jetzt stürzt nicht ab. Doch, stürzt ab. Hoppapadam. Das wollte ich nicht. Speichern. Ja, ihr habt recht. Gute Gnudis. Gute Gnudis. Da dumm. Gnudis. 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 wusste ich natürlich. Hallo, Quinn. Wie geht's dir, meine Liebe? Deswegen auch das grüne Zeugs. Verständlich. Da muss man auch erst mal draufkommen, ey. Wie soll man da draufkommen? Geh mal nicht auf die Nüsse. Hallo, Tibor. Aber sonst kann man in Zelda nämlich kein Holz verbrennen. Oh, hier ist ein Marienkäfer und ganz schön alter sogar. Sonst kann man in Zelda kein Holz verbrennen. Oh ja, aus Avatar. Das wäre so geil. Alles gut, hab zufällig gesehen, dass du streamst, weil ich auf Twitch bin. Ach, süß. Glaubst du an Gott? Ich weiß nicht. Sozusagen, wenn jemand in einem wackeligen Flugzeug sitzt, da betet doch jeder kurz zu Gott. Also ich würde es jetzt nicht sagen, dass es einen gibt. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es keinen gibt. Ich enthalte mich. Wie immer. Ach, wette, da muss ich Bomben reinschmeißen. Yo, sollte es auch anders sein. Allah. Kannst du bitte die Bombe nehmen? Danke. Es sollte so sein, Leute. Es sollte auch so sein. Achso, ich muss den richtigen treffen. Ich glaube, das war der richtige. Den mache ich aber auch noch kaputt, weil der nervt mich. Ich habe keine Religion. Wie geht's gut, Tibor? Wie geht's denn dir? War das jetzt in Ordnung oder muss ich ja noch was machen, Laiki? Ich glaube, das war in Ordnung, oder? Dönerismus. Ich glaube, das war in Ordnung. Dort, wo du dem Schiff angekommen bist, ist der Bossraum. Ah, okay. Ich dachte, du glaubst an den Gnu-Gott auf jeden Fall. So, oh, geil. Oh, geil. Bam, badam, bam, bam, badam. Kennst du Bendy, der Ink Machine? Ja, das wollten... Spielen wir bald durch, weil ihr das wolltet. Aber wie komme ich da rüber? Laiki, wie komme ich da rüber? Das ergibt gar keinen Sinn. Muss das irgendwie kaputt machen. Oh, yeah. Genau, Leute. So ist die Physik. Wenn ihr was abschießt und es sprengt, dann fährt es erstmal frontal auf euch zu und dann fällt es erst um. Sorry, dummes Kommentar musste sein. So. Ich speicher mal. Also, wenn du dich mit dem Dungeon auskennst, brauchst du pro Dungeon vielleicht gerade mal eine Stunde oder vielleicht nur 30 Minuten. Kann das sein? Ich brauche Pfeile. Hallo, Fable. Ich habe ein Fable für dich. Ich brauche, glaube ich, meine Leuchtschülchen, kann das sein. Leute, davor ist schon der Endboss. Das ist schon der Endboss. Hallo, Zeratul. Warte, bevor ich da runterrutsche. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Natürlich nicht. Oh nein, das ist der. Den hasse ich. Nee, wie geht der? Da ich Pfeile bekommen habe, denke ich mal, ich muss den Bongo Bongo ins Auge schießen. Vielleicht muss ich die beiden Hände beträuben, kann das sein? Dann muss ich da bestimmt drauf schießen. Himmels Willen, haut ab. Okay, Hilfe. Ich glaube, ich brauche die dummen Schülchen gar nicht, oder? Oh, das ist gemein. Boah, der ist aber übel. Erst die Hände angreifen und wenn er runterkommt, dann auf ihn. Jo, ist gar nicht so einfach. Die kommen ja nicht mal runter, die Arschlöcher. Oder muss ich die... Mach ich die überhaupt mit dem Pfeil? Stimmt das? Nee, hallo, Bots. Haken? Ich glaube, das macht mehr Spaß. Bibi kommt ja nicht runter, das macht so keinen Sinn. Ach, und dann ins Auge. Ach, jetzt, um Gottes Willen. Bin ich aber gleich schon tot. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Ach, er macht Auge. Den fand ich jetzt echt anstrengend. Jo, hast du auch einen Arsch? Nee, er hat keinen Arsch. Yeah, einen Herzcontainer habe ich jetzt. Bruder, der macht Auge. Hallo Putz. Halle der Waisen, es fehlt nur noch eine, dann können wir zum Endbus. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch des Schattenteifels genommen. Hab Dank dafür, Link. Ich bin Impa, eine der Schikar und ich bin nicht alleine Prinzessin Seldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Schikars waren seit Generationen die getreuten Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Die Schikar und die Schikar und die Schikar. Wir müssen uns keine Sorgen machen, die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die sechs Weisen von Großmeister des Bösen verbannt haben, wird wieder Frieden einkehren. Geh nun, Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite, beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Hier das Amulett. Yeah. Sie haben ein Oreo mit Traubegeschmack. Äh, ihr könnt mich nicht abonnieren, ihr könnt mir nur folgen. Ich bin auch kein Twitch-Partner, beziehungsweise habe die Partnerschaft noch nicht angenommen, weil ich noch auf YouTube streame, aber weiß wie lang noch. YouTube nervt mich grad. Dann mache ich halt nur noch Videos dort. Bitte suche die Prinzessin! Äh, willst du nicht eigentlich Horror streamen? Äh, nee, ich wollte eigentlich ursprünglich auf YouTube streamen, und zwar Horror. Und Fortnite, aber da das Video so gut ankommt von gestern, möchte ich das gerne noch ein bisschen wirken lassen. Wenn ich jetzt streame, wird das Video abgekratzt. Und wir sind gerade eh am diskutieren, ob nicht YouTube Streaming... ...ob nicht YouTube Streaming dem Kanal mehr schadet, als dass es ihm gut tut. Das sind wir gerade am testen. Also im August, muss ich euch jetzt schon mal sagen, im August wird es, äh, Videos geben für euch, viele. Also, ja, vier Videos die Woche werden es schon werden. Ähm, aber keine Streams, weil ich bin im August im, äh, im Urlaub und da noch die Games kommen und ich muss viel vorproduzieren. Dafür gibt es aber jetzt im Juli noch viel und auch auf Twitch. Äh, bis ich da draufgekommen, Leute, bin, ne? Oh, shit. Äh, bis ich da draufgekommen bin. Ich glaube, wie viel Zeit da vergangen ist. So. Ähm, langsam bekomme ich Angst. Wieso, Knugkälbchen, was soll los sein? Ich bin Handzwerksmeister. Es war Gerudos, die die Türke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in den Gerudo-Fest und gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was mit meinen Jungs dort ist? Gesundheit, dankeschön. Na, wie nervt die, nervt echt. Düt, 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 düt. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist und jemanden im echten Sportgeist zu finden. Ich bin hergekommen, um durch die Gespensterwüste zu laufen, aber das war, glaube ich, kein guter Zeitpunkt. Ich wollte zur Ebene von Hyrule zurück, aber die Brücke ist, naja, das siehst du ja selbst. Jetzt sitzt du hier fest. Wunderbar. Hallo, Tufan. Also Leute, wie gesagt, ihr braucht ja keine Saugen machen. Wir sind nur am Testen wegen dem neuen Kanal, was halt am, also wegen meinem alten Kanal, was laber ich, was halt am besten ist. Und wenn YouTube-Streaming halt tatsächlich da ein mehr im Weg steht. Also wir werden jetzt gucken. Ich werde jetzt, wie gesagt, im Juli noch viel streamen, auch auf YouTube. Und, also einmal die Woche am besten erstmal nur, aber regelmäßig halt. Und auf Twitch. Und dann halt, ähm, im August wahrscheinlich, wie gesagt, gar nicht, weil ich halt so viel zu tun habe. Aber da kommen Videos, da werdet ihr versorgt. Vielleicht doch. Ich denke, August wird schon so zweimal drin sein. Und, ähm, genau. Ansonsten werden wir halt, ähm, dann im September weiter streamen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil, wie gesagt, August steht so viel an. Ich will mich da nicht stressen, irgendwie. Hier ist auch schon wieder irgendwie ein Geheimnis. Das Dumme, dass ich bin, noch wo mein Vater, der Freund, in Besuch, aber seine Toilette gespringt. Hoffentlich macht es mich nicht. Machst du mich gesund? Oh nein, weil du Durchfall hast. Dankeschön, Chris. Dankeschön. Bis später. Ich darf mal Urlaub machen? Ja, aber das wird echt... Uiuiui. Steht sehr viel an, Leute. Hallöchen, Burag. Grüße dich. Burag. Ja, ja, es wird schon echt eine anstrengende Phase jetzt, Leute. Die ermüdet mich. Oh, okay. Ups. Ups. Mit dem Auge, ob du durch die Wand kannst. Stimmt, scheiße. Verdammt, hätte ich machen sollen. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Wir lieben dich. Ach, wie süß ihr seid. Nein, scheiße. Scheiße. Da. 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 Mache ich alle, alle, ihr Bitches. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hallo, Mirkant, hallo, Tribble Rob, grüße dich. So, ich mach dich alle, du Bitch. Und die andere, die andere Bitch mach ich auch fertig. Verdammte. Scheiße. Ah, what were they zocken? Fand die Folge letztens witzig. Kommt auf jeden Fall nochmal ein. Jetzt kommen erstmal noch ganz viele andere geile Games. Ich hab ein neues Format mit euch geplant. Das kommt jetzt dann morgen. Ich hab ein neues Format mit euch geplant. So, Maul halten. Yes. Ja, tschüss. So. Oh, schaut mal, wie süß. Das ist ja cool. Ein Easter Egg. Cool. Easter Egg. Ich steig. Was für ein neues Format. Oh, schaut mal, wie süß. Ja, auf solche Sachen musste man erst mal kommen damals. Das war gar nicht so einfach, Leute. Ich finde das voll süß, wenn du Schicke sagst. Süß. Skyzord ist auch geil. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch spielen. Schicke. 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 Ist hier nicht mein Gefängnis? Ja, da ist mein Knascht. habt ihr übrigens noch was für das neue format um erotik ja wir werden übrigens diesen dienstag custom server aufnehmen leute findet ihr echt dass ich das süß anhörte schicke schön in die fresse oder ist ja noch eine halleluja wir sind denn da spielt ihr da kann ich rüber schwäben hier das mache ich mal kurz mit meinen extravaganten schüchen meine schwebestiefelchen so eigentlich war unnötig hätte ich gar nicht gebraucht aber gut egal jolo die le 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 hey kleiner ich meine ich schaue hier in der zelle kleiner ich weiß zwar nicht woher du kommst aber du musst ganz schön mutig sein wenn du dich an die wachen ran traust meine anderen kumpel sind auch irgendwo eingesperrt befreie uns bitte alle aber sei vorsichtig gibt es jede menge grudelwächterringen hey pass auf komm her alter ich mach dich fertig du geile schnitte oh ja ich mag es wenn du stöhnst die ist ein bisserl nervig oh ja stillen für mich du stöck voll die feige sau ey du blöde sau oh da muss ich aufpassen auf dem move weil damit kann sie mich direkt in den knast schmeißen nein genau damit oh ja sie hat einen einen schlüssel ausgefurzt no dankeschön geilo so ja du hast mich gerettet das wollen wir lieber drei meiner kumpel ist alles klar hallo lehrey du blindest alle fünf sekunden echt das fällt dir auf ich habe immer sehr trockene äuglein gerade im sommer wenn die ganzen klimaanlagen an sind und im winter auch wegen der heizungsluft hallo nutella ich begrüße sie recht herzlich hier zu meinem stream ach was du siehst mich ab oh shit ist ja voll gefährlich was du siehst mich ab jetzt in 4k das ist ja der wahnsinn okay der bitch kann nichts machen gehen wir noch mal zurück weil nämlich da unten noch was für mich war hallo like my style fan wie süß ich wusste es noch hallo mirko hallo elbi na meine süßies hallo feier luke 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 Kommt morgen ein Fortnite-Video? Nein. Morgen kommt was anderes. Ein neues Formati. Sind doch 100 pro auch noch welche. Hm, wo gehen wir lang? Gehen wir unten oder oben lang? Wie gehen wir nach oben? Okay, bin ich wieder hier? Dann gehen wir hier lang. Ah, hier ist direkt die nächste. Ja, das Prozedere kennen wir doch. Ja, ja. Rede mit mir! Ja, ja. Genau, immer schön einklemmen die Olle. Truff mit dir! So! Yes! Ich weiß nicht, wie ich mich noch mehr bedanken soll. Auch für was denn? Hallo, Moni! Hallo, Juju! Das war wirklich nett. Ja, super. Hau ab jetzt, lebens noch zwei. Ich mag meine virtuellen Geschwister. Süß! Oh, süß! Okay, hier ist keine. Tempel hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich find den auch voll schön halt einfach. So, ich mach eure ganzen Bitches platt und die Aufseherin, die rafft's nicht mal. So, ne hohle Plus! Hohle Frucht! Dum 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 dum! Ich hab noch einen langen Test geschrieben. Oh nein! So, da haben wir doch noch den letzten. Hey, Kleiner, was geht ab? Dann fehlt noch einer. Wenn du mal wieder nach Fürth kommst, zu Bauchtanzen, kann man dich da treffen? Ähm, weiß ich nicht, ob das... ob ich das machen kann. Ich hab immer Angst, dass zu viele kommen und irgendwas ausartet, wenn niemand dabei ist, wisst ihr? Du dumme Sau! Nein! Oh Gott, nein! Scheiße! Du blöde Bitch! Mach dich alle! Du blöde, du blöde, 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 blöde! Ey, es hat voll getroffen. Geht doch. Weißt du, es juckt niemanden, dass ich hier die ganzen Baile abschieße. Den ganzen Weg nochmal? Nein, nein, einfach nur hier rein. Dann bin ich ja wieder da. So, dann kommt die alte Trollhahn nochmal von oben runter geschissen. Ihr seid echt schlecht, ne? Ihr spört mich die ganze Zeit in den Knast, ich komme trotzdem immer wieder. Ich glaube, wir können auch gerne nach oben gehen, Alde. Ich glaube nur, das ist keine so gute Idee, weil da deine ganzen Ischen chillen. Geil, ich kann die mit dem Pfeil voll fertig machen. Oh Gott, ich habe eine Lücke getroffen. Oh mein Gott, guck mal, wie doof, die kann das nicht abwehren. Ich brauche Pfeile für die nächste. Yes, man, ich mag es, wenn du stöhnst. Hallo, der Tomato Head, Gru kommt wieder 500 Shreddy Hub. Eventuell, aber gerade gibt es ja irgendwie nicht wirklich einen neuen Modus, oder? Weil der ist gewittert. Oh, geil. Ah, Cola. Cola schmeckt gut. Ich bin nicht so eine. Das hat euch gefallen, ne? Das hat euch gefallen. Das mit dem ich bin nicht so eine. Ich muss da hoch. Komme ich da hoch? Oh Gott, ich glaube, ich weiß es. Ich muss da hin. Da oben ist auch. Ich muss da hin. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich hinkomme. Ich muss mich jetzt nochmal von der Ische einsperren lassen. Ey, ich habe dich getroffen. Melone hier. Hallo, Dodo. Hallöchen. Sexy genug. So, nicht schreien. Ich bin nicht so eine. So, die erst mal beide hier bedäuben, die dummen Bitches, ne? So. Fresse. So, cool, dass man hier immer wieder was kriegt. So. Äh, wie oft du schon diesen Satz gehört hast. Ich bin nicht so eine. Meinst du den Satz? No, süß. Kenny, vielen Dank für diese rührenden Worte. Das bedeutet uns echt sehr viel. Ich glaube, das vergisst man manchmal. Dass man anderen Menschen für eine Freude eigentlich bereiten kann. Hä? Wohin muss ich denn jetzt? Hallo, Goku. Papa ist 31. Gnu, mein Papa hat meinen Ton. Gnu. Oh nein, fallen gelassen. Nein, Dummy. Das war so süß. So. So. Ich mag Züge, na-uiiii. Goku. Mir geht's gut. Und dir? Eine Gnu-Actionfigur, das wär doch geil, oder? Eine Gnu-Actionfigur. So. So, wo war das jetzt, wo ich hin musste? Ich bin ja auch ein. Da ist nämlich nichts, oder? Ne, da ist nix. Da ist aber was. Ich denke, ich muss da runter, oder? Muss ich da hin? War das hier? Oder war das da hinten? Bin jetzt gerade ein bisschen unsicher. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Ach, hier kann man auch hoch. Aber hier ist ja gar nix. Hä, was war denn das? Habt ihr das gesehen? So, mal kurz gucken. Äh. Das war, glaube ich, schon hier, oder? Glaube ich. Oder war das da? Ah, nee, das war hier. Da war das, glaube ich. Warte mal. Komme ich denn da jetzt nochmal hin? Ah, genau, von oben. So. Hey, ich hab gehört, dass alle Männer in der Schupper schauen, meine Witter bei den Weicheier. Was, ich krieg nix von dir, du Bastard? Ich geh jetzt erstmal trotzdem in die Wüste, weil ich nämlich dort erstmal das Lied erlerne, um dort wieder hinzuspauen. Dann komm ich zurück als Kind. Das sind Nanoleafs auf jeden Fall. Preiswert jetzt nicht, aber sie sind ihr Geld wert. Ja, tu für ihn auf jeden Fall. Soll ich ein Mädchen fragen, was ich meine Freundin werden will, wenn du das denn möchtest? Und die Katze liegt neben mir und schaut zu süß. Ich war schon... Ach, muss ich ins Zelt? Triple Rob. Ich geh mal ins Zelt. Nur ins Zelt. Ach so, okay. Ich will nicht! Alle so ins Zelt! Los, geh ins Zelt! Na gut, wenn ihr das wollt, geh ich ins Zelt. Hallo, Kucku! Hallöle, Andreas! Ja, das ist der echte Like-My-Style. Die Rude kriegen genießen besonders jedes hohe Ansinnen. Wie wär's, etwas Bogenschießen? Wenn du ein Pferd besitzt, dann wird dich dein Gerude in die Festung herausfordern. Okay. Das sagen alles gleich, ihr Affen. Naboro hat noch zu den Diebinnen gehört, aber sie ist nie den schwachen Arm bestohlen. aber... Wow. Die reden ja gar nicht mit mir. Wieso musste ich ins Zelt, Knus? Nein! Ich wollte doch gar nicht rennen. Mir geht's gut, Andreas? Und dir? In der Mitte waren sie nicht die zwei. Schau her. Sie sind nicht toll. Ach so, okay. Ja, super. Sie haben die Brücke real... Ja, klasse. Okay. Ich trinke auch gerade Cola. Ich geh jetzt erst mal in die Wüste. Der Zucker tut dir nicht gut. Wieso? Wegen der Brücke. Ach so, okay. Alles klar. Hallo, Freddy. Ich geh jetzt erst mal in die Wüste und hol mir dort das Lied. Und ich muss ja eh erst mal als Kind in die Wüste. Seit wie vielen Jahren zockst du schon? Boah. Seit ich sechs Jahre alt bin? Schon ewig. Immer schon. Meine Mutter hat mich zum Zocker gemacht. Ich trinke gerade Cola. Ich trinke eigentlich nicht viel Cola, aber manchmal muss es sein. Hey, Grünschnabel, willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibs an Sandgraben überqueren. Dann solltest du auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt sich der Sand. Ohne Auge der Wahrheit. Alles klar. Hallo, Starkey. Grüße dich. Was habe ich gemeint? Hast du eigentlich einen Glauben? Den Glauben in mich selbst. Nee, eigentlich nicht. Ihr? Hey, listen! Gespensterwüste, vertraust du deinem Instinkt? Verschlingt dich die Wüste. Suche den Wahnpfad. Alles klar. Hey, ich werde ja eingezogen. Moment. 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 Lass mich. Ich muss den Flecklchen folgen. Oh, ihr ratzlosen Abenteuer, die euch lieblich gewandert. Fliegender Händler. Ein fliegender Händler, fragst du? Ein fliegender Händler? Tatsächlich ein fliegender Händler. Tatsächlich ein fliegender Händler. Hey, Bitch. Darf ich mich an dir festsaugen? Wie komme ich da rüber? Ach, mit meinen Schwebeschüchen. Aber was hat denn der für mich? Ist echt ein super Geschäft, was du da machst, Kerle. Willkommen. Ich verkaufe hier seltsame, seltene Sachen. Okay, zeig mal. Was? Ich glaube, du spinnst, Alter. Macht hier nie, irgendwie hat nie Kunden und verlangt gleich mal voll den fetten Preis. Ich glaube, du spinnst. So, dann gehen wir mal weiter. Ich hasse die Wüste. Das ist auch so eine Sache, die macht man einmal. Wenn man das Lied hat, geht man hier nie wieder durch. So, und jetzt? Ah, da schimmelt doch jemand. Kann ich da auch erst mal runtergehen? Oder sterbe ich da? Ich sterbe da nicht. Du zeigst mir erst mal gar nichts, hol mir erst mal meine Skulltula. Und dann mache ich erst mal den Scheiß hier an. Yeah! Dankeschön, stark. Oh, ein Kistel. Noch richtig belohnt. Ich hoffe, der Scheißgeist ist jetzt nicht abgehauen ohne mich. Ich habe mir jetzt die Evil 5 1 und 2 bei Steam gekauft und bin gerade bei Kapitel 5 geil. Den 1er müssen wir auch noch spielen, Leute. Ich hoffe, der Geist ist jetzt nicht weg. Der hat gewartet. Das ist aber nett von dir. Zeig mir mal den rechten Weg. Kann ich den auch umbringen? Warum tut er das? Oh nein! Ah! Ah! Mir geht's gut. Wie geht's dir nebenan? Oh, du siehst aus, als würdest du aufgeben wollen. Fast hätte es eine alte Form wieder erlangt. Kannst du mich bitte einfach nur zu meinem Ziel bringen und die Scheiße hier lassen? Dankeschön. Yes! Yes! Juhu! Ach, schön! Schaut mal! Oh, hallo! Der Tempel ist so geil, der hat so eine schöne Musik. Ich hab den Tempel geliebt, das war mein Lieblingstempel. Aber nicht, weil diese dummen Pimmel hier aus dem Sand rauskommen. Unnötig. So. So. So, wie war nochmal dieses Windmühlllied? Hymne des Sturms war es doch. Der Flussi. Flussi, Flussi. Oh, geil, Mann. Leute, ich werde weg. Da hole ich mir gleich mal eine. Ich zieh mir eine Fee. Yes, geil. Luxus. Ich werde mal kurz eine Milch saufen, damit ich noch ein Plätzle frei habe. Komm her. Oh, sind ja zwei Schlückchen, alles klar. Eigentlich reichen mir nur Feen. Ich glaube, ich hole mir noch eine, Leute. Ich glaube, die Feen sind echt mehr wert, oder? Was meinen meine Babes? Gnu-Milch. Gnu von meinem Vater. Der Freund hat mir mehr Eis gegeben und ich dachte, wie schmeckt das mit Eis mit Zucker? Und jetzt habe ich wieder auf die Ohne... Nein. Kleiner Durchfall. Du Durchfall, Gnu. Direkt mal drei nehmen, genau. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ne? Nein! Dankeschön, Girl. Wie süß ihr euch alle. Ich fand es auch voll süß, dass ihr euch jetzt alle, weil ich es gesagt habe, Twitter geholt habt. Voll goldig seid ihr. Seid echt süß, Leute. Ich würde auch mal mein Gewand ändern, Leute. Das passt ja überhaupt nicht zum Outfit. Äh, zum Anlass hier, so. Danke! War nicht auf irgendwo eine große Fee. Ne, ich glaube, die große Fee haben wir jetzt alle durch, oder? Da fehlen noch welche, hast recht. Könnt ihr bitte aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Nein. Ich hasse diese ekelhaften Spastis. So. Hau ab! Da hinten ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich ankommen werde, wenn ich das Lied erlern. So. Genau, Geistertempel kriegst erstmal einen in die Fresse. Kann das nicht lesen. Kann ich vielleicht mit dem Auge der Wahrheit lesen? Ne. Holy shit. Ich liebe die Musik von dem Tempel. Ich muss jetzt erstmal als Kind rein, aber kriege ich nicht erstmal die Musik? Lebe deinen Traum, deine... Ah, jetzt. Okay. Es ist mir, Mario. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkollos betreten und den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf die Wellen der Zeit. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Sehr gut. Hallo, Eloha. Grüße dich, mir geht's gut. Und dir? Das war mein Lieblingslied. Das ist so schön. Ja. Schön. Die scheiße Eude ist schon wieder. Du, 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 du. Ba, ba, ba. Ich finde es cool, dass du auf Twitch streamst, weil wenn du auf YouTube streamst, dann eskaliert immer der ganze Chat so, ja. Aber die hole ich halt auch noch alle rüber, Leute. Dieser Moment, wenn dir dein Handy aus den Händen fällt und genau dein Gesicht klatscht, das kenne ich. Zwei, eins, Risiko. So, dann gehen wir mal in die Zitardelle der Zeit zurück, Leute. Und das war... Hier. Oder? Ich fand die Eule, als ich irgendwo hab, voll gruselig. Ich fand die auch voll gruselig. Ich finde die immer noch gruselig irgendwie. Oh, Spellocks, wie süß. So, Leute, wir werden jetzt wieder zum Kiddo und gehen zurück in die Wüste und machen unseren Chiddo. Schlagt mich nicht dafür, ich weiß, der war schlecht. Bei YouTube ist die Qualität nicht so gut. Ja, das stimmt. Es geht mir ein bisschen besser. Es geht ein bisschen kacke. Ich hab eine Mittelohrentzündung. Oh, nein. Das hatte meine Nichte erst vor kurzem. Gute Besserung. So, dann gehen wir als kleiner Scheißer zurück in die Wüste, Leute. Knu hat sich einen Song gewirkt. Du, 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 du. Wüstenkoloss. Ja, bitte. Ja, bitte. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Leben in einer schnellen Welt, die ich zeige. Schnellen Welt, die schnell vergisst. Ach, das ist ja so, so viele, so, 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 so. Kleiner Philosoph. Philosophisch. Tut euch trotzdem Scheiße. Äh. Hallo. Wo kommst du denn her, kleiner? Den Tempel anschauen. Du bist noch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort für Kinder. Geh, woanders spielen. Ich suche die Weisen. Ein Weißer? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Eigentlich nichts. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst hier gerufen. Kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Moment mal. Du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Ich hasse Ganondorf. Ach was. Du bist ganz schön wutig, ich glaube. Ich mag dich. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber alleine auf... Was? Habe ich nicht gelesen. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volkern, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben ja auch Frauen und Kinder beraubt. Ja, sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahren wird ein Mann geboren. Ja, was für ein Glückspilz. Auch wenn es uns gesetzt so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, kleiner Link? Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es durch diesen engen Durchlass zu kriechen, um einen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein ultra-altes Delikt. Silberhandschuhe. Damit kannst du sehr schwere Dinge anheben. Hey, kleiner. Denk nicht mal dran, dir die Handschuhe selbst in deinen Nagel zu reißen. Die Silberhandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig, bring sie mir. Ganondorf und seine Fassalen nutzen den Geistertempel als eine ihrer Verstecke. Nur mit den Silberhandschuhen kann ich mich hineinstehlen. Ja, ja, ich hab's kapiert. Danke, kleine. Beide werden Ganondorf's Tyrannerei beenden, nicht wahr? Ja, alles klar. Lass mich rein. Pizza! So, warum auch nicht, Leute? Wenn eine vollbusige, attraktive Frau einen sowas fragt, dann macht man das auch als kleiner, armer Junge. Ich mach dich alle, du Sau! Dich auch! Dich mach ich auch alle, komm her! Pisst euch! Er verpisst euch wirklich! Tschüss! Ich mag Pommes! Oh, Spaghetti mit Meeresfrüchten, wie süß! Zeigt meine Videos nicht mehr in der Abo-Box meine Abonnenten nicht mehr an. Äh, dann einfach nochmal die Box aktivieren und nochmal deaktivieren, dann funktioniert das meistens. Ist hier nix für mich? Nein? Okay. Du dumme Drecksau, Alter. Kann der nicht sterben? Also, ich bin grad ein bisschen ratlos, ne? Kann ich denn hier eine Bombe hinschmeißen? Ah, okay. Sauber! Hallo, Abos! Hallo, Vicky! Ich mach jetzt mal alle weg hier, die Lappen. Moment. Und ich brauche das. Oh, hallo. Seid ihr alle voll mit Feuer und freut euch darüber, oder? Wer will, wer hat noch nicht... So. Kleine Abo-Box. Was gibt's hier noch zu tun? Ist hier vielleicht sogar mit dem Auge der Wahrheit irgendwie was zu sehen, was ich sonst nicht sehen sollte? Okay, ich kann hier nichts machen, also, ja? Gehe ich? Sehe ich das richtig? Ah, es ist frei. Oh, hallo. Ey, ich bin noch ein Kind! Das war unfair! Oh, Leute, ey. Wow. Äh... Kann ich nicht den Bogen irgendwie so ein bisschen Yes, man, Leute. Gangster! Mach mal bitte wieder Dinge, die du in Fortnite noch nicht gesehen hast. Das braucht immer ein bisschen, Leute, so schnell geht das nicht. Okay, ich brauche jetzt also das Schild. Alles klar. Was ist das für eine kranke Kacke? Ich glaube, das macht dem nichts aus. Okay. Good to know. Irgendwie habe ich Angst vor dem. Ich glaube, ich brauche jetzt mein Schildchen, sonst hätte ich das nicht bekommen. Yo, das wollte ich doch gerade sagen. Da geht doch mein Schild kaputt. Sauber. Äh. Whatever. Oh nein! Oh Gott! Was war denn das für ein unnötiger Scheiß? Warum habe ich denn da jetzt ein Schild bekommen, was kaputt geht? Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, ich kann ihn doch töten. Muss ich den da vielleicht reinkriegen, damit er verbrennt? Ich glaube ja, oder? Kann das sein, Leute? Kann das sein, Leute? Was hat das für einen Sinn hier? Muss ich den da irgendwie reinkriegen? Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Danke, Likey. Dachte ich mir doch, dass wir wahrscheinlich... Oh Gott, wenn ich das nicht habe, muss ich den da reinkriegen, gell? Wie... Oh mein, nein, nein, nein! Oh, ficken dich, bitte. Ach, leck. So. Ah, okay, krass. Strange of Things? Nein, leider nicht, Leute. Achte auf den Schatten. Ja, 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 klar. Da, 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 da. Kleiner Schlüsseli. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt hier, verdammt. Okay, keine kleinen Scheißer. Okay, super. Können wir eh nix. Ihr könnt mir nix, ihr Spastis. So. Du, was ist dein Lieblingsspiel? Kann ich gar nicht sagen. Ich hab so viele, ehrlich gesagt. Aber Man of Medan, Leute, es kommt am 30. August. Jetzt werden wir sowas von spielen. Ich freu mich da sowas von drauf. Das ist ja von den Machern von Until Dawn, also Bandai Namco. Richtig geil. Also nicht von den Machern, aber halt, äh, quasi mit zusammen. Das ist so geil, Leute. Das ist so... Das kann man sogar online zusammenspielen, die Story. Und dann ist auch wichtig, wie die anderen sich entscheiden. Richtig geil. Ich freu mich so drauf. Das war so spannend. Hallo, Poissy. You're my sweetest poison, Wolf. Das Spiel ist so geil. Na wie, wo bist du, wenn man dich braucht? Na wie, wo bist du, wenn man dich braucht? Ich glaub, ich krieg das auch von oben, oder? Das Spiel schon vorbestellt? Ja, richtig geil, Hope. Ich hol mir jetzt erstmal mein Baby. Ahaha, ich schreck mich doch nicht so. Ey, sag mal, die bringen mich hier um, ne? Die Arschlöcher. Okay. Ein Kischle. Oh, sogar mehrere. Die sagen mir, was ich werd nicht krieg, Bomben? Ah, okay. Geil. Alles klar. Wieso gehen die immer Deko-Schild? Für Anteldawn war richtig geil, ja? Hammer. Nein, oh Gott. Ich wollte es eigentlich wechseln. Ey. Voll die notgeile Sonne. Lass mich jetzt. Reicht's langsam mal hier. Wow, ist das nichts, was ich kaputt machen muss? Wetten, ich muss den runterschieben? Ich brauch die bestimmt gleich unten. Ich schmeiß die schon mal runter, mein Kollege. Ah, es hat sogar gestimmt. Geil. Detroit zu zocken. Oh, wie süß. Detroit zu zocken. Detroit bekam Gnumen. Ich hab's schon vor, durchzuspielen. Ja, wir gucken mal. Vielleicht machen wir's auch morgen durch. Je nachdem. Je nachdem, wie das Gnü'sche Gebot ist. Das Gnü'sche Gemütchen. Ich mach die jetzt erstmal alle an, die Lämpchen. Ich habe nämlich so im Urin, dass ich das machen muss. Kacke. Da noch irgendwo eine, oder? So. Okay, das musste ich also alles gar nicht machen. Ach, das sieht schon wieder aus. Oh, leck doch. Okay, keine Ahnung. Ich hole jetzt erstmal... Was muss ich hier tun? Ich töte erstmal die ganzen Dinger, die nerven mich. Wow. So. Jetzt krieg ich ein Herz. Was? Warum kriegen die mir nix? Warum kriegen die mir nix? Die Saftzecke. Danke. Ach, schau mal einer an. Hier, ihr schon Rätsel. Ich hab gerade... Was? Ich mach gerade Pipi. Danke für diese Info. Hallo, GmbT. Grüße dich. Ah, jetzt muss ich die dumme Lämple anmachen. Okay. Sauber, Leute. Das wär die nett überleben. Schnell macht die Lämple an. Mh. Es gibt immer Sucuk mit Ei, Leute. Immer wenn ihr wollt, gibt's Sucuk mit Ei. Hahaha. Da hinten. Nimm ne Fee. Ja, ich sterb eh gleich, dann wird die sich eh automatisch aktivieren, die Fee. Ich bin richtig im Hype auf deinen neuen Kanal. Ja, ich auch. Aber ich bin irgendwie schon nervös, weil ich das irgendwie wieder alles zu perfekt machen möchte. Und genau das soll es ja nicht sein. Also deswegen drück die Daumen, dass ich's hinkrieg. Zucuk mit Mama Fleisch. Star Wars oder Ghostbuster? Gar nix von beiden. Muss ich ehrlich gestehen. Hast mich nicht, Leute. Warum bist du nervös? Weil es irgendwie so ein cooler Kanal wird, aber ja, ich kann mich da voll entfalten, Leute. Und ich wird echt... Ich wird doll. Ich wird richtig doll. Und weil ich da ein Thema behandeln werde, das mich jetzt schon richtig nervös macht. Dass ich jetzt noch nicht sprechen kann. Dankeschön. Ihr drückt mir die Hufis an. Mit euch wird es ganz toll, Leute. Es wird ein richtiges Abenteuer. Ah. Komm her, du Bitch. Ja, auf jeden Fall, Laiki. Ich zeig dir das dann auch. Ich muss dir eh noch was erzählen später, Laiki. Was hältst du von vegan? Ja, wenn man's durchhält, dann mein Respekt. Arschloch! Oh, oh, leck. Oh, ist... Die Herzen haben den Sinn. Warum die ganzen Herzen hier bekommen. Die haben den Sinn. Scheiße. Genau, gib mir die Scheißherzen, ja. Genau, das kommt nicht durch, aber mein dummes Schwertchen. Oh nein! Aua! Oh, er verliert was. Oh nein, er wird schneller! Er wird schneller! Er wird schneller! Ach, das war's? Okay. Okay. Yeah! Erstmal drehen. Ich will dafür jetzt was haben, verdammt. Ich werde nicht mal beschenkt. Hey, was ist Link? Überrascht mich zu sehen. Lange Jahre in der Zukunft. Irgendwie voll so ein Pedo. Weiß auch nicht. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit Reihen der Legenden seien. Link, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrule liegt von nun an in deinen Händen. Es liegt schon die ganze Zeit in meinen Händen. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber hier in den letzten Rat. Diesen Tempelhausen, zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlagen sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Nein. Hau ab jetzt. Oh, bitte lass die Handschüchen sein. Ich fand jetzt mit euch die Karte oder so ein Kompass oder so ein Rotz. Ja, ich hab die Handschuhe. Lastives Geschrei. Arr, lasst mich. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid Ganondorf's eklige Slaven. Flüchtling, schnell. Verdammte Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein. Ciao. Das Spiel ist richtig nice. Mit Meinung zu Jo-Oli. Ich bin froh, dass der weg ist. Kann ich da jetzt runter? Ich glaube, ich kann jetzt direkt das Liedle spielen. Und gehe zurück in die... Hier, der redet über Jo-Oli, aber was ist das überhaupt? Ach, das ist so ein Typ, der hat quasi Pranks gemacht oder beziehungsweise so Challenges, wo er junge Mädels halt wirklich dazu bedrängt hat, ähm, dass er sie irgendwie küsst und irgendwie so dumme Wetten gemacht hat und junge Mädels trauen sich da oft nicht nein zu sagen und hat halt richtig eklige Videos mit Minderjährigen gedreht und es kam halt dann raus, also ja. Hallo, Peter! Mit seinen Augenbrauen, die sind on fleek. Flamenco-Musik, ich krieg mich nicht mehr ein. Genau, Dribble the Rock Detroit Become Human ist diesen Monat für alle PS-Plus-Partner kostenlos. Leute, ganz wichtig. Äh, so ist die Reihenfolge der Tempel. L-R-L. Ich hab, by the way, auch mal angefangen. So, mit Detroit Become Gnomen. Hallo Porzellan. So Leute, auf geht's zum letzten Tempel und danach treten wir Ganondorf in seine Weichteile. Machen denn alle, die Bitch? Ich rasier seine Eier. Hau ab, du Penner. Hörst du dir Rap oder Pop an? Ich hab einen ganz komischen Musikgeschmack. Ich höre vieles. Ich höre alles. So, bitches. Jetzt bin ich bereit. Kann ich dich anfassen? Oh, sorry. Der mag das nicht. Der ist schüchtern. So, Leute. Jetzt können wir ganz schwere Sachen anheben. Hostest du Gnulis nach deinem Stream? Ich hoste Leute, die ich kenne. Ich möchte nicht mit der Community anfangen, sonst habe ich irgendwann nur Leute sitzen, die nur daseinweise gehostet werden wollen. Das heißt, ich mache das immer nach Feeling. Ich kann den nicht töten? Oh, lame. Goodbye, my lover. What? So. Da habe ich doch auch gerade etwas gesehen, was mir sehr von Nutzen sein wird. Ganz zufällig. Und zwar findet sich da oben ein Lämple. Hallo, Maus. Nein, alles gut. Du hast nichts verpasst. Oh, was machst du denn hier? So, genau. Spring runter. Spring runter. Ja. Ach so, da ist er gar nichts. Ach man, ich habe mich schon gefreut, dass er jetzt tot ist. So. Geh immer nicht auf die Eierstöcke, du Arschloch. Wie noch erzähl das Liegenlied? Ah. Hä? Man spielt es auf dem Keyboard vor. Das kommt noch, das kommt noch. Hallo, Würmchen. Wie grüßt ihr? Ja, süß Würmchen. Hallo. Ein Kischle. Karte oder sowas. Kompass. Ich bin dir ein Arsch. Schwung, Kischle, Kischle, Schwung. Wann spielst du was mit dem Keyboard? Ah, genau. Das haben sie sich gemerkt. Merkt euch aber auch alles, ihr Schlawiner. Meine Knullis sind ganz aufmerksame Wesen. Denen geht doch gar nichts. Was ist das für eine kranke Kacke hier? Oh, Mann. Der Lille. Brauche ich da die Flugschüchen wahrscheinlich, oder? Ja, ich brauche die Flugschüchen. Ich brauche die Flugschüchen. Alles klar, dann machen wir das. Und da muss ich hier das Licht spielen. Aua. Aua. Wie ging das nochmal? Hymne der Sonne, oder? Hymne der Zeit. Magst du Domme, Mami? Domme? Ja, ich spiele Klavier, Keyboard. Also habe ich, aber ich kann es eigentlich noch. Ich muss nur das Lied nochmal üben. Ah. Hallo, Merle. Und da spielen wir nochmal das scheiß Lied. Zubau. Ah, okay. Auf geht's. Ein Schlüssel und eine Scheide kommen von oben. Ich schneide zurück. Hau ab. Hallo, Alt-F4. Alt-F5, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ich gehe jetzt schlafen. Träume süß, Arnus. Wie süß, lustig. Das ist ja cool. Es war so klar. Grüßt euch alle, Gnulis. Schön, dass ihr da seid, süße Späterstund. Mami, du bist so cool und nett. Du unterhältst uns immer. Ach süß, gerne doch. Ich lerne gerade Keyboard. Das ist schön, Leute. Lernt Instrumente. Das ist toll. Kommt schon wieder so ein dummes Ding. Ach so. Das brauche ich wahrscheinlich, sonst würden die mir nicht so viel geben. So, ich muss wahrscheinlich die Scheiße hier hell machen, oder? Okay. Gleich nur die erste Kiste öffnen. Die zweite ist eine Falle und die dritte den Gegner. Okay, das reicht also schon jetzt hier. Ach so, die Kisten. Okay, alles klar. Ja, das hört man auch am Geräusch eigentlich, gell? Ja, die sollte ich öffnen. Okay, super. Dankeschön. Nein, Gnul, finde ich süß. Ach guck mal, da war ich doch als Kind. Das ist natürlich jetzt ein Arschloch. Ich muss erst mal essen, bis gleich einen guten. Gibt es eine Karte, bitte? Gib mir eine, 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 gib mir eine Karte. Geiler Scheiß. Hast du schon Zelda Breath of the Wild gespielt? Ja, das habe ich schon durchgespielt. Da muss ich doch wahrscheinlich auch nochmal rein jetzt, oder? Warte mal. Ich habe da nämlich was gesehen. Das möchte ich erst mal noch genauer inspizieren. Zwar kann ich da nochmal hoch. Geh mir nicht auf die Eier jetzt. Ah, da brauche ich einen Schlüssel. Da kann ich doch rüberfliegen. Da ist ein Schalter. Das werde ich doch erst mal machen jetzt. Und, oh, yes. Dann kann ich da mit dem Hämmerle draufhauen. Ganz schön viel braucht man für den Tempel. Und schauen, da ist das Durrle auf. Genau, da kommt ein Arschloch hochgeflogen. Nehmen wir nochmal hier die Schüchen. Und da kann ich auf der Hand von der Ollen, kann ich hier ein Lied spielen. Das mache ich jetzt. Hör bitte auf, die anzuvisieren. Link, Mann, Link! Nutella und Popcorn. Die Aussage des Tages. Dann kommt das nächste Duknu. In zwei Wochen. Wird das gedreht. So. So. Ja, da kriege ich den Schlüssel. Mann, das ist gar nicht so einfach. Mann, das ist gar nicht so einfach. Link, nerv mich jetzt nicht. Mann, noch kurz die Skulltula hier alle. Geht gar nicht, okay. Nichts gesagt. Auf jeden Fall werde ich das neue COD Warpire spielen. Aber hallo, Gnulis. Bin ich da nicht herkommen? Holst du dir Wreck fest? Ich habe das doch, glaube ich, schon. Oder gibt es noch einen neuen Teil? Hallo, Artercraft. Schon wieder so ein Arschloch. Das mache ich direkt mal fertig. Und zwar beide. Und zwar alle drei. Oh mein Gott, sind das viele. Die Drecksau mache ich. Oh nein. Oh Mann, ey. Zwischen alle Arschlöcher wieder da, war ja klar. Jetzt habe ich nicht mehr genug. Aber ich habe doch Feuerpfeile, oder nicht? Hatte ich nicht Feuerpfeile? Ich habe doch Feuerpfeile mir geholt, Leute. Wo sind meine Feuerpfeile? Hat es nicht gespeichert? Kann ich ja nicht einfach mit einer Bombe töten? Den unnötigen Sack. Nerviges Arschloch. Ich möchte das eigentlich jetzt nicht so machen. Warte, ich muss kurz den Sack auch noch umbringen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Eigentlich tut er mir ja gar nichts, so gesehen. Und wo sind meine Feuerpfeile, verdammt? Man kriegt den Bastard da aber auch nicht rein, ne? Oh, Ficken, ey. Ohne Witz. Das gibt es doch nicht, Leute. Oh nee, kann ich bitte hier raus? Ich habe da jetzt echt keinen Bock, das so zu machen. Ich will raus, ich will raus. Ich will das so nicht machen. Ich gehe, ich will nicht. Ich mache das so jetzt nicht. Sorry, aber nein. Sorry, aber nein. Ich mache das so nicht. Wo sind meine Feuerpfeile? Wieso habe ich meine Feuerpfeile nicht verflucht? Nee, dann gehe ich nochmal raus. Das mache ich so jetzt nicht. Das sehe ich nicht ein. Da habe ich keinen Bock drauf. Echt nicht. Da haue ich ab. Sorry, aber nein. Nee. Echt nicht. Ich bin doch nicht blöd. Arschlecken. Ziegenvater am Start. Na hui. Hä? Nein. Das kann nicht sein. So, jetzt gibt mir den Scheiß. Ich brauche jetzt grünes Zeug. Los, ihr Bastarde. Gibt mir grünen Scheiß. Ich brauche jetzt grünes Zeug her. War ich im Tempel? Dö, 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 dö. Geht doch. Nochmal. So. Nutzt einer von euch eigentlich noch Facebook, Leute? Facebook Messenger? Nein. So, das sollte doch erstmal reichen. Nein, lol. Nee. Ja, ich werde doch bald meine Facebook-Seite löschen. Das macht gar keinen Sinn. Kriegt man nur komische Anfragen. Hallo, Lena, Sue. Grüße dich. Ach, komm, du Drecksack-Gesicht-Arschloch. Mach dich fertig. Hier, friss. Schmeckt bestimmt gut. Äh. Ich hab mich einfach nackt gemacht hier. Für Geburtstage zu merken. Ja, ja, das stimmt. Dafür ist auch gut. Könntest du komplett auf soziale Netzwerke verzichten und nur noch YouTube und Twitch nutzen? Ja, ich finde aber Instagram macht halt schon Spaß und ist halt auch sehr sinnvoll, finde ich. Instagram ist schon wichtig, Leute. Das wird sehr unterschätzt von vielen. Das ist mit das Wichtigste überhaupt eigentlich. Mittlerweile macht man da auch viele Deals und, äh, ja. Deswegen, ich finde das schon sehr wichtig. Nicht schon wieder. Ja, entspann dich, Link. So. Ja, und jetzt muss ich noch den letzten hier töten, oder was? Der ist so unnötig, der Typ hier. Yeah. Deals klingen asozial. Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall halt Werbedeals. Muss ich rauskriegen, welcher das richtige Arschloch ist? Keiner von denen, oder was? What? Das sind alles nur explosive Arschlöcher? Wo ist denn dann kein explosives Arschloch? Oh Gott, ich muss sie da draufjumpen lassen und dann abhauen. Oh Gott. Doch, Moment mal. Oh Gott. Könnt ihr da bitte nochmal drauf? Nein! Wieso dreht er sich um? Wieso dreht er sich um? Gott. So geht's auch, Laiki. Ach, jetzt haben wir wieder so einen. Danke, Laiki. Ich weiß nicht, ich trau mich als Erwachsener viel mehr. Boah, so eine Sau. Oh, Dragon Ball, ja, ich hab Dragon Ball gesuchtet, Leute, echt. Das war schon so eine Sucht, dass ich geheult hab, wenn ich ein Teil verpasst hab. Na süß, dankeschön fürs Girl, vergoldig von dir. Aus dem Gnuschoppy. Oh, da fallen immer Kisten runter, gefällt mir. Twitter ist schon wichtig, ja, ich hab's unterschätzt. Also, Twitter ist schon wichtig, aber ich brauch da ein bisschen, um reinzukommen. Ich glaub, mittlerweile läuft das ganz gut. Ich hab ja erst aktiv angefangen vor ein paar Monaten mit Twitter. War aber schon länger angemeldet, aber irgendwie fällt mir das schwer, mich irgendwie mitzuteilen. Bin ich immer ein bisschen planlos oft. Das fällt mir doch ein bisschen schwer. Leuchti, Schwerti. Dinge, auf die man erstmal kommen muss, Teil 1. Twitter ist toll. Ja, aber ich find, bei Twitter muss man echt aufpassen, wenn man Pech hat, dann retweetet's die falsche Person und dann hast du voll die Armee gegen dich. Deswegen auch grad zu dem, zu diesem Ariel, da regen sich doch so viele auf, weil Ariel wird ja verfilmt im echten Leben und die Ariel ist ja quasi eine Dunkelhäutige. Da regen sich ja ganz viele drüber auf, wie kann denn Ariel eine Dunkelhäutige sein. Wenn sich Leute drüber aufregen, dass es ein Problem, oder beziehungsweise wenn es Leute gibt, die sich darüber aufregen, dass Ariel eine Dunkelhäutige ist, weil sie was gegen Dunkelhäutige haben, sind's Arschlöcher. Aber ich verstehe, wenn Leute sagen, ey, es ist nicht rassistisch gemeint, aber Ariel ist halt eine Rothaarige. Und es ist genauso, wie wenn Pocahontas jetzt von einer Blonden gespielt werden würde. Das würde halt nicht passen. Cinderella wurde auch von einer Blonden gespielt. Ich find eigentlich eher die Leute, die sagen, oh, das ist rassistisch, die sind ja selber eigentlich rassistisch, weil die in dem Moment ja rassistisch denken. Also, ich find's zum Beispiel voll normal, wenn man sagt, ja, okay, Ariel ist halt keine Dunkelhäutige, deswegen find ich, passt es nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sage, ich find's blöd, weil sie Dunkelhäutig ist. Im Gegenteil, wenn Pocahontas jetzt von einer Blonden Frau gespielt werden würde, die ein heller Typ ist und helle blaue Augen, würde ich genauso sagen, das passt nicht. Und ich wäre nicht irgendwie, ich hätte nichts gegen blonde Frauen oder so. Das passt halt einfach nicht. Punkt. Find's aber jetzt auch nicht schlimm, aber ich bin da eh pingelig. Mich nervt es sogar, wenn die Schauspieler von Resident Evil den Figuren nicht ähneln. Das regt mich schon auf. Also, das ist ja jedem das Seine. Zieh dich mit dem Haken einfach hoch. Oh, stimmt, hätte ich machen können. Scheiße, zu spät. Okay, weiß ich beim nächsten Mal. Stimmt. Deswegen, wisst ihr, was mich voll aufgeregt hat? Ich hab doch mit dem Dominic aufgenommen. Und Dominic ist dunkelhäutig, ja? Und dann hat sich eine Firma beschwert und meinte, Oh Gott, das ist aber nicht so passend, weil das könnte ja rassistisch aufgefasst werden. Wo ich gesagt hab, in dem Moment hab ich gesagt, ich find, ihr seid Rassisten, weil ich hab keinen Gedanken daran verschwendet, das rassistisch zu finden. Also, ja. Genauso Shirin David anzukreisen, dass sie Blackfacing macht, wo ich mir denk, meine Güte, sie will halt braun sein und findet braun sein schön. Was hat das mit Blackfacing zu tun? Das find ich voll überzogen irgendwie. Es ist Sommer, dann macht sie sich halt braune Haut. Das heißt ja nicht, dass sie aussehen möchte wie eine dunkelhäutige. Und selbst wenn, ist doch auch ein Kompliment. Es ist ja kein Imitieren von etwas Schlechten. Ich find, das Thema wird, sie mit Homosexualität, das Thema wird viel zu krass gesehen irgendwie. Also, man sieht es viel zu extrem. So, oh Gott, bloß nicht. Und bloß nicht rassistisch. Ich find das gar nicht rassistisch. Wenn man Leute behandelt wie jeden anderen, dann ist es doch nicht rassistisch. Wenn man ehrlich sagt, ich finde, Ariel ist halt einfach rothaarig. Ich find, das passt nicht. Ohne es irgendwie auf die Hautfarbe zu beziehen, find ich das echt nicht rassistisch. Ich find's sonst rassistisch, wenn man sagt... Also, ihr versteht, was ich meine, oder? Ihr versteht die Message. Aber ich halt mich halt aus solchen Gesprächen komplett raus. Jetzt auf, äh... Auf, ähm, Twitter. Weil ich da keinen Bock hab, dann wieder, dass es irgendwelche Leute gibt, die dich belehren müssen oder es besser wissen. Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Deswegen, das ist meine Meinung. Die wisst ihr jetzt. Das ist nicht rassistisch gemeint. Und ja. Wie komm ich da hoch? Gar nicht noch, oder? Komm ich da schon hoch, likey, oder ist das noch nicht so? Ah. Hab nichts gesagt. Da sieht es jemand anders von euch, oder so? Denke nicht, oder? Ja. Ich hasse Rassisten. Ich find's total doof, alle in einen Topf zu stecken. Und man darf halt auch nie vergessen, was manche Menschen vielleicht durchgemacht hat und warum sie so sind. Oder durch die Kultur ist das alles oft auch ziemlich schwierig. Also, das muss man halt auch immer alles berücksichtigen. Dass Leute oft so sind, wie sie sind, weil sie aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, wo es halt eben einfach üblich ist oder die es gar nicht anders kennen oder Gewalt halt eine große Rolle spielt. Moralapostel Gnu. Jetzt im Kino. Dinger, die mal erstmal kommen, könnte ein Format werden. Hä, was meinst du? Hab doch schon so ein Format. Oh du, kleiner Lula, komm her. Schnell, die jetzt sterben. Weißt du, die Armen, die drehen hier nur ihre Kreischen und haben Spaß. Also Leute, wenn ihr mal richtig geiles Entertainment-Gameplay sehen wollt, dann guckt Game Grumps. Das sind Amerikaner. Ich find die so lustig. Die sind wirklich Kom- die sind Komedianten. Die sind so witzig. Also, ich guck so gerne bei den Zelda-Let's Plays und lach mich jedes Mal schlapp, ey. Die sind so krass lustig. Ich sollte diese Kiste nicht öffnen. Hast du so ein Format? Ich hab ein Format unnützes Wissen. Guck mal auf YouTube. Das läuft ganz gut. Irgendwie sieht doch das hier komisch aus. Muss ich doch bestimmt aufbrechen hier. Yeah. Wie lange spielst du? Streamst du schon? Äh, fast zwei Stunden. Hm. Huh? Huh? Unnötiges kleines Ding. So, ah, okay, I see. See things. Das Spiel, also danach kommt der Endgegner. Also jetzt kommen dann erstmal die Hexen und dann gehen wir zum Schloss Hyrule und retten die Prinzess Zelda. Von hinten gilt nicht. Hallo, Link. Jetzt. Das ergibt keinen Sinn. Laiki, imponiert dir das, wie ich gerade den Tempel hier durchspiele? Sag ja. So, was muss ich jetzt machen? Muss ich der Alten ins Gesicht leuchten? Oh, tatsächlich. Das passiert, wenn man eine Frau abschminkt. Nein, Spaß. Oh, ja. Dinge, auf die man erstmal kommen muss. Was? Wir sind schon beim Endgegner? What? Wie schnell ging denn der Tempel? Halleluja. Ich bin gar nicht vorbereitet. What? Liebe mich Teil 10. Hallo, Kui-Chi-Boo. Ja, mein Tag war in Ordnung. Hihihi. Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kokume. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand zu tief in unseren Tempel hinein traut. Hihihi. Wir sollten Ihnen eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, teurer Fassal. Wo hast du die plüschige Ziege von meinem Freund? Zerstöre diesen Eindringling. Die ist voll toll, die Ziege. Die hat voll den kompakten Körper. Er hat keine Waffe. Wie geil. Jetzt. Ist der jetzt schwerer, oder ist der... Ich glaub, der hat's mehr drauf, oder? Jo, er hat's mehr drauf. Oh, hat die dein Freund? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal fragen. Ich glaub, das heißt irgendwas mit Uni... Uni... Tier... Tiere... Ich muss mal nachgucken nachher. Hallo, lol, girl. Wie geht's dir? Auf jeden Fall lieb ich diese Ziege. Ach, das war sie! Uh, wo bin ich? Oh, wo bin ich? Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienst für den mächtigen Ganondorfer Sklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Wusstet ihr, dass wenn jemand sagt, mein Tag war in Ordnung, meist jedes Gespräch zu Ende ist, Leute fragen immer nur nach, wenn es einem nicht gut geht, warum? Was hast du denn so gemacht, Gnu? Hä? Was? Wie, hä? Ne, also ich finde halt immer so, mein Tag war geil. Das war halt ein normaler Tag, deswegen. Es war ein In-Ordnung-Tag, würde ich sagen. Ein In-Ordnung-Tag, der nicht so produktiv war. Es ist egal, welche Hautfarbe oder aus welchem Land du kommst. Wir sind immer noch alles Menschen, sehr schön gesagt. Und ich finde es scheiße, wenn Menschen nach ihrem Aussehen oder ihrer Hautherkunft gemobbt werden. Absolut, sehe ich genauso. Sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer zu dem mächtigen Ganondorf. Ich habe jeden Tempel fertig gemacht. Jetzt werdet ihr fertig gemacht. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Mein Eis-Zauber wird seine Seele gefrieren. Wie gehen die Hexen, Laiki? Es wird doch jetzt voll die Sexbombe, oder? Twin Rova. Ne, die wird doch eine Sexbombe, glaube ich, oder? Werden die schon Sexbomben? Ich muss sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Sieht der aus wie meine Lehrerin. Wow. Wow. Was, die Feuerhexe abwehren? Achso, und auf die, genau. Stimmt. Gib mir nochmal was von deinem geilen Strahl. Komm runter, Alte. Ich kann die nicht schlagen, die kommt nicht runter, die Alte. Nochmal, gib mir was von deinem Saft. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, die bringen mich um. Äh, irgendwie ergibt es keinen Sinn, weil die kommen nicht runter. Ich kann die nicht töten. Problem ist, die kommen ja nicht runter. Was ist denn? Oh, scheiße. Oh. 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 Ach so, okay, alles gut. Lass uns jetzt eins mal ernst machen. In Ordnung, Kurkume. Okay. Hallöchen. Ah, okay, ich verstehe, ja. Mach dich alle, Bitch! Okay, danke schön, Likey. Go, Gnu, go. Äh, Quietschibu, hier auf Twitch ist eigentlich nie viel los und ich mache auch nicht so viel Werbung dafür, um ehrlich zu sein. Weil ich es dann echt gerne auch mal ein bisschen ruhiger mag, gerade bei so einem Spiel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was? Ich mag es, wie sie stöhnt. Ist aber auch nicht die hellste Leuchte hier, ne? Wenn man halt echt seine... Ach so, nee, Zelda ist halt auch so ein Spiel. Das ist halt für viele... Viele kennen es halt nicht, auch gerade von den, äh, jetzt nicht älteren Leuten. Und die Leute wissen ja, das kommt eh auf den Zweitkanal und wie gesagt, Twitch ist halt so ein beiläufiges Ding. Vielleicht nehme ich irgendwann mal die Partnerschaft an, aber wenn du auf Twitch kein Partner bist, wirst du eh nie vorgeschlagen und hast im Prinzip eh nie die Möglichkeit zu wachsen. Und es wird halt immer so schnell unruhig. Ich habe jetzt mal auf YouTube die Leute rübergeholt und es war halt sehr schnell sehr unruhig auf Twitch. Deswegen bin ich noch nicht bereit. Das ist halt echt so ein Ding, so ein kleiner... So ein kleiner Zufluchtsort für mich auch. Go, Gnu. Go, Gnu. So, ich glaube, dann noch einer und dann haben wir sie. Dann gehen wir zu Garnendorf. Twitch als Zufluchtsort. Das habe ich noch nicht gehört. Doch, das ist auch... Wenn ich immer auf YouTube und Twitch gleichzeitig streamen, kommen irgendwann die Leute von YouTube sogar rüber, weil sie von YouTube flüchten. Link schlägt Frauen. So, jetzt aber. Na, endlich! Ich finde, dass auf YouTube-Streams ist der Chat super nervig. Ja, der Stream... Ja, ist halt anstrengend. Das ist ein anderes Kaliber. Verheckse zugenäht zu einem widerlichen Spike, aber jetzt machen wir ernst. Was? Kotake? Was? Hey, Konome, was schwebt da über deinen Kopf? Wieso kommen die in den Himmel? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas. Kotake. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Ich bin erst 380 Jahre alt. Wir sind Zwillinge. Mach dich nicht jünger, als du bist. Du bist ja völlig senil. Wir nennst du hier senil behandelt... Wir sind Zwillinge. Wie kannst du da älter sein? Ihhh, du bist wirklich herzlos. Undankbares Weib. Du bist undankbar. Seid froh, dass ihr auf den Himmel kommt, ey. Wir machen dich fertig. Trinken es bei dieser Hitze nicht vergessen. Danke, Frank. Voll süß, dass du daran denkst. Der Herz-Container. So, Leute, jetzt gehen wir zu Garnendorf und reißen ihn dem Arsch auf. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Leute. Wir gehen jetzt zu Garnendorf. Danke, Quichibo, für den Hostio. Halle der Weißen. Ja, so ist das so. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia. Ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Garnendorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemanden wie ich ist letztendlich der Weiße... Eine Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner, nein, Link. Der strahlende Wanderer durch die Zeit. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir mein Amulett. Nimm es! Ein Honig-Oreo! Ich finde ihre Dreiecken-Nosse sehr schön. Yes! Du hast einen orangefarbenen Oreo. Yes! Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Zell das, Muschi? Link, der Auserwählte, endlich! Alle sechs Weisen sind erweckt, es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hart deiner in der Zitadelle der Zeit. Majora's Mask werden wir auf jeden Fall spielen. Du brauchst gleich Feuerpfeile. Okay, gut, ich gehe jetzt erstmal zum Tempel. Warum habe ich die Feuerpfeile nicht? Habe ich nicht gespeichert? Wahrscheinlich habe ich nicht gespeichert, ne? Das kann doch gar nicht sein. Seht ihr hier irgendwo Feuerpfeile? Tatsächlich nicht, ne? Wo sind die Feuerpfeile? Ich habe keine Feuerpfeile. Okay, dann gehen wir mal kurz zu dem Wassertempel da. Das ist das Wassertempel. Okay, Serenade des Wassers. Ich glaube, du musst nochmal auf die Pfeile klicken und zum Auswählen. Echt? Warte mal. Warte mal. Weg da. Oh, tatsächlich. Dankeschön, wir haben sie doch. Geilo. Super, geilo, Matiko. So, dankeschön. Dann können wir jetzt erstmal zu Zitadelle der Zeit gehen. Und da war doch noch gleich das... Dankeschön. Knullis. Knullis sind toll. Rex Creeper. Hallo und hallo, Stitch. Ich begrüße sie alle recht herzlich. Ich habe auf dich gewartet, Link. Link, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe. Ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre, denn die Legende, die sich die Shikar über die Triforce erzählten. Oh, Dodo, wie cool. Suchst du das Triforce, höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wüste deines Herzens reagiert. Die Wünsche. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein Reines aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce symbolisiert der Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut. Sie sind diese Kräfte ausgeglichen. Im Herzen des Triforce-Trägers hat er die Macht, gerecht zu werden. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm. Jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an den er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal erwählte, tragen ja ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Ich hab eins. Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Link. Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Plot-Twist! Es war die ganze Zeit Zelda. Ich hab's an deinem knackigen Arsch direkt gesehen. Ich bin es Zelda, Prinzessin von Hyrule! Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da mich Ganondorf verstecken musste. Ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau sieben Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerinnen Hyrule heim. Irgendwie sieht die aus wie Peach. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Das ist mir bewusst. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bandte dich das Schwert sieben Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit, das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr zu seinen menschlichen Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Shikar zu tarnen und zu meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete sieben Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die sechs Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Höhle zu verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm all Böses für alle Zeit das Heilige verschwinden. Und Link, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich beschützen, bis der Plan vollbracht ist. Süß wie Alignos Herzensbemm. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins Schwarze treffen soll. Die Pfeile des Lichts. Ja, hallo General Lisa. Die Pflicht. Wähle einen Bogen aus und bestätige sie. Alles klar. Gibt es mir noch Pfeile? Oh nein. Feuer, Eis, Licht. Eis habe ich noch nicht, oder? Wie lange die gebraucht haben. Dieses Beben. Was geschieht hier? Das darf nicht sein. Du dummes Mädchen. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir sieben Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauche, um dich zu finden. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Jetzt kann ich ja unter den Rock gucken. Danke, Garnandorff. Nein, es war nicht seine Kraft, die dir unterschätzte. Es waren die Kräfte des Trifoss-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Trifoss der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Wenn du Zelda retten willst, sehen wir uns in meinem Schloss. Zelda hatte keine Beine, habt ihr das gesehen? Die hatte nur Schuhe an. Ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube, ich bin bereit. Der kleine Naiveling, der ist doch so bereit. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin es jedenfalls. Auf geht's, ab geht's, drei Tage nackt. Final Round Fight. Ich gehöre zum besten Familie. Denn ich bin in der Gnuli-Familie. Oh, süß, Mara. Wir sind bereit. Nuli sind bereit. Nuli sind im Hype. Auf geht's, Leute, zum Schloss. Für einen Abschluss? Äh, meinen Master habe ich gemacht. In neuen Medien. Und Bachelor, die Masterarbeit findest du bei mir auf der YouTube-Seite. Schau mal, wie das aussieht. Was, ein hässliches Schloss. Ich sehe das erste Mal... Ganons Schloss. Ich glaube, hier war noch eine Fee, wenn ich mich recht erinnere. Ach, den kann ich doch jetzt verschieben, oder? Ach, den kann ich doch jetzt verschieben, oder? Oder kann ich den kaputt hauen? Was kann ich da nochmal machen? Die Fee kommt nach den Räumen und ist sehr wichtig. Nach den Räumen? Ach so. Also kann ich hier nichts machen? Die Handschuhe auswählen habe ich die nicht schon an? Doch, die habe ich an. Nee. Der macht hier nichts. Nee. Was war dein Beruf vor, YouTube? Ähm, ich habe sehr viel im Gaming-Bereich gearbeitet für... Virtual Reality, Augmented Reality, dann sehr viel in der Auto-Industrie mit 3D-Modeling. Marketing und dann auch sehr viel im Marketing. Irgendwie habe ich in allem gearbeitet. Sehr viel am Fraunhofer. Ich finde, du hast dir jetzt so viel Mühe für uns gibst und sehr, sehr viel für die Community machst. No, dankeschön. Also ich glaube, ich kann hier nichts machen. Ich glaube aber mittlerweile, dass ich schon echt viele neue Skulltulas habe. Die goldenen Handschuhe, die sind aber nicht golden. Ach so. Ich habe die nicht ausgerüstet gehabt, oder wie? Doch, ich habe die ausgerüstet. Ich kann es irgendwie nicht machen. Der macht es nicht. Ist das ein Bug? Da brauche ich irgendwie das Auge der Wahrheit. Der nutzt es nicht. Hallo, der Dennis. Die kriegst du im Schloss. Ach so, im Schloss. Ach so, okay. Die kriege ich erst im Schloss. Dankeschön. Der Stream geht nicht mehr lang, nee. Wir holen uns jetzt die goldenen Handschüchen und dann machen wir den auf und dann geht's ab. Wir sechs Weißen sammeln unsere Kraft und machen dir eine Brücke geil. Waterloo. Ja, was für eine Pimp-Brücke ist auch noches. Extra noch mit Ornamenten. Also eine normale Regenbogenbrücke hätte es mir auch getan, aber es ist nett. Und das stört Garnondorf nicht. Ja gut, der will ja, dass ich komme. Die Drecksau. Schlampe, Drecksau. Ich hoffe, es geht dir schlecht. Garnons Schloss. Allrighty, Bitches. Komm, jetzt mach's uns doch beiden nicht so schwer, du Lappen. Das lade ich auf jeden Fall auf den Zweitkanal hoch. Definitiv, ja. Ja, das ist das Ziel. So, Dalleechen. Ach, wie süß. Dankeschön, Legendary. So, jetzt leuchtet doch alles. Warum geht das nicht auf? Ach, da oben ist noch eine. Okay. Oh, leck, ey. So. So. Das war kein Hund, das war ein Wolf. Und er hat es verdient. Den 8. Juli. Ich werde dich so hart unterstützen auf den 8. Juli. Ach so, ja, klar. Süß. Dankeschön. Ich glaube, ich brauche wieder meine Sküchen, ne? Ist da unten irgendwas? Darf ich runterfallen? Okay. Frage beantwortet. Okay. Ich habe es kapiert. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ich werde mal das dumme Ding da töten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat es jetzt gebracht? Oh oh. Ouch. Äh, ah, okay. I see. I see. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe schon so oft geschrieben, aber man kann es nie oft genug sagen. Dankeschön, Denise. Oh, danke für die lieben Worte. Ach, Lichtpfeil, okay. Da muss man auch erst mal drauf kommen hier, oder? Yes, Mann. Das Waldziegel ist gebrochen. Das Waldziegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Warum seid ihr denn jetzt schon wieder ges... gefangen? Ich habe mir doch gerade die Brücke gebaut. Das Waldziegel ist gebrochen. Ich bin ja nicht so der Streamer, ich bin ja echt eher der Video-Editor, Content-Creator. Würde ich fast sagen. Muss ich da ehrlich gestehen. Also halt, streamen tun halt zu viele, dass halt die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Sie auch beim Gaming, bei YouTube auch. Aber einfach machen, einfach anfangen, das machen, was dir Spaß macht. Fickt euch. Durchziehen, nicht drüber nachdenken, was andere von einem halten. Und halt schon irgendwo ein Stück weit Qualität auch liefern. No, Knuskind, dankeschön. Lichtpfeiler. Denn ich habe 200 Kilo auf den Rücken, aber ist mir egal. Sieht aus, wie Backlava, wie Fladenbrot hier. Oh, eine Donation. Ich lese nachher die Donations vor. Vielen Dank, meine Lieben. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich bin doch so schlecht darin, Mensch. Lass mich doch in Ruhe, ey. Ups. Ja. Jetzt wollen wir schon wieder das Lichtschwertle, du. Äh, das Lichtschildle. Aha. Aha, aha, aha. Ach komm. Das ist doch ein Hohn. Oh, oh, oh. Egal, die kann ich eh gerade gebrauchen. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Oh nein, ihr Arschratten! Hallo. Toll. Ja. Lies deine Nachrichten bei Instagram. Um ehrlich zu sein, mittlerweile kann ich gar nicht mehr alle lesen. Es kommt so unfassbar viel rein, das würdet ihr mir nie glauben. Es ist so unfassbar viel, was da an Nachrichten reinkommt, ey. Und so viel Bullshit, wenn ich's mal so sagen. Es kommt sehr viel süße Nachrichten, aber auch so viel Müll, wo ich auch gar keine Lust mehr hab zu lesen. Leider. Schade, wenn ich Müll irgendwie aussortieren könnte. Wär das echt toll. Das Geistersiegel ist gebrochen. Okay, alles klar. Ach, da unten ist noch eine. Iiii. Hä? Bestimmt geht da irgendein Geheimtor auf oder ich weiß aber nicht, ob ich's riskieren will, um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, möchte ich's nicht. So, und hier kann ich noch eine... ...eine Flamme anmachen. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Bringt das was? Probieren wir's mal. Du bist so cool genug, ey, seid so süß, meine Spätzels. Ach so, da komm ich da runter, ah nee. Hallo, Notplodi. Notpludi. Zeig mir deinen Booty. Bin dabei, alle Videos nachzuschauen. Dankeschön. Seid ja süß. Äh... Gnu, kennst du Cameron? Ja, irgendwie hör ich den Namen öfter, aber ich weiß nicht, wer das ist. Das Schattensiegel ist gebrochen, bitte rette die Prinzessin. Ich glaub, da kam grad ein Sub rein. Oder ne Donation. Und zwar von... Nee, ich lese Donations nachher vor, Leute. Machst du irgendwann auf Twitch-Sub-Emotes? Ich bin ja gar kein Twitch-Partner. Wenn ich Twitch-Partner werde oder beziehungsweise den annehme, die Twitch-Partnerschaft, ja, eventuell. Dann gibt's natürlich auch Emotes. Die gibt's grad noch auf YouTube, weil ich möchte mir nicht von der Plattform verbieten lassen, irgendwo, äh, nicht streamen zu dürfen. Seh ich nicht ein. Boah, wie gemein. Krieg ich da jetzt nix? Ach, echt? War ein Disney-Schauspieler? Woran ist er gestorben? Ach, echt? War ein Disney-Schauspieler? Woran ist er gestorben? Okay, jetzt brauch ich wieder ein leeres Fläschchen. Das gefällt mir aber gar nicht. Ach, ich hab ja ein leeres Fläschchen. Alles klar. Ein Anfall gestorben ist. Halleluja. Genauso wie diese eine Schauspielerin, Leute. Da merkt man echt wieder, was wichtig im Leben ist. Gesundheit. Nichts anderes. Hallo, Nupsi! Pupsi, grüße dich! Gesundheit ist echt das Wichtigste, Leute. Gesundheit und Liebe. Das sind Dinge, die ihr euch nicht kaufen könnt. Liebe für alle und Gesundheit für alle. Ganz viel Liebe und Gesundheit. Für alle meine Pupsi-Knupsis. Aha! Oh ja, komm her. Komm her, Baby. Der Schauspieler ist auch noch im Schlaf gestorben. Scheiße. Nein, bitte, aktivier dich nicht. Komm her. So. Hallo, Benjo! Ja, wie gesagt, da sieht man, wie schnell es vorbei sein kann. Liebe tut nur weh. Nein, wenn es die richtige ist, nicht. Ich wurde auch schon oft verletzt, Leute. Aber irgendwann kommt der Richtige. Oder die Richtige. Und dann denkt ihr euch, juhu, because I'm happy. Das war eigentlich nicht so geplant. Scheiße. Hm. Na toll, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Kann ich es aber unten reinschubsen? Hallo, reiner Quatsch. Oh. Ich glaube, das muss hier hin. Und dann muss das da hin. Was mich gerade fürchterlich ärgert, dass man da oben schon wieder so eine Kacke braucht. Das heißt, ich muss nochmal zurück und muss mir erstmal... Ja. Wieso... Wieso läuft deine Zeit ab? Hm? Meinte ich. Im Schlaf zu sterben ist der schmerzvollste Tod, den man haben kann, obwohl es sich blöd anhört. Echt jetzt? Warum? Weil man sich von niemand verabschieden kann? Ich musste mal draußen wieder rein. Ja, Kackel. So. Ach so, dann läuft die Zeit ab. Liebe muss ja nicht auf feste Beziehungen angewendet sein. Genau, auch Familie. Familie ist ja auch Liebe. Deswegen. Meine armen Gnulli sind auch schon alle vorbelastet. Die haben direkt Angst und weinen, wenn sie da was von Beziehungen hören, gell, ihr armen. Wesen. Meine armen Gnulli sind auch alle vorbelastet. Er war auch noch so cute mit seinem Sommersprost. Ja, krass. Ich find's echt krass. Deswegen. Weil es haben mir voll viele in die Kommentare geschrieben. Und ich dachte mir so, hä? Ist das eine Drohung? An mich? Geht nichts über eine gute Beziehung. Oh, süß. Garagi, hast du eine Freundin? Oh, wie süß. Garagi, hast du eine Freundin? In love. Der von Jessie, oder? Hä? Nee, Joe, hast nichts verpasst. Alles gut. Das Wassersiegel ist durchbrochen. Und alle 13 Tage blieb sich ein Gnu. Hallo Ketchup! Hey, lösen! So. Wie so ein Furz ging da grad die Luft aus. Er hat auch in Kindsköpfe mitgespielt. Oh, ich glaub, den kenn ich bestimmt vom Sehen her. Ja. Jopp. Glückwunsch, Garagi! Das freut mich sehr für dich. Ich bin jetzt auch sehr, sehr glücklich. Seit zwei Monaten. Es gibt einen Gnu-Papa. Ab alle 11 Minuten fliegt sich ein Gnulli über Gnu-Chip. Ich muss jetzt doch tatsächlich, Leute, ich muss das mit dem Feuer noch irgendwie anders... Wie krieg ich denn die Handschuhe, Laiki? Muss ich da... Ich muss das mit dem Feuer hier doch hinkriegen, Leute. Sonst krieg ich die Handschuhe nicht. Ich muss die hier kriegen. Die verdammten Handschuhe. Jaja. Es muss hier irgendeinen Hinweis geben. Meine rote Rüstung ist weg! Oh Mann, weil dieses blöde Ding das aufgefressen hat. Mal so ganz doof gefragt, warum spielst du das, beziehungsweise überträgst das auf die Elgato in Streamlabs? Warum nicht? Oh nee, jetzt muss ich... Wie lange halte ich hier aus ohne Ding? No, nur 42 Sekunden. Och, ist das unnötig. Weil ich gestorben bin, hat es nicht aktualisiert. Oh, unnötig, Leute. Dankeschön, Anus. In welcher Stadt wohnst du eigentlich? Äh, in Stuttgart? In Sturke? Bei mir auch circa zwei Monate? Echt? Jetzt Garage? Also ich bin... Meine Beziehung hat am ersten Mai angefangen. Wann hat deine angefangen? Jetzt sag bloß am ersten Mai. Dann lache ich mich kaputt. Da spricht der Dämon aus dem Gloom. Ach, Quatsch, Leute. Bei mir doch nicht. Ich auch in Stuttgart? Jawoll, Leute. Wo sind die Sturgarder hier, hä? Rainbow Six kommt bald, glaubt mir. So, Leute. Jetzt werde ich mir erst mal mein rotes Gewand wiederholen. Wo kriege ich mein rotes Gewand? Kann mir das kurz jemand sagen, wo ich eins herbekomme? Bei mir war es der 18. Ach so, wie lustig. Ich bleibe im Saarländle. Ajo. Oleg. Ich wohne am Arsch der Welt. Koronendorf. Meint ihr? Sicher? Bei den Koronen? Okay, dann gehen wir da mal hin. Mann, wie unnötig. Im Saarländle. Gefällt es dir nicht in Stuttgart, Abel? Gibt es Schweizer im Stream, oder bin ich der Einzige? Da gibt es bestimmt Schweizer. Bei den Baselix findest du aber keine freundlichen Gegner. Ich glaube auch. I believe so. I believe in miracles. Portet dich doch. Es dauert doch länger, wenn ich vom Berg runter laufe, als wenn ich zum Berg hoch laufe, oder? Ich mag ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass hier nichts drin ist. Tatsächlich nicht. Ich bin zwar in Stuttgart geboren worden, lebe aber im Bayern. Ajo. Wenn es euch so gefällt. Moment. Ahem. 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 Mann, äh... Egal, jetzt hol ich mir erst mal eine Feuerrüstung und dann mach ich das. Habe ich noch nie getroffen, ich wohne zu weit weg. Ja, selbst die Stuttgarter werden mich nicht treffen, weil ich bin nie draußen. So blöd sie es anhört. Mit den Fliegestiefeln. Ne, haben wir schon probiert, geht nicht. Ich brauch die Feuer-, die goldenen Handschüchen, aber die hol ich mir jetzt gleich. Ja, Link, das tut weh, weitermachen. Weh, 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 weh. Meine Rubine reichen nicht aus. Kann ich dem auch was verkaufen? Moment mal. Ne. Kannst du den Tomb Raider streamen? Ja, da bin ich nur beleidigt, weil das Spiel ist ja gecrasht, als ich es mit euch durchgespielt habe. Ich liebe auch die Zelda-Musik. Draußen noch die Steine springen. Stimmt, aber ich glaube, ich kann den 20er hier eigentlich immer wieder holen, oder? Yes, man. Geil, noch einmal, dann habe ich es. Nein, das ist kein Brave of the Wild. Wie im echten Leben, weil Gnur einkaufen mit wenig Geld. Ich gehe eigentlich nie, äh, ich gehe nie in Läden shoppen. Geht ihr öfter mal in Läden shoppen? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal echt durch die Stadt gebummelt bin und in einem Laden mir was gekauft habe. Ewigkeiten her. Ich liebe die Musik, ich liebe die. Gib mir den Scheiß. Ich rette die Welt und der ist so geierhaft und gibt es mir nicht. Ey, Wahnsinn, der Typ. Nein, lass mich, ich will nichts mehr von dir. So, ich gehe jetzt in die Zitadelle der Zeit. So, lass mal hier jetzt hier. Ich mag die Stuttgarter Mitte nicht so. Oh, das war das Falsche. Nein. Stuttgarter Mitte mag ich auch nicht. Welche Art von Musik magst du? Das ist schwierig. Mache ich mal eine Playlist? Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe voll den komischen Geschmack. Mir geht's gut, Reload. Im Milaneo sind so viele Menschen und auch der Königsstraße verreckst du bei diesem Wetter. Genau so ist es, ja. Hallo, Deddy. Ein Gnu führt's, die kommen rein. So, jetzt holen wir jetzt erstmal unsere goldenen Handschüchen. Dann kann ich die Fee draußen holen. Kann das Feuerdings machen. Und kann den letzten Raum machen. Dann können wir zu Garnandorf und den dem Arsch versuhlen. Hallo, Oni, Meret. Ich hoffe, dir geht es gut. Chill. Kennst du BTS? Diese komische Boy Group? Beste Lied der Zitadelle. Ja, das ist echt schön. Ich finde nur diese Brücke so geil, die ist so voll fancy an diesem dunklen Gebäude dran. So edgy. In welchem Land willst du unbedingt mal hin? Hm, das erfahrt ihr immer in deinem Kanal. Japan auf jeden Fall. Japan. Unbedingt Japan. Japan! Mögt ihr diese BTS-Boy Group? Ich finde, das habt ihr schon mal gesehen, was die alles machen müssen, um da hinzukommen, wo sie sind. Ich finde das voll absurd irgendwie. Die armen Kerle, ey. Die armen Kerle, Leute. Die haben kein schönes Leben, muss ich euch sagen. Die werden ja voll gedrillt, um da hinzukommen, wo sie sind. Ich finde das voll... ...voll krass. Bin ich gerade blind? Bin ich gerade blind? Ich bin nicht so eine! Blah, 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 blah. Ich lasse euch wieder die Flugschüchen. Meine Flugschüchen, die sind einfach die besten Bam Bam. Meine Flugschüchen, die sind einfach die besten Bam Bam. Denn mit Flugschüchen fliege ich so. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh yeah, Baby. Ah, da kann ich mir jetzt mit dem Enter-Haken hochziehen. Es ergibt alles einen Sinn, Gnulis. So. Nein! Oh Gott. Wie bist du eigentlich auf deinem... Ich bin immer so knapp. Meine neue Benachrichtigung schüttelt. Hallöchen, Zachary, grüße dich. Ja, ich habe die Goldhandschuhe speichert und direkt bei den Scheiß jetzt hier, Mensch. So, wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch... Das kann ich ausziehen. Sie hat ausziehen gesagt. Because I'm Gnulis, habe 200 Kilos auf... Oh Gott! Egal, ich habe die Handschuhe, ich habe die Handschuhe. Egal, ich kann hier raus. Ich kann jetzt in den Feuer dämpeln. Und dann rüste ich mich erst mal mit meinem Shit aus. Hallo, Gnul Junior. Ach, was für ein süßer Name, Gnul Junior. Hallo. Putzig. Ah ja, putzig. Ja, ja, süß. Oh, oh. Scheiße. Ich muss die richtigen Schüchen nehmen. Äh, ich bin tot. Ich hasse das Spiel. Kannst du dich, danke. Kannst du dich, danke. Ja, ich mache kurz nur das hier fertig, die Räume, und dann gehe ich zur Fee. Because I'm Gnulis. So. Jetzt kann ich da nach hinten. Yes, Mann, wie geil. Weg damit. Ah. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, nein. Oh nein, oh Gott. Bitte tu mir das nicht an. Da kann ich jetzt drüber. Geil, Leute. Endlich, Mann. Endlich. Yeah, Leute. Applaus, Applaus. Ein Treppenhaus. Ein Treppenhaus. So, jetzt brauchen wir wieder unsere Stiefel. Unsere... Oh ja, Leute. Dann kommt der letzte Raum. Bam. Yes, Leute, wir gannern drauf. Das Feuersiegel. Beeil dich, Bruder. Wie viele Länderstätten. Wie viele Länderstätten warst du? Boah, viele. Aber es kommen dieses Jahr noch sehr viele neue dazu. Saftiges Kamm-Kommando. Saftiges Kamm-Kommando. Saftiges Kamm-Kommando. Ist, ne, ist, ne, kein Vlog-Kanal. Keine Vlog-Kanal. Das wäre zu einfach. Letzter Raum. Ich glaub, der hat's in sich. Ich glaub, ich brauch mein Auge. Mann! Wow, ein Herz. Machst du auf deinem neuen Kanal vielleicht eine Weltreise? Nein. Nein. Das wäre ja gar nicht mit meinem Hauptkanal vereinbar. Also egal, was auf meinen Drittkanal kommt, es wird definitiv alles auf den anderen Kanälen so weitergehen wie bisher. An meine kleinen hysterischen Gnudis. Aua. Hallo, Lena, Siu. Grüße dich. Jetzt wartet's ab, Leute. Es sind doch nur noch ein paar Stühnchen. Ihr Neugierigen. Wow. Ah, ich muss spielen. Ach was, echt? Ist das alles? Vlogs sind quasi, wenn ich irgendwo rumreise und die Leute mitnehme oder halt, ja, quasi das festhalte, wo ich mich befinde. Ich glaube, ein neuer Sub ist dazu gekommen. Oh, ich weiß, überhaupt nicht. Also, wir nucleieren. Und wir laufen dann. Huioiui. Was, noch einer ist hier irgendwo? Ah. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Hä? Ah, lustig. Da haben sie sich noch ein bisschen was einfallen lassen jetzt am Ende. Hä? 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 Ich lese die Spenden nachher vor. Vielen Dank, wenn das Spiel vorbei ist. Das Lichtziegel ist gebrochen. Schnell jetzt! Das Lichtziegel ist. Das Lichtziegel ist. Das Lichtziegel ist gebrochen. Das Lichtziegel ist gebrochen. Das Lichtziegel ist gebrochen. Ich weiß nicht, ob ich denen da Bescheid sage. Ich taste nämlich erstmal den Kanal heran, bevor ich dafür die große Werbeglocke jetzt irgendwie klingeln lasse. mir ist es nämlich eher... Ich will mich wie gesagt erstmal ein bisschen rantasten. Und mir ist es recht, wenn ich da noch nicht so ein großes Publikum habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was komplett Neues ist. Weg damit! Rein da in die Stube! Ist noch nicht fertig, Likey. Ich habe heute noch viel aufgenommen, deswegen. Tut mir leid. So Leute, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Titten, bevor der Endkicker kommt. Dankeschön, Fies Girl. Ich bin ein Zwilling. Hallo, Chica. Hallo, mein süßer Link. Ich verstärke deine Abwehr. Sei bereit. Ja, gib her. Dein Auvenis. Oh ja. Juhu. Dieser Blick. Die Abwehrkraft. Dieser Blick ist so verboten, diese Ansicht. Ich habe auch Angst vor der. Die ist total gruselig. So Leute, seid ihr bereit für den Endboss? Mathe-Test. Oh, gut. Ja, viel Glück. Gute Besserung. Seit wann spielst du Zelda? Also wann hast du das erste Mal gespielt? Denn ich habe den ersten Teil gespielt, als der erste Teil rauskam. Da war ich elf oder zehn. Ich bin ein Zelda-Fan. Arme Hunter. So Leute, jetzt wird DJ Pogo rasiert. Ist hier vielleicht zufällig eine Skulptula, wenn ich hier schon lang kann? Nein. Ich war doch nur neugierig. Manni. Ach Mann. Let's get ready to rumble. Ich liebe Zelda. Tja, ich habe schon Ferien. Oh. Worauf spielst du Zelda? Auf meinem Herzen. Habe 200 Kilo auf den... Was ist Urlaub? Gute Frage. So Leute, rein da in die Stube. Neugierde wird bestraft. Aber wirklich. Oh Leute, los geht's. Ich bin so bereit. Zelda, ich komme, du geile Sau. Wieso haben solche Schlösser immer so unnötig lange Treppen? Aua. Die sehen irgendwie anders aus. Denkt ihr seid cool, weil ihr aussieht wie Scooter mit eurer Frisur? Ich hole mir erst mal meine Herzchen. Wie sie fändig sein wollen, so. Weil sie tun so was, wären sie voll die Gangster. So. Meine Nase juckt. bị stunden. Jetzt geht's zum Endkampf. Jetzt geht's zum Endkampf. Ich bin bereit. Ach, komm schon. Ihr langweilt mich! Ihr langweilt mich! Die brauchen so lang, bis sie angreifen. Die sind hier super nervig, die Dinger. Mann, ey. So. Schluss jetzt. Oh, ist das der Endboss-Schlüssel? Ich liebe Glutella! Dankeschön, Liraco! Vielen Dank! Wo kam ich jetzt her? Hier, glaube ich, die Treppen nach oben, oder? Abwerkraft nicht bei Twilight Princess die Rubin-Rüstung, dass man nämlich so lange keinen Schaden nimmt. Äh, ich glaube, die gibt's hier gar nicht, oder? Oh, zwei Stück gleich. Die ist sportlich. Aktivieren. Ich wollte erst mal nur einen aktivieren, egal. Jetzt hab ich halt beide. Schade, dass er seinen dummen Kumpel nicht verwundet. Genau, machen wir mal mit der schweren Rüstung und dem schweren Schild einfach mal einen Backflip. Ihr Lappen! Meine Güte, seid ihr schlecht! Hallo, Huhnlover! Wenn einer auf Besserwisser macht, muss man sagen, oh, das kriegt erst einer auf dem... ...auf dem was besorgt. Macht sie ganz locker. Bin gerade übrigens das Bild nach dem Nachmalen, wo du den Baseballschläger in der Hand hast. Ach süß! Dankeschön! Gerne verlinken. Ist doch irgendwas faul. Jetzt krieg ich bestimmt ganz viel Belohnungen, weil ich die brauche. Sowas immer schlecht, Leute. Wenn man Loot kriegt, bevor der Endboss kommt, da weiß man, jetzt wird einem der Arsch gespalten. Ja, guck, wie die mich belohnen hier. Das Geld nehme ich auch noch mit. Hallo, Freizeitparkfreak! Tauschst du Yoshi gegen Aira? Nein! Ist Zelda ein Mann oder eine Frau? Zelda ist eine Frau und Link, den ich spiele, ist ein Mann. Wie schön die Fenster sich an der Wand spiegeln. Cool, seht ihr das? Zelda, I'm coming for your booty! Oh ja, Leute, es ist soweit. Es ist soweit, Leute. Oh mein Gott! Es ist... Es kann doch nicht wahr sein, Leute! Ganondorf kann Orgel spielen! Ganz ehrlich, im echten Leben hätte der die schon längst aufs Kreuz gelegt. Erinnert mich irgendwie an Peach und Mario. Papa geht sehr gut. Er hat Rastas. Er hat Rastas. Bodo! Die Fragmente des Triforce, ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinen. Lass uns ein Dreier machen. Die fehlenden zwei Fragmente, ich warte seit sieben Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht, ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich, endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint. Ich will mich nicht vereinen. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei, ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente, ich befehle es. Hey! Link, ich kann dir nicht helfen, die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid. Ciao! Danke. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Ich habe Angst. Ist es in Ordnung, Angst zu haben? Hilfe, ich habe Angst! Ganondorf, wir können darüber reden. Wir können darüber reden! Oh stimmt, ich muss nicht mit dem Pfeil... Wegen der dummen Navi kann ich den nicht mehr anvisieren! Was für eine Pitch, Alter! What the fuck? Was für eine dumme Kuh! Ist die blöd? Die könnte mir doch helfen, den anzuvisieren, oder? Zelda denkt sich auch, was machen die da? Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Oh Gott, ich hasse das! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Nein! Ja, ich habe ihn noch erwischt! Ohne Navi ist es doch gar nicht so einfach alles, muss ich ehrlich sagen. Und wo ist Zelda jetzt auf einmal? Nein! Scheiße! Ich habe die Nerven verloren! Hahaha, witzig! Trottel! Schießt minderjährige Kinder mit Feuerbällen ab! Ich hasse es! 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 Ich hasse es auch, dass der so viel aushält, der Sack! Oh Gott! Wunderbar! Jetzt reicht es mal langsam! Hier, stirb jetzt! Mensch Kerle, es ist genug jetzt! Ich habe verstanden, wie ich dich besiege! Hallo? Wo? Oh nein, was ist das? Muss laufen, glaube ich, oder? Hilfe! Er macht neue dumme Dinge! Oh du Arsch! Oh du Arsch! Was? Oh du Arsch! Wer lacht du nur! Ich hole mir erstmal meine Heilung hier oben! Wartet der jetzt so lange auf mich? Der Trottel? Der wartet auf mich! Geil, so lange hole ich mir nochmal ein Shit hier! Was? Du musst dein Schwert aufladen! Was muss ich jetzt machen? Für diese dumme Kugel, oder wie? Wenn du dich jetzt übergeben müsstest und dann feststellen würdest, dass du schwanger bist! Ich würde mich für dich freuen! Äh... Das kann aber nicht sein! Ich... Also... WTF? Ich will nicht schwanger sein! Das wäre nicht so toll für mich! Noch nicht, Leute! Ich bin noch nicht bereit! Ich weiß, ihr wollt genug Mama Babys, aber es ist noch nicht so weit! Oh nein! Ohohoho! Leck doch! Wisst ihr was? Ich ziehe jetzt die scheiß Flugschuhe an! Och Kacke! Oh Mann! Stell jetzt hier die Schuhe an! Jetzt mach dich alle, du Drecksau! Ach komm! Was ist denn das für ein Bastardo! Hallo Robin! Ich wusste es! Kann ich hier nicht einfach stehen bleiben? Er trifft mich ja eh! Hier kann ich wenigstens nicht runterfallen! Das Kind dann genauso schlimm wie du? Boah! Wie gesagt, Leute! Keine Sorge! Es gibt keine Glue Babys! Beziehungsweise keine Sorge! Es gibt keine Glue Babys! Gibt es doch überhaupt nichts, um Sorge zu haben! Wie kommt der eigentlich drauf? Ich kämpfe gerade um mein Leben und ihr spekuliert hier, ob es Glue Babys gibt! Verdammt! Ihr müsst mich anfeuern! Jetzt Ganondorf! Komm jetzt! Jetzt erlöse uns doch mal! Ist doch jetzt gut langsam, ey! Ja! Yes, Mann! Wuhuuu! Ich, der Großmeister des Bösen geschlagen von einem Kind! Das darf nicht sein! Link! Nicht! Geh ne Dorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Man soll den Tag nicht vor den Abend lohnen. Link, hör zu, der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorf's letzte böse Tat. Die Türmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Aber Moment, Zelda, davor muss ich doch noch kurz Ganondorf T-Baggen. Hier, du Bastard. So. Okay, schnell. So. Ich wollte schon immer mal Ganondorf T-Baggen. Ich bin schneller als du. Wie kannst du mit deinen Highheels schneller laufen als ich, Madame? Das geht nicht. Das ist jetzt gar nicht so einfach, ne? Zu Hunde kommen. Wieso kannst du das? Wieso kann ich das nicht? Mach schneller hin, ne Mensch! Wie machst du das? Ach ja, die kann einfach drüber laufen. Alles klar. Schnell, Zelda. Mach hin, ne Mädel. Lauf bitte, Mädchen, lauf. Warte nicht so auf mich. Ja. Ist gut, lauf. Lauf, Mädchen! Lauf, Kind. Oh, ich hasse die, weil die so lang brauchen. Deswegen greifen die auch schneller an, habt ihr gesehen? Damit es schneller geht, greifen die jetzt schneller an. Ist ja lustig. Die haben sogar selber bemerkt, dass die einfach lahmarschig sind. Oh, schau mal, die furzt Herzen aus. Hallo, Denise! Normalerweise kommt das immer von mir. Mädchen! So, schnell, Mädchen. Lernt schon mal rennen, weil sie später das Bier holen muss. Feministinnen würden sagen, dass das sexistisch war. Nein, ich find's lustig. Ich kann über sowas lachen. Ist egal, Mädchen, lauf. Nein, ich weiß, Benni, ich hab das Spiel schon, glaube ich, früher siebenmal durchgespielt, als ich noch klein war. Hey, deine Streams sind voll nice. Dankeschön, Melis. Dankeschön, hallo, Monster. Nur, wie viel Grad waren es halt bei dir? Ich weiß es gar nicht, wie viel Grad waren es bei mir. Ich glaube, es waren, äh, nicht so viel. 28? Balalala. Aber echt ne halbe Zeremonie beim Tür öffnen. Kennst du das Gefühl, wenn der Endboss ein HP hat und du stirbst? Oh ja. Badums. Kannst du da auch noch Real Talk machen? Über was? Es ist alles vorüber. Alles. Vorhin war die Plattform aber größer und das Schloss. Link, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Ach, als Maul brauchst du jetzt gar nicht einschalten. Die hat den Magic Moment auf Küss mich jetzt kaputt gemacht. Hallo, Blarik. Was war das für ein Geräusch? Ist doch scheißegal, lass uns abhauen, Mann. Was? Was? Das war das für ein Geräusch. Was? 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 Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Ja, ja. Ich liebe die Musik. Wie mache ich das jetzt kaputt? Achso. Wie er mit seinem Schwänzchen wackelt, der Ganondorf. Was will er denn? Schön ins Gesicht rein. Stimmt das überhaupt, was ich mache? Ach, Hammer. Oh Gott, Hammer? Ernsthaft? Oh Gott, hab ich ja voll verkackt. Oder? Gehen das jetzt nicht so? Oh Mann, ich dachte schon, ich bin cool. Hammer. Ich glaube, es hat ihm genauso viel Schaden gemacht, oder? Ach, die Magie geht auch. Okay, alles klar. Oh, jetzt macht es ihm nichts mehr aus. Schau mal. Er ist immun. Mann, Zelda, schmeiß mir das Drecksschwert drüber und heul nicht rum. Das macht ihm nichts mehr aus, jetzt, ne? Der Drecksau. Au. Oh Mann. Gib mir deinen Schwanz, Ganon. Gib mir deinen kleinen Schwanzi. Durch die Beine rollen, stimmt. Da war ja was. Link, das Master-Schwert ist hier schnell. Weib, warum zur Hölle hilfst du mir nicht? Danke für deine Hilfe und für nichts. Hammerschwanz. Hört sich nicht angenehm an. Stimmt allerdings. Nein, ich wollte doch durch deine Beine rollen, um an deinen Schwanz zu kommen. Deswegen, Leute, habt nie die Beine zu breit. Da kann jeder durchrollen und euch an den Schwanz. Sorry. Das musste sein. Ich wollte schon immer mal zwischen Ganon-Dörfsbeinen sein. So weit bin ich gegangen, um jetzt hier zwischen seinen Klöten zu hängen und ihm da hinten die ganze Zeit irgendwas anzutun. Wie demütigend das doch ist. Aber er wackelt ganz schön süß damit, finde ich. Schaut mal, wie süß er damit wackelt. Das würde sich freuen. Ach ja, jetzt auf einmal. Ich versuche gar nicht, mit meiner Kraft zu bannen. Nimmst du das Master-Schwert zu setzen, den Todesstoß. Wow, hat er viel gebracht, Mann. Ein bisschen mehr Fleisch essen vielleicht, damit du nicht so dünn bist. Oder Proteine. Gibt's auch in Pflanzen. Weißt du Bescheid. Und der hat wieder gezwinkert dazu. Oh, ihr sechs Waisen, es ist soweit. Zelda ist unge. Oh ja, Zelda, das war so anstrengend. Du hast so viel gemacht, ey. Ihr erschaffer Hyrus. Öffnet das versiegelt Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Der Kartoffelsack hat gesprochen. Musik Oh ja, Completely. Musik 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 du widerliche ich verfluche dich zeller ich verfluche euch ihr weisen ich verfluche dich link wie so ein beleidigtes kind eines tages werde ich dieses siegel brechen dann werde ich euren nachfahren auslöschen solange das fragment der kraft in meiner hand ist stimmt er hat es ja noch konnten ihnen das nicht wegnehmen der stream kommt auf youtube ja hallo poison nächsten freitag dann bei der szene musste ich gleich heulen als kind meine cousine hat voll angefangen zu flennen danke link dank deiner hilfe ist gelungen den großmeister des bösen das reich der hölle zu verbannen nun wird wieder frieden herrschen in unserer welt hoffentlich für alle zeit ich bin schuld an all dem unheil das über hyrule kam ich war zu jung ich konnte noch nicht wissen welche fernisse sich mir auftun würden ich habe dich in all das hinein gezogen nun ist es an der zeit mein fehler wieder gut zu machen oh ja legt nur das masterswert aus deinen händen und schließe das zeitportal die verbindung zwischen den zeiten sei für immer gelöscht link gibt mir die ocarina als eine der weißen habe ich die gabe dich in deine zeit zurück zu bringen zu können nun herrscht wieder friede in hyrule nun ist es für uns an der zeit abschied zu nehmen die nun link hole die verlorenen sieben jahre nach gehen nach hause dorthin wo dein platz ist als der der als du aufwuchs die danke link das ende ist so unbefriedigend lebe wohl ist echt unbefriedigend scheißbelohnung die nimmt mir alles weg dass sie mich mal ran lässt jetzt hier mal traurigste spielsehne ist immer noch aries to the final ist noch nicht vorbei leute hallo pascal ist noch nicht das ende leute kommt noch einiges da hat erstmal meine cousine richtig angefangen zu heulen damals da war ich elf und sie war zehn so richtig hardcore zieheholt will so lange gebraucht haben das spiel durchzuspielen die war todtraurig und dann wurde es noch schlimmer und dann hat sie noch mehr geholt dann noch diese traurige tolle zelda musik enemy program er der hiroshi da also das skelett war echt nicht gut gemacht ne das ende ist noch nicht vorbei leute das kommt erst noch hallo karte haben wir das echt durchgespielt und stolz auf uns dankeschön an like für die hilfe und an benny und alle echt happy dass wir das jetzt geschafft haben aber die musik ist so toll du musst du unbedingt nachholen xaido zelda lohnt sich immer leute die ganze teile sind so toll die ganze welt hoffe echt dass die ein remake machen von zelda ocarina of times würde ich nochmal durchspielen mit geiler quali und geiler grafik meine arme epona die hat auch einfach keinen besitzer mehr jetzt es geht weiter wieso können die kinder den wald verlassen die 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 da Hallo, Ozimu. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nabi ist auch weg jetzt. Da hat meine Cousine auch nochmal richtig geheult. Und... ... 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